Vielen Dank für die Fünfverschränkung. Dankeschön. So und damit herzlich willkommen übrigens auf YouTube. Ich habe heute wieder drei Folgen eingeplant. Ich bin sehr stolz. Wir haben übrigens neue Thumbnails. Also neue Ariane-Figürchen auf dem Thumbnail. Die sind von Risto. So und Risto hat aber dann noch etwas gemacht. Gestern nach dem Stream habe ich noch etwas bekommen. Und zwar ein neues Meterschutzbild. Es ist unfassbar. Also sogar mit Kirschblüten. Mit herzlichen Kirschblüten. Ja, das möchte ich auch nochmal zeigen. Also ganz viel Risto-Lom auf jeden Fall. Ich muss auch jetzt schon wieder pinkeln, weil ich heute den ganzen Tag ganz, ganz viel Wasser getrunken habe. Und meine Haut so trocken ist. Und ich möchte mich von inneren aufpolstern. Ja, genau. Das ist das Bild. Das ist sehr, sehr nice. Finde ich auch sehr cool. Da ist Ariane in ihren Schlafklamotten. Und die Pan geht es nochmal pinkeln. Ja, wow. Fantastisch. Gut. Jetzt sind auch Brennnessetee getrunken. Ich entwässere mich gerade. Aber es ist nicht so gut, wenn man es streamt. So, warte. 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 So, ich möchte mal sagen, dass ich Arianes Hautfarbe voll liebe. Ich liebe die wirklich sehr. Ich wollte sie damals so hart blass machen. Dachte mir, boah, nee, komm, du machst immer so und so eine Art Charaktere, keine Ahnung. Dann habe ich sie halt so ein bisschen mehr verpasst. Und ich muss auch sagen, nachdem ich das Rouge bei Barbara gesehen habe, ich wollte auch das Rouge von ihr ändern. Da muss ich sagen, ich habe das das Alte gelassen. Ich finde, das passt ganz gut zu ihr. Habe ich es mit Dolce bestellt und werde es bereuen. Oh, ja. Kenne ich. Kenne ich. Da seht ihr. Tata. Ich weiß nicht, was Lucky gemacht hat, aber da musste man mal klatschen. Wir sind nicht in der Ergoperspektive. Ich hoffe, das geht auch bei anderen Möbeln. Aber ja, es hat wieder geklappt. Finde ich sehr geil. Ariane kann jetzt immer pennen gehen. Juhu. Hammer. Das finde ich wirklich cool. Also ich habe mich letztens so voll gefreut. War schon sehr nice. So. Muss ich meinen Arm wirklich zum Ellbogen in diesen fetten... Ich wollte mich die ganze Zeit einloggen und das machen, aber ich kam nicht dazu. Oh mein Gott, der ist so riesig. Der ist riesig, aber ich finde ihn eigentlich trotzdem cool. Ich hätte gern, dass das da nicht weiß drin ist, sondern irgendwie dunkelgrau oder so. Ja, aber sie hat halt wirklich jetzt den fucking Schirm und der war so teuer. Ich muss sagen, ich habe mich unzählvoll gefreut über diesen fucking Schirm. Ja, boah, ey, ich hoffe, es regnet bald wieder, ne? Ariane rennt einfach mit diesem Riesenschirm dann rum. Schon sehr, sehr cool. Ich freue mich auch. Sollen wir den die ganze Zeit so mitnehmen? Kann man eigentlich, oder? Ich will den so tief reinschieben. Weil, pack mal Max, der hat mir da Sachen erzählt. Meine Güte. So, also nochmal. Oh nein. Das war ja so süß. Also man hat den ja direkt gesehen, ne? Es war, das war schon wieder der wird so, also die macht den fertig, ne? Die macht den fertig. Die hat jetzt hier, die wird auch ihre Auftritte haben. Das glaubt mir mal. Es gibt nicht nur eine süße Person hier, ja? Kampf wurde angesagt. Warte. Ne, die mit den Socken wollten, war die auch jetzt vor. Ich habe ein bisschen lauter gemacht, die Musik kurz. Maria, danke schön für den, für den, ja, Style-Check. Also wir müssen, also das war ja, ne? Warte mal, haben die ja auch, haben die auch noch in, in schwarz, glaube ich, mit Blöckchen. Die auch so raus, das ist ein Pink. Ne, shit, haben wir die nicht. Oh, shit. Ja, tatsächlich keine, keine Socken oder sowas. Würde jetzt, wir können halt unter dem Rock nichts anziehen. Das wäre so cool, wenn wir jetzt noch diese Stumpfe unter, also, ne, diese Stumpfe da anziehen könnten, aber dafür ist leider kein Slot da. Ist natürlich am perfektesten, aber das kann sie jetzt nicht machen. Okay, wir anfangen. Oh, es wird richtig gepasst. Warte mal. Und dann mal, das ist jetzt noch so. Hallo, Ariane Barnes hier. Hi. Hi. Äh, hallo, Herr Kuckuck, ich bin gerade am Telefonieren. Okay. Soll ich bitte mal? Nein, alles gut. Alles gut, das war Herr Kuckuck. Also, okay. Ich muss gleich so fragen, ich habe nämlich, äh, ich bin nicht mehr Missionary-O-Pedy. Hey, wo bist du jetzt? Äh, ich bin im Wester-Fotsie-Department. Hab gerade mein eigenes Büro. Oh, oh, nice. Ja. Okay, das ist cool. Ähm, ja, ich, äh, hm, ich hatte irgendwie den Mittwoch im Kopf, dass das, dass die Beerdigung am Mittwoch ist. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mir tatsächlich sogar handschriftlich notiert, Mittwoch. Ähm, und, äh, das Problem ist, ich kann Donnerstag tatsächlich gar nicht. Also, ich, ich kann halt gar nicht. Äh, ich will am nächsten Tag nach, äh, Kentucky und muss Donnerstag da Vorbereitungen treffen. Und, äh, deswegen kann ich leider nicht zur Beerdigung. und ich wäre halt gern gegangen. Aber sollen wir vielleicht dann einfach die Tage später einfach nochmal gemeinsam hingehen? Ähm, an sich können wir das gerne machen. Ähm, ich wollte nur schon mal Bescheid sagen. Keine Sorge, ich bin auch nicht da, aber am Samstag wäre wohl die richtige Beerdigung. Ähm, anscheinend gab es Probleme mit dem Beerdigungsunternehmen. Das heißt, jetzt morgen ist sowieso eine Art Trauerfeier. Ah, okay, ja, Samstag kann ich generell gar nicht. Und, äh, die eigentliche Beerdigung ist eher im kleinen Rahmen. Ich bin an dem Samstag auch nicht da. Ich wurde auch erst gestern davon informiert. Äh, ist jetzt so, ne? Ähm, das war ja jetzt... Aber ist hier, ist hier jemand da? Also, hat, die hatte genug Freunde gehabt, oder? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Das ist ja der Grund, warum ich es auch nicht übernehme. Ne? Ja, ja. Sondern da gab es direkt mehrere Freunde, äh, die es übernommen haben. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ja, bei mir hat sich, hat sich auch was Neues ergeben, tatsächlich. Was denn? Außer in Kultus-Burum? Ich könnte dieser Staatsanwältin den Hals umdrehen, aber wenigstens hat sie es jetzt geklärt. Ich habe gestern mit Tanaka geredet, ich hätte einfach direkt auf ihn zugehen müssen. Und das erste, was er mir gesagt hat, war, ja, übrigens nach dem Tod ist der Zeugenschutz per Gesetz automatisch aufgehoben. Ah. Das heißt, er hat mir monatelang eigentlich nur Scheiße erzählt. Ähm, Uh. Und, ich soll es aber trotzdem zu Sicherheit nochmal fragen, wegen diesen beiden Freunden, die ich mit zur Beerdigung nehmen wollte, ähm, dass das nicht irgendwas mit aktuellen Ermittlungen zu tun hat. Ja. Das ist doch was, das im Traum, also jetzt, gut, dass es so ist, aber, boah, das wird mich ja richtig aufregen, weil das hat ja auch so viel Kraft. Ich habe die Frau Roskern angerufen, sie hat gesagt, ja, ich habe ja sowieso schon hier dieses Dokument liegen, was eigentlich nur noch bestätigt werden muss, dass der Zeugenschutz aufgehoben ist, wo ich mir dachte, warum ist das dann noch nicht so? Äh, ich schreibe Ihnen, ich gebe Ihnen die Erlaubnis, diese zwei Leute einzuladen, habe ich gesagt, gut, dann schicken Sie mir das erstmal schriftlich. Ja, du, oh, ja, gut, gut, ja. Es steht drin, dass ich auch noch andere Leute einladen darf, das heißt, meine Frau kann auch mitkommen und es hat jetzt mal ein paar ausgewählte Freunde von, äh, Jen, äh, aber das ist wenigstens jetzt durch, ne, aber ich, na, als Tanaka das gestern gesagt hat, dachte ich mir, wenn die mir das jetzt nicht geben, dann werde ich hier einfach anzeigen, verklagen. Mhm, ja, Weil die haben das ohne richtige Grundlage gemacht jetzt. Das hat Tanaka gestern gesagt quasi. Er hat gesagt, der Zeigenschutz ist ab dem Tod aufgelöst, per Gesetz. Das heißt, die haben unrechtlich mir Auflagen gegeben, durch die ich suspendiert wurde. Oh, stimmt, das war ja auch noch, das hat ja alles damit zu tun gehabt, ne? Ja. Ja. Jo. Verstehst du, warum ich ein bisschen angemotzt bin? Ja, natürlich, da wäre ich auch, da wäre ich aber nicht nur angemotzt, das wird mich so... Aber ich bin jetzt halt am Überlegen, das ist halt nicht so schlau, weil die Staatsanwaltschaft jetzt auch ins WPDI kommt, das heißt, die Wehrenwort wird jetzt stockweg unter mir, nicht verscherzen. Ich glaube, wenn wir mit meinem Anwalt reden, ob es sich lohnt, ne? Worte sich das zu machen, oder ist da die Aussicht eher so, okay, da wird nichts passieren, da wird nichts frei rumkommen, dann will ich den nicht ans Bein pinkeln, umdrehtigerweise. Ja, es ist ja trotzdem ärgerlich, mit was das jetzt alles verbunden war, ne? na, also, es ist mindestens Verdienstausfall, das ist mir aber eigentlich scheißegal, es geht mir eher darum, dass die einfach, weil sie, keine Ahnung, aus purer Faulheit, oder was auch immer, oder weil sie halt so beschäftigt waren, das will ich denen ja nicht mehr abstreiten, haben sie halt einfach grobe Fehler begangen, und das war denen aber egal, weil es hat ja keine echten Konsequenzen, sondern nur psychische, weißt du? Nur psychische? Naja, aber verstehst du, ich versuche es so zu argumentieren, wie es wirkt. Ich weiß, es kann nicht sein, dass sie es gar nicht bedacht haben, aber das finde ich genauso scheiße. Ja, war aber erstmal trotzdem mir ganz, ganz gut, dass es jetzt geklappt hat, und dass du da jetzt auch nicht da allein durch musst, aber es hätte halt vermieden werden können, ne? Ne, ich habe halt gestern auch mit, mit vier, das ist eine von den beiden Freundinnen, telefoniert, und sie hat mir halt erzählt, dass sie das schon längst wusste, dass Jen tot ist, ähm, aber woher? Und anscheinend ist das ziemlich bekannt in der Stadt. Ja, okay, aber wieso? Weißt du, was hast du gemeint? Das muss ja auch irgendwie, da muss ja irgendjemand geredet werden. Die arbeitet oben mit Opis, also es wundert mich nicht. Da gehen, ähm, vor allem, äh, hier, MCs ein und aus, ne? Ja, aber sie war doch im Zeugenschutz. Vier wusste nicht, dass Jen im Zeugenschutz ist. Das wusste ich ihr nicht. Nein. Das habe ich mit ihr auch nicht besprochen, aber sie wusste, nur dass Jen tot ist. Pah, oh, ja, okay, gut, ja, hm? Ja, keine Ahnung. Ich, äh, ich bin einfach nur angefangen. Ja, das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Naja, ich organisiere jetzt erst mal meinen eigenen Umzug. Ähm, machst du das allein? Ähm, also ich wollte jetzt gleich sonst den Herrn Kukum fragen, der hatte mich ja gerade sowieso angesprochen. Äh, keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt meine Sachen und habe eine Tasche und ich muss jetzt nur eigentlich einmal rübergefahren werden. verpasst was. Ach, den Umzug? Entschuldigung. Ach so. Ich dachte jetzt, hä, wieso jetzt? die Wohnung ist ja jetzt mag. Die Wohnung ist ja jetzt fest, nein. Da werde ich nicht ausziehen, es sei denn, ich werde sie irgendwann mal vermieten, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Ja, ja. Äh, nein, 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 ich war jetzt kurz im Tief, ich war jetzt kurz im Tief und dachte, wow, Herr und Kukum sind gut miteinander, das ist doch mal der Furchtmich natürlich für dich, ne? Ich ziehe bei Herr Kukum ein, ja. Das wäre ja ein kleiner Plot twist, ja. Obwohl man muss sagen, als es mir schlecht ging, da hatte er mir den Schlüssel zu seiner Wohnung gegeben. Oh ja, es scheint aber auch ein sehr empathischer zu sein. Ja, manchmal vielleicht ein bisschen zu gut für ihn. Das Ding ist, ähm, er neigt auch dazu, dann sehr empathisch bei Leuten zu sein, die das dann ausnutzen. So wirkt das manchmal. Das war immer ein bisschen schade. Ja, das ist halt immer das, ich kenne das ja selber, das wurde ja hier mit mir auch ganz oft gemacht, das ist ja, das ist halt der große Nachteil daran, ne? Wenn Leute mir sagen, ich wünsche dir, ich wäre auch empathisch, dann, ja. Empathie an sich ist nicht das Problem, ne? Es ist ja so die Selbstreflexion. Hm. Naja. Und wie man andere Leute wahrnimmt. Aber gut, ich muss mal versuchen, ihn gerade zu erwischen. Ja, mach das, ich muss helfen, Frau Kata, dass sie den, ihren Arm in den Arschern des Truthans steckt. Sag mal Frau Kata, dass die Frau Sakura über mich fragt, wie es aussieht mit der Hochzeit, ob sie kommt oder nicht. Ich sag, sie soll dich anrufen. Okay, mach das. Okay. Bis dann. Danke. Ciao. Hm? Oh, das ist nicht mehr. Oh Gott, ist der furchtbar. Ist ja ganz schlimm, ich zerreißen sie dir jetzt. Ist das furchtbar? Schlimm. Wie kann man einen Charakter nur so spielen? Das ist nicht, das ist nicht real. Ist ja furchtbar, ganz schlimm. Aber ganz kurz, das sieht doch fantastisch aus. Also das wird eins der Standardoutfits werden, ich sag's euch. Ekelhaft, wirklich. Ekelhaft begeben muss ich mich da. Gott, ist das süß. Entschuldigung. So. Das sieht aus wie Latte Macchiato mit Schaum. Ja, das stimmt. Am besten vorne, da muss die Kürze nicht mehr tragen, kann sie mal stehen. Ja, das wäre grundsätzlich gerade gut, wenn ich mich vorne rausgehe. Oh mein Gott. Das war jetzt wirklich so, oh what the fuck. Oh Gott, das ist ein bisschen doch so kalt, okay. So, jetzt aber. Ja, weil ich hab das Wort ja jetzt auch ein paar Mal geschrieben und auch im Modchat und sowas alles. Wenn ich, wenn ich das hier eingebe, kommt automatisch dann das hier. Muskelgedächtnis. Nein, ich hab, oh nein, ich hab ein bisschen bei dir. Nein, 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 nein. So, warte, ich wusste aber, was ich jetzt gerade schreiben wollte. Moment. undaten, wir können, das ist jetzt nicht einfach, das ist ja nicht einfach, wie wir hier da geben, also wenn wir, das ist ja nicht einfach, das ist ja nicht einfach, Oh, 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 oh. Ich darf den nicht auch noch Hase nennen, ne? Das ist das Problem. Ich hab Nico Hase genannt übrigens, ne? Ich hab bei den Treffen einfach Nico Hase genannt. Oh mein Gott, ich will sterben. Aber Hase, oh, Nico war nicht. Entschuldigung. Ja. Stimmt, das ist wie gesagt, ich hab meinen Vater mal Hase genannt und den Dennis. Und das ist wirklich Pain. Das ist nicht gut. Wirklich nicht gut. Unangenehm, ey. Wie süß er einfach ist. Ari wünschte ich seit Jahren so Zettelchen und er macht es einfach. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Skinner kam nie irgendwelche Überraschungen. Nur so kleine Aufmerksamkeit. Ich mein, es kam, er geht zur Tankstelle, holt Blumen oder irgendwie solche Sachen. Geht kurz zur Tankstelle, holt während Ariane im Auto sitzt irgendwas hier, bitteschön. Oder Skinner hat da immer Sachen aus dem Kühlschrank, die Ariane gekauft hat, mitgebracht. Hier, ich hab ne Kleinigkeit für dich. Und dann gibt er dir ein Sandwich. Aber Ariane hat die Sachen gekauft. Oh, warte mal. Ja, ähm ... Vielen Dank. Hallöchen. Na, kann ich bei Ihnen was helfen? Ich kann noch nicht so lange, weil er mich wirklich macht zur Arbeit und gerade sowieso dringend so. Ja, ich bin gerade am schnippeln. Du Faule. Oha, bist du Faule. Ich gehe danach auch in den Dienst. Ist das so? Ja. Ja, gut. Gut siehst du. Dankeschön, du auch. Du siehst ein bisschen kalt aus, vor allem an den Beinen. Ist überhaupt nicht. Ich habe eine Neidernstrumpfhose an. Okay. Warte, ich mache mal das wieder zu. Ja. Die ist ja durchsichtig. Ich weiß nicht. Aha. Und sagt mir dazu an. Was hast du denn für eine interessante Kombination? Ja, doch. Ich bin ein golfspielendes Schulmädchen, die Französisch lehrt. Oha, Chunky findest du wohl jetzt im Kühlschrank. Oha, dankeschön. Ja, ne. Nehme ich den gleich mit nach oben. Ja. Also, ähm, ich muss eigentlich nur noch die, Moment, ich habe gerade gelesen, ich muss noch die Äpfel zerstückeln, den Vogel waschen und wohl salzen. Hast du ihn allein schon rausgemacht? Muss ich das auch noch machen? Boah, ich habe fast gekotzt. Ja, Jo hat das gemacht. Ich konnte nicht. Ich konnte das einfach nicht. Ich wusste nicht mal, dass sowas da drin ist. Warum packt man das denn da rein? Warum macht man das denn nicht raus? Vielleicht weil manche das essen. Das sah aus, die Scheiße. Wie rote, blutige Scheiße sah das aus. Okay, dann muss ich das auch noch machen. Magst du für mich die Sachen zerstückeln? Ja, natürlich. Die sind dann zerstückeln. Alles klar. Oha, was soll ich Sachen noch nie gehen? Also, hier vorne drauf liegen, die auf der Platte. Oha, ich habe so viel Schlaf, auch in der Augen, tun mir neid. Alles, alles gut. Äh, ich greife mal den Vogel, dieses Ding. Ja, ja. Also, was ist denn alles passiert? Oh mein Gott, wenn du, äh, wenn du wüsstest. Also. Mhm. Äh, boah, ich, also, jetzt muss ich dir aber die ganz kurze Version geben. Ich habe ja fast beobachtet, war ganz vorne mit dabei, äh, gestern am Stadtpark. Ähm, ich wollte eigentlich die ganze Zeit in den Dienst, aber es ist sehr viel dazwischen gekommen. So. Äh, und, äh, da war ein Taxi und ich habe ja bei das Taxi gekündigt. Da saßen drei Personen drin, die ich nicht kannte und ein Eddie Taylor, den kennst du ja, ne? Äh, Taylor. Genau. Äh, kam mir ziemlich komisch vor, ich hatte ihn nämlich so ungefähr vor zehn Minuten noch gesehen und dann schien er mir, als wäre er auf irgendwelchen Instanzen, stand ein bisschen neben sich und ich habe gesagt, Eddie, ist alles in Ordnung? Und dann hieß er, ja, ja, mit denen ist alles in Ordnung. Und, ähm, und dann ist er ausgestiegen und die sind weggefahren mit dem Taxi. Dann habe ich, äh, dann kam in der Zeit aber auch Lami und habe ich gesagt, meine Güte, wie viele Leute hast du denn nach mir eingestellt? Meinte er, wie, gar nicht viele und hatte zwei dabei und meinte, hier, die beiden nur. Sag ich, nur die beiden? Wer waren denn dann die im Taxi? Ja, und Barbara hatte vorher noch gesagt, äh, ach, Herr Limone und dass sie, äh, irgendwie ein Minzbonbon jemandem gegeben hat. Ähm, ähm. So. Oh, das war also die Sache, warum das Taxi geklaut wurde. Ja, hör zu, dann, äh, habe ich, äh, das alles den, äh, Nami erzählt, weil ich war mir nicht sicher, ob das Herr Kassier war. Ja. Ekelweite. Oh mein Gott, ja, was, hast du, pack die, boah, pack die Müll, aber bring den Müll wirklich sofort raus, also heute, heute Abend noch. Ja, nehm ich nachher dringend raus. So, Ekelne. Äh, genau. Ähm, dann, oh, Entschuldigung, das riecht, ich, pfff, ich riechte ja ein bisschen. Ah, ja. Boah, das ist ekelhaft. Ich meine, ich bin es ja von, von Rehen gewohnt und sowas aus, die Ausländer zu nehmen, aber, boah. Okay, gut. Die waren aber vorher nicht eingefroren. Buh, ja. Mhm. Ich konnte es nicht, wo ich die da bin. Also, Limone hat uns das Taxi geklaut. Immer. Hat das Taxi geklaut, genau. Ich habe mich nochmal vergewissert und, äh, Lami meinte dann, ja, das sind die Vargos, so. Dann, äh, habe ich gesagt, ruf bitte das PD an, meint er. Ja, die Vargos, äh, die, die haben uns ja eh auf den Kika oder irgendwie sowas. Also, irgendwas hat er das Taxi mit dem Vargos. So, wohl immer und immer wieder. Ähm, dann, äh, hat er tatsächlich das PD angerufen. Das PD kam dann mit dem Herr Taylor und den anderen kannte ich nicht. Den anderen kannte ich tatsächlich nicht, der ist wohl irgendwie neu. Ähm, dann habe ich halt, äh, dann habe ich halt meine Aussage gemacht und habe dann auch gesagt, hier und da, äh, nee, da Taxi und so wurde wohl gestohlen, bla. So, danach sind ganz viele Sachen passiert. Reden wir einfach nicht drüber. War wirklich ein krasser Tag gestern. Naja, während ich da bei einer Dame saß, mit der ich, äh, befreundet bin, der Ex von, äh, 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 und sie von ihrem hohen Balkon gefallen war, ich mit ihr auf dem Spiel gewartet habe, oben eine Frau schrie, ich habe mich ausgesperrt auf dem Balkon, wie da auch noch geholfen warst. Habe ich ja da Lust bekommen vom MRPD, dass, äh, ich doch für eine Gegenüberstellung, äh, ob ich da denn ins MRPD kommen könnte, weil die die Leute wohl haben. Ich habe gesagt, ja klar, ich habe aber nur den einen gesehen, weil ich habe mich runtergeduckt beim Taxi und habe halt nur diesen, ja, Herr Limone hat gesehen. Mhm. Ne? Aber vielleicht hätte ich gedacht, wenn ich die anderen angucke, dann kann ich ja auch da eben, bla, bla. Auf jeden Fall meinte dann der Herr, äh, Taylor zu mir, ähm, äh, ja, wissen Sie, wo der Verhörraum ist? Äh, wo der Gegenüberstellung kam und hat gesagt, nee, ich war jetzt so lange nicht mit dem MRPD, äh, keine Ahnung, ne? Und dann meinte er, ja, dann kommen Sie runter zu den Zellen, dann hole ich Sie da ab. Sag ich, okay. Gehe ich runter zu den Zellen, stehe da, tja, dann dreimal darfst du ran, wie er in den Zellen saßt und mich gesehen hat. So, dann habe ich gesagt, nein, ernsthaft jetzt? Ja, doch. Und dann habe ich gesagt, nun, das Kind ist ja jetzt in den Brunnen gefallen, ne? Und dann hieß es, nee, Frau Barnes, dann kommen Sie mal mit, dann sind wir in diesen Vorraum gegangen, wo du, wenn du ungünstig stehst, kannst du da halt auch reingucken, je nachdem, in welche Zelle du bist, ne? Mhm. Ja, und dann, ähm, sind wir dann später zu so einem Vorhörraum gegangen. Wir standen da hinter einer Scheibe, also so wie in einem Film. Mhm. Und, äh, dann haben die erst eine Dame reingeführt, aber da konnte ich halt nicht hundertprozentig sagen, dass die, ob die jetzt drin saßt oder nicht. Ähm. Weil, äh, ja. Und, äh, dann kam halt die, äh, Limon, also Herr Garcia kam dann rein. Und, äh, hat schon gesagt, ist das die mit dem, weil ich war sehr auffällig gestern, ist das die mit dem roten Franzosenhut. Und da habe ich schon gedacht, oh, scheiße. Dann hat er sich später vor den Spiegel gestellt und so eine, du bist Todgeste gemacht, ne? Weißt du, wenn man den Finger so an den Hals hält und angefangen zu drohen. So, dachte ich schon so, jetzt ist die Kacke am Dampfen, ne? So. Ja. Dann stehe ich mit dem Herr Taylor da weiter, äh, drin und habe mir erst mal nichts dabei gedacht, dass er offensichtlich mit seinen Händen, ja, äh, dass er seine Hände an den Hals führen kann und keine Handschellen anhatte. Wäre auch ein Fee gewesen, wenn er die danach angehabt hätte, denn er stand danach bei uns vorne im Raum. Er kam einfach rein. Was? Der kam einfach rein und ist auf mich zu. Und ich bin halt schnell in die Ecke gegangen, ne? Und dann haben sie gesagt, und dann hat er auch noch gedroht und sowas, alles, ne? Und ich hatte so Schiss in dem Moment. Und, äh, ja, und, äh, dann hatte, äh, Herr Taylor den, äh, Jo angerufen. Und der hat mich dann abgeholt. Also, ich, deswegen war Jo gestern so extrem angepisst. Der ist an mir vorbeigegangen in den Zellen. Oh. Ah, okay, warst du auch da? Ja, ich kam später dazu. Ah. Hatte aber Limon tatsächlich noch in den Zellen gesehen. Ich hatte den vorher sogar festgenommen. Oh, okay. Mussten den aber eben Taylor übergeben, also Taylor übergeben. Ähm, weil unser Wagen ungefähr eine halbe Meile weg stand, gefühlt. Ja. Ähm, und, ja, als wir dann ankamen mit weiteren Tatverdächtigen, äh, war Limon halt noch da. Und wir waren halt verwirrt. Und plötzlich kam ein sehr angepisster Jo an mir vorbei in Zivil. Und ich dachte so, hä, der ist auch aus der Dienst. Ja, das würde ich halt, ich habe jetzt überlegt, ob ich nach alleine fahre. Und ich bin eigentlich so jemand, ich meine, der kriegt es ja eh mit, aber eigentlich bin ich jemand, ich würde ihm das jetzt nicht sagen, damit er sich keine Sorgen machen braucht. Aber das ist halt jetzt ein bisschen zu vermeiden in dieser Beziehung, äh, kann ich in dieser Beziehung nicht vermeiden, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt voll kacke gelaufen. Ähm, ich bin halt wirklich nicht die beste Officerin, das weiß ich selber. Aber ich war so perplex in dem Moment, als er plötzlich reinkam, so, hä, ich habe nichts gesagt. Ich stand da nur, bin dann halt, nee, also, als er auf mich zukam, bin dann halt wirklich ganz nah an die Wand gegangen und war nur, was passiert denn hier jetzt gerade? Ja. Also ich hatte genauso reagiert wie du, ganz ehrlich. Ja. Und Ari, du hast mir gefallen. Ja. Hörst du auf, dich immer kleiner darzustellen, als du bist? Ja, nee, ach. Du bist eine verdammt gute Officerin. Nein, bin ich nicht, oh Mann. Doch, bist du. Nein, wirklich nicht, bin ich nicht. Und das macht mich, das ist aber auch nochmal ein anderes Thema, da können wir irgendwann drüber reden. Bin ich losgekriegt, darüber nicht richten, da habe ich gewinnt. Ähm, nee, auf jeden Fall, meinte Herr Taylor dann noch so, ja, wollen Sie Anzeige wegen der Bedrohung jetzt stellen? Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich, der, meinte, ich rate es ihnen, er hat gesagt, ich denke eher nicht, weil dann hat er ja meinen Namen. Und, äh, ja, habe ich halt jetzt auch nicht gemacht, ne? Ich glaube, der hat deinen Namen so oder so, also, du bist jetzt nicht unbekannt in der Stadt. Ja, das ist halt auch, das, ich hatte Barbara auch geschrieben, so, äh, dass sie doch bitte, falls sie gefragt wird, nicht meinen Namen nennt. Ja, das wäre super. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, wenn Eddie wieder auf den Nenner kommt, dass er den vielleicht droppt. Oh Gott, den habe ich auch, du, komplett vergessen. Okay, der wird aber Arane sagen. Der wird aber relativ schnell darauf schließen, oder? Naja, vielleicht gibt es auf Winscher ja eine, die sich Arane nennt, dann ist die am Arscher. Nein, Spaß, oh Gott, da ist natürlich keiner am Arscher. Ne, deswegen, das ist interessant. Also zu den, zu den guten Offyserinnen, muss ich einmal kurz was sagen, ja? Ja. Niemand ist dabei, wenn ich mit auf Streife bin. Ich stehe nur rum und sichere ab, ich mache nichts. Ich habe nicht eine Akte selber gemacht. Ich verstehe einfach nicht, wieso das Leute sagen, weil ich finde, das ist nicht gerechtfertigt. Hm, naja, weil es dazu mehr gibt, als eine Akte zu machen. Ja, aber trotzdem, das ist für mich so, ich, um ehrlich zu sein, desto mehr ich gelobt werde, desto weniger will ich zum Petit fahren, bin ich ganz ehrlich. Weil man denkt, ich könnte was, aber wenn ich selber null sicher bin, dann will ich eigentlich da gar nicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, verstehe ich, aber. Äh, kennst du einen Rechtsanwalt Maximus? Ähm, ja, das war ein ehemaliger Kollege von uns. Das, äh, wie hat man das gesagt, der weiß, weiß ich gar nicht, aber ja, das habe ich schon gehört. Ja, damit war, also vermeintlich Waffen verschwinden lassen, das wurde nie bewiesen. Okay, heißt der Magnus mit Vornamen? Ja, Magnus Major Maximus. Ja, hat damals mit mir in der Klasse angefangen. Okay. Hm, ist dann ehrenhaft natürlich entlassen worden, aufgrund des, der Sache dort, konnte ihm nie bewiesen werden und dann hat er in August, was ist jetzt, Justitia? Ja, diese Anwaltskanzlei, Justitia, wo, äh, Gott, wie heißt sie denn, äh, Laurent, Luisa Laurent, ähm, äh, das Ding geladet hat, da hat er seine Anwaltslizenz machen wollen. Ich weiß nicht, ob er die bisher geschafft hat, das hieß irgendwann mal ja, aber auch nein und... Ja, warte, 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 lass mich einfach ganz kurz, äh, oh Gott, wie werden die geschrieben? Äh, wie, also, J, U, S, G, T, I, C, I, A. Also, ich glaube, das war das, also, auf jeden Fall, Luisa Laurent, ist halt seine Freundin und was auch immer. Ah, seine Freundin, okay. Ja. Oh, geführt von, ah! Also, es war auch damals, es war auch damals seine, ähm, oh mein Gott, äh, seine Quelle an Informationen, wo er, ähm, naja, er hat sie im Grunde überall hingeschoben. Also, sie hat sich teilweise prostituiert gefühlt, um an Infos zu kommen, für ihn. Oh, scheiße, okay. Also, sie hat wohl auch mit Twinkie geschlafen, den dicken Schwarzen aus der, äh, Saus, den es da mal gab. Das ist, das ist so eine Shitshow, oh mein Gott. Ja, 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 einfach ja. Ähm, Luisa Laurent selbst war auch mal Staatsanwältin, dann ist sie dort gegangen, hat wieder bei Vision News angefangen. Daher kenne ich sie nämlich. Mhm. Die war ja auch bei dem, bei dem Streik da, ja, ja, ich habe es ein paar Mal gesehen. Äh, tatsächlich weiß ich aber auch, dass sie wohl mit... Äh, äh, Anderson zu tun hatte, da hatte ich mal sehr viel Leute. Da würde mich jetzt nicht wundern, also... Ähm, hörst du, hast du mal, hast du, du hast wahrscheinlich nicht irgendwo schwarz auf weiß, dass sich der, äh, Maximus da als Rechtsanwalt irgendwo mal ausgegeben hat, oder? Ähm, nicht, dass ich wüsste, nein. Na, sch... Leider. Warte, ich mach mal ganz kurz. Warum ist er, hat er keine Lizenz? So wie es aussieht, nicht, aber wer hat das erst noch für dich? Ich muss das heute ja verqualifizieren lassen. Und ich hol mal ganz kurz Lami an. Jo. Jo, Lami, äh, ich steck ein bisschen in Schwierigkeiten. Ey, ich hol dich da aus. Nee, ja, das geht nicht so. Obwohl ich dich hasse. Ich hasse dich auch, aber kannst du mir vielleicht einen guten Rechtsanwalt empfehlen? Also wirklich nur Pech des wirklich guten. Ja, kennst du diesen Max? Queen? Der heißt Max. Max? Was ist das für eine Kanzlei? Ja, die ist von McCoy, da habe ich keine Ahnung, wie die sich nennen. McCoy? Ja, aber den kennst du, oder? Ja, McCoy ist doch der, der sich so ein bisschen mysteriös anhört, oder? Ja. Wie heißt der mit Nachnamen, dieser Max? Also, ich meine, also, gibt es da auch andere Sachen? Ich glaube, Harvey. Harvey. Okay. Das ist der Anwalt von Alice Taxi jetzt auch, hast du Erfahrung mit dem? Ich kenne ihn tatsächlich. Ist kein Anwalt von Alice Taxi, ne? Also, okay, ja, dann weiß ich Bescheid. Welchen habt ihr denn? Denker. Ja, der ist doch schon längst nicht mehr da, oder? Ja, aber da hast du noch einen getragen, zurzeit haben wir keinen Anwalt. Meine Güte, ja, diesen Max-Habe, den finde ich eigentlich ganz okay. Vielleicht solltest du den mal, äh, vielleicht solltest du mal wechseln? Ja, weiß ich nicht. Aber ja, na gut, genau. Ihr solltet wirklich einen guten Anwalt haben. Na gut, dann, äh, ja, okay, wenn du den auch empfehlen kannst, dann mache ich mir da keine Sorgen mehr. Ja, okay, dann Dankeschön, ne? Okay, jo. Tschüss. Tschau, tschau. Das Taxi soll wohl diesen, äh, Maximus haben und, äh, Dami meinte, er ist das Henker. Ich glaube, der ist gelogen. Scheiße. Ich muss Gott sagen, Henker ist doch gar nicht mehr da. Ich muss schon wieder, ich habe sehr viel Wasser gerade gedruckt, ich gehe mal ganz kurz, darf ich pinkeln? Ja, klar. Es ist der, ist ein bisschen die gleiche Bauart hier, ne? Genau, es ist einfach hoch im Schlafzimmer und dann direkt die Tür links. Nicht Herr Miller da? Ne, ich glaube, der lümmelt am PC rum. Ach, wie unangenehm, okay. Ich, ich schreibe mich mal dran vorbei. Und wenn, dann hat er Klamotten an. Wenn, dann hätte ich mich auch umgedreht. Scheiße. Entweder ist dann während des Streams nicht gut, Moment. Ich, ich schreibe mich mal dran. Ich, ich schreibe mich mal dran. So, ah, schön. Oh. Okay. Hast du gesehen, er hat die Klamotten an? Ja, ich bin schnell dran vorbei, vor mir. Kein nicht. Ähm, genau. Äh, möchtest du gleich vielleicht mit so etwas, ich muss sowas in Uniform sein, mit zur Staatsanwaltschaft? Ich brauche auf jeden Fall jemanden erfahren, der ist dabei. Auf jeden Fall. Genau, ein Herr Fairchild oder ein Herr McCoy soll ich fragen. Und ich habe immer Angst, dass die mir vielleicht keine Informationen geben, nämlich ich aber welche kriegen könnte und das nicht weiß. Aber McCoy ist, also ein McCoy ist eigentlich ein normaler Anwalt. Ja, deswegen bin ich ja, ich dachte auch eher Herr Tanaka. Ist der Tanaka da nicht irgendwie jemand, den man dann fragen kann oder nicht? Ähm, ist halt die Frage, also wenn, dann müssten wir das ja auch in unserer Rechtsanwalt-Nummerliste haben, ob er lizenziert ist. Und... Äh, ich habe ja... Ja. Ja, müssen wir gleich mal im PD gucken. Ja. Und, ähm... Ja, ansonsten kann man halt nur bei der Anwaltskammer direkt auch mal anfragen. Ja, ich bin, geht mal zu, ich kenne mich da noch nicht so aus. Äh, ist die Anwaltskammer so nicht wie im gleichen Gebäude dann? Ähm, die sind separat, meine ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mit der Anwaltskammer selber noch nicht viel zu tun. Ah, okay. Also ich habe eine Information bekommen, dass er eine Prüfung wohl nie abgelegt hat, aber sich als Rechtsanwalt ausgibt. Okay. Oh, verdammt, wir hätten auch Herr Hopkins fragen können, aber der ist im Urlaub. Aber wir fragen einfach mal bei der Staatsanwaltschaft an, ob die da was wissen. Das wäre super, du musst die Füllung jetzt in den Arsch stopfen. Na. Entschuldigung, das muss ich mal ganz kurz, dass du die Ärmel schon mal hochgekrempelt hast. Aha. Ja. Das ist so ekelhaft. Was ist das für ein fucking Fetisch, Alter, mal ernsthaft jetzt? Frag mal Max. Der hat mir manchmal Sachen erzählt, ne, da denke ich immer so. Der denkt auch immer noch, dass bei der Bayview Lodge, das ist ein, äh, scheiße, wie hieß das, so ein Punisher Room? Ne, wie hieß das nochmal? Irgendwie sowas, sowas in der Art, aber ich weiß nicht mehr, wie das hier ist. Irgendwie sowas. So Text Dungeon-mäßig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut, bei den, äh, bei Sarah Thomas würde mich das natürlich unbedingt wundern, aber... Wer ist Sarah Thomas? Sarah Thomas, die, ähm... Ah, ja. Die 50. Ja, ja. Ja, ja. Äh, guck dafür mal bei den Weihnachtsmännern drüben, bei der, bei den, beim Fernseher dort in der Ecke. Okay. Die müssten Nadel und Faden sein. Nimmt man das auch noch zu? Ja, dann wird das ja raus. Das ist richtig widerlich. Ja, Mann. Was Hölle ist das denn? Ich finde, das ist eine Tradition. Also, ich kann mir vorstellen, dass das echt lecker ist danach, aber... Ja, willkommen in Amerika. Ah, Mann. Ah! Meine Vorfahren haben das nicht gemacht. Okay, die haben... ... die ganze Reha auf dem Feuer gebraten, aber... ... reden wir nicht von dem. Ja, aber so, in, in so einer Küche, in so einer Umgebung ist es halt schon... ... noch mal was ganz anderes und irgendwie komisch, finde ich. Ja, irgendwie schon. Sehr, sehr merkwürdig. Ihr Weißen seid komisch. Ja, das sind wir, das sind wir. Da, jetzt ließ's zu und hau's gleich in den Topf da rein. Mhm. Ja, ne, kommt nicht hier. Wie Spaß. Ah! Ich guck mir das jetzt genau an, weil ich hab das gerade schon hinter mir. Dann kann das Viech nämlich da im Ofen bleiben und da vor sich hin köcheln. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, wir haben's auch gemacht und mit den Rezept schminkt das wirklich, wirklich gut. Also hat auch so eine richtig schöne, deftige Note. Bitte. Wie lange habt ihr das denn im Ofen gelassen? Pfff. Also, unser Ofen hat so ne Funktion, du kannst es halt, du kannst halt die Warmhaltefunktion danach anmachen und vielleicht kann, äh... Ja. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht das, was du denkst? Aha. Ich will gar nicht wissen, was hier immer los ist. Äh, weißt du was? Das will ich gar nicht wissen. Was? Was für Fetische hast du? Nein, ich sag nur, wo wir wieder bei den Fetischen sind. Jeder hat so seine eigenen. Na, ich hab irgendwie gar keine, muss ich sagen. Ich fand Uniformen immer ganz toll, ich find jetzt Anzüge sehr toll, aber ist das ein Fetisch? Uniformen sind... Ja, auch irgendwie. Die Uniformen, die neuen... Hast du dir die Jacken mal angezogen, wie fett man darin ist? Die Felljacken? Alle! Alle Jacken! Ich hab die alle noch nicht ausprobiert, also ich hab nur die Felljacke ausprobiert und die ist geil. Ja, okay, bei dir sieht's halt nice, das ist auch wie in den Haaren. Du hast ja diese offenen Haaren, bei mir sieht's voll scheiße aus. Und die Westen, die... Ja gut, aber wir sind generell sehr, sehr speckig mit den Westen noch dazu. Ja. Keine Marshmallows. So, jetzt noch das Ding ordentlich zunähen. Stuft ist er ja. Auch vor allen Dingen in den Toft rein. Nee, am besten wirklich nochmal eine zweite Reihe drüber, weil der Fahne ein bisschen dünner ist. Wir haben das mit so Rollstäbchen gemacht, aber... Ja, aber das sieht... Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Du musst halt nur, ähm... Ja, mach das mal so, wenn du dann später wiederkommst, mach nochmal die Grillfunktion oben an und, äh, streich von der Gemüsebrühe nochmal ein bisschen oben was, äh, über den Troutan. Genau, dann wird das oben nochmal schön knusprig. Na geil. Aber es ist so merkwürdig. Ja, das... Das ist es. Na gut, es ist generell merkwürdig, dass ich das mitmache, wenn ich bedenke, dass ich ja, äh, native Vorfahren habe, also... Und dann machst du unsere dumme Tradition, wo wir wirklich Heaven-Vogel nehmen und unseren Arm wirklich fett in den Arsch stecken. Ja, weil der Grundgedanke war ja nicht verkehrt, den, den man hatte. Ja, ja, ich verstehe schon. Aber was daraus erfolgte, war halt, ist halt extrem beschissen. Du musst ja nicht wirklich deinen ganzen Arm waschen? Ja. Du hast ja Troutan Arsch gerade. Oh, Scheiße. Na, Frau wird bestimmt auch Troutan Arsch am Arm. Bitte? Hey! Oh, Scheiße. Aber Staatsanwaltschaft hat heute auf, ne? Boah, ich muss jetzt ganz kurz nur... Ich kam gestern zu nichts, ne? Ich wollte, ich kam gestern zu nichts, das... Wolltest du dann machen? Im Dienst gehen. und eigentlich wurde ich zur staatsanwaltschaft dann als ich den vorgekriegt habe aber das kriegen wir gleich hin ja ich hoffe ich hoffe ich hoffe dann gebe ich dir gleich noch chunky mit ja so und packe ich den scheiß jetzt alles in den ofen gibt ihr dann kann man dann später weil ich weiß gerade ja alles gut kann dann einfach vor sich hin schmoren einmal noch einstellen sollte hinhauen so wie ist das eigentlich zum morgen machen wir das hier machen wir das wo wir machen ja stimmt ich bin morgen das ich kann morgen gar nicht wir wollen wir wollen dass tatsächlich also jos gewählt wo euch sein aber wir holen das noch mal nach wir wollen das mit euch ein noch mal nachholen wenn ich wieder da bin dann bist du wieder da hoffentlich am sonntag ich muss tatsächlich am freitag für mein charity projekt nach kentucky und muss da auf eine horde kinder aufpassen hier hast du schon mal den taschen mit junkie voll dankeschön ich bin jetzt mal ganz kurz nach nach zu mir nach oben ich bin sofort wieder da ja und ich bin eben kurz den müll raus und den eingeweihten die spaß bei den kürbissen toll ich muss gott sei dank vorne raus ach ja stimmt ihr sind jetzt einfach gleich vorne wo da hinten na das lieb von ray schön dass es jetzt immer so richtig schön ausspielt muss ich sagen das haben wir noch wir haben das ja gar nicht mitbekommen irgendwie ich wusste das lange nicht also was so ihr was so der hintergrund da ist ich bin eben noch den armen warte warte ich gebe dir noch die man nicht dass sie wissen wo ich wohne ich würde hier unten sagen auf dich warten oder warte ich war schon mal zum pd stempel mich ein und dann sind wir uns gleich ja ich gehe auch gleich in den dienst okay dann bis gleich ja und danke gleich gerne hungry 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 sag mir irgendwas zu laut oder zu leise ist und sowas alles und ariana muss ihr auto noch abschleppen und ich habe gehört du arbeitest nicht mehr bei alles taxi ja schon so ein paar tage oder so nicht mehr okay warum einfach so weil ich bin ja auch nicht mehr da ja weiß nicht hättest du vielleicht demnächst irgendwann mal lust dass wir uns mal treffen auf einen kaffee oder so ähm ist im moment eher schwieriger ich kann mir nicht sagen warum aber es ist im moment eher schwieriger tatsächlich ich ähm geht geht nicht geht geht nicht ähm ich ich muss sehr viel arbeiten okay alles klar gut dann okay dann pass auf dich auf also ist nichts persönliches ne ähm ist nur gerade sehr schwierig okay ja dann passt du auch auf dich auf pass auf dich auf mach ich bis dann okay tschau das geht jetzt sowieso erstmal ne gedinge entschuldigung ich will nicht so ins mikrofon reinhusten jetzt merke ich aber jetzt merke ich dass ich da kommt was ne da kommt was irgendwas ist da mit der stimme doch ich glaube es ist ein langer weg ist ein langer weg des verschnupften sein ist ganz ganz komisch ich finde es wirklich seltsam ich weiß nicht was los ist aber langsam kommt das wofer eklig fahren ich weiß nicht ich bin abartig bin ich ins lavisapiti ich will da nicht hin ne ich finde das durchgehend unangenehm dass korayame da ist ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich das so unangenehm empfinde weil ariane kann da kein ne das ist so ja man fühlt sich halt so hart beobachtet irgendwie boah die innereien hätte man eigentlich Kowalski geben können ha 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 boah es ist nächsten Monat schon wieder Dezember würde ich sagen es ist jetzt in paar Tagen schon wieder Dezember ne krass ja Beko weiß ja ich will auch Deko weiß die Art wie er halt das da machen möchte und auch diese ruhigere Art von ihm ich habe jetzt gerade gebremst ich habe jetzt gerade gebremst ich hoffe das sind nicht wir wei ja das ist nicht da die die somente in das Okay. Ah, wir sind vor, Rollcoil da, scheiße. Ariane geht jetzt Golf spielen. Danach drückt sie die Schulbank. Es steht Französisch heute auf dem Lehrplan. Wenn man sich 24 Adventskalender kauft, kann man jede Stunde bis Weihnachten ein Türchen öffnen. Boah, das wäre geil, ne? Boah, stell dir mal vor. Voll geil. Boah, Max würde jetzt wieder sagen. Oh, oui, oui, baguette. Ach, Max. Ich muss auch noch schreiben. Limon hat ja gesagt, ich weiß nicht, mit wem du so abhängst. Das könnte sich auf vieles beziehen, aber ich denke mal, das zieht sich vielleicht auf die Freunde. Hey, wenn sich jemand nach meinem Namen fragt, ich bitte sag, wie man sich nicht so anwägen, wie mit dem Franzosen. Oh, gut. Ach, sie muss ja auch mit Herr Gautier reden. Meldet der sich, aber muss die sich melden? Oh, nein. Oh, man, die ganze Ordnung ist irgendwie so, ach, ich muss das hier ohnehin wieder ordnen und die gelbe Weste ist nicht mehr da. Dann gucken wir mal. Da hin, da hin. Ach ja, der Hut muss ja auch noch. Oh, sieht das scheiße aus. Ich bin sauer. Ja, Ray steht das. Ariane steht das überhaupt gar nicht. Oh, die wird frieren. Die wird jetzt durchgehend frieren, weil das alles so hässlich ist. Ja, wahrscheinlich wird die die hier anziehen. Gott, ist das alles hässlich. Oh, ich vermisse diese alten Jacken und sowas alles. Also für Frauen ist ja, bei Männern finde ich die Uniform richtig nice. Das sieht so gut aus, aber bei Frauen? Nee. Mh, mh. Ich fühl's null. Wie ist das hier? Ach, super. Oh, guck mal, wie schnell die sind mit dem Fixen auch wieder, ne? I move lucky thief. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. 539 aktiv. 539, Funkcheck. 419, Funkcheck. 539, Funkcheck. 539, Funkcheck. 539, Funkcheck. 539, Funkcheck. 549, Funkcheck. 549, Funkcheck. Ich glaube, ich hatte den Ort zu lösen. Und hier steht Einsatzklober mit einem L. So, reicht es mir. Wer ist so über Füttung der Päropädie? Check. So habe ich schon wieder Bock, im Stream zu gucken. Aber ich streame ja selber, das spiele ja selber. Weil ich immer denke, hier passiert bestimmt gerade was richtig, richtig Lustiges, Spannendes irgendwie. Ach, hier bestimmt auch. Herr Larsen. 412, 30 der Päropädie. Check. Jetzt gucke ich ganz kurz mal was. Heißt der seine Lizenz hat? Die Erhandlung. 401, 1020, Fortsan Kudo. Check. Ja. Hi. Ich würde dich einsammeln. Ja, ich bin in der Mesa-Pilie und habe mich jetzt gerade mächtig erschrocken. Wieso das denn? Ja, gerade er weiß, weil ich schon jetzt gerade SMS schreiben und habe mich total erschrocken. Und bin dann vor Schreck gegen den Tisch geknallt. So, in etwa so. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Nee, nee. Aber ich wollte eine Jacke anziehen. Aber ich meine, so kalt ist es jetzt auch nicht. Aber mein Gott, bei mir sieht es so scheiße aus. Nur eine Sebastion ist Bad. Na ja, jetzt, wenn es kälter wird, wird es wieder scheiße. Ja, dann muss ich. Also, wenn es jetzt später wird, hauptsächlich. Ja, ja, ich gucke mal später dann, ja. Gut. Okay, bis gleich. Ja, ich hole dich ab. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. 416, überführt zum Lamesa-Pilie. Da kann ich mal nicht reinziehen. Check. Oh mein Gott, ich glaube, ich komme nicht dazu, Herr Weiß, heute in der Semester zu schreiben. Ja, hallo? Oh, entschuldigen Sie. Nein, da ist... Frau Banz, warten Sie mal bitte vor dem Büro in Lamesa, weil wir wegen gestern noch mit Ihnen reden müssen. Äh, okay, äh, ich wollte mal kurz, ich müsste zur Staatsanwaltschaft, das ist tatsächlich auch wichtig, mit der Frau Kater wollte ich da jetzt hinfahren. Das dauert so ungefähr, hoffentlich nur 10, 15 Minuten. Ist das okay, oder? Ja, dann fahren Sie erst da, wir sind eh noch ganz kurz gebunden, dann gucken Sie, dass Sie dann nach dem Termin direkt wieder nach Lamesa kommen, damit wir mit Ihnen reden können. Okay, alles da, weiß ich Bescheid, dann bis später. Okay, bis später. Okay. Oo. Wir sehen uns im nächsten Mal. Der hat es hundertprozentig wieder vergessen. Ich mach' nen kleinen Dees gegen so'n Wannabe Gangster Rapper. Der kommt mit ner Antwort und wird dann in nem ganzen Track zerfetzt. Also, let's go! Ich bin der King of Comebacks. Drei Monate weg, während mich Winston voll spammt. Als dieser Jallich hab' ich den Beef gewonnen. Ich muss das jetzt wissen, also please responde, Mister. Halt's maul, nix, ja! Ich schlag' dich zur Stau, so wie Dave Batista. Doch machen wir mal weiter. Geht gar nicht. So. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Ja, okay. Bei dir sieht die Jacke natürlich besser aus. Das macht auch sehr viel Eindruck. Naja. Also, du bist halt der Typ dafür und du hast halt diese Haare irgendwie. Es passt sehr, sehr gut. Ich seh' aus, als hätt' ich nen Kopf kleine Minimum irgendwie, wenn ich das... Jacke, ja mein Gott. Ist ja auch egal. Ist ja nur oberflächig. Ähm. Ja, genau. Das mit der Anwaltskammer übrigens, ähm, wurde mir so auch gesagt. Können wir gerne probieren. Ich muss nur so in 15 Minuten am Namesa PD wieder sein, weil ich da Herr Coutier und wie es aussieht auch Herr Williams erzählen soll, was da gestern noch passiert ist. Okay. Mhm. Okay. Äh, wollen wir erstmal Staatsanwaltschaft nochmal probieren oder hast du da angerufen gehabt? Äh, ich hab' jetzt gar nicht angerufen gehabt. Äh, ich wollte ja jetzt vorbeigehen, weil ich hab' ein bisschen Angst, dass man mich am Telefon, wenn ich anrufe, immer abwimmelt, äh, abwimmelt, weil ich immer wieder die Erfahrung hier gemacht hab, deswegen geh' ich meistens vor Ort direkt hin. Ja, für dich. Ich mach das auch lieber in Persona. Ja, ja. Weil wenn man dann in Uniform davor steht, ist vielleicht auch nochmal, äh, was anderes. Ich hab' so oft hab' ich Sachen gesagt bekommen, von wegen, da können wir nix machen und im Endeffekt hätten sie was machen können. Mhm. So ein ernstigen Ding. Obwohl ich gar nicht weiß, sind die denn jetzt nicht eh schon im WPD, die Staatsanwalt? Äh, gar für jede, also Herr Larsen meint heute, die kommen da rein. Ich weiß aber nicht, ob die schon da sind. Und dann fahren wir erst WPD an und danach Staatsanwaltschaft? Ja. Oder erst Staatsanwaltschaft und dann WPD? Und danke, dass du mitkommst. Du bist drei, drei, vier, 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 vier. Ich weiß, den Leuten, äh, also ich weiß den Leuten einfach auf den Sack zu gehen. Ja, und die Information die mir gegeben hat, sind sehr hilfreich. Also, dass der auch mit dieser Laurent zusammen ist. Ja, das ist schon ewig. Und dass das ihr Kanzlei ist. Das ist so interessant. Ich meine, er ist auch, ähm, Mitbesitzer vom Brodinger. Ja, das hatte ich ja auch schon gehört. Scheiße. Naja, es ist halt, wie es ist, ne? Ja. Der kann einem ja nicht einfach Hausverbot geben, oder so was geht, oder? Außerdem kenne ich Mitarbeiter da. Fahrzeuge stehen hier interessant. Sorry, ich dachte, ich könnte dazwischen parken, aber nur. Hier stehen nicht so viele Fahrzeuge, oder? Hoffe ich. Hm, ich auch. Nein, nein. Gut, gut, gut. Leitstelle für die 2-10-Kopf. Guck mal hier. Leitstelle hört sich, komm. Ich, äh, Funk gleich. Sind wir schon eingetragen? Ja? Mh, ich auf jeden Fall, ja. Komm. Okay, warte, ich trag mich kurz mit. Ich trag mich nur mal ganz kurz ein. Hm. Ah! Ja, die Rückbank ist echt saubequem, ja. Ist ein cooles, cooler Wagen, ja. Ist ein cooles, cooler Wagen, ja. Ich mag meinen Wagen. Ich mag meine 416, die ist super. Check. Hm. Vielleicht auch, weil es der einzige, der, äh, den es bei uns gibt, an Buffalo S. Und sonst haben wir nur die 410S und die ist halt ein Buffalo STX und der fährt sich scheiße. Oh, okay. Ne, sie doch, neun Verlierungen sind echt schön. Ja, finde ich auch. 416, 20, WPD. Check. Ich bin paranoid. Den Anfall habe ich manchmal. Kenn ich. Nein, alles gut, kenn ich. Geht mir genauso. Boah. Ach, das fühlt sich immer wieder an, wie wir nach Hause kommen, wenn man hier langläuft. Ich war hier nie wirklich. drin, also. Ja, also ich war hier schon drin, natürlich sehr oft. Aber, ja. Ja. Ich weiß, wie du meinst. Du hast es halt nicht als, ähm, PD wahrgenommen, in dem Sinne als Officer. Genau. Genau, genau. Ach, ja. Ich war jetzt einmal letztens ganz kurz von oben hier oben, war ich noch gar nicht drin jetzt. Wieder, oh mein Gott. Ist der richtig nahe? Oh, schön hier. Ja, sehr schön. Ist der oben hier Tanaka? Ne, ne? Doch, sein Rücken sieht so aus. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Bist ihr zufällig? Oh, Moment. Erstmal die wirst du ausziehen. Bist ihr zufällig, ob die Staatsanwaltschaft schon hier im Haus ist? Äh, ja die sind gerade quasi angekommen. Oh. Oh. Welch. Das ist witzig. Äh, die hatten 2 und 3, ne? Mh, da müsst ihr drüben auf dieser Tabelle stehen, ja. Moment. Ich guck mal eben. Staatsanwaltschaft ist... Ist immer faul. Aber auch clever. Ja, auf der 2. Okay, vielen Dank. Gerne. Gucken wir da gleich mal. Wir können auch einfach die Treppen laufen, ne? Beziehungsweise... Ja, ja, machen wir das. Komm, komm einfach mal mit. Also wenn die heute hier einziehen, ist es bestimmt richtig nice, wenn die jetzt direkt gewehrt werden. Ja, vielleicht schon der ist schon. Ja. Boah. Ach ja. Ist ja auch alles hier renoviert, meine Güte. Mhm. Schön. Vor allem, guck mal. Hä, das ist ja McKinni. Ja, und weiß. Oh, ja, Kokon. Und Kokon. Jo. Ich weiß nicht, wer das in der Mitte ist. Ne, hab ich aber keine Ahnung. Ist das Frau Purcell da vorne? Ne, oder? Ne, das sieht aus wie Cunningham. Ja. Ich weiß nicht, wer das in der Mitte ist. Okay, dann weiß ich tatsächlich nicht. Oh mein Gott, der hat ja das Bild gemacht. Der hat ja das Bild gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach zusammengeschnippelt worden. Ja, stimmt. Ja, Kokon ist doch immer sehr vorteilhaft, ne? Gerade ist er wahrscheinlich geschminkt worden. Oder sich vorher auch richtig eingecremt. Wer weiß das schon. Oh. Der weiß doch immer irgendwas mit Creme. Ist er so auf seine Körperpflege irgendwie da bedacht? Also, zumindest Kokon soll sich sehr, sehr extrem eincremen, habe ich gehört. Aber auch nur vom Commissioner. Ah, okay. Weißt du, genau wie ich das jetzt eigentlich damit... Oh mein, wie schön. Ne? Das sieht richtig nice jetzt aus. Ja, der Boden glänzt auch richtig. Mhm. Es ist nicht mehr so dieses gelbliche, ekelhafte, pissige Gefühl. Ich weiß nicht, dieses... Ja. Das Licht war auch immer so gelb. Es sah aus wie Zigaretten. Ja, ja, stimmt, genau. Diese Säulen, die wir überall stehen hatten. Vor allem im Dingens drüben. Das sah aus wie eine fucking Zigarette. Fühle ich, ja. Das war halt immer... Das hat sowas sehr Behördliches gehabt. Ich frage, ob wir die dann nicht einfach mal anfangen sollten. Oh. Aber jetzt... Okay, jetzt kacke ich mich auf. Weil... Ich weiß gar nicht, wer... Äh... Wer die anderen sind. Äh... Wer die anderen sind. Äh... Ich hab keine Ahnung. Wirklich? Ich hab mein Regenschirm bei, alles gut. Wirklich? Hallo. Äh, Herr Tanaka? Grüß Sie, Herr Tanaka. Ja. Wissen Sie zufällig, ob... Ähm... Ein paar Sachen über die... Die Anwaltskammer? Da ist viel über die Anwaltskammer. Aber ich hab äh... In... Genau einer Minute einen Termin. Ah, okay. Und ich würd sie in einer halben Stunde nochmal zurückrufen. Okay. Wenn das okay ist. Mhm. Alles klar. Gut. Äh, können Sie mich dann zurückrufen? Äh, ja. Ich ruf's ja. Okay, super. Ja, ja. Ich ruf's ja. Perfekt. Dankeschön. Das ging halt schnell. Ja. Naka, super. Dann gucken wir mal, ob's regnet. Ja. Oh, ich hab jetzt zugemacht. Das ist... Alter, das ist so... Ich kann sie leider nicht zumachen. Äh, das ist so ein riesen Schirm, ne? Aber der lässt sich so leicht zusammenklappen. Also wirklich, den hab ich hier einfach nur an der Seite hier in meiner Tasche. Meinst du dieses 800 Dollar Ding? Ja. Ja. Ich hab' die nie selber gekauft. Ich hab' die nie selber gekauft. Oh, ich erinnere mich noch wie... Ohhhh. Wir haben die Sofa weggenommen. Gott sei Dank. Was? Hier oben waren immer ganz viele Sofa. Oh ja, stimmt. Statt dieser Sessel. Oh, warte mal ganz kurz. Nicht stören, wenn die Leute ein Gespräch haben. Das ist nicht ja hier auf die Plakate, oder? Da vorne. Warte. Ist das Herr Hill? Oder ist das... Warte. 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 Doch, das ist Herr Hill. McKinney. Warum ist der Herr McKinney überall drauf? Weiß es nicht. Weiß ist auch oft drauf und ein Typ mit sehr vielen Tattoos. Ja. Ob der... Ob das okay ist für den, dass er damit drauf ist? 5, 3, 9. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Er weiß. Er hat sich hier auf Blockaten gemacht. Also... Check. Okay. Okay. Es gibt sogar, oben auf Etage 5, gibt's direkt ein Foto von komischener Weiß. Na, oh mein Gott, das will ich unbedingt sehen. Das müssen wir später noch angucken. Warte kurz SMS. Aha. Es regnet tatsächlich. Keine Sorge, ich habe meinen Schirm, wir werden nicht nass. Na? So. Müssen wir uns noch die Westen anziehen? Warte. Oh ja, stimmt. Oh mein Gott, das will so ein bisschen umstehen. Warte. Ich halt fest. So. So. Na, klipp. Ah, super. Okay. Auf zum Auto. Auf zum Auto. Ach, wie ein Pärchen, gemeinsam unter dem... Wegen schon. Irgendwie schon, oder? Ja. So wären deine Haare nicht nass. Du erkältest dich auch nicht. Ja, ich bin gestern so schon schwimmen gewesen. Ganz schön am besten, meine Güte. Ich musste gestern Garcia durch die Westpucci-Kanäle verfolgen. Ah. Schwimmend. Ja, deswegen war ich gestern noch klatschnass. Spätestens herzwerdlich ist alles gut. Nee, nee, ich bin nicht nass. So, dann steig ich schon mal ein. Ah! Dieser Wagen. Oh scheiß. Leitschliffe 264 kommen. Leitschliffe hört sich kommen. Kann ich den Funk erstmal wieder lauter machen? Wir benötigen einmal nochmal eine Streife auf dem kleinen Hinterhof des MRP-Tiefen kommen. Meine Güte, was ist das denn für Wetter? Gewittert, oder? Ja, oh mein Gott. Es blitzt auch, okay. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Ja, die Leitstelle hat das so mit. Ist aktuell allerdings schwierig, da die meisten Streifen 10-20 oder 10-30 irgendwo sind. Ich versuche so bald wie möglich eine Streife. Komm. Komm mal kurz bei der Yin Yang rollen. Ja, und ich muss uns jetzt aktiv melden. Ich muss uns aktiv melden. Wahrscheinlich wären wir da jetzt. Ne, wir sind jetzt einfach 10-20 gleich hier. Wir haben keine aktiven Streifen. Ich muss kurz was zu essen und zu trinken holen. Ja, ja. Soll ich uns jetzt nicht 10-20 melden? Also doch, du kannst uns 10-20 melden, aber nicht aktiv. Okay. 416-1020, an der Yangtang-Stelle. Voll. Na ja. Du bist süß. Ha. Wir werden voll überflitzen. Ich will die. Hallo. 416 für Leitstelle. 416 hört. Nach ihrem Tankvorgang bitte einmal das VPD, äh das MRPD anfahren auf dem kleinen Hinterhof. Haben sie das so mit? Komm. Ja, oder? Ja. Ja, die 416 so mit. Wie klingst du mir nicht, wie geil es euch liebt? 317. Das war jetzt gar nicht so gemeint. 416-30, wie Bidi? Ich muss ja gleich zu Namesa, Bidi. Was soll man denn da machen am Dingen? Keine Ahnung, wir sehen es ja gleich. Je nachdem können wir dann auch Bescheid geben, dass wir... Ich höre den Funk kaum, weil der Regen so krass laut ist. Ähm. Mach es auch maximal. Hab ich schon. Hab ich schon. Warte. Ach, ich will mir nur was zu trinken holen, Mann. Kannst du mal ganz kurz den Kollegen anrufen, der uns da haben will beim MRPD? Ich weiß nicht. Welche Kollege ist das? Ich weiß es nicht. Äh. Wir müssen nämlich gleich mal gleich Kaya retten. Wieso? Ich steckt fest. Mitten im Gewitter. Ähm. Ja, aber da... Ja, aber da... Wir sind da... Es gab so eine Dienstanweisung gewesen. Kann Kaya nicht jemand anderes anrufen außer es weißen wollen? Kaya? Also nicht böse gemeint. Setz dich in dein Auto. Ne, Ariane ist auch bei mir. Also wir sind gerade noch im Dienst. Da bleib... Setz dich einmal ins Auto rein. Wir kriegen die schon raus. Irgendwie. Gut. Bis gleich. Ich weiß ganz klar, ich krieg hundertprozentig deswegen wieder Anschiss. Alles gut. Das kläre ich gleich. Also wir fangen erstmal kurz dahin. Äh. Klären uns kurz ab, was die von uns wollen. Ja, okay. Und dann, äh... Äh. Immer noch kein Wasser. Ah. Ist kacke. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. 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 Ja. Lass uns mal. Scheiß auf den Türen. Boah, Alter. Wir sind selbst aktiv Richtung MRPD. Check. Anschneiden zu Türen und gucken, dass wir nicht wegrutschen. Ja, bitte. Hm, Wintergewitter. Wie geht's dir eigentlich gerade so? Also so allgemein? Allgemein ist so ein Okay-Zustand. Okay ist jetzt aber nicht gut, ne? Ne, das ist korrekt. Äh, liegt auch ein bisschen daran, dass ich letztens ein längeres Telefonat mit der Familie hatte und mit dem Anwalt. Äh, der Anwalt hat mir gesagt, dass der Typ, der damals für meinen Missbrauch usw. zuständig war, Ja? Äh, aus dem Knast entlassen wurde. Was? Und die, eine der Zeuginnen, die hätte aussagen können, ist ja zwischendrin verschwunden und wurde jetzt tot aufgefunden. Äh, doppelt was? Mhm. Kein Moment daran. Das Wasser ist gerade drei. Ja, ja, ja. Rain? Oh mein Gott. Ja, ja, alles gut. Alles? Ja, das, das Wasser tragt nur etwas. Okay. Ja, dann fahren wir jetzt mal, jetzt gerade auf den Hof, ne? Mhm. Äh. 416, 20, MRPD. Ey, was ist denn jetzt? Ohne bitte nicht so groß ist, ich habe doch den Temm schlicht. Ja, deswegen, dafür habe ich nämlich auch keine Zeit. Ich bin die Jacke bei. Nimm dein Schirm. Hier ist ja gerade über das Geländegewatschirm, ob der noch vorne steht. Bitte was? Ja, der wurde gerade nass, der ist ja gerade auf jeden Fall durchgemacht. Fantastisch. Wir machen weit. Wir haben angeheizt. Hallo. 4 zu 4 mit einer 10, 26 Südfußstadtpark 1, schwarzer Interceptor 2 in Sessen. Wir stellen sich auf ihre Beifahrerseite und nehmen 2 Meter Abstand von Ihrem Fahrzeug. Kannst du das Kennzeichen sehen? Dann setz mal so ein Stückchen zurück. Hey, alles gut? Ja, alles gut. Also wir sollten doch auf dem Parkplatz, oder? Na, ich bin ja eben auf der anderen Seite gewesen. Ne, ich mein, wir sollten nicht hier hinkommen jetzt. Ich bin extrem verwirrt, was soll man hier machen? Wir sollen eben kurz den Hof clearn, weil Garcia wohl ja auf dem Hof war. Ach so, ja schön, dass ich da mitkomme. Das ist ja fantastisch. Wenn der was von dir will, den taser ich sowas von weg. Die 255 Meldes. Bleib einfach bei mir an der Seite. Ja, ja. Ne, aber deswegen sollten wir jetzt hier hinkommen? Ja. Was denn so auch schon fünfmal selber machen können? Davor eben den Magen weg. Jetzt auch nichts. Sag mir bitte, wenn ich falsch stehe, weil es ist dann nicht doof, wenn ich dann mit in der Streife bin, die das hier machen soll. Ja, eigentlich schon. Feier. Wir sind auf dem Weg. Äh, da rennt jemand. Da rennt jemand. Überall. Was? Scheiß, das ist besser. Ehrlich. Ich hab keinen Regner. Ich hab keinen Regner. Okay. Bis gleich. Einmal die Todeskurse anfallen. Das MD braucht eine, äh, braucht Unterstützung. Ja, ich wurde von der Leitstelle jetzt hier hingeschickt. Am MRPD. Das ich helfen soll, zu schauen, ob Herr Kassier jetzt noch hier ist. Warum bin ich denn hier hingeschickt worden mit, mit Ray? Das ist doch schon wieder ganz komisch hier irgendwie. Ja, folgendes. Sag also Captain Carter einmal, äh, dass sie die Leitstelle anfunken soll, dass sie unverzüglich nach La Mesa kommen. Das ist eine andere Streife für den Schick. Äh, ganz kurz. Moment, der Regen ist zu laut. Ich geh mal ganz kurz rein, ich kotze gleich. Alles gut. So. Oh, jetzt hör ich sie. Sagen Sie Ray einfach, sie soll die Leitstelle anfunken. Ja, okay. Damit sie unverzüglich nach La Mesa kommen und sie dann an den Schick fettet. Okay, alles gut. Oh mein Gott, der ist hier. Der, 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 der Herr Kassier ist draußen. Der ist draußen. Ich bin drin. Der, der telefoniert gerade. Ich glaub, das ist der. Herr Kutier? Sind Sie da dran? Sind Kollegen noch bei Ihnen? Äh, Frau Carter ist jetzt gerade nicht bei mir. Ich bin kurz reingegangen. Ich, ich, ich werde dir Bescheid sagen. Sekunde, Sekunde. Ja, sagen Sie mal Carter Bescheid. Ja. Der, der ist da vorne. Der ist da vorne. Ja. Ey, die können sich auch nicht entscheiden. Du sollst die Leitstelle, du sollst die Leitstelle anfangen, dass jemand anders das übernehmen soll. Mhm. Leitstelle 63 kommen. Leitstelle hört sie kommen. Leitstelle hört sie kommen. Äh, die 416 sind dringend vom La Mesa, außerdem übereinander schreiben, dass wir vor Ort kommen. Break, 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 break. Zusätzlich die 416 will sich nicht um das Thema Mr. Garcia kümmern aus diversen Gründen. 416 ist für das Thema gesperrt. Hat die Leitstelle das so mitkommen? Das hat die Leitstelle so mitkommen? 413 Ende. Ja. Sind die denn schon an dem Dingens? In La Mesa? Ja, ja. Okay, für ihren Sex dann überführen sie zum La Mesa. Gut. Ja, korrekt. Komm. Ihr checkt aus, den bräuchte nach und unsere Streifenpartner müssen an unseren Anfang kommen. Ja, hallo und tschüss. Hallo. Ähm, check, bevor sie das machen, äh, 210 für Leitstelle, komm. Hört wie, komm. Sie haben nach wie vor noch keinen Streifenpartner, korrekt? Komm. Das ist so korrekt, komm. 416, dann nehmen sie die 210 vom MR PD noch mit und überführen dann zum La Mesa PD. Komm. Ja, check, ich stehe noch mit. Leitstelle Ende. Ja. 290 Punkt, check. Check. Leitstelle für die 290, komm. Ich muss mich hinten rollen. Hinten, ja. Bräuchte einmal eine Überführungspfaden vom MR PD zum BPD kommen. Check. Trennung, 416 zur Leitstelle, komm. Das ist kein Führerschein, das... ...können sie den, äh, äh, äh... Wir möchten gerne Ihren Führerschein sehen, das ist kein amtliches Dokument. Ja, dann lass ich jetzt mal ein bisschen beeilen, komm. Leitstelle Ende. Und so einst du? Tag kriegt er genauso an wie er gestern aufgehört hat. Vielen Dank. Rekord, wir kommen in den Hof. Also Leitstelle konnte er jetzt nichts für, ne? Äh, die konnten uns ja nicht wissen, aber, äh... Ich hab, ich hab das... Ich hab den Namen im Punkt nicht mitgekriegt. Dann hätte ich ja gesagt, dass man lieber nicht dahin. Andere Seite, genau. Oh, la. Hallo. Genau, und danach fangen wir an einen anderen Ort an. Wir müssen eine Person aus dem Dreck ziehen. Check. Ich hab schon wieder das Gefühl, ich mache ja heute alles falsch. Ne, machst du nicht, alles gut. Äh... 4,6,7,7,7,7,7,7. Oh Gott. Genau, die 4,19 löst sich aus der Streife. Fassen wir auf sich auf! Nachfragen, die 4,19 löst sich aus der Streife. Check. Unallacht über Führungsfahrt Richtung Lameser, bitte. Check. Vielen Dank. 101 meldet sich ab. 1.15 meldet sich ab. T103 meldet sich ab. 4.1.6. Überführungspfad zum Kassel-de-Mar aufgrund eines Hinweises. Check. 5, 3, 0, 10, 20 Todeskurve beim Unfallort. Check. Oh Gott, den hast du falsch geschrieben, ne? Also den hab ich falsch geschrieben, oder? Mal auf den Joost zu machen. Müsste der hier immer sein. Oh, das sieht doof bei ihr aus. Hallo Frau Barnes. Kann ich hin? Kommen Sie rein schon mal. Hi. Hallo. Hallo. Wir warten noch kurz auf T103. Also die Checkte von jemens. Oh, der Perro für Wayne. Und dann fangen wir gleich an. Höher, okay, der Tor. Und sorry, ich war ganz ein bisschen panisch. Alles gut, was ist da jetzt eigentlich passiert am MRPD? Ich hab tatsächlich im Funk jetzt nicht gehört, wieso wir hinfahren sollten. Frau Kata und ich, wir wurden, also ich hab auch gesagt, dass ich einen Termin habe, aber wir sollten dann zum MRPD. Und wir sollten aufpassen, weil Herr Garcia da rumläuft. War natürlich wirklich wieder fantastisch. Haum auf. Es konnte die Leidstehung nicht wissen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist doof, aber gut. Gut, ist, wie es ist. Na gut. Dann... So, ich... Moment, ich muss mir das hier aufschreiben. Eisbatter. Ja, wie ich. Okay, dann Frau Barnes, für Sie eins vorweg. Ja, ist gut. Die Infortline informiert seitens des FDs, dass im Palito-Departement der Helikopter vom FD ausgepackt wird und man sich nicht wundern solle. Infortline Ende. Okay, dann Frau Barnes jetzt aber für Sie jetzt vorweg. Das hier ist ein Supervisor-Gespräch, das heißt, Sie dürfen mit niemandem darüber sprechen, außer mit den anwesenden Personen oder ihren Chiefs oder mit anderen Personen, wenn diese oder die komische Naibene das freigibt. Gut. Ja, wie geht's Ihnen erstmal? Ja, nach gerade jetzt nicht so gut, aber körperlich ganz gut. Ich hab mich grad wirklich eingeschissen, als ich das gesehen hab. Oh, Entschuldigung, ich achte ein bisschen auf meine Wortwahl. Alles gut. Ich denke, man, Sie wissen, warum wir mit Ihnen reden wollen? Ja, natürlich. Genau, also für Sie einfach, es geht halt um gestern Abend. Es gab da einen Vorfall, wo Sie außer Dienst waren, wo etwas, sagen wir mal, nicht optimal gelaufen ist. Und genau, das versuchen wir jetzt gerade aufzuarbeiten. Deswegen erzählen Sie erstmal aus Ihrer Sicht, was da passiert ist, sodass Sie mitschreiben können und bei Fragen fragen wir. Genau. Ich wurde angerufen von Herrn Taylor, dass ich doch, also ob ich Zeit hätte für eine Gegenüberstellung. Das war so eine Sache am Stadtpark, da war ich direkt dabei, hab auch eine Aussage abgegeben und hab da ins Taxi geschaut, hab gesehen, wer da drin ist. 416, wieder 146. Kann ich mit dem Funk mal leiser machen? Ja, ganz gut. Machen aus, ich hab mal. Ja, gut. So. Genau, hab ich gesagt, natürlich kann ich machen. Und als ich im MRPD angekommen bin, hab ich ihn noch angerufen und hab gesagt, wo soll ich hin? Da meinte er, ja, wir gehen da zusammen gegen den Überstellungsraum. Und weißt du, wo der ist, hab ich gesagt. Nee, tatsächlich nicht, musst du mir zeigen nochmal, ist länger her. Dann hat er gesagt, ja gut, wir treffen uns unten bei den Zellen, ich nehm dich da mit. Und dann bin ich runter, unten an den Zellen. Und da saßen dann entsprechende Leute in den Zellen. Und dann hab ich noch in die Runde gesagt, gut, dann ist das Kind wohl in den Brunnen gefallen. Herr Garcia war zu dem Zeitpunkt aber auf Toilette und er war sehr in sich gekehrt. Aber da war eine Dame und die hat mich sicherlich gesehen. Gut, dann hat Herr Taylor mich dann zu diesem Raum da einmal komplett andersrum begleitet. Und da stand ich dann vor diesem Fake-Spiegel. Und erst wurde die Dame reingeführt. Die konnte ich aber nicht erkennen, tatsächlich. Also konnte ich nicht wiedererkennen. Und dann später Herr Garcia. Herr Garcia hat dann gesagt, ist da die... Moment, Moment, Moment. Ich muss nur mitschreiben. Oh mein Gott, ich dachte, sie haben vielleicht so ein Tonbandgerät oder sowas. Alles gut, klar, Moment. Ich muss nur den Satz beenden, dann können sie sofort weiterziehen. Er hat zwar ein Tablet, aber kein Tonband. Tonband ist mir zu altmodisch, weißt du. Also Herr Garcia wurde reingeführt und hat schon gefragt, ob da der Franzose ist mit dem roten Gut, er war gestern sehr auffällig gekleidet, tatsächlich. Das war auch so, dass... Also er hat dann so ein bisschen rumgepöbelt und hat sich dann vor den Spiegel gestellt. Und tatsächlich hat er dann, ja, sowas gemacht. Er meinte dann, wenn du dahinter stehst, bist du tot. Und dann hat er weiterhin gedroht, gedroht. Und ja, irgendwann sollte er dann abgeführt werden. Wir standen, wie gesagt, auf der anderen Seite. Und dann kam er einfach fröhlich in den Raum rein, ohne Handschellen. Und ging in meine Richtung und hat weiter gedroht. Ich bin dann, soweit es geht, in die Ecke. Dann wurde er wieder abgeführt. Und das ist passiert, ja. Und dann sind wir dann wieder von der anderen Seite raus. Gehen Sie mal eine Minute kurz raus, weil ich mit Detective Williams ganz kurz was besprechen muss. Okay. Hören Sie sofort rein. War das jetzt alles? Habe ich das richtig alles in Erinnerung gehabt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das war alles. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, Missverständnis und so. Sie hat jetzt einfach nur gesagt, wie es war. Und ich kann mich tatsächlich ohne ziemlich kurz fassen. Und ich ruhe da immer so rum. Ach übrigens, da war noch das und das und das. Und dann werde ich jetzt hier Sachen einfallen. Dürfen wir den nicht verraten? Ja, natürlich dürft ihr mir das nicht verraten. Aber ich frage mich halt selber. Ich rede gar mit mir selber. Ich habe meinen Eisenpulver heute nicht genommen. Ich habe das Eisenpulver gerade genommen. Ich bin mir immer ein, ich kann mich dann noch besser konzentrieren. Probieren Sie, können wir da reinkommen. Okay. Okay. Entschuldigung, Sie probieren Sie. Wir mussten nur ganz kurz was klären. Alles gut. Ich dachte tatsächlich, dass Herr Garcia schon in diesem Raum ist. Wissen Sie? Weil ich da runter zu den Zellen bin. Es ist mir noch wichtig, das mal einzuwerfen. Also Sie meinen, ganz kurz Detective, Sie meinen, dass Herr Garcia schon in diesem Verhörraum war, ne? Ja, ja, das dachte ich, weil Herr Taylor ja meinte, ich soll runter zu den Zellen kommen. Wir treffen uns da und dann bringt er mich zu diesem Raum, weil ich nicht mehr genau wusste, wo der war. Ich habe ein paar Fragen zu dieser Thematik gerade mal. Und zwar, wer hatte Sie angerufen, dass Sie zum MRPD kommen sollen? Herr Taylor. Was hat er da genau gesagt, wohin Sie kommen sollten? Er hat gesagt, zum MRPD für eine Gegenüberstellung. Hat er genau spezifiziert, wohin im MRPD? Nein, also ich sollte nochmal anrufen, wenn ich da bin. Das hatte ich gemacht und dann hat er gesagt, wir treffen uns unten bei den Zellen. Hat er nur Zellen gesagt oder vor den Zellen, bei den Zellen? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich habe es so wahrgenommen, dass ich wirklich richtig zu den Zellen soll. Okay, stand Herr Taylor zu dem Zeitpunkt in den Zellen? Ähm, als ich rein bin, ja. Welche Kollegen standen da noch alle mit? Ich glaube, Frau Martinez. Ich glaube, ja, die hat die mit den hohen Frauenzocken. Ja. Die anderen meisten. Als Sie dann in den Zellen waren, wie sind Sie dann gelaufen, um in den Interrogation-Room zu kommen? Ähm, wir sind dann wieder auf der anderen Seite, quasi Richtung, ähm, äh, Richtung unteres Parkhaus. Oh Gott, ich kenne mich da tatsächlich gar nicht mehr so gut aus. Ähm, Richtung der Treppe, die man da hochgeht. Wissen Sie, welche ich meine? Also praktisch wieder vorne in unserer Lobby? Ja, ja, genau. Und wie war denn der Wort da? Meinten die, sie bringen sie jetzt in den Gegenüberstellungstraum oder war vom Verhörraum die Rede? Äh, Herr Taylor wurde gefragt, welchen Raum man nehmen soll. Von, ich glaube, ich sage, ich glaube, von Frau Martinez. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, wurde ja gefragt, welchen Verhörraum man nehmen soll. Und dann hat er halt diesen Raum genommen. Oder ich war, dann, warum da müssen Sie den fragen, wirklich? Also, es wurde nur Verhörraum gefragt. Es wurde jetzt nicht direkt an einem Gegenüberstellungsraum gefragt, sondern es wurde gefragt, welcher Verhörraum wird sie nehmen. Nee, kann ich Ihnen nicht sagen, ob das so war. Ich will jetzt hier nicht lügen, wirklich, weiß ich nicht. Alles gut, wenn Sie... Kann man sagen, dass nur das Wort Raum gefallen ist, ne? Ich weiß es nicht. Und Sie gingen davon aus, dass Herr Garcia schon im Verhörraum ist? Oder wurde das Ihnen so gesagt, dass er schon dort drinnen war? Nee, das wurde mir nicht gesagt, ich bin davon ausgegangen. Also, ich bin nicht davon ausgegangen, wenn ich mich bei den Zellen treffe, dass er auch wirklich in den Zellen ist. Hat man Ihnen gesagt, um welche Tatverdächtigen es sich vertreten? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber der Name Garcia und Limon, der ist schon bei der Befragung tatsächlich gefallen, weil ich vorher von Lamy Salah Bestätigung bekommen hatte, dass er da wohl im Taxi sitzt. Ja, okay. Und der generelle Ablauf war dann so, Sie waren im Verhörraum. Genau. Praktisch auf der einen Seite mit dem Spiegel zur anderen Seite und in dem anderen Raum war dann erst die Frau und dann Herr Garcia reingeführt worden. Mhm. Und als Herr Garcia von Ihnen wiedererkannt wurde, dann ist dieser rausgestürmt und praktisch zu Ihnen in den Raum rein. So korrekt? Ja, es war eigentlich beendet und ich habe gesagt, ja, 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 der ist es. Und dann, äh, ich weiß tatsächlich nicht, was da passiert ist, das ging sehr schnell. Er wurde aus dem Raum rausgeführt und dann stand er innerhalb von einer Millisekunde bei uns drin. Und ist auf mich zugesangen, drohend. Okay, und was haben die Officer währenddessen drumherum gemacht, während Herr Garcia bei Ihnen reingestürmt war? Äh, ja, Sie haben sowas gesagt wie, Herr Garcia, kommen Sie mit, kommen Sie mit, sowas in der Art. Aber genau im Wortort kann ich Ihnen da auch nicht nennen. Mhm. Wurden Sie persönlich, also, abgesehen von der Geste, sie ist ja eindeutig genug, aber namentlich bedroht von ihm? Also das, was Sie erkannt hat? Äh, ne, meinen Namen kennt er nicht, aber er meinte, ich weiß nicht, mit was den Leuten du abhängst. Okay. Gut, und dann wurde Herr Garcia abgeführt? Genau. Und wie wurde er mit ihm verfahren? Naja, ich wurde dann wieder auf die andere Seite nach oben gebracht und der, der da meinte dann, ob ich eventuell Herrn Kurayama anrufen möchte, dass der mich abholt. Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie das bitte, weil ich tatsächlich, ähm, ich war ein bisschen per Text immer noch von der Situation. Und dann, äh, hat er ihn angerufen und der kam dann noch später. Ich stelle erst mal gerade keine Fragen mehr. Ähm, okay, dann übernehme ich einmal ganz kurz. Ähm, bleibt im Moment. War das genau. Sie wurden ja von Herrn Taylor angerufen. Ja. Genau. Ähm, ich denke mal, wo genau standen Sie denn, als Sie dann im MRPT anfangs waren? Äh, ich bin gerade die, ich bin an den Zellen, also da, wo man zu den Zellen reingeht, bin ich dran vorbei und bin gerade die Treppe nach oben. Da hatte ich nämlich noch gesagt, ah, dann kann ich ja direkt wieder runter. Ja. Dann haben Sie Herrn Taylor halt angerufen, dass Sie da sind. Mhm. Ähm. Und er hat was gesagt? Äh, dass ich zu den Zellen kommen soll, weil von da aus, also wir treffen uns da und dann bringt er mich zu dem Raum. Und Sie sind dann quasi zu den Zellen gelaufen? Mhm, genau. Ich konnte nicht sehen, dass, also wenn man, wenn man da rein läuft, man kann nicht sehen, ob da rechts Leute in den Zellen sind. Kann man nicht. Von welcher Seite sind Sie gekommen in den Zellen? Gibt es da zwei Zugänge? Äh, von, also, ähm, da gibt, äh, von der, ähm, wie ist er? Von der Magschuld-Boom-Seite? Also, wo Sie die Bilder machen? Oder von der Feuerraum-Seite? Ich bin, äh, ich... Kennen Sie das, wenn man, wenn man da unter die... Da gibt es einen ganz, ganz kleinen Parkplatz. Wenn man unter der Brücke, äh, dann durch das Tor geht, genau von der Seite aus. Achso, da. Also, der Eingang von Annofitik. Genau. Ja. Und Sie standen dann, einfach für mich zum Verständnis, in diesem Raum, wo halt auch, sag ich mal, dieser Magschuld-Room ist, oder standen Sie in dem anderen, kleineren Raum vor den Verhörerbäumen? Diese beiden Zwischengänge jeweils zu Zellen und Ausgang. Ich stand mitten in den Zellen, weil ich da Herr Taylor gesehen habe und die anderen, und bin dann dahin. Und, äh, die haben mich, dann habe ich gesagt, jetzt ist das Kind wohl in den Brunnen gefallen, und dann haben sie mich nach vorne gebracht. Da war auch dieser, äh, denke ich mal, Magschuld-Room. Ich war lange nicht mehr da, wirklich. Ich weiß es nicht mehr. Alles gut. Ja. Wie haben die Kollegen denn reagiert, als sie da in die Zellen gekommen sind? Die waren eigentlich relativ gechillt. Deswegen habe ich mich gewundert und so gesagt, hä, warum ist der denn jetzt hier? Der sieht mich ja. Ja. Haben die Kollegen irgendwelche Anstalten gemacht, sie aus diesem Raum schnellstmöglich rauszubekommen, oder wie lange waren sie ungefähr in dem Raum dort verblieben? Ja, das weiß ich nicht. Eine Minute war ich schon drin, dann habe ich gesagt, können wir nicht irgendwo anders hingehen, ist echt unangenehm. Jetzt hier einfach dann zu stehen, der sieht mich ja. Dann sind wir nach vorne. Die Initiative, dass Sie gehen wollten, kam von Ihnen, nicht von den Officern? Meine Erinnerung nach, ja. Okay. Ich schreibe mir einen Satz zu Ende, nicht wundern. Boah, ich hoffe wirklich, ich erinnere mich richtig. Ich meine, wir hätten gesagt, können wir nicht einfach mal hier weg oder können wir nicht einfach mal nach vorne gehen, was Ariane das gesagt hat. Das hat schon... Ich habe nicht in die Aufnahmen geguckt. Meistens. Seit dem Vorfall... Wann war der Gäste ungefähr? Zeitmäßig? Ähm... Sekunde, Sekunde. Ich habe da noch eine Nachricht geschrieben, da kann ich das ungefähr einordnen. Müsste so, ja, 0 Uhr 7 hatte ich, Herr Kurayam, eine Nachricht geschrieben, so ungefähr da in den Zeitraum. Okay, seit diesem Zeitraum bis jetzt haben Sie da irgendwelche unbekannten Anrufe oder Drohungen übertrittet bekommen? Äh, nein, gar nicht. Okay. Dann habe ich auch nichts mehr. Frau Bahns, finden Sie sonst noch irgendwas ein, was wichtig wäre, was Sie sonst vielleicht mit Doos werden wollen oder ähnliches? Das Einzige, was mich, also was ich auch schon erwähnt habe, was mich ein bisschen sauer macht, ist, dass er halt keine Handschellen, auch nicht nach der Drohung, nach der offensichtlichen Drohung hat er keine Handschellen angehabt. Ich glaube, da hätte ich nochmal, also er hätte wirklich mir an die Gurke springen können, als er da in dem Raum war. Also er war ziemlich nah an mir dran. Das ist das Einzige. Und dass es sehr spät war und wahrscheinlich auch die Leute, alle generell sehr müde waren, muss ich trotzdem noch dazu sagen. Nee, da ja keiner mehr was hat, ist das Supervisor-Gespräch soweit durch. Ja, wenn irgendwas er vorbei entdeckt, das kannst du selber machen. Genau. Wenn sich irgendwie bei dieser Situation, dass sich keiner meldet, was ändert. Jeder Detective weiß jetzt Bescheid, der wurde von mir geprieft. Yusuke hat mir gesagt, er hätte dich ja schon geteacht. So ein bisschen in die Richtung, wie du dich verhalts sollst, ETC. Es ist irgendwie so erklärt, wie was ablaufen könnte, die Erzeugung technisch. Und sich halt ein bisschen zu schützen. Gut, das war gestern wilder Abend. Ich würde es gerne nochmal hören. Äh, Moment. Nein, nein, nein. Der Tag war wirklich wild gestern. Ja, generell. Wir machen es jetzt erstmal so, habe ich auch schon zu Yusuke gesagt. Wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ich habe es zur Kenntnis genommen, genau wie die anderen. Sollte sich was drastisch ändern bei dir, dann verfahren wir wieder so wie früher, wo wir uns kennengelernt haben, mit dem Codewort. Ja. Dass du dann einfach in mir per SMS zuschicken kannst, beziehungsweise in meinen Standort schicken kannst und wir schicken die Kavallerie los. Okay. Und leider muss ich sagen, müssen wir es jetzt mal wieder machen, wie bei OPB, genau wie bei Operation Gold. Da ist, sollte sich ja jemand melden. Ja, Goldner, du bist meine. Leider komme ich auch durcheinander bei dem. Wahnsinn. Dass du uns dann wieder die SMS oder Telefonatscreenshots zuschickst und dann für jeden Anruf, den du bekommst, wo du bedroht wirst, gibt es eine Führungsakte dann. Gegen das hier. Weil es kann er dann in dem, wenn nur aus seiner Richtung kommen, beziehungsweise hat er es veranlasst. Okay. Aber damit es jetzt nicht kommt, denke ich, wird es, glaube ich, bestimmt ruhig, ruhig bleiben. Ja, ich denke auch, also wenn er dich anhand nur von den Sachen erkannt hat, glaube ich jetzt nicht, weil dein Name ist glücklicherweise hoffentlich an diesem Tag nie gefallen gegenüber ihm. Ja, das hoffe ich auch. Herr Taylor meinte, er rät mir doch eine Anzeige wegen Bedrohung sofort aufzunehmen. Da habe ich mich aber geweigert, weil dann hätte er ja meinen Namen gehabt. Und er meinte aber, ich weiß nicht, wen du abhängst. Und davor habe ich ein bisschen Angst, dass er vielleicht meine Freunde irgendwie so lange tritt, bis die meinen Namen rausgeben. Okay. Ja, soll es sich bei den Freunden auch irgendwie dahingehend, was wir dann gerne mal mir durchgeben. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Ja. Weil du weißt, dass du auf jeden Fall, weil Yusuke ist ja aus dem Fall raus, aber ich bin in dem Moment als Detective mit dem Zweck drin. Sprich, kannst du dich dann jederzeit an mich wenden. Okay. Ja? Okay. Das dazu. Ja, ich würde mich mit dir dann noch mal ganz kurz unterhalten, weil Yusuke meint, du hast irgendwie was für uns noch interessant ist. Da freut mich jetzt auch eigentlich zu... Also um eine halbe Stunde habe ich ein Gespräch oder da ruft Heta, dann kam ich zurück. Ah, das können wir gleich machen. Ja genau, sonst... Genau. Muss ich kurz mit Guti über die Sache hier reden nochmal und dann nochmal auf dich zukommen, beziehungsweise machen wir es nach dem Workout oben im Detektivbüro. Das haben wir dann für uns alleine. Oben im Detektivbüro VPD oder was? Genau, VPD. Okay, da kenne ich mich nämlich auch. Ich weiß jetzt nicht, wo alles ist. Ich glaube, ich nehme dich dann mit. Etage 4. Etage 4 oder ich nehme dich dann mit vom Workout aus. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay. Dann bist du gleich. Bis gleich. Bis dann. Ganz kurz Sachen aufschreiben eben. Ja, wir haben jetzt zwei Sachen. Das mit dem Berater und das Taxi nicht mit dem PD reden. Das ist wahrscheinlich. Okay. Okay. Und hey, da fahren Sie zum Rollcall jetzt nicht rüber? Wie bitte? Fahren Sie gleich zum Rollcall rüber? Nee, tatsächlich nicht. Ich brauche jetzt bloß noch die Akte fertig und gehe dann außer Teams. Ach so, okay. Dann weiß ich Bescheid. Danke. Jo, bitte. Komm, dann bin ich so ein Rollcall. Kommen wir gleich ein Rollcall. Kannst du mich überfahren? Hundeblick. Nein. Es gibt eine Sache, die ich mit Ariane nicht weiß. Eine puppelige Sache beim PD, die ich vergessen habe. Das darf nie rauskommen. Weil wenn, dann wird es sehr, sehr peinlich. Das ist wieder eine von den Sachen, die man wissen sollte, die man ganz am Anfang mag, aber die jeder irgendwie weiß. Da muss ich nur noch mal nachfragen und mir was aufschreiben. Das ist eine ganz, ganz dumme Sache. Ganz, ganz dumme Sache. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt... Vielleicht habe ich ja... Nee, die Zettel sind es nicht. Das sind nämlich zum Neujahr Zettel. Eine ganz, ganz dumme Sache. Da wollte ich eigentlich wirklich mal an den PC und das mal ganz kurz gucken. Das ist sehr peinlich. Wirklich, wirklich sehr, sehr peinlich. Können wir mal eben das gut schauen. Mal gucken, wo ich das am besten... Mal gucken, wo ich das am besten... Das ist was, was ich sowieso mal abdenken könnte. Krass, wo war das denn? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Oh, ich muss noch... Ich kann mir auch nicht die ganzen Telefonnummern... Da muss man ja auch noch einspeichern. Ach so. Ach, das ist das. Mal ganz hilfreich. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Scheiße. Das ist nicht das, was ich meine. Oh, das kann man auch noch mal... Dann würde man vielleicht auch mal... Du, ich. Du, ich. Hallöchen. Was für ein Kackwetter. Was geht? Ja, Mann. Meine Güte. Ich habe schon wieder keine Regenjacke jetzt mitgenommen. Guck mal, ob ich schon eingetragen bin. Ja, bist du. Du musst nur... Du musst nicht mal funken. Ich habe schon alles gemacht. Oh, danke schön. Ja, mein Funkerier kann ich jetzt auch mal wieder anmachen, ne? Ich war gerade im Gespräch. Äh. Okay, ich gucke dann. 4, 4, 3. Wir gucken, dass wir vielleicht eine Recurie noch gleich mit rausnehmen können. Ja, super. Da kann man vielleicht ein Modul durchgehen. Oh, das wäre wirklich toll. 31. Das wird das echt beschissen. Extrem, ja. Hat der gerade auch richtig geblitzt und alles. Ja? Also war richtig, richtig krass gerade. Ich habe aber so einen kleinen eingeklappten Regenschirm bei. Aber da bringt nicht so viel meine Wette. Ja. Wie geht es dir? Äh, super. Und dir? Wow. Das hört sich nicht so überzeugend an. Ja, gestern wilder Tag einfach. Hat man ja manchmal. Irgendwie. Was passiert? Äh. Ach, viele Sachen. Viele Sachen. Oh, jetzt. Gerade erfahren. Es gibt auch viele Sachen, über die ich jetzt nicht reden darf. Deswegen bin ich mal ruhig. Auch wenn wir Kollegen sind. Ja, ist ähm. Alles gut. Gut. Meine Güte. Wo packst du jetzt? Ach so, du packst hier gegenüber. Ja klar. Okay. 431. 1020. WPD. Check. Ja, ich weiß. Oh, das ist schon abgeschlossen worden. 431. 1020. Lamesa PD. 443. Muskelgedächtnis. Ich hasse es so. Check. Check. 496. Funkscheck. Funkscheck. Oh, ist das ein... Ätzend. Da bin ich. So mehr hat man damals gesagt, hier ist immer Sonne. Wahrscheinlich ist hier immer Sonne. Wirklich. Ja, das verlasse ich nicht drauf. Ich ziehe mir meine Weste aus. So. Steht dir echt gut, die Jacke. Danke. Bei mir dann sieht die echt toll aus. Ich fühle dir auch die Jacke, wirklich. Aber ich ziehe sie nur an, weil mir kalt ist. Sonst würde ich lieber den Pullover anziehen. Ja, ich... Boah, das ist da explizit drinsteht, dass er nicht erlaubt ist, ne? Ja. Korrektur 430. Ja, weiß. Hat das bestimmt nur wegen dir gemacht, wirklich. Ich habe gut seit ich auch gedacht. Aber es wäre natürlich zu übertrieben, ne? Nein, nicht. Irgendwie schon. Aber auch. Okay. Du musst sitzen. Ja, da vorne dran. Hola. Das geht. Ich habe gleich hier noch mal ein kurzes Gespräch. Ja, das ist kein Problem, sondern kann ich an den PC gehen. Genau, so eine Viertelstunde oder so. Das ist kein Problem. Oha. Ja, wir müssen stehen. Ja. Das Gefühl, die Stimmung ist irgendwie so riesig. Ich weiß nicht. Das ist komisch. Ich glaube, rein theoretisch könnte man sogar einen US-Marshal mitnehmen und dem ein bisschen was beibringen. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Oh, darfst du das auch machen? Ja. Oh. Wäre doch eine Idee. Ich würde auch interessieren, wie für die so arbeiten. Ich habe mich wirklich schon immer interessiert. Ich glaube, es ist echt eine gute Idee, dass ich dann einfach bis Modul 1 nach dem anderen durchgehe. Eine gute Idee. Dann einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Rollkamp 22.11. Ich hoffe, Ihnen allen geht es gut. Danke. Ich hoffe, Ihnen auch. Ihr meldet den Einsatz an der Todskurve als beendet. Okay. Fangen wir an. Hat irgendeine Abteilung oder Unit was? Ja. Ihr Captain. Dann kommst du ja. Gut. Ja, erstmal hallo in die Runde. Auch schönen Gruß an die Staatsanwaltschaft, die da hinten sitzt. Schön, dass sie da sind. Staatsanwaltschaft freut sich auch hier zu sein. Und danke für die Verlängerung. Also, dahingehend vielleicht auch gerade eine ganz gute Überleitung. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft haben wir, Dirk Decker ist auch gestern mehrere Fälle zum Erfolg bringen können. Mr. Franklin Briggs, nachdem wir jetzt seit über einer Woche gesucht haben, wurde gestern geschnappt und hat im Verhör dann auch sich zu mehreren Totschlägen, Schrägstrich Totschlag im Versuch, auch bekannt. Das heißt, da haben wir alle sehr gute Arbeit geleistet und auch vielen Dank an alle beteiligten Kollegen, die an den Fahndungen dabei waren und auch an den ganzen Maßnahmen, die wir davor in diesen Akten auch getan haben. Da können Sie sich alle mal auf die Schulter klopfen. Das war sehr gut. Dann gleichzeitig auch noch mal, warte mal kurz, bis jeder die Warnung gelesen hat. Wunderbar. Dann noch mal ein Dankeschön von Detectis an Sie alle. Wir bekommen gerade sehr, sehr viele Informationen betreffend MC-Thematiken und sehr viel Input darum. Unser Postfach quillt quasi über. Das ist sehr hilfreich. Diese Informationen fließen auch nahezu allesamt mit ein in die neuen MC-Akten, die jetzt auch analog der Gang-Unit-Akten im Fallaktensystem spätestens heute Abend dann auch komplett dann auch dort zu finden sind für Sie alle. Dann sehen Sie auch, wer welchen Rang und welcher Name bei welchem MC dann dort bekleidet. Und dann haben wir noch eine letzte Information seitens der CSI. Wir haben jetzt angekündigt gehabt, dass die Einreichungen hier erstmal direkt auf der Etage 2 stattfinden. Das geht im Moment aufgrund diverser Rechnung-Umstellungen noch nicht. Deshalb gehen wir erstmal zu dem alten WPD-System zurück und machen bis auf weiteres temporär den Einreichungsschrank bei dem Zellenschrank auf der Minus 1. Den finden Sie da in der Höhe des Computers in diesem kleinen Vorraum, wo der Lift rauskommt. Gut, und dann noch eine Information der Gang-Unit. Wenn Sie eine Bandaner-Sichtung an einem Gang-Mitglied feststellen, beispielsweise wenn Sie ihn durchsuchen oder andere Maßnahmen haben, dann geben Sie der Gang-Unit da nicht nur bitte Bescheid, dass die Gang-Unit das nur weiß, sondern notieren dies ebenfalls ganz normal als LSPD-Info oder State Police-Info, wie auch immer wir das mittlerweile nennen, in die Personen-Akten ein. Einfach kurz gelbes Bandana festgestellt, die Nr. fertig, das reicht schon mit dem Datum nach der bekannten Syntax. Vielen Dank. Danke, Kip. Hat noch eine Abteilung oder Unit was? Nicht? Okay. Dann übernimmt die Operations einmal. Erstens, bitte denken Sie daran, egal welchen Department, insbesondere hier im VPD, alles abzuschließen. Also alle Türen, mögliche Schränke und so weiter. Es ist aufgefallen, dass irgendwie hier alles offen steht. Es kann sein, dass die Schlüsselkarten da vielleicht Probleme machen, dass wir gucken, dass die Türen noch wirklich zu sind, nicht, dass hier jemand umrennt, der hier nicht reingehört. Korrektur, MAPD. Wenn Sie irgendwie mitbekommen, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte bei einem Einsatz oder zum Beispiel den Zellner oder Ähnliches, dann intervenieren Sie bitte oder gehen zum Höchstrangigen, der dort vor Ort das Sagen hat und sehen, dass das wirklich funktioniert. Wenn etwas bei uns nicht funktioniert, dann fallen oder stehen damit auch Fälle und die Staatsanwaltschaft kann nur mit dem arbeiten, was wir Ihnen geben. Herr Kowalski, den Papierpopeln in den Nacken werfen. Ja, außerdem für Sie auch wichtig, für die, die gestern nicht im Dienst waren, es gab gestern eine sehr große Auseinandersetzung oben beim Yellowjack Inn. Dabei wohnen mehrere Mitglieder des Mayhem MC, als auch des ASMC verletzte Zivilisten. Mein Stand ist, wir wissen noch nicht genau, aus welcher Richtung. Es ist aber davon auszugehen, dass auch da wahrscheinlich noch sehr viel Eskalationspotenzial herrscht. Deswegen passen Sie im Norden bitte unbedingt auf. Eine große Rollcall-Zeichnung, wo jeder Charakter irgendwas macht gerade und vorne einer redet. Die Leitstelle der State Prison ist im WIB stationiert, zusammen mit der Leitstelle der Marshals. Also der State Prison quasi. Das heißt, Sie bleiben hier, bringen Sie die Leitstelle übergeben, dann fahren Sie hier hin und übernehmen hier die Leitstelle. Sollte zum Beispiel die Marshall-Leitstelle nicht verfügbar sein, weil die Kollegen nicht da sind oder vielleicht anders, weil sie beschäftigt sind, dann holen Sie sich bitte eine KUEL, damit Sie nicht alleine hier sind, sollte irgendwas sein. Okay, äh, Sarge Barnes, das ist Südkorea, machen Sie noch sonst was für die Ops? Soweit erstmal nicht. Erstmal negativ. Okay. Dann die Frage, weil vielleicht die Staatsanwaltschaft und die Marshals das nicht so kennen, wenn Sie irgendwas haben, dann kommen Sie auch gerne nach hier vorne und legen Sie los. Nicht? Nicht schüchtern sein? Okay. Dann, äh, hat irgendein Department irgendwas. Ich hätte tatsächlich noch was. Herr Kowalski, ja. Kowalski, schon! Also einmal ganz kurz fürs Lebensdepartment. Wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo. Ich würde gerne die 1... 15, den Herrn Cooper nach vorne bitten, wenn der im Dienst ist. Aber so wie ich das im Streifenblatt gelesen habe, ist er außer Dienst. Sieht nicht so aus. Gut, also ich würde sehr gerne Herrn Cooper auf Officer 2 befördern. Das hat er sich richtig verdient. Und, äh, ja. Glückwunsch an den Herrn Cooper, der jetzt nicht da ist. Sehr gerne für mich ein SMS schicken. Dann ist er positiv überrascht. Danke vielmals. Ja, geil. Herr Cooper, Glückwunsch schon mal. In Abwesenheit. Super. Ja, nice. Also, ich weiß nicht, warum. Ich muss immer lachen bei dem. Ich muss immer lachen, weil sich das immer sarkastisch anmacht. Ja, nochmal kurz um meine Öffentlichkeitsarbeit auf unserem schwarzen Press von Del Perro. Gibt es einen Abschnitt, wo Sie mir Fälle oder Ereignisse einreichen können? Das heißt, Sie haben einen Streifendienst, irgendwas erleben, wo Sie sagen, das sollte von der Presse abgedeckt werden. Das sollte ich darüber berichten, irgendwie Bescheid geben an die Öffentlichkeitsarbeit. So reichen Sie mir diesen dort bitte ein. Oder gibt es eine Tabelle, da ist auch ein Beispiel eingetragen. Da können Sie das locker einmal reinschreiben, wenn Sie einen interessanten Fall haben, dass ich davon auch Bescheid weiß. Und ich komme dann auf Sie zu, um weitere Details zu erfragen, wenn ich dazu mich entscheide, einen Artikel dazu zu schreiben. Danke Ihnen für die Mithilfe. Es ist immer noch strange, dass du mit Kurayama zusammen bist. Ich glaube, das dauert ein paar Monate irgendwie. Okay. Dann hat noch irgendein Officer, Marshal, Staatsanwalt, irgendwas, was er loswerden möchte. Ja, die 279. Ja, vorlieb. Ich komme einmal nach vorne. Und zwar Thema Funk und Leitstelle. Ich habe mal ein paar Fragen an die Officer und Rekruten in der Runde. Wenn von der Leitstelle gecheckt wurde, wie lange warten Sie, bis ein neuer Funkspruch getätigt wird? Niemand? 91 Kalabrese Molina. Ja, bitte. Drei Sekunden. Mindestens drei Sekunden, im Idealfall fünf. Ja? Wenn von der Leitstelle nicht gecheckt wurde, wie lange warten Sie, bis ein neuer Funkspruch getätigt wird? Eigentlich müssten jetzt alle Rekruten, die die Ausbildung haben, sowie alle Officer Einzelner... Boah, Dix! Ich hasse es neben dir zu sitzen gerade, ey! Psst! Ja, enttäuschen. Niemand? Mindestens 15 Sekunden wird gewartet, wenn die Leitstelle nicht checkt. Mindestens, okay? Ey, deswegen setzt sich fast sowas immer hin. Was machen Sie als Leitstelle, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden? Für 18, lieber? Ja, bitte. Man checkt und dann Kulderbach oder Funkdisziplin einhalten. Ja, setzen Sie sich als Leitstelle durch. Der Funk ist zuletzt echt ein Chaos. Was machen Sie denn als Leitstelle, wenn ein Notruf reinkommt? Ich bin 76 Crowns in. Ja, bitte. Leitstelle Standby. Ja, und wenn Sie dann damit fertig sind, wie gehen Sie weiter vorn? Ja, Leute! Ja. Leitstelle bitte im Funk. Ja, aber wie machen Sie das? Fragen Sie höflich oder bestimmen Sie Einheiten, die den Einsatz einfahren? Ich bestimme die Einheit, die er anfährt. Wunderbar. Ich hoffe, das passiert zunächst wieder öfter. Ohne Scheiß, wir sitzen hier gerade und ducken. Der Funk ist zuletzt eine Katastrophe und wir Vorgesetzte werden jetzt vermehrt reingrätschen in die Leitstelle und auch in die Officer. Ich duck mich hier gerade. Wenn Sie Leitstelle machen und Sie beschweren über Officer im Funk, es bringt uns gar nichts, wenn Sie sich über Officer beschweren und uns keine Nummer oder keinen Namen nennen können. Schreiben Sie sich das auf. Hat das jeder so mit? Ja. Positiv. Check. Wunderbar. Ich halte mich hinein in meinen Gedanken. Ach so. Noch ganz kurz. Oh, geht doch einfach. So Watch Commander gibt es das auf Weiteres nicht. So richtig, Herr Koriame? Das ist so positiv. Genau. Und falls Sie es nicht mitbekommen haben, ab sofort Leitstelle stationär im BPD und wir haben zwei Leitstellen. Einmal für die State Police an sich und einmal für das State Police. Ach so, Entschuldigung. Dann streichen Sie das. Ne? Okay. Noch ein Officer, Staatsanwalt Marshal, irgendwas, was da loswerden wollte. Die Z44. Ja. Genau. Ich komme einmal schon kurz nach vorne. Keine Sorge, ist kurz. Ich möchte alle Officers nur darauf hinweisen, dass ich jetzt mein Büro hier im dritten Stock habe, nicht mehr Mission Row PD. Das heißt, wenn Sie mich irgendwie antreffen wollen, dann kommen Sie einmal hier hin, rufen Sie mich an, funken Sie mich an, was am besten passt. Lieber anrufen natürlich. Boah, aber da hat es gerade auch diese Angststörung gekickt. So, nein, nein. Ich habe schon die ganze Zeit so gedacht, oh Gott, oh Gott, wie machen wir das? Spielen das irgendwie lustig aus oder verpeilt oder was? Weil ich habe keine Ahnung. Bitte melden Sie sich, wenn Sie irgendwelche privaten oder beruflichen Probleme haben, die bei Ihnen die Dienstfähigkeit mit reinspielen. Dann können wir darüber reden, können Lösungen finden und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden. Deswegen hasse ich jetzt, dass die Frau gelobt wird. Ich hasse es von jeder Falser meines Körpers. Okay, noch jemand? Nein, mach Ende, bitte. Nicht, okay. Dann alle Kommande und Schiedsbezüge bleiben, weil wir etwas besprechen müssen. Alle anderen passen Sie auf sich auf, fahren Sie raus, machen Sie stadt sicher und bespielen Sie. Ich bin viel älter als die ganzen Leute hier, weißt du? Das ist es halt, ich könnte so einen Grund und Boden diskutieren in real life. Wo ein bisschen gelernt werden muss. Nein? Okay. Ich würde das euch nicht lieb. Dann wieso ich kein Marshall damit fahren will. Ich erkläre das mal kurz ab, nicht, dass Sie erst fragen wollen, wie ein Leitsteller zu... Achso, nein, nein, nicht wie ein Leitsteller, sondern es ist nicht mit dem... Nein, nein, ich bin die Leitsteller, das Nachfragen wollen, auf die Leitsteller schon geredet, aber... Gleich schon, aber ich muss erst mit... Sorry, sorry. Ah, okay, also Sie sind die Marshall-Leitsteller, oder wie? Sorry, sorry. Ja, genau. Ja, klar. Okay, ähm, ihr könnt mit unseren Funkgeräten auch bei uns rein, gell? Ja, richtig, wir sind aber... Ja, genau, wir sind aber leider nicht in eurem Leitstellenblatt drin, das sind wir noch in unserem eigenen. Verstehe. Aber im Funk haben wir mittlerweile auch unsere Funkgeräte, wir haben nur unseren eigenen Funkkreis. Ciao, ciao. Okay, das ist gar kein Problem. Das ist ja bestimmt der Marshall-Funk, gell, dann? Genau. Kann ich mal kurz rein und höchstwahrscheinlich kann ich anbieten, oder? Weil ich würde einen mitnehmen und wenigstens ein bisschen on the fly ein bisschen was mit dem machen. Ja, so lange habt ihr ja auch ein Außendienstverbot, ne? Okay, ich bin mal kurz drin. Bis morgen gedulden ist halt so ein Funkgerät. Oder doch, ja, okay. Checkt. Ja, ich hab den Tief und Kutschis... 300PD-47 möchte ein Marshall mit rauskommen und die ersten Kul-On-Schleif mit auf der Schreife mit nachkommen. ...und Sie natürlich dabei sein können, klar. Das heißt, der Partner-Entlangung, aber der Komischer möchte dann die Entscheidung treffen, ne? Das wurde ja gestern unterbrochen. Ja, checkt. Kommen Sie hoch zum Etage-3-VPD, da treffen wir uns erstmal und danach teilen wir die Schreifen ein. Herr Diex, für Sie zur Info. Ja, machen Sie. Ähm, wir können am Bordcomputer noch nicht hundertprozentig alles nutzen, weil das mit dem System so nicht so ganz funktioniert. Ja, andersrum. Die können da aktuell nur Personenabfragen machen. Okay. Nur, dass Sie das einfach wissen. Weitere Informationen für den Kollegen, der sich gerade gemeldet hat, kommen Sie auch in den PD-Light-Gelen-Funk, PD-47-Funkreis. Entschuldigung, das wurde mir noch ein bisschen zu eng. Alles gut. So. Äh, das ist Leitgelen-Crancing-Crancing. Herr Prekowski, nur für Sie zur Info. Das schreibe ich mir gleich dann alles auf mit ihm. Wieso einfach kurz? 25, eh, Punkt, check. Soll der Augen weg sein. Alles klar. Dann, viel Spaß. Check. 224 von check check ich schreibe ich brichowski eine b eine r ja wie es kann die 125 kommen genau völlig richtig wir treffen uns hier leitstelle für die 257 kommen 257 sowie 292 einteilbereit im bpd kommen hat die leitstelle mitgekommen 257 ende ich weiß nicht ich werde die ab jetzt immer vermeiden ich fühle mich wirklich wie eine schule und ich war das war der absolute horror damals ich mag keine aufmerksamkeit ein sehr krasses ding bei mir ich bin gerne nicht im mittelpunkt wenn man eine frage gestellt bekommt ist man im mittelpunkt und dann drücke ich alt f4 bis gleich unangenehm 10 übernimmt die Importline. D-01 Überführungsfahrt, VPD zum Pemapidi. Check. 4-1-5 Überführungsfahrt, VPD zum Pemapidi. 4-3-9-10-20, VPD zum Pemapidi, VPD zum Pemapidi. 4-3-9-10-20, VPD zum Pemapidi. 4-1-5 Überführungsfahrt, VPD zum Pemapidi. 4-3-9-10, VPD zum Pemapidi. 4-3-9-10, VPD zum Pemapidi. 4-1-5-10-20, Strawberry-Tankstelle. 1-5-10-20, VPD zum Pemapidi. 5-4-1-8-10, VPD zum Pemapidi. Vielen Dank. Vielen Dank. Check. Einmal am BPD, die 2.11 aufnehmen, komm. Ja, check. Also, das ist die Information. 4.12.133, die BPD, komm. Check, du mit, komm. Letztel Ende. Dann. ! ! Vielen Dank. 410S für Leitstelle, komm. 30, komm. Ja, gleich nach der 13.30 haben wir aufgeteilt und jeweils seine Rekruten mitnehmen, komm. Welcher rechte, die wir drauf kommen? Ja, check die Leitstelle, ne? Buh! Hallo. So. Ich brauche Zucker, ich habe ein Eisen jetzt genommen. Warum, was schickt ihr euch mal? Wann? Irgendwie ist die Stimmung hier so komisch, ne? Ich bin voll gestresst wegen der Situation gerade. Hier gibt es gar keine vierte Etage. Wo ist die vierte Etage? Ähm... Ähm... Da gehst du an die Leitstelle dresen und dann mit dem Fahrstuhl nach oben. Ja. Ich glaube, da bin ich da. Okay, ja, gut. Okay. Dann in die vierte, ne? Genau. Und dann in die vierte. Okay, dankeschön. Ah, ja. Bitte. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach ja, das ist ja noch... Hey, warum ist das so doof gemacht? Ich bin voll gestresst, ich will nicht mehr in den Rollkorn gehen. Ich habe so Angst gehabt, dass sie dran genommen wird. So, ähm... 25. Weiß nicht, ob man... 4, 1, 6... Für die Leitstelle kommen. Krat, kommen. Streife aufsplitten und zwei Rekruten beim BPD mitnehmen. Kommen. Ja, so mit 4, 1, 6 steht ja noch beim BPD. Kommen. Ja. So, verstanden. Bei den Rekruten handelt es sich um die 257 und die 292. Leitstelle Ende. Nöchen. Und ihn auch noch. Ja. Wir müssen jetzt Cooper hin. Entschuldigung, ich habe ein bisschen gebraucht um die Etage zu finden Alles gut, weißt du wo Cooper hin ist? Ich weiß nicht mal wer Cooper ist So ein Herr mit Rasters nach hinten zum Zopf Also ne, hatte ich jetzt gerade nicht gesehen auch nicht auf dem Weg Ja gut Okay Jui muss ich eh noch mit Noah weil das nur mit mir zusammen machen wird das Gespräch Ähm, gut Joske meinte, du hast Informationen die du teilen möchtest Ja, ein paar Ich frage mich jetzt nur, welche Sache Also es sind zwei verschiedene Sachen Ne Da wir eh das Gespräch vorhin hatten habe ich dich direkt mal drauf angesprochen Äh, ja, also es gibt einmal eine Sache mit NS Maxi und einmal eine Sache mit Herr Magnus Maximus Hm Ich frage die Frage, welche ist es kurzer? Welche ist es länger? Äh, das ist beides nicht so ewig lang Okay Dann machen wir mal Alice Taxi zuerst Weil davon hat mir Joske so angeteßt, dass du was über Alice Taxi irgendwie hattest Ja, also Das ist ja die Sache, die ich dir da ähm, 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 beim Brüdinger schon erzählt hab, dass ich da mit einem Mitarbeiter geredet hab und er meinte dann, äh, dass sie von Alice Taxi aus eine Anweisung hatten Hallo Eine Anweisung hatten, dass die, äh, nicht mit dem PD reden dürfen, egal was passiert und dann hatte ich ein bisschen nachgebohrt und gefragt, äh, ob, äh, der Chef, also ob, ob, ob Lamy Salah, äh, diese Anweisung gegeben hat und er hat ein bisschen rumgedruckt und äh, wollte mir nichts sagen und dann hab ich nur zu Joske gesagt, dass Alice Taxi tatsächlich ist. Ein Berater hat und ich hatte damals Lamy schon gefragt, wer ist denn der Berater hier und er hat mir gesagt, ja, das ist einfach nur so irgendjemand Den hab ich auch noch nie, äh, getroffen und den Typen, mit dem ich geredet hab, der meinte dann, dass, ähm, äh, äh, ich hab mir gefragt, ist das ein Fahrer, der das gesagt hat und er meinte ja, äh, äh, ein bisschen rumgedruckst halt einfach Also mehr hab ich da jetzt nicht Nur laut irgendwen sollen sie halt, äh, nicht mehr, nicht mit dem PD reden, also nicht mehr, nicht mit dem PD reden, wenn irgendwas ist Äh, ähm, generell hat hier, ähm, ich weiß gar nicht, ist Alice Taxi noch Hier oben Ähm, hat Alice Taxi immer noch diesen Status von sanktioniert Nee, sanktioniert nicht, ja, subventioniert Nee Hast du das? Was genau meinst du damit? Ich hör das zum ersten Mal Ähm, Alice Taxi war teilstaatlich subventioniert Ach ja, genau Sprich, die haben ja vom Staat Geld bekommen, um halt ihre Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten Also, ich hab da jetzt nichts anderes gehört, ähm, ich dachte, das ist immer noch so, das ist zumindest mein letzter Stand Okay, weil nämlich diese Berater dürfen da nicht eingesetzt werden bei subventioniertem Unternehmen Deswegen ist das dann interessant Ja, statt die mehr die Themen, ganz unten, hatte ich dann eben von mal gefragt Okay, weil es sollst du doch geben, muss man mit dem Kasa reden Weil das ist nach alten Informationen, ich rede jetzt wirklich nur von alten, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gerne wurde, aber Stand damals war, dass das nicht erlaubt ist, zumindest hat das Herr Millmann damals uns, glaube ich, auch so mal mitgeteilt gehabt Ah, okay Ja, ich kann dann tatsächlich meine Freunde nochmal fragen, ob da jetzt noch ein Berater drin ist oder nicht Die können ja noch ins RTP gucken Das wäre auf jeden Fall interessant, wenn der Berater noch da ist, weil dann müssen wir mal mit dem Kasa reden Okay Weil dann darf es so nämlich nicht sein, weil wir sagen, dass das jetzt in die IT-Li-Richtung damals, ob das zumindest vermutet Okay, okay Ja, wir können mal gucken, was dabei rauskommt Ja Okay, und dann hast du noch Maximus gesagt, ne? Ja, genau Das war das, was du mich gestern auch meintest, ne? Ja, da wollte Herr Tanaka mich gleich nochmal zurückrufen, kann auch sein, dass er es vergessen hat Das wollte ich noch heute verifizieren lassen Ich habe eine Information bekommen, dass der Herr Magnus Maximus als Rechtsanwalt tätig ist, sich auch so vorstellt Aber tatsächlich wohl nie eine abgeschlossene Anwaltsprüfung Also er hat gar keinen, er ist offiziell gar kein Anwalt Er ist Rechtsreferendar Aber tritt wohl als Rechtsanwalt auf und deswegen versuche ich da gerade eben was schriftlich zu kriegen Er ist wohl auch Anwalt für Alice Taxi Da hatte ich ja den Namen angerufen und gefragt, ob er mir einen guten Rechtsanwalt empfehlen kann Weil ich gerade den Scheiße stecke und sowas alles in der Art rumgedruckt Er meinte, ne, der Anwalt von Alice Taxi wäre Henker Er hat gesagt, der ist doch schon lange nicht mehr wirklich tätig Also schon lange nichts mehr von dem gehört Er meinte, ja, ja, wir müssen uns wohl mal neun zu sein 416 für die 210 kommen Ja Hört, sie kommen? Bitten Sie nochmal zum WPD-Überführer Ich habe die Information von einem anderen Anwalt Ich kann mir auch vorstellen, warum ich das bekommen habe Weil da gibt es nämlich eine Gerichtsverhandlung gegen Evan Anderson Da ist er dann für die Gegenseite verantwortlich Und will wahrscheinlich jetzt, dass die andere Seite da, ne? Ja, ja, verständlich Aber gut Das war der, der im Dezember war, ne, was du mir geschrieben hattest? Genau, am 9.12. ist der jetzt um 20 Uhr Oh, okay, okay Schauen wir mal Okay, da habe ich mir das mal alles aufgeschrieben Dann tue ich es mal bei uns Mit rum geben, die Info Okay, ich kann meine Freunde, wie gesagt, mal fragen Ob im RDP, ob das noch so ist Und dann würde ich dir eine S-Mail schreiben Genau, das wäre lieb Okay Weil ich habe noch ein anderes Thema beim KSR Da kann ich das dann ebenfalls mit ansprechen Gut Okay, dann danke 416, Überführungsfahrt, MRPD Und schönen Abend, dir noch Ja, auch so Check Ja, auch so Codes, die die Funksprüche automatisch halt aufheben Okay, bist du ready? Können wir raus? Ich bin ready, ja Super, können wir mal noch das letzte kurz hier Dann hast du wenigstens schon mal die Funksprüche Dann können wir auf der Streife ein bisschen die Sicherheit im Einsatz besprechen Ähm Bei uns ist es wichtig Wenn du irgendwann mal hier auch im Streifendienst teilnimmst Du teilst dich nicht selber ein Bei Einsätzen Das machst du nicht Immer die Leitstelle Außer es gibt Es wird eine 1010 benötigt Also eine Verstärkung Dann kannst du dich anbieten Ob du da hinfahren kannst Weil du gerade in der Nähe bist zum Beispiel Dann kannst du auch hin Okay, ja Ähm, bei Funksprüchen ist es wie gesagt Leitstelle Dass du wie gesagt auf die ganze Situation achtest Ähm, und es ist wichtig, dass du auch den Funkfeuer kennst Ich weiß nicht, ob es bei euch auch existiert Funkfeuer ist, wenn du den Funkknopf tausendmal gefühlt hintereinander drückst Das können wir natürlich jetzt nicht üben Ähm, weil wir im Leitstelle Funk sind Das ist wirklich, wenn du die ganze Zeit den Funkknopf drückst Drücken, loslassen, drücken, loslassen, drücken, loslassen Das nennt sich der Funkfeuer Oder das Funkfeuer Das ist wie eine 1099 Okay, verstehe ich Wir können das allerdings einmal üben Geh mal bitte mit deinem Funk kurz in den Ausbildungsfunk 1 rein Siehst du den? Ja, bin ich drin Okay, bist du drin gerade Mach mal einen Funkcheck PD 125, äh, Funkcheck Sehr gut Jetzt warten wir mal ganz kurz Wenn man hier drin ist Information von der 147 Es wird ein Funkfeuer abgegeben Zwecks Übung Falls jemand im Funkkreis sein sollte Okay, jetzt zeige ich dir das einmal tatsächlich, wie das ist Das wird dann, also das klingt ja komplett verrückt Richtig Jetzt kannst du wieder eine Leitstelle von dir Ja, natürlich Aber keinen Funkcheck oder sonst irgendwas machen Das ist der Funkfeuer Wenn du das hörst Dann weißt du, okay, ein Office ist in Not Okay, merke ich mir Jetzt, genau, jetzt gibt's das Ding Wenn du das hörst Und es reagiert keiner drauf Bitte frag den Funk War das gerade ein Funkfeuer? Oh, Nami, wow, dankeschön Der Grund dafür ist Ich höre das nicht Ich habe das bei mir ausgeschaltet Okay, das stimmt Oh Gott Dein Funkgerät wird manchmal sich ausschalten Weil die Netzüberlastung zu hoch ist Der fällt dann aus Das kennt ihr ja bestimmt von euch aus Ja, genau Genau, deswegen habe ich das zum Beispiel aus Deswegen bitte immer fragen, ob das ein Funkfeuer war Wenn du sowas hörst Okay, alles klar Bei 1060 und so weiter und so fort brauche ich es jetzt nicht geben Auch bei Verfolgungsjagden teilst du dich nicht automatisch ein Wenn sich zwei Streifen schon vorher eingeteilt haben Also wenn eine 1060 mit dem Standort Stadtpark beginnt Und du bist gerade hier in der Nähe Dann kannst du sagen, mit deiner Streife, dass du dich an Also dass du die ganze Sache hier teilnimmst Ähm, Moment Schließt dich an Was ist denn eine 1060? Also das kenne ich jetzt nicht Verfolgungsjagd Achso, okay Das ist eine ganz normale Verfolgungsjagd Ob zu Fuß oder mit Person Äh, mit zu Fuß oder per Fahrzeug Das ist die 1060 Achso, okay, alles klar Erklär ich dir nochmal Wenn wir immer unterwegs sind, ungefähr Dann weißt du das auch irgendwann Das ist ja nur wirklich eine Übungssache Was du ja dann irgendwann auch kannst Die Funkcodes, die standen doch irgendwo recht schnell auf einem Blick Haben die das geändert? Ähm, eigentlich oben bei der Anfangsseite Eigentlich schon, ne? Ja, es kann sein, dass wir es verändert haben Ja, sie kommen 291 Ich habe bereits immer Westput GPD hinkommen Okay Sicherheit machen wir dann auf der Straße Da erklär ich dir auch ein bisschen was 291 Worauf du einfach zu achten hast ein bisschen Also wir machen so eine Art Crashkurs Mit dir Okay Dann let's go Geh mal raus Fahr mal auf Streifen Ich würde noch ganz schnell 1030 gehen Hier oben Und dann würde ich runterkommen Oder wo ist der Treffpunkt? Okay, alles klar Hier vorne bei den Türen hier warten wir Okay, alles klar Jo War interessant, ey Jetzt muss man den ganzen Marshalls einen Crashkurs geben beim LSBD Aber die tun mir verleihend Weißt du, das klappt so als Crashkurs? Ah, ich hoffe es Also ich wollte dafür vier Monate Ja gut, es kommt ja wirklich Auch an, wie viel du Zeit investierst Und wie viel du Zeit investieren kannst Ja Würde ich sagen Wenn du natürlich jetzt Ich glaube bei deinem Fall war das ja so Wenn du nicht jeden Tag im Dienst bist Dann hast du irgendwann echt Schwierigkeiten hinterher zu kommen Definitiv, ja Aber das gehört halt dazu Das ist halt das Ding Aber wir schon irgendwie klappen Ja, wenn du das machst Auf jeden Fall Außerdem man kann ja fragen Ich habe ja auch immer den Leuten So ein Loch im Arsch gefragt Ja klar, natürlich Fragen ist ja Dafür sind wir ja immer da Wir sagen ja auch selbst immer Das Ding ist jetzt Der kriegt jetzt Einen fünf Stunden Oder vier Stunden Einstelltag Innerhalb von ein paar Sekunden erzählt Oder ein paar Minuten Ja, das ist krass Von der sehr heftig halt Ich mache das am besten Immer mit so kleinen Übungen Das hat mir immer geholfen Oder Worst-Case-Szenarien So Damit man immer auf alles Da fühlt man sich vorbereiteter Deswegen Du darfst heute auch Entspannt machen Hinten links einsteigen Weil wir lassen ihn funken Genau Ja, ich werde auf jeden Fall Aber ein paar Sachen mitschreiben Sehr, sehr gerne Frag mich mal was Ähm Die Prioritätenliste Von den Officern Wie lauten das die? Was scheiße das Äh Ich schütze erst mein Leben Dann das Leben der Kollegen Dann das Leben des Opfers Und dann Das Tatverdächtigen Aber da war noch was dazwischen Das muss man tatsächlich Wirklich empfahlen Ah ja, der Einsatz ist das Letzte Was ähm Man tatsächlich dann Äh Ja, wird sich doof Und jetzt schützen Genau Einsatz erfolgen Das ist richtig Aber nenn die Person Bitte nicht Opfer Wie nenn ich das? Zivilist oder Geschädigter Geschädigter, okay Richtig, Zivilist oder Geschädigter Aber nicht Opfer Okay, alles klar Gut Äh Warte, wie hieß du jetzt nochmal? Ich mal gucken wir nochmal nach Okay, wie ist das jetzt auswendig? Ich hab natürlich das nicht hier im Verstehen Hey, nach Marmé Hey, nach Marmé Hey, nach Marmé Tommé, war das Genau, Tommé Okay, richtig Okay Ähm Kurz für dich Wir sind unter uns Officern Da dürfen wir uns duzen Wenn das für dich in Ordnung ist Sobald wir allerdings aus dem Fahrzeug aussteigen Müssen wir uns siezen Natürlich Bei uns war es auch nicht anders Tatsächlich Einwandfrei Dann komm mit Ja, super Hast du dein Leben schon mal schießen müssen? Erschießen Auf der Erschießbahn Tatsächlich Sonst eher weniger Also zum Glück natürlich Aber du schießt das schon mal Das ist schon mal gut Ja, öfter Erschießbahn so Alright Okay Äh, bei uns ist es in Westenpflicht Ab 19 Uhr müssen wir West anziehen Okay, alles klar Genau, das kann man vorne auch nochmal nachlesen Boah, es hat aufgehört zu regnen Wild Ja, super Da ist die 415, glaube ich Ist es meine 415? Ist es meine 415? Ich habe einen unbekannten Anruf Moin Was? Ja Wer ist da? Warte, warte, nicht weggehen Nicht weggehen, bitte Wer ist da? Wer da dran ist, wenn alles cool Ja, alles cool Äh, und bei ihm? Ist da Ariane Bartmann? Wer wird das denn wissen? Ja, nein Moment mal, ich beantworte doch keine Fragen von irgendeinem Fremden Kenn ich sie Äh, man, wir machen nochmal nachlesen Ja, Mann, also ich glaube, Mann Ja, klar, natürlich Ja, dann ruhst du da einfach mal mit ihrer Telefonnummer an Vielleicht habt ihr sie eingespeichert Ich bin an der Telefonzelle, ich habe kein Guthaben 530 aktiv Ja, ist aber gerade ganz schlecht Ich kann gerade nicht telefonieren, so richtig Ja, ist gut, Mann Wir können uns doch gerne treffen später irgendwann Ich treffe keine Fremden Was sind die Handschuhe denn da aus? Äh, okay, alles klar Von mir ist das auch irgendwo in der Öffentlichkeit, Mann Ich, ich treffe keine Haben Sie, äh, wieso? Haben Sie irgendwelche Informationen oder sonst was? Wollen Sie mir irgendwas? Können Sie mir auch über das Telefon sagen? Äh, ich kriege eine Information Ja, okay, die können Sie mir auch über das Telefon einfach sagen Kennst du eine Barbara-Bahn? Äh, ist mir nicht wirklich bekannt, nein Warum? Okay, na, dann hab ich sie verwechseln Adios 530 10 20 zu Arbeit Ich muss mal ganz kurz anrufen, ja? Ja, ja, mach mal Wir warten hier auf dich 416 aktiv Ja, Ariane? Ja, ich hab gerade einen bekannten Anruf bekommen Um 20 28 Da wollte ich eine Person, äh, mit mir treffen Und wollte wissen, ob ich Ariane Barnes bin Und ob ich eine Barbara-Bahn kenne Okay, meinst du, das hat was mit dem von gestern zu tun? Keine Ahnung Die Person wollte sich wegen mir treffen, als ich gefragt hab, ob die Person, äh, Informationen für mich hatte Und, äh, dann meinte die Person, ja, ich hab Informationen Und dann hab ich gesagt, ja, gut, dann können Sie das ja auch über das Telefon machen Ja, und dann war eben von der Anruf zu Ende War über ne Telefonzelle Weil ich hab gesagt, ich treff mich nicht jetzt mit irgendeinem Fremden Und sagen Sie mir doch Ihren Namen Wo haben Sie mir denn die richtigen Nummer an? Nee Okay, wie, wie war's so stimmenmäßig, so, äh, akzentmäßig oder komplett klar? Ja, war schon so akzentmäßig 2.97 für die Leitstelle, komm Okay, ich hab's noch mehr, ich hab's auf dem Schirm Okay Sollte sich das verhäufen, ne? Immer wieder durchkallen Okay, mach ich Mach ich, bis dann Jo, bis dann, danke, ne? Ciao Gut Wir können noch weiter Ah Perfekt Tomek, äh, Funkgerät lauter machen, leiser machen, weißt du, wie's funktioniert, gell? Ja, natürlich, natürlich Genau Ich gebe dir einen Tipp als Ausbilder, mach den Funkgerät immer auf, ganz laut Weil Funkgerät ist bei uns ganz, ganz wichtig, wenn die Leitstelle gerade uns anfängt Okay, mach ich mal direkt lauter Genau Alright, dann let's go 2.97 für Leitstelle, komm Ich würde gerne ganz hinten sitzen, wenn's okay ist Nein Du Funkst, du bist auf Beifahrerseite Ja, okay Ich meinst, zur absoluten Not kann ich natürlich übernehmen, wenn's ganz hitzig wird Obwohl, ähm Warte Wir können das trotzdem machen, weil du keinen Zugang auf den Intranet hast Ariane, komm mal vor, bitte Dann bist du nach hinten links, wenn's geht Ja, natürlich Hinten links 4, 1, 6, 10, 20 Das ist wie Linien, ey, kurz verplant Check Äh, hinten links hat einen tatsächlichen Grund Du bist da am sichersten, falls wir beschossen werden Weil der Fahrer immer nach links zieht Achso, okay, verstehe Mir wurde das damals erklärt, weil wenn der Fahrer einen in den Kopf kriegt Dann ist man hinten safe Was ist das denn jetzt? Ist auch schon wieder anders Nein Also, wenn du beschossen wirst, ist es so, dass der Fahrer geschützt werden muss Der Fahrer ist tatsächlich die wichtigste Person in diesem Fahrzeug Ja Ähm Es ist ja übrigens auch die Beifahrer, weil es der schlechte, die unwichtigste ist Cool, danke Danke Also, das klingt schon hart, also Nein Aber im Endeffekt ist es wirklich leider so Also, es ist jetzt, ähm, nicht Spaß oder sowas Der Fahrer ist wirklich die wichtigste Person, weil der bringt alle weg Ähm, beim Beifahrer ist halt der Nachteil, dass du halt Um, was du nach unten hin musst Das ist eine Verrufidee Ähm, ich verstehe Okay Sind die Marsch jetzt schon bei uns im System, dass ich ihn einteilen kann? Nein, nein, du kannst ihn nicht eintragen Alles gut, vielleicht, der weiß aber schon Bescheid Okay Du kannst einfach aktiv funken Aber ich habe eine andere Idee, guck mal Das ist gut, dass du das gesagt hast Das ist eine richtig gute Idee Ich habe eine ganz, ganz gute Idee jetzt bekommen, langt hier Mit dem Eintragen Ähm Ich trage den oben bei uns ein Ja Sollten wir einen Einsatz haben, bei dem, äh, die Vargas involviert sind Ähm, sollten wir den nicht anfahren, okay? Du kannst aber dich da auch nochmal, ähm, du kannst dich da nochmal, ähm, erkundigen Wieso das so ist Weißt du, die Leitstelle, die mich jetzt? Äh, wir hatten gerade so einen Vorfall, da wusste die Leitstelle nicht Bescheid Ähm, äh, ja, ne Denke nicht Soll ich die Leitstelle einmal anfangen? Äh, ja, kannst du einmal machen Oder du schreibst schon kurz ein SMS bei Vargas Bitte mich nicht, äh, also die Leitstelle nicht hinschicken Äh, Grund DTU einfach oder sowas Dann geht den auch nichts mehr an Warte mal, warte, die Leitstelle, Garde Die 76, Gronstein Wenn du den eingeschreitert hast Leitstelle Ende Ja, dann mach ich das an, ich rufe den mal kurz an Dankeschön 410S, aktiv Hi, warte 410S, aktiv Wenn du noch die Leitstelle bist Check Gronstein Ähm, 431, bitte nicht Einsätze schicken, wo Vargas involviert ist Zwecks DTU-Grund Mehr kann ich dir auch nicht sagen, mehr weiß ich auch nicht Oh, mein Auto Weil DTU-Grund Also ich weiß den Grund auch nicht Aber es wurde gerade von Frau Barnes zu mir gesagt Dass wir nicht diese Einsätze anfangen sollen Genau, 431 Nicht Einsätze schicken, wo die Vargas involviert ist Weil DTU-Grund Mehr weiß ich auch nicht Könnt sich auch bei den Detektives erkundigen dann Wenn du Fragen hast, frag die Detektives Aber mich geht das nichts an Deswegen frage ich auch nicht nach Danke, adios So, alright Ja, ich müsste mich um die Anwaltssachen nochmal kümmern Genau, also Ähm, wir Den Funk lassen wir tatsächlich jetzt unseren Kollegen hier Damit er das natürlich ein bisschen lernt Ähm, wir haben jetzt zwar schon aktiv gefunkt Aber das ist nicht schlimm Wenn wir in einen Streifen Äh, wenn wir die Streifenfahrt aufnehmen Ähm Ich nenne dich einfach Tomek Ja, der Nachname ist mir glaube ich Erstmal ein bisschen noch zu schwer Dann funkeln wir, dass unsere Streife aktiv ist Das machen wir, indem wir einfach sagen 431 aktiv Okay So, wir haben aktuell noch keine Sektoren zugewiesen bekommen Das heißt, wir dürfen Andreas anfahren Ja Okay Pass noch in dein Gehirn Informationen rein Kriegst du das noch hin? Äh, ja klar Hörst du Ähm, Telefon? Telefon? Entschuldigung? Ja, hallo Ja, äh, entschuldigen Sie Ganz vergessen Äh, über wen brauchen Sie Infos? Ähm, äh, Herr Maximus Magnus, Maximus Was ist mit dem? Ähm, ich hab, äh, eine Ähm, Dix, kannst du mal vielleicht ganz kurz, äh, rechts ranfahren? 204 mit der Nullführungsfrau zum BPD Ja, also Okay So, ich hab, äh, eine Information bekommen, dass, äh, dieser sich als Rechtsanwalt weiterhin ausgibt Aber offiziell noch keine, äh, Anwaltsprüfung, also, äh, abgelegt hat Naja, er ist Referendar Ah, super Also, äh, okay Gut, dann weiß ich Bescheid Dann suche ich mir was Schriftliches, wo er sich als, äh, Rechtsanwalt ausgibt Okay Das war schon Gut Ja, also wenn er Referendar schreibt, alles cool Wenn er, äh, ne? Hm, Rechtsanwalt schreibt nicht Okay, dann weiß ich Bescheid, Dankeschön Dann könnte das ein bisschen blöd sein Ja, gut Genau Ja, weiß ich Bescheid Dankeschön, Herr Teichkart, tschüss Das ist das Teich, was oben ist, im Navi Oder im Bus-App Ähm, so Moment Schon fertig? Ich bin schon fertig, ja, das geht bei Ihnen ja ganz schnell Ja, sehr gut, okay Okay, dann muss man nichts mehr machen 10,20 Aber genau, also Wenn wir unsere 10,20 Angaben durchgeben Und auch 10,30 Angaben durchgeben Oder 10,60 und so weiter und so fort Müssen wir genaue 10,20 Angaben Also genaue Angaben durchgeben Das würde zum Beispiel nicht reichen Wenn wir sagen, wir sind südlich des Ententeiches Obwohl wir gerade drei Querstraßen Davon südöstlich fahren Himmelsrichtungen Sag dir das ungefähr, was? Äh, ja, natürlich Da muss man natürlich auch reinkommen Mit der Erfahrung, äh, sag ich mal Hallo Genau Ähm, diese schöne Weinbutsche links von uns Hallo Ja Ähm, ich muss leider Ich muss leider noch mein Telefon abmachen Ist was Hat mit der Mitnummern zu tun Entschuldigung Warte, warte, noch nicht aufsteigen Noch nicht aufsteigen Noch nicht aufsteigen Jetzt Kannst du aufsteigen Kannst du mir einmal ganz kurz ein Gefallen tun Und, äh, das ist aber kein Sagen Dass ich dich gefragt hab Ach, mir geht's auch gut Ja, was denn? Kannst du mal ins NS-Taxi-RDP gehen Runterscrollen Und mir sagen Ob da noch Berater steht Leitere für die 416, komm Wird keiner erfahren, dass du mir das gesagt hast Setzi, komm Ja, warte, ich schau mal Wird es genehm, wenn wir die MPU-Einheit besetzen, komm Äh, Moment, das ist Mountain-Yen-Stein hier Wird es genehm, komm Äh, ja, Beraterin Beraterin Einer oder zwei oder so Zwei Zwei Zwei? Ja Zwei Berater Ja Okay, weißt du, wer die sind? Keine Ahnung Kannst du Kannst du mit deinem Handy davon einen Screenshot machen? Du musst mir den nicht schicken Einfach nur, dass es einmal gesichert ist Naja, also Das Problem ist Wenn ich den Screenshot davon mache Ja, ich mach ich Ja, ich zwing dich nicht Musst du nicht Nein, schon gut Ich mach einen riesigen Screenshot Okay, dann Dankeschön, ja Pass auf dich an, okay? Ja, bitte nicht dafür sorgen, dass ich meinen Job verliere Dankeschön Nein, nein, keine Sorge, tschüss Ja, wenn das Unternehmen zugemacht wird, ist er auch weg, tschüss Ja 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 Und dann muss ich den Wert für 427 kommen Leitstelle Herzig kommen 427 wäre einteilbereit im Lamesa-Department kommen Check Einmal den Streifenwagen besetzen und die 291 am BPD abholen, komm Ja, check 427, so mit 427 Ententeich. Okay, verstehe. Das ist der Ententeich. Kannst du auch machen, selber kurz. Ja, ja. Das ist der Ententeich tatsächlich. So, und damit siehst du ja jetzt, jetzt wären wir an einem Schnabel, das heißt, jedes Gebäude, was du hier auf Los Santos kennst und San Andreas allgemein, hat immer die gleichen Himmelsrichtungen. Immer die gleichen. Auch diese Ententeich. Das heißt, wir haben zwei Beratungen, da ist das System drin. Ah, okay. Verstehe. Also ich merke schon. Genau. Wenn wir zum Beispiel dieses Weinwood Bowl nehmen, also das Theater, auf welcher Seite von dem Weinwood Bowl wären wir? Jetzt tatsächlich südwestlich, würde ich sagen. Nochmal nachdenken. Sind wir auf der südlichen Seite? Von links, oder? Also, wir kamen gerade an den Anruf, dass am Lohnermarkt von zwei Karten Drogen verschraubt werden. Im Vortlein Ende. Ja, die vier und drei sind in der Nähe, kann in den Spitschabfall kommen. Zu Verständen machen Sie das. Komm, gibt es eine Beschreibung der Personen, die die Drogen verkaufen? Bitte geben Sie die durch. Ansprechpartner ist die, die 46 McLenn, außer die, nur zu mir, ist dann zwei Latein-Amerikaner gewesen. Im Vortlein Ende. Oh, da sind wir ja direkt in der Nähe. Ja, wir gucken einfach mal gleich. Zutze, Funk-Check. Okay. Ja, schon am Telefonieren, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir steigen erstmal ganz normal auf und wir quatschen erstmal ganz normal, okay? Okay, alles klar. Mit dir jetzt. Vierter 1, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Die 1, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Hola. Gute Abins. Wolltest du dich letztensten Race bei mir an deiner Deletante? Dünchen. Winding? Dünchen. Ah, hier. Du wolltest doch letztens am Flughafen mit dem Race mit mir haben. Wolltest du den Race mit dir haben? Nein. Du kommst auf die Idee. Ich habe gesagt, ich würde dich die ersten paar Meter abziehen, aber ich habe nicht gesagt, dass ich den Race mit dir haben will. Nehmen Sie beide mal die Hände aus den Taschen. Genau. Erstens das. Ganz kurz. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ihr seid ab jetzt in einer politischen Zeit. Ganz kurz, dass du schon mal Bescheid wirst. 247DX. Uns wurde gemeldet, dass hier Drogen verkauft wird. Wir machen das klipp und klar ganz einfach einfach. Ich würde euch kurz abtasten. Wenn ihr Drogen habt, dann gucke ich, was eure Menge dabei ist. Dass ihr jetzt welche verkauft, sehe ich jetzt erstmal gerade nicht. Und wenn ihr nicht die, äh, mehr als die Mindestmenge habt, dann ist es mir egal im Endeffekt. Dann könnt ihr weitermachen, was ihr macht. Außer Drogen zu verkaufen natürlich. Okay, Mann. Super. Hast du noch was einfaches für mich? Oh, ja, bestimmt, Mann. Okay, dann zeig ich dir mal. Sehr gut. Ah, super. Dann ist es der gute Person, wie ich kenne. Mann, machen Sie mal das Handy weg, bitte. War das ja die Maßnahme deswegen. Ja, sie hat noch ein paar Plexen dabei, so, deswegen. Genau, alles gut. Von dem brauche ich auch einmal bitte den Ausweis. Achso, okay. Genau, du wirst einmal von meiner Kollegin dann einmal abgetastet. Wie gesagt, habt ihr die Freimenge dabei? Ist alles cool. Wenn ihr die Freimenge nicht dabei habt, ist es natürlich ein bisschen beschissen. Was ist denn die Freimenge überhaupt, Mann? Und das werden wir gleich herausfinden, bevor du mir jetzt hier wegrennst. Na, Mann, was ist denn? Drei Gramm oder so war das, oder? Dann drehe dich mal oben, komm. Ja, okay. Okay. Wohin? Ich habe gar nichts dabei. Einfach hier und die Hände nach oben. So, haben Sie eben was Spitzes oder Scharfes dabei, woran ich mich verletzen könnte? Ah, nothing. 4, 1, 6, 10, 20, La Puerta, Jachthafen. Wechselt auf die MU490, MU490, aktiv. Das Harte hinten in meiner oben Tasche ist meine Taschenlampe, Mann. Okay, das ist nicht schlimm, das ist ja legal, deswegen braucht mich das nicht. Hände nochmal nach oben? Rechts. Hände nach rechts. Alright, dann tasse ich mal ab. Ja, ja. Hast du Drogen dabei? Na, immer noch nicht. 4, 20, Fonds, check. So, okay. Okay, ich schaue trotzdem noch einmal in ihre Brieftasche. 4, 1, Überführungsrat, Lamesa, WPT. Tück. So, okay, das war's schon. Gut, wenn wir mitkommen? Mhm. Ist rein, eine Sekunde. Ich habe mir Angst, dass wir jetzt übersehen. Dame sauber? Äh, ja, jetzt nichts dabei. Okay. Alright, das sieht auch ganz gut aus. Ist noch jemand da drinnen? Dann entlasse ich euch direkt auch wieder. Alright. Genau, habt ihr irgendwas gesehen zufälligerweise, ob jemand hier Drogen verkauft? Hier war vorhin so ein Dote, Mann, in so einem weißen Trieb oder so, der wollte uns irgendwas andrehen, Mann. Ja. Okay, und der ist weggefahren, ne? Ja, der hat sich irgendwie, der hat sich sogar vorgestellt. Wie hieß der, Mann? Irgendwas McClendon oder so? Pete McClendon. Mhm. Okay, und was hat er da gemacht? Ja, der kam her und hat gefeuert, ob wir Weed kaufen wollen. Wir haben da vorne auf der Bank gechillt und dann kam hier noch irgend so ein Dote oder so, keine Ahnung. Ja. Ja, gut, okay, alles klar. Gut, ist niemand mehr im Laden, oder? Guck ich mal ganz kurz rein. Mhm. Zumindest niemand nach der Beschreibung, dann passt das erstmal. Alright, super. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ja? Passt auf euch auf. Ja, bis, Mann. Ja? Ja? Ich würde kurz noch hier Verpflegung kaufen wollen. Ganz kurz. Bitte, nochmal, bitte? Du hast gesagt, ich soll Herr Limone nicht deinen Namen sagen. Komm, wir müssen nochmal rein, du musst kurz einkaufen. Genau. Jetzt hat er mich wohl heute angerufen. Jetzt verleg ich gerade, ob ich zurückfuhre und frage mich, warum ich eben nicht deinen Namen sagen soll. Äh, ausgründen, ausgründen. Okay, aus sehr, sehr ernsten Gründen. Ja, aber was soll ich denn sagen, wenn er fragt, wer du bist, und er weiß, dass wir schon sehr, sehr, sehr lange befreundet sind. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass er uns zusammen gesehen hat gestern, hä? U04, über Führungswahrt, der ist der PD. Wenn er fragt, dann sagst du einfach, oh mein Gott, hier ist ein Funkloch, und dann meldest du dich bei mir. Und dann gehst du nicht mehr ran. Und dann treffe ich ihn zufällig auf der Straße, weil ich könnte ja jetzt auch einfach so oder so nicht zurückrufen. Dann treffe ich ihn, und er fragt mich, warum ich mich nicht zurückgerufen habe. Dann sagst du, das ist einfach so persönlich, äh, es ist ja was, was alte Wunden aufreißen könnte. Du bist doch THD. Check. In dem Falle tatsächlich nicht, weil er will einen Namen wissen, und was soll ich denn da für eine Begründung finden, dass ich ihm den nicht sagen kann, außer dass ich quasi damit aussagen möchte, ich möchte ihm damit nicht helfen. Willst du, dass es mir schlecht geht, und ich irgendwie verrechne mich? Nein, will ich nicht, aber ehrlich gesagt will ich auch nicht, dass es mir nicht schlecht geht, ne? Deswegen frage ich dich ja, was ich an deiner Stelle tun sollte, denn es ist eine prekäre Situation. Du kannst, du ruf doch einfach mal, weißt du was? Ruf doch mal, äh, Frau Carter an und frag mal, was man da machen kann, okay? Die ist erfahrener. Was ist Frau Carter? Ray Carter, kennst du sie? Du kennst sie doch, oder? Nein, weiß ich nicht. Ich hab auf jeden Fall keine Nummer von einer Ray Carter. Ähm, dann, äh, geb ich dir jetzt mal eine Nummer und da rufst du an und fragst, was du machen kannst, okay? Okay, ja, dann frag ich den Nächsten, der mir sicherlich keine Antwort geben kann. Nein, nein, der ist ja nicht. Äh, 704. Ach, kannst du mir nicht schicken per SMS? Nee. Äh, 704, weiter. Äh, 456. 456, super, ich ruf sie auf jeden Fall an. Gut, ich muss, dann wünsch dir noch... Ja, pass auf dich auf, ja? Äh, wir haben jetzt natürlich keinen großen Aufwand gemacht, weil, ja, es wurden zwar welche gemeldet, wir haben die durchsucht, aber die waren schon so kooperativ, dass man schon merken konnte, dass sie nichts haben. Ja, sie hatte halt so ein paar Tütchen bei, aber die waren leer, ne? Ja, gut, das ist ja dann scheißegal. Also, das war ein bisschen aus dieser Gefriertütchen. Keine Ahnung, man ist ja einkaufen, vielleicht wolltest du was einfach gefrorenes Mitten. Ja, das Problem ist jetzt, im Endeffekt könnte man natürlich jetzt erstmal eine Ovi-Akte öffnen und so weiter und so fort, aber das Problem ist, dass sie nur einen Zeugen haben und die zu zweit sind. Ja, aber das heißt ja auch sowieso grundsätzlich nicht, dass sie irgendwelche Drogen dabei haben, ne? Richtig. Wenn du sie verkaufen willst, gehst du sie holen. Eine Mülltonne, ne, ne, hätte ich jetzt nochmal geguckt, aber sonst... Ist halt die Frage, lohnt sich das jetzt unbedingt wegen 1, 2 Gramm? So, das ist halt so das Ding, also... Die haben nur die Mindestmenge dabei, das ist ganz normal. Das würde nie anders sein. Ja, ich würde auch nicht mit einem Packen Drogen hier rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Definitiv nicht. Also, das wäre ein bisschen dumm. Ja, stimmt. Okay, ich merke schon, das spricht die Erfahrung von euch beiden. Ja, vor 10, 20... Ja, definitiv. Check. Ja, Mann, ich denke mir halt immer, wie würde man das... Ich versuche mal in die Köpfe von den Leuten zu gucken. Und das wäre ja nicht dumm, wirklich mit so einem Packen Drogen... Am besten noch einen Rucksack voll hier rumzulaufen, das... Vier, vier, vier. Ne, vor allem, hier gehen so viele Leute ein und raus, hier waren so viele Polizisten rum. Ja, das stimmt schon, also das wäre wirklich dämlich, ne? Ja. Das bringt halt einfach nichts. Das bringt halt wirklich nichts, jetzt hier einen großen Aufwand zu machen, zwecks einer Zeugenaussage. Klar, wir müssen deswegen nachgehen, das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt gibt es aber die Entscheidung von uns aus, hey, machen wir weiter. Und gehen mit der Eskalationsstufe hoch, oder haben wir einfach Pech gehabt? Haben wir einfach Pech gehabt? U-04-10-30. Was ist diese U-04? Undercover-Fahrzeug. Ach so, okay. Anmarkt ist das, oder? Genau, Anmarkt hat ja. Gut, du kannst, weil er jetzt nicht mehr funkt, tatsächlich 4-3-1, aktiv funkt. Wer denn? Du. Du. Okay. 4-3-1, aktiv. Genau, sehr gut. Check. Super, also, kommen wir zu der Sicherheit im Einsatz. Wir haben bei uns, oder wir sind verpflichtet, ja, die Gefahr an die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Das heißt, wenn wir eine Person mit Waffe sehen, müssen wir diese Person neutralisieren. Das hört sich böse an. Und auch schlimm an teilweise, aber das müssen wir leider tun. Das heißt, auch wenn wir diese Person anschießen müssen, ist das so, dass wir das machen müssen. Mein Controller ist gerade durchgedreht, ich wäre jetzt hier rausgefallen mit Ariane. Check, einmal Fahrzeuge, das heißt, wenn irgendjemand mal mit einer, mit einem Messer auf dich zuläuft, schießt du. Pro 5-5 kommt. Pro 5-5 bereits für Einteilung MRPD. Komm. Wenn jemand auf dich schießt, schießt du. Einfaches Prinzip, denke ich mal. Check, dann einmal sich der Streifen anschließen, die vielleicht ab und abkommt. Ich hoffe auch nicht, dass du schießen musst, aber es kann vorkommen. Und wenn es vorkommt, bitte zögere nicht. Es hängt dein Leben und das Leben des Kollegen davon ab, dass du schießt. Okay, wir haben eine Priorisierung, Mr. Prioritäten von unserem Streifendienst, allgemein bzw. von unserer Sicherheit. Priorität Nummer eins ist der Eigenschutz, also dein eigenes Leben. Priorität Nummer zwei wäre in diesem Fall der Schutz des Kollegen. Also, von deinem Fall aus, das Leben von Frau Bahns und von mir. Check. Dann kommt Priorität Nummer drei, das sind die Zivilisten bzw. Geschädigten. Also, Zeugen oder was auch immer für ein Ding. Allgemein einfach die Zivilisten. Grösing Nummer vier ist dann der Täter. Also wirklich der, der wo auch Scheiße baut. Und erst als letztes, und das ist die Nummer fünf der Liste, ist der Einsatzerfolg priorisiert. Es bringt uns nichts, wenn wir eine Schießerei in der Stadt haben und zwei Zivilisten sterben, nur weil wir eine Person haben wollten. Das bringt uns nichts. Dass wir natürlich zurückschießen, ist klar. Dass Zivilisten verletzt werden können, ist klar. Aber das ist leider so. Ja, leider, ne? Ich kann dir mal zum Beispiel ein Beispiel bringen, wo wir nicht schießen würden, obwohl auf uns geschossen wird. Wir sind in einer Verfolgungsjagd mitten in Downtown. Und es schießt auf uns. Dann würden wir nicht erstmal zurückschießen, sondern die Weite suchen und die Person trotzdem verfolgen, so gut es geht. Ein einfacher Grund. Und schießen wir zurück und es kommt ein Crash-Läger und ein Zivile stirbt. Ist das beschissen? Ein Telefon? Mann, bist du die Hotline oder was? Ja, Herr Kowalski. Hallo, Frau Barnes. Hallo. Frau Barnes, es tut mir leid, dass ich letztes Mal auflegen musste. Ich wollte sie da nicht irgendwie wegdrücken oder so. Also mir war das Gespräch nicht unangenehm. Ich wollte ihnen eigentlich auch gerne drüber reden, weil es sind einige Sachen auch tatsächlich passiert, die mir persönlich nicht unangenehm sind, aber vielleicht für Frau Baham unangenehm sind. Oh, ja. Wenn sie es so erfährt. Äh, okay. Also wir können gerne reden. Ist jetzt natürlich gerade schlecht, aber wir können gerne reden. Ich würde sie dann später... Wie lange sind sie da heute unterwegs? Ich bin heute bis... Warten Sie mal, ich check mal ganz kurz in der SMS, dann kann ich es Ihnen sagen. Äh, was ist das denn hier? So, ne, ich glaube, das ist... Äh. Also ich bin heute wahrscheinlich so gegen 22 Uhr mit Frau Baham verabredet. Ah, okay, ja, ja. Genau, ja. Vielleicht, ähm, haben Sie heute Zeit? Noch nachher? Oder... Ähm, ich weiß ja nicht. Ähm, bei mir ist es im Moment etwas, ähm, schwierig. Ich habe sie mitbekommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin, ich bin in den, in den Kreisen, wo man sowas mitbekommt. Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Machen Sie sich, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, also Sie stehen hier unter, Sie haben Immunität, nennt man das bei uns. Ja, ja, ich, ich will nur nicht, ähm, dann so durch die Weltgeschichte rumkursen lassen. Äh, brauche ja immer jetzt jemanden, denke ich mal, dabei. Glück. Ähm, ja, aber ich würde mich, ich würde mich bei Ihnen melden, okay? Äh, ja gut, okay, perfekt. Okay, dann, äh, macht Sie sich keine Gedanken und bis später dann. Dann schreibe ich SMS. Ja, danke schön, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Gut, dann haben wir das auch. Das haben wir auch. Okay, kann ich weiter? Oder musst du noch quatschen? Ich, äh, bin durch. Check. Okay, ähm, Umkehrschluss also. Der Eigenschutz und der Schutz des Kollegen hat Zivilisten vor, äh, hat Vorrang vor Zivilisten. Check. Zivilisten, Eigenschutz, Kollegenschutz, Vorrang vor Einsatzerfolg. Und natürlich auch den Täter. Was wir niemals vergessen dürfen, wir haben im State Police immer ein Berufsrisiko. Das kennst du ja auch von deinem Marschalldienst. Es kann jederzeit auf uns geschossen werden. Da du jetzt bei dem State Police bist, kann es früher passieren, als man denkt. Ich hoffe natürlich nicht, aber es könnte passieren. Ja. Und natürlich nicht, da ist so. Okay. Ähm, der Schutz der Zivilisten. Bei Polizeieinsätzen sollten Zivilisten am besten so gut wie möglich geschützt werden. Auch Zivilisten, die leider, leider Gaffer sind. Auch diese müssen geschützt werden. Wenn gerade in der Nähe geschossen wird und es kommt jemand zu dir und sagt, hey, was passiert denn hier gerade? Kannst du ihm das ganz kurz sagen, hey, hier wird gerade geschossen, gehen Sie bitte in Deckung. Und das machst du eins, zwei Mal. Beim dritten Mal sagst du seinen befehlerischen Ton und beim vierten Mal sagst du gar nichts mehr. Weil du musst dich auf dich selbst konzentrieren in diesem Fall, dass du nicht angeschossen wirst. Und wenn der Zivilist so dumm dafür ist, wegzugehen, hat er Pech gehabt. Okay, verstehe. Wenn wir in anderen Einsätzen sind, ein Verkehrsunfall zum Beispiel, und wir haben Zivilisten, die stören den Einsatz, dann kannst du diese Zivilisten in Präventivhaft nehmen, weil sie diesen Einsatz stören. Weil sie zum Beispiel sehr viel fragen, nicht weggehen und so weiter und so fort. Wenn sie sogar bei deiner Anweisung nicht nachgehen, also nachgehen, indem du zum Beispiel bei der Polizei... Die polizeilichen Maßnahmen, kennst du die schon zufälligerweise? Inwiefern polizeiliche Maßnahmen? Also meinst du jetzt Kontrolle 1026 oder inwiefern? Nee, okay, komme ich gleich dazu. Es gibt so eine Art Eskalationsschule, komme ich gleich dazu. Wenn du zum Beispiel, wie gesagt, vorhin noch, wenn du eine Person zweimal sagst, dass sie weggehen soll und die geht nicht weg, kannst du sie sogar festnehmen mit einer Ordnungswidrigkeit, weil du deine polizeilichen Maßnahmen in diesem Moment eingesetzt hast. Polizeiliche Maßnahmen gibt es bei uns vier Stück. Ariane, welche vier waren das nochmal? Binden wir dich doch ein bisschen mit ein. Ja, ja, gut. Einmal, also mit nicht auffordern, mindestens zweimal. Aus der Erfahrung raus, muss ich sagen, drei-, viermal eventuell, je nachdem, wen man da vor sich hat. Dann die physische Gewalt, das ist dann der Schlagstock oder zur absoluten Not die Fäuste, aber eigentlich erst nur Schlagstock, genau. Und Körperkraft, genau. Genau, Körperkraft. Dann, ja, sonstige Einsatzmittel ist dann der Taser und als allerletztes dann wirklich nur im Notfall die Schusswaffe. Genau. Also das sind unsere polizeilichen Maßnahmen, die wir haben, die wir einsetzen. Wie Frau Bahn schon gesagt hat, beim Anfang ist es deine Stimme, das heißt, du sagst, zweimal der Person, macht sich bekannt, State Police, gehen sie weg hier. Das ist eine Anweisung Nummer eins. State Police, gehen sie weg hier, Anweisung Nummer zwei. Beim dritten Mal darfst du rein theoretisch die Person schon festnehmen, wegen Behinderung von Beamten. Genau, was immer hilft, ist tatsächlich, habe ich gemerkt, wenn man dann sagt, letzte Warnung, wenn man das so wirklich zum dritten Mal sagt, letzte Warnung, aus sehr bestimmt sagen, dann hilft das meistens. Genau. Und, äh, ist das richtig, wenn man, äh, also ich habe das immer so gemacht, wenn ich wirklich einen Taser dann draußen habe, dass ich sage, ähm, ich warne sie noch einmal, sonst muss ich sie tasern. Einfach, dass man richtig abgesichert ist, oder? Genau, du musst einfach alles ankündigen, was du machst, das ist richtig so. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich, also, ich bin ja standardgemäß ohne Handschuhe unterwegs, das soll dann am besten jeder Officer machen, weil wir Fingerabdrücke hinterlassen müssen. Gerade bei Verkehrskontrollen zum Beispiel. Ich sage dann zum Beispiel auch, ziehe ich jetzt meine Handschuhe an, nehme ich dich fest. Das ist auch eine Warnung dann. Wenn dann die Handschuhe angezogen ist, nehme ich die Person fest. Dann hat sie Pech gehabt. Ah, verstehe, okay. Richtig, das ist so diese, wie die Frau Bahn schon gesagt hat, die letzte Warnung halt. Wenn du einen Taser an der Hand hast, kannst du mit dem Taser auf ihn zielen und sagen, letzte Warnung, verpiss dich jetzt von hier. Natürlich nur ein bisschen netter. Das ist die polizeiliche Maßnahme Nummer eins, oder unsere polizeiliche Maßnahme, die, wo wir durchgehen. Die nennt ihr sich doch polizeiliche Maßnahme, gern? Ja. Müß ich nochmal nachgucken, ich habe das teilweise nicht mehr im Kopf, wie der Fachbegriff dafür heißt. Gut, Nummer zwei war, wie gesagt, die physische Gewalt. Das ist dein Körper, das ist auch ein Schlagstock. Wenn die Anweisungen nicht mehr helfen, kannst du die Person auf den Boden bringen, festnehmen zum Beispiel, mit deinem Körper. Du kannst den seine Arme nehmen, nach hinten schränken, festnehmen, weil er die Hände zum Beispiel nicht nach oben nimmt. Du kannst den Schlagstock nehmen und ihn rein theoretisch auf seine Füße, also auf sein Knie schlagen, dass er auf den Boden geht. Darfst du machen. Bist du gesetzlich abgesichert. Kleiner Tipp von mir, mache nicht etwas, was du nicht begründen kannst. Du musst dir immer so vorstellen, gerade bei den Marshals ist es ja auch bekannt, du musst alles begründen können, was du machst vor Gericht. Ja. Genau. Das ist, wie gesagt, die Nummer zwei, Art Eskalationsstufe. Nummer drei ist die sonstigen Einsatzmittel, das sind Taser zum Beispiel. Wenn du den Taser nimmst, dann hast du einen Schritt zum Beispiel übersprungen, das machen wir auch sehr, sehr oft. Also die Nummer zwei wird sehr, sehr oft gerne mal übersprungen, weil der Taser echt einfacher ist und nicht so gefährlich wird. Check. Genau. Als letztes ist es unsere Schusswaffe. Das benutzen wir wirklich in Boe, wenn wir müssen. Das bitte merken, ja? Das ist ganz wichtig. Also wenn es dann komplett ungemütlich wird, ne? Achso. Wenn der eine Waffe zieht. Zum Beispiel. Und wenn der Kollege... Und wenn wir zum Beispiel jetzt... Sagst du das genau? Nee, wenn der Kollege, also wenn derjenige, der einen Streifenwagen fährt, so habe ich mir das gemerkt, dann sagt, wir steigen jetzt letal aus. Genau, das ist zum Beispiel auch was. Genau. Also wir haben eine non-letale Waffe, das ist der Taser und letale Waffen, das ist dann, ja, grafisches Waffe. Okay, alles klar. Cool down beachten und check. 4, 1, 0, 11, 10, 20, deine Diät, höre die Polizistik. Ich muss auf die Toilette. Okay. Ich hoffe, die Kirche brauchen. Check. Ähm, sie können funken. 4, 3, 1, 10, 20, dann Kirche... Ja, wir können mit den Nennern messen hier. Rockford Hill? Ja, Kirche Rockford, genau. Machen sie es hier in 30. Okay. 4, 3, 1, 10, 30, Kirche Rockford Hill. Check. Wie lange sind sie schon bei den Marshals? Ich muss sagen, fast tatsächlich ein Jahr. Oh. Ja, noch ein paar Monate tatsächlich, dann wäre es ein Jahr. Ah, okay. Dann haben sie bestimmt aber auch schon ganz viele Diät oder da gibt es ja, glaube ich, ein bisschen noch mal ruppiger zu. Also in der State Prison, ja, natürlich. Also ich persönlich, ähm, bin in der Marshall, in der State Prison Division drinnen, ein Mitglied. Also hauptsächlich, äh, mache ich in der Marshall, äh, Dienst, ja, den State Prison Regeldienst. Aha. Und, also man muss sich vorstellen, da hat man wirklich, jede Insasse ist komplett, äh, was anderes. Und, äh, zu der anderen Seite natürlich, diese Insassen, die meisten Insassen, sind alle gefährlich. Ah, gab es denn da auch mal jemanden, wo sie so gedacht haben, so, hm, sollte eigentlich nicht hier sitzen oder bereut das auch richtig und sowas alles, wo man einigermaßen auch mitreden konnte? Also ich muss sagen, der extremste Insasse, den ich erlebt habe, der hieß, eine Starke, wer da hieß, ja, und der hat, äh, vier Familienhäuser angezündet gehabt. Oh Gott. Und ebenfalls hat er natürlich die Familienmitglieder ebenfalls angezündet. Was? Und, dass so eine Person in unserer, ja, gut, Vollzug, äh, war, nicht woanders, äh, weggesperrt worden ist, zu der Zeitpunkt, also, da habe ich mich auch natürlich gefragt, äh, wie kann das sein? Und trotzdem muss man komplett, ähm, da durchgreifen, wenn es um so eine Person natürlich geht, ne? Oh mein Gott, ist er irgendwie auffällig geworden? Also muss man sich, äh, also, wenn da wirklich jemand schon bereit ist, sowas zu tun, dann würde ich demjenigen natürlich auch entsprechend begegnen. Das dürfen sie wahrscheinlich gar nicht, oder? Sie müssen wahrscheinlich dann trotzdem ihn behandeln wie jeden anderen, oder? Also, der Umgang ist ganz klar geregelt und einfach, denke ich mal, verständlich. Also, der Ton, der sollte am besten rau sein. Ja, das stelle ich mir auf den Boden, ja. Aber der Unterschied, der Unterschied wirklich, ist, was ich immer bei uns damals, den neuen Trainings gesagt habe, sie behandeln die Insasschen mit Respekt und nicht mit Nettigkeiten. Nettigkeiten haben dort oben nicht sehr zu suchen. Ja, ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man da wirklich, ähm, auch nur mal kurz eine Mauer bröckeln lässt, dass das ganz schnell, ähm, ausgenutzt wird von so Leuten, oder? Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch sehr viele manipulative Leute. Oh, mein, äh, Telefon? Sekunde. Ja, klar. Hallöchen. Hallo, es war ein Gespräch, deswegen konnte ich die SMS zurückschreiben. Oder war das die SMS, die du mir sagen wolltest? Ja, ja, das war die SMS. Ach so. Genau, also sie, sie hat auch, ähm, Screenshots, ich habe ja gesagt, man hat zur Sicherheit Screenshots, aber ich würde, äh, den Namen von ihr eigentlich eher, äh, raushalten, also ganz offiziell meine ich jetzt, raushalten. Ähm, aber, ja, wir, also wir hätten theoretisch auch, äh, Bilder davon. Es sind zwei. Okay, ja, nee, perfekt. Ähm, ich quatsch da auch gerade mal, ich habe nur neben mir stehen, ab der das noch so sieht mit wirtschaftsmäßig. Mhm. Und, genau, dann würde ich nochmal auf dich zukommen. Ja. Ich habe was mehr weiß. Okay, alles gut. Okay, ich danke für die Info, ne? Tschüss. Jo, ciao. So, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich richtig viel Respekt vor, das könnte ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Also, ähm, weil dann hat man ja, die Sache ist, wir, ähm, können ja auch so Sachen wie Community Policing machen oder Leute sind auch mal dankbar, natürlich, eher seltener hier in der Stadt, aber Leute sind auch mal dankbar, wenn man, wenn man denen hilft, aber sie haben ja wirklich nur mit Negativen halt zu tun, weiß nicht, im Job. In der State Prison, wenn man dort den Dienst gemacht hat, dann definitiv, äh, unterschreibe ich. Aber gut, wir haben zum Glück auch noch andere Aufgabenbereiche gehabt, wo man natürlich, äh, verhältnismäßig reden muss. Mhm. Äh, sei es Personenschutz, sei es Objektschutz. Ah, ja, okay, okay, gut. Ja, mir ging es tatsächlich speziell ins Prison. Genau, genau, dort auf jeden Fall. Hier, ich bin wieder aktiv. Weil, wenn man wirklich mit einer Insasse anfängt, mit Nettigkeiten, mit Dankeschön, Bitteschön, da kümmere ich mich sofort. Äh, mit denen so umgeht, dann werden sie oben, also dann wird man oben wirklich nicht sehr ernst genommen. Ja, das glaube ich ihnen gern. Das ist tatsächlich so. Ich dachte, jemand wäre, ich hätte da keine Chance. Ich habe schon im Alltag Probleme ernst genommen zu werden, tatsächlich. Ja, würde ich nicht so sagen. Also, man kann, äh, alles lernen, äh, vor allem mit dem Umgang, ähm, in der State Prison, das definitiv. Mhm. Und sonst, ja, haben wir sozusagen die Seiten gewechselt. Ich bin jetzt in der Streifendienst. Ich habe auch sehr viel jetzt zum Lernen. Mhm. Und, ja, ich muss jetzt auch mal schauen, wie es hier abläuft, äh, ja, was da alles jetzt hier in diesem Streifendienst abgeht. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja, genau. Und diese Erfahrung habe ich eben nicht, wiederum. Äh, was du natürlich hast. 4, 0, 4, 20, 30, 30. Ja, aber ich denke mal, das wird natürlich in den nächsten Wochen so langsam kommen. In dem besten Fall natürlich. Ja, also, ich kann Ihnen nur sagen, ich bin tatsächlich eine von denen, die, ähm, äh, aus Gründen nicht so oft in den Dienst kann und, äh, meine Rekrutenzeit hat, das war tatsächlich für Monate. Deswegen war ich ja so verwundert, als ich gehört habe, dass sie quasi so einen Crashkurs kriegen. Natürlich sind sie auch, äh, erfahren und die Bereiche sind ein bisschen ähnlich, aber es ist schon viel, viel Zeug, ne? Aber das meiste lernt man wirklich mit. Ja, das ist tatsächlich geliebt. Genau, also, viel ist es natürlich, als so, wenn ich jetzt so überlege, ja, ihre normale hier Streifendienst, die in den gleichen Lagen, dann alles fertig werden muss, kann ich erstmals natürlich mir nichts darunter vorstellen, wie es gehandhabt wird. Ja. Deswegen auch dieser Crashkurs. Also, wir wurden wirklich auf Personenschutz, auf Objektschutz spezialisiert und natürlich Urteilsee, Vollstreckung. Mhm. Ähm. Ähm, von der Department of Justice haben wir sehr, sehr viel gemacht. Also, da waren wir natürlich etwas eingeschränkter in den Staatsdienst, äh, sag ich mal. Weil ich meine, die State Police, die ist ja überall, ne? State Police ist überall, ja. Ähm, eine Sekunde kurz. Ja, klar. Eine Sekunde, eine Sekunde. So, musst du kurz deine wichtige Hinsen beschreiben. Ähm, ja, äh, nee, aber wissen Sie, was Sie machen können, ist, weil man vergisst natürlich auch sehr viel, was heute jetzt Ihnen da wirklich reingequetscht wird in den Zielen. Fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Das mache ich heute noch. Haben Sie ja gerade gemerkt, ich habe trotzdem noch gefragt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich werde definitiv... Also, die ganzen Informationen, die ich heute schon bekommen habe, die kann man nicht alle auf einmal verarbeiten. Also, das geht nichts. Auch, ähm, wenn man in einem ähnlichen Berufsfeld gearbeitet hat, ist es trotzdem in meinen Augen nicht vergleichbar, ne? Ähm, ja. Umgekehrt, ja, genau. Alles gut. Bisschen genaut. 4-0-0-S. Ah, genau. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Und dann jetzt einfach dann aktiv funken. Genau. Check. 4-3-1. Aktiv. Ich schnall mich nie an. Ich schnall dich an. Nein, ich schnall mich nicht an. Warum? Damit ihr schneller rauskrankt im Notfall. Ja. Ich schnall mich an. Die Leute fahren hier wie Sau. Da hast du recht. Aber ich bin die Polizei. Ja, aber du fliegst auch aus der Wildschutzscheibe. Ja, klar, natürlich, aber ich fahr ja nicht so schnell. Also ich fände es sehr blöd, wenn du mal einen Verkehrsunfall hättest. Also bitte schnell dich an. Riech ja halbe PTSD. Machst du jetzt hier einen auf Mama oder was? Ja. Ah, scheiße, Mann. Wie alt bist du noch mal? 27. 720? 27! Ach Gott, das ist so. Ich wollte gerade fragen, ob du Vampir bist. Ich habe mich jetzt persönlich genommen. Nein, das war jetzt nur, weil du ein Vampir bist, achte ich. Ich sehe dich wirklich nur nachts. 1,85 für 4,13, komm. Oh mein Gott. Schreck mich jedes Mal, entschuldige mich. Das ist weiße, Haken, Mann. Und wenn man gefallen hat, versuchen Sie mal bei der Dame herauszufinden, also auf der Kutze zu achten, zu welchen MCs ich gehört habe. Okay, fangen wir wieder an. Gehen wir wieder zurück zum Thema. Perfekt. Genau, also Waffe dürfen wir benutzen, wenn wir angegriffen werden. Einfaches Prinzip. Wenn jemand zum Beispiel ein MCs zieht an einem Einsatz, siehst es, dann schreist du bitte wie in den Firmen, Achtung, Waffe, wenn es sein muss, Funk, ja. Dann im Funk nicht bitte schreien, aber erwähnen zumindest. Gehst du auf Abstand, nimmst die scharfe Schusswaffe, und wenn er eine Schusswaffe hat, und er auf dich zieht, schießt du ihn um. Einfaches Prinzip. Hört sich böse an, ist aber so. Das ist auf jeden Fall, also umgelegt werden, möchte ich natürlich in den Dienst eher nicht, ne, so. Das ist das Ding also. Bei einem Messer ist das gleiche Prinzip. Das heißt, wenn wir jetzt hier unterwegs sind, und wir haben eine Verkehrskontrolle, und er zieht ein Messer, wirklich Waffe ziehen, auf ihn zielen, und sagen, du sollst das Messer weglegen. Wenn du es ihm zweimal gesagt hast, und er läuft immer noch auf dich zu, und er fängt an zu rennen, oder sonst irgendwas, dann schießt du ihn bitte um. Ich darf es mir sicher jetzt. Und das ist, bitte, ich muss es euch beiden sagen, nicht nur einen Schuss abgeben, entleert euer Magazin. Oh. Ladet nach, und schießt das zweite Magazin rein. Leute, die Adrenalinschübe haben, können mit fünf bis sechs Schüssen noch laufen. Oh, okay. Das Ding heute auch nicht. Wenn es wirkliche Monster sind. Ein Schuss bringt nichts. Aber zielen würde ich halt trotzdem auf den unteren Bereich, ne? 4,88 für die andere Seite. Immer niemals auf den Kopf schießen. Ja, ja, das stimmt. Oberkörper, nicht Beine. Bitte nicht Beine. Okay. Meiste Fläche, wo du treffen kannst, ist der Oberkörper. Die größte Fläche. Ja, okay. Und die musst du auch treffen. Aber eine Vorwarnung kriegt er trotzdem. er kommt dir zu nah und stellt dich ab. Ja, aber eine Vorwarnung kriegt er trotzdem, oder reicht das überhaupt noch für mich von der Zeit her? Ich will mich nur einfach immer richtig. Wenn es nicht mehr reicht, schießt du. Okay, gut. Richtig. Du musst dir so vorstellen, du musst dein eigenes Leben schützen. Wenn er so nah an dir ist, dass du nicht mehr mehr was sagen kannst, dann schießt du. Das könnte ich aber auch vor Gericht dann genauso sagen, ne? Genau. Gut. Er war fünf Meter vor mir, ich habe Abstand genommen, ich habe währenddessen versucht, ihm zu sagen, dass er das stoppen soll, aber ich habe geschossen. 4,88 für die Leitze, willkommen. Er war zu nah an mir. Einfaches Prinzip. Wir benötigen einmal einen Supervisor, komm. Oh. Da bin ich vielleicht dabei. Check, Leitze, dann. 4,88 für 2,47, komm. Hörte, komm. Würde mit diesem Supervisor-Gespräch als Training gerne anschließen, komm. Ja, dann auf Offensiv-Gespräch, komm. Check, Ihre 10,20, Fragezeichen, komm. Ja, BPD-Aupteile. Check, Drenno 4,3,1, tiefrichtung BPD. 4,1, 0,1, mit einer aktiven 10,60 in Del Perro, nördlich der Morningwood-Tankstelle. Sollen wir dann auf dich warten, meint er? Ja, bitte. Nee, nee, es kommt drauf an, wenn es arg klein-dauertschig geht. Ja, jetzt wird's wild, brauche ich. Genau. Guck mal, jetzt haben wir zwei Schleifen angeschlossen, zum Beispiel. Und alle anderen Schleifen müssten rein, theoretisch, erst mal anfangen, wenn wir dürfen. Ausländleichheit erlaubt ist, automatisch. So, schließen wir jetzt nicht an. Richtung Binger, wieder ab, Richtung Süden, Richtung Bahama-Mamas. Jetzt ist der Funk, die sind wieder aufgehoben für diese Streife. Der Funk ist einfach die ganze Zeit durch, wie du mitbekommst. Ja, okay. Also das ist dann gestattet, ne? Genau, das ist gestattet. Bings ab, Richtung Osten, Nordseite BPD. Und wir tanken vorher noch mal ganz kurz. Kannst du ganz kurz aussteigen und tanken, Ari? Ja. Dann brauchen wir nicht funken. Können wir eh nicht gerade. Wie läuft's dann hier ab? Mit Absicherung, oder? Er hat aktuell durch die West-Putsch-Kanäle... In der Charlie-Stufe, da brauchen wir uns nicht unbedingt Absicherung. Ah, okay. Oh, das ist... Ja, das ist 20 MR-PD. Ey, was ist die Charlie-Stufe? Also, das sagt mir auch... Aktuelle Sichtung in den West-Putsch-Kanälen verloren. Wir haben Gefahrenstufen. Charlie ist tatsächlich die niedrigste Stufe. Da dürfen Officer bis zum Schammer aus Einzugreifen rausfahren. Und im Norden... Ja, war ein grauer Schame. Bravo-Stufe gibt's jetzt auch. Das ist die zweithöchste Stufe. Das ist, dass du eine Zwei-Mann-Scheife haben musst. Genau, das steht tatsächlich aber auch im System direkt am Anfang. Ja, gut, wir haben keinen Zugriff da drauf. Ah, okay. Das kommt noch. Und die Alpha-Stufe, die ist ein bisschen verändert worden. Das ist auch eine Zwei-Mann-Scheife. Allerdings mit Schottgang-Pflicht. Oder sowas in diese Richtung. Also Schottgang-Pflicht für die höheren Officer. Da müsste ich es selber nochmal nachlesen. B4-1 mit einer Info haben den Wagen, glaube ich, gefunden. Hinter dem alten... Wie heißt es? Taco Libre. Das ist so blöd, Ariane, weil es zum Beispiel auch gar nicht wie der Wagen von Limon ausseht und von dem Wagen ausseht und so. Das heißt, ich müsste mit ihr einfach locker aussteigen, wenn der Wagen da irgendwo wäre. Okay. Negativ. Das ist am Anfang sehr, sehr schwer, aber man gewöhnt sich da dran. Übung macht den Meister. Hey, wie fast überall im Leben, ne? 404-4, Leitstelle kommen. Das kommen. Einmal den Wohnungsalarm mit dem Weinbord anfahren, den Dispatch kommen. 404-1040 kommen. Check, 418 als 1010 anschließen kommen. Somit 418 auf dem Weg. Check, Leitstelle werden in die Funksprüfung. Ne, unterstützung. 530 aktiv. Check. Das war's. Okay. Machst du am besten 1030, bitte. 402 über 5 Grad. Okay, alles klar. Ach du Scheiße, Junge, Alter. Check. 431, 1030 gäbe es Gucci Police Department. Check. 530, 1030. Bei uns ist es auch wichtig, dass du, wenn du gleich ins Police Department reinkommst, die Wester abziehst. Abneuer, weil Westenverbot im Gebäude. Aber nur beim Police Department. Alles klar, okay. Und Gericht. 441, sie ist aktiv. Gut. Check. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, auf jeden Fall, ne. Also, ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert. Also, er hat jetzt gleich ein Gespräch. Ach, okay. Und wir warten kurz. Überlegt hat ich, äh, ich glaube, es wäre nicht gut, wenn wir gerade alleine rausfallen. M-U-4-9-0-Aktiv. Äh, kommen Sie mal kurz mit? Ja, klar. Check. Ich hab mich ein bisschen beobachtet sonst. 4-1-0-S-10-20, Morningwood Tankstelle. Wie gefällt es Ihnen denn bis jetzt? Also, ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, sehr viel. 5-3-9-0-S-10-20-Sandy Department. Dem auch sehr wichtig, natürlich. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Check. Hier sehr, sehr viele Kollegen. 4-0-4-1-8. Ja, der Fug ist aber auch, ist aber eben ruhiger. Der ist deutlich ruhiger gewesen. Also, hier ist ja gefühlt sehr dauerhaft los. Ja, das stimmt. Und bei uns kann man eher sagen, gefühlt ab und zu, also, war, ja, weniger los. Also, deutlich weniger los. Hm, ja, okay, das stelle ich mir ein bisschen entspannter vor. Ähm, ich hab nur eine Frage aus, in der Sie jetzt, hatten Sie mal sowas wie einen Aufstand oder sowas? Ja, das ist natürlich, oh, wann ist das letzte Mal vorgekommen? Also, öfters haben wir natürlich gewalttätige Auseinandersetzungen, aber jetzt nicht mit einem Aufstand zu vergleichen. Das sind Schlägereien einfach. Aha. Und die etwas größere Schlägerei der größeren Insassen, ja, Gruppe tatsächlich, da waren so fünf, sechs Insassen involviert, als wir mit dem Beatback reingestürmt sind, der Zellentrack, und die alle auf den Boden gelegt haben. Das war, denke ich mal, auch schon ein bisschen her. Eh, vier, fünf Wochen her. Aber sonst, ab und zu, ja, Auseinandersetzungen etwas kleiner, ne? Ja, okay, oh mein Gott, stelle ich mir aber auch tatsächlich nicht nur gefährlich natürlich vor, sondern auch super chaotisch. So negativ, komm. Sind sie denn auch, sind sie immer genug Marschalls dann auch im Dienst gewesen, wenn sie immer im Prison waren? Das bis jetzt immer. Ah, gut. Sonst, ähm, also für den Regeldienst haben die natürlich unsere Beamten ausgereicht. Aber sonst, äh, tatsächlich muss man es halt auch immer so abwägen, ne? Hm, ja, ich verstehe. Weil, die haben vorhin in der Marschall-Service eine, ja, begrenzte Mitarbeiteranzahl gehabt. Ja, 18, gut willkommen. So 10, 14, 18 Stück. Und an solchen Abenden. Genau, insgesamt. Oh, oh. Genau, etwas kleiner natürlich, deutlich kleiner. Und deswegen, jetzt sind auch natürlich die ganzen Vorteile mit diesem Zusammenschluss, äh, mehr Befugnisse, arbeiten wie eine Officer in dem Streifendienst, arbeiten wie eine State Marschall, ganz normal, wenn man oben unterstellt ist, oder in der Personenschutz. Also, diese Division, sag ich mal, State Marschall, ist sehr, sehr abwechslungsreich geworden, aber war vorhin auch schon sehr, sehr abwechslungsreich. Ich bin auf jeden Fall sehr happy da, also es klingt zumindest so. Auf jeden Fall, also sonst hätte ich den Job überhaupt nicht gemacht, auch wenn ich schon zweimal, ja, im Regeldienst attackiert worden bin. Aber zum Glück nicht so, nicht so schlimm, also. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, oh, ich muss mal, ich schon ein ganzes Mal sagen. 10, 14, 16, als 10, 10 anfangen, komm. Ja, klar. Ja, Break, wir sind, wir sind auf dem Wasser, komm. Check. Somit. Zum Schluss. Ja, das ist einfach. Dann tun Sie das. Ich hab's nicht besser. Was tut mir leid? Also, ich muss sagen, das Schlimmste, was im Regeldienst passiert ist, waren wirklich nur einfache Faustschläge von den Insassen, ne? Oh. Maximal hab ich zwei, welche in das Gesicht bekommen und gut ist, also. Ja, okay, für fast ein Jahr ist das natürlich, hört sich jetzt doof an, aber nicht viel, also eine gute Bilanz. Genau, also, ich finde auch, das ist eine gute Bilanz, definitiv. Da wurden manche Kollegen von uns deutlich schlimmer erwischt, teilweise einmal entführt von der Staatsanwaltschaft aus. Ja, ja, ich meine da mal was mit dem Konferen. Ne, auf jeden Fall auch angeschossen worden, oben in der State Prison, wie auch immer das passiert ist. Und sonst wirklich, das kommt drauf an, also. Auch letztens eine Gerichtsverhandlung gehabt, wo der Blindbegeinsatz, ja, mehr als nötig war. Eine Gerichtsverhandlung, in einer Gerichtsverhandlung selbst? Jetzt drinnen zum Glück nicht, sondern draußen Konditore, weil Personen, die sind auf uns losgestürmt, obwohl die mehrmals, ja, entfernt worden sind, sag ich mal. Und, ja, dann hatte damals meine Captain, beziehungsweise jetzt, ja, also vorhin der Director, nicht gezogen und zack, mit dem Beanbag, ja, den Angreifer aus dem Gefecht gesetzt. Mhm. Die Beanbags, was sind das, sind das diese, Entschuldigung, weil, da kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Ich bin auch übrigens nur Officer 1. Check. Das sind diese Grünen, die so aussehen wie Shotgun, ist das richtig? Ja, genau, das sind eben Gummigeschosse. Die sehen halt aus wie Schrotflinten, also, seien wir mal so ehrlich, ne, also, wie Schrotflinten sehen die definitiv aus. Ja, ja, also, ich hab's nur ein paar Mal gesehen. Wissen Sie, ich fühl mich ganz wohl auf meinen Rang, ich möchte da auch bleiben. Und, äh, deswegen kenne ich solche Sachen nicht wirklich. Hatte auch so ein Ding noch nie in der Hand. Aber kann man damit jemanden richtig ernsthaft verletzen? Also, eventuell auch, dass es bis zum, also, dass es lebensgefährlich wird? Also, ich denke mal, wenn man auf den Kopf selbst mit einem Gummigeschoss zielt, kann das übel ausgehen, ne? Ja, gut. Da muss ich vorstellen, die Person wie beim Taser, ne, wenn die nach hinten kippt, also, die kann ja auch komplett, so nach dem Motto, aus dem Leben geworfen werden. Ja, vor allem, wenn sie jetzt irgendwo stehen würde, wo es dann ist. Oder eine Fitze, zum Beispiel. Genau, genau. Oder Treppenstufen, also, das wäre ja auch komplett, äh, fatal. Ja, stimmt, da haben Sie recht. Solche Geschichten eben. Und, äh, also, wie Dix ja gesagt hatte, äh, der Ausbilder, eben, da muss man halt immer so schauen, ne, so, an die, wegen der Situation, so. Ja, ja. Aber, äh, ich kann Ihnen sagen, an, äh, mit Dix haben Sie wirklich jemanden, der das, äh, der auch ein bisschen manchmal streng ist, aber der hat mir wirklich damals sehr geholfen. Nein, das hat mir gerade angerufen. Es gibt einen Einsatz am Wendenhammer, der Grove Street-Zeit verletzte Personen. Impor hat ja ein Ende. Okay, das klingt ja wild. Also, gerade in den Turfs, äh, wird eigentlich meistens gesagt, dass man in den Tal aussteigen kann. 4, 1, 4, 1, 1, 11, haben Sie ja schon mitbekommen, wie man in die Turfs reinfährt? 4, 1, 5, einmal, äh, das habe ich nicht unterstützt bekommen. Weil, wenn wir jetzt da hinfahren würden, wir dürfen, äh, nicht alleine rein, sondern wir müssten eine 10, 10 anfordern. Also, entweder eine Dreierstreife, aber meistens wird so gemacht, dass generell eine 10, 10 angefordert wird. Ah, okay, verstehe. Ja. Das denke ich mal auch sicherer, ne, also. Definitiv, ja. Es hat hohes, äh, Gewaltpotenzial. So, ich hoffe, wir können gleich wieder raus. Ja, bestimmt. Also, ich denke, ja gut, ich kann es schlecht abschätzen, also, keine Ahnung. Das ist eben die Frage, ne. Ja, also, ich denke, das ist ja auch nicht mehr so lange, wenn das, das, ich denke mal, das Gespräch wird vorbei, jetzt reden sie da mit den Leuten. So, können wir ein bisschen nach vorne gehen? Ich wollte mal zum Geldautomaten, ganz kurz. Ja, klar, natürlich. Ariane macht das natürlich super nervös. Ne? Die Info-Hotline informiert, Herr Dangeheim ist wieder telefonisch erreichbar. Info-Hotline Ende. Oh mein Gott. P415 für P415, kommen Sie. P415, kommen Sie. P415, ignorieren. Ja, gut, okay. Und der, wer ist der Z44, also... Äh, das ist Herr Garfield Hürth, das ist, äh, der Psychologe tatsächlich. Kann ich Ihnen nur ans... Also, er ist auch ein persönlicher Freund von mir, aber, ähm, mit denen habe ich zum Beispiel so ein bisschen, ähm, also er kann, er ist, glaube ich, ganz gut für das Z44. verrückt, diese Z, keine Ahnung, was das bedeutet. Die Info-Hotline für 279, kommen. Ja, das geht ein bisschen ab, ne? Hört, hört, sie kommt. Wo genau wartet, dass denn die auf uns kommt? Sie sagten mir, dass sie am Venhamer-Dag-Wurfs-Street-Sing kommen. Jack, 279. Genau, also. Ähm, Entschuldigung. Sitzen Sie hier quälen? Ja, ein bisschen hier, das gefällt mir ja nicht. Also, diese Polster, ein bisschen zu hart. Ja, bleiben Sie, bleiben Sie die überstehen, das war schon, ne? Ich glaube, die Polster haben Sie tatsächlich nicht ausgetauscht jetzt mit dem, mit der Renovierung. Na Gott, das will, ne? Ja. Ähm, nee, aber jetzt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, wo, bei welchem, bei welchem Thema waren wir heute? Ich habe gefragt, ähm, diese Zert 44. Genau. Ähm, was sie, ähm, also das ist nur meine persönliche Meinung, das wäre zum Beispiel jemanden gerade, der nicht bei, ähm, Verhören mit etwas schwierigeren oder auch zum Beispiel manipulativen Personen oder Personen, die schnell austicken, äh, tatsächlich immer mitnehmen würde. Aber, das ist jetzt keine Gegend. Ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, jemand der Geld sehr gut zu reparieren, Menschen lesen können. Info, heutlein Ende. Und wenn Sie da Probleme haben oder irgendwas Schlimmes gesehen haben, in welchem, nutzen Sie wirklich das Angebot und gehen zu Ihnen hin? Äh, welches Angebot denn? Also, ich weiß ja wirklich nichts, Bescheid. Ja, das ist einfach ein Psychologe tatsächlich für das ganze PD. Das heißt, wenn Sie Bedarf haben zum Reden, dann können Sie, also, dann können Sie in deinem Büro noch einen Termin vorher. Ich kann Ihnen auch gerne die Telefonnummer geben, aber die können Sie auch ins System mitnehmen. Ähm, habe ich tatsächlich, nachdem mir was Schlimmes passiert ist, auch in Anspruch kommen und, äh, hilfst du dir zu sehen? Ja, okay. Also, ich muss sagen, ich habe, äh, tatsächlich morgen bei den Medical Departments eine Psychologentermin. Sehr gerne. Ah. Meine dritte tatsächlich. Also, sind Sie schon in Therapie oder ist das jetzt was Mögliches? Ah, okay, gut. Ja, dann sind Sie da durchführend. da ist eher was privat passiert. Also, ich sage mal so, Kurzfassung, ich wurde privat in kürzester Zeit mehrmals entführt. Oh, das tut mir leid. Äh, einmal überfallen in der gleichen Monat tatsächlich, wo die Entführungen stattgefunden haben. Und solche Geschichten lassen einen halt nicht kalt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen bin ich, ja, in Behandlung, weil, also, unter Waffengewalt entführt worden zu sein, dann vor der eigenen Augen musste ich anschauen, wie eine Kollege von mir gefolgt hat. vor, wenn ich da in der Mitte war. Ach du, oh. Ja, das war, also, wenn ich zurückdenke, da bekomme ich direkt wieder Gensee-Raut, also wirklich. Ja, dann lassen Sie uns das Thema wechseln. Tatsächlich habe ich, ähm, entsprechende Erfahrungen gemacht vor kurzem, ähm, die auch nicht so schön waren. Und, äh, ja, reden wir einfach über, über irgendwas Positives, wenn es denn irgendwas Positives gibt. Äh, ja, bestimmt, also, ich denke, heute lehrt sie sehr viel, das ist positiv. Genau, das stimmt, ey, also, ich merke schon, ich bin in guten Händen, auch bei Mr. Dix, oder, ist das seine Vorname? Äh, ne, sein Nachname, also, ich nenne ihn tatsächlich auch, Dix, generell. Irgendwie macht das jeder. Okay, okay, verstehe. Also, auf jeden Fall ist man bei ihm, habe ich jetzt den Eindruck, sehr, sehr gut aufgehoben. Mhm, ist man. Er hatte wirklich bis jetzt, er mich komplett mitgenommen, mit allem versucht zu erklären, er hat Sachen klar gemacht, sag ich mal, im Netten, also, das soll jetzt nicht schlecht klingen, und, äh, wenn ich wirklich vor zwei Tagen, als wir hier angefangen haben, ich anfange zu überlegen, äh, als wir eingestellt worden sind, die meisten von uns, dann wurden wir halt ein bisschen zurückgelassen, wir wurden eingestellt, das war halt ein bisschen, ja, nicht cool, aber seitdem, auch bei den Ausbildungen, auch gerade bei Sargent Reed, auch übrigens sehr sympathisch, in Wien, also, auf jeden Fall, bis jetzt sehr gute Ausbilder, eh Genossien, kann man wirklich sagen, und, ja, die geben wirklich, eh, ordentlich, was mit zu. Wissen Sie was, wenn Sie wirklich so zufrieden sind, dann sollten Sie das irgendwann mal bei einem Vorgesetzten von der Dix ansprechen, ich glaube, da würde er sich wirklich, wirklich freuen, weil, das habe ich schon einige Male auch angesprochen, dass, äh, das ganz gut tut, ich habe nämlich auch vielleicht einen Crashkurs zur Auffrischung gekriegt, weil ich länger nicht in den Dienst konnte, von ihm, und habe das dann auch angesprochen, weil sowas wird auch viel zu selten gemacht, dass mal Kollegen genug werden. Ja, auf jeden Fall, also, da muss ich auch komplett reinkommen, wer sind überhaupt jetzt die Vorgesetzte, wie heißen die, wer sind die, und teilweise werde ich es schon kennengelernt, ja, aber auf jeden Fall, also bin ich völlig, dabei, so. Ja. Gute Sache, so. Okay. Frau Banz, was machen wir denn hier gerade mit dem, mit dem TV hier, wenn wir gerade so stehen? Äh, wenn wir an einem Streifenwagen sind, stelle ich mich auf jeden Fall schon mal hier hin, aber nicht so nah dran. Hm? Wie nennt man das denn? Das habe ich tatsächlich vergessen, ich weiß nur, dass ich es mache, und warum ich es mache. Okay, was bilden wir denn damit? Ein L. Genau, die L-Stellung. Ah, oh, ja. Kennst du die L-Stellung? Äh, wurde heute tatsächlich bei dem Modul, ähm, ja, wie hieß nochmal, der Modul bei Sargent Ritz angesprochen, ah, ja, stimmt, 1026. Okay, 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 okay. Äh, genau, also das ist, äh, hier, unser, unser L-Stellung, das ist, äh, wichtig, wenn wir in dem Einsatz sind. Check. Okay, ja, verstehe ich. Wir haben zum Beispiel bei der Marshall eine V-Stellung gehabt, bisschen was anderes gewesen, aber das war ja sowieso auch bisschen was anderes als der Streifendienst, also sagen wir es mal so. Genau, ähm, L-Stellungen wie bei der 1026, bei der Verkehrsrunde wurde gelernt, immer so, dass der Fahrer und der Beifahrer halt, also die Fahrerseite gesichtet ist. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug zum Beispiel haben und, äh, das Gebüsch sollte das Fahrzeug zum Beispiel sein, rechts von dir, dann stehst du genau dort und guckst in das Fahrzeug rein, damit man natürlich auch alles sieht. Ja, okay. So, das am Fahrzeug vielleicht einfach nochmal sagen, ich glaube, das ist nochmal das Auto. machen wir jetzt auch, Let's go. Okay, gute Idee. Man kann das nicht wirklich machen, dass du halt extra rein guckst, ne? Guck mal. Bitte? Da ist echt viel passiert, hier in dem Department wieder hier rauszulaufen. Echt Nostalgie, muss ich sagen. Hab ich heute schon ein paar Mal auch von Kata, hab ich das gehört. 5.3.0. Weißt du, was das krasse war? Kannst du dich noch an die ganze Geschichte erzählen, was vor 8 Monaten passiert ist, 9 Monaten? 8 Monaten? Ja, ich stand genau an der Schelle. Ich stand genau an der Schelle. Ah, ja stimmt, du warst auch, oh mein Gott. Ja, gut, da geht's direkt, also da krieg ich das wieder, ne? Ja, ohne Witz, ey. Ich stand wirklich genau an diesem Metalldetektor da vorne dran, als die 10.99 und die Explosion kam. Ja. Boah, das wurde richtig warm im Gesicht, also heiß wurde es richtig im Gesicht, ich weiß es noch. Weiß ich wirklich. Ja, scheiße. Achso, ähm, warte, müssen wir nochmal aussteigen kurz? So. Ich will der TV sein. Anstell dich mal vor die Tür? Ja. Genau. So, super. So, du stellst dich bitte hier hin, wo ich bin. So. Und ich stell mich hier hin. Das ist die L-Stellung. Ich bin der Gesprächsführer gerade, das heißt, ich geh bisschen mehr hin und du willst mich absichern. Faser, Schusswaffe und so weiter und so fort. Das machen wir natürlich aber auf der Beifahrerseite. Also wir lassen die Person aussteigen und auf die Beifahrerseite gehen, damit sie nicht einsteigt und abhaut. Okay. Okay, alles klar. Und das machen wir, damit du in das Fahrzeug reingucken kannst und uns absicherst. Und so stellen wir uns wirklich überall hin, egal welcher Einsatz. Wenn die Person, wie du ja schon gelernt hast, an den Kofferraum geht und so weiter und so fort, musst du auch die L-Stellung mitnehmen. durch 413 aktiv. Kannst du funken. Okay, alles klar. 431 aktiv. Tschö. Über. Weißt du, was ein Supervisor ist? Nein, weiß ich nichts. Ein Supervisor ist ein Vorgesetzter. Das ist ab Rang zu Sergeant und auf Detective 1. Okay. Das heißt, wenn du das Wort Supervisor hörst, bei den Fahrzeugen ist das mit dem S gekennzeichnet, beispielsweise 430 S, dann weißt du, dass es ein Supervisor-Fahrzeug ist. und bitte gerne jemanden dort sprechen. Im Frageleinende. Okay. Genau. Den Supervisor, den muss man bei bestimmten Themen auch dazurufen. 313, Mission Row auf der Kette angekommen. Ähm, bitte noch mal. Dann muss man einen Supervisor holen. Am Supervisor muss man holen? Ich hab grad nicht die Montage. Ja, ja. Ich komm erstmal runter. Guten Appetit. Ich muss man einen holen, wenn man zum Beispiel die Streifenwagen ein, wo ist mein Auto hier? Wenn man Verkehrs... Hä? Verkehrszufall hat? Okay, kau nochmal bitte und dann schnuck erstmal und dann antworte. Tut mir leid, aber ich hab nichts verstanden. Ja, Moment. Daran musst du dich gewöhnen. Wir haben keine Zeit zu essen. Das machen wir während der Streifenfahrt. Ach so, verstehe. Also ich hoffe natürlich, dass ich noch Zeit habe in der Kantine in Ruhe zu essen. Ja, wenn du auf Streife bist, wird das schlecht. Zeig ich dir, wie es ist. Ich beeile mich nicht. Nicht nachkauen. Du musst nicht nachkauen jetzt hier. Also nachbeißen, meinte ich. Du musst jetzt nicht fertig essen. Du kannst erstmal kurz runterschlucken, Mann. Hier muss ich doch klein an. Ich hab die ganze Mund voll. Aber du brauchst doch jetzt hier nicht nochmal nachbeißen an deinem Brot. Lassi, komm. Was ist denn da drauf? Das riecht so gut. Nüsse. Nüsse hab ich. Nüsse. Ja, wir haben gerade Fingerabdrücke genommen. Ich melde den Einsatz. Ich hoffe, ich hab das richtig. Also wenn der Streifenwagen in den Unfall verwickelt ist, dann holt man einen Supervisor. Wenn sich ein Bürger über jemanden beschwert, holt man auch einen Supervisor. Oder wenn irgendeine Scheiße richtig schief geht, dann holt man auch einen Supervisor. Das letzte eher weniger. Bei einer Schussabgabe. Also Supervisor werden gerufen. Ein Verkehrsunfall mit Beamtenbeleidigung. Äh, Beteiligung. Nicht Beleidigung, sondern Beteiligung. Ich tue jetzt auch mal wirklich so ein Zwischenes genau. Wenn wir jetzt Unfall bauen oder jemand bei uns reinfährt, dann holen wir einen Supervisor. Wenn wir danach aufgefordert werden, einen Supervisor, ja, ich möchte deinen Supervisor sprechen. So. Ich möchte mit deinem Vorgesetzten sprechen. Egal, weshalb, wieso. Dann holt man einen Supervisor dazu. Oder bei einer Schussabgabe unsererseits. Auch wenn wir einen Supervisor. Wenn jemand auf uns schießt und wir schießen nicht zurück, brauchen wir keinen Supervisor. Okay, also das wäre natürlich schlecht, ne? Ja, genau. Wenn ich zurückschieße, ne? Du sollst schon zurück schießen am besten. Also der Supervisor ist dann egal in diesem Fall. Weil das wäre ein Grund. Dann fragt er dich, warum hast du geschossen? Du sagst, ja, es wurde auf mich geschossen und dann ist die Sache schon geklärt. Also man kann sagen, das ist irgend so eine, also das ist so eine Kontrollinstanz, kann man sagen, oder? Ja, kann man so sagen. Also der Supervisor ist einfach da, um Sachen aufzunehmen und es weiterzugeben an nächsthöhere Personen, wenn es notwendig ist. Bei einer Schussabgabe, wo jemand auf dich schießt und du schießt zurück, dann sagst du, ja, jemand hat auf mich geschossen, wir haben eine 1099 ab und haben zurückgeschossen. Dann wird dir keiner mehr sagen, warum hast du geschossen? Wenn du allerdings als erstes schießt, ohne eine Bekündung, bist du am Arsch. Okay, verstehe. Genau. So, warum habe ich dir das kurz erklärt? Es ist natürlich wichtig, dass wir nach einem Schusswechsel diesen Supervisor rufen. Bedeutet, wenn wir einen Einsatz anfahren, wo wir wissen, dass diese Personen bewaffnet sind, steigen wir letal aus. Letal bedeutet mit der Waffe. Es soll auch wirklich sofort einsatzbereit in der Hand sein. Wir wurden angefunkt. 431 hört sie, komm. Also ich hätte das auch. Ihr neues Streifengebiet ist in Norden, komm. Check. Check. Ich habe in Norden, komm. Check. Okay, dann haben wir ein bisschen Ruhe sogar. Ist sogar entspannter. Ähm. Ey, Ariane, ich werde immer mit dir in den Norden geschickt. Das ist ganz schlimm. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist wirklich ganz komisch. Ja. Genau. Ja, weiter. Ja, seid du? Nee, nee, ich höre zu. Supervisor? Schusswechsel. Achso. Bei Schusswechsel. Ja. Schussabgaben unsererseits aus. Mhm. Dann Ruhe, Schussupervisor. Ähm, genau. Wenn wir den Einsatz anfahren, Laden, Debstahl, Einsätze mit Waffen und so weiter und so fort. Wie gesagt, steigen wir mit der scharfen, letalen Schusswaffe aus, die schon in der Hand bereit ist, falls wir direkt schießen müssen. Im Tätigkeit ist es am besten nur, wenn letal schon abgesichert ist. Hier kommt das alltägliche Thema Verhältnismäßigkeit. Wenn wir in einem Einsatz sind, wo scharf geschossen worden ist, steigt ihr bitte nicht mit einem Taser aus. Wenn ein Messer in der Nähe ist und ihr habt schon vier Officer, die jetzt eine scharfe Schusswaffe haben, dann könnt ihr auch den Taser draußen haben und versuchen, die Person als erstes zu tasern. Das ist in Ordnung, weil im schlimmsten Fall schießen die anderen vier Officer drauf. Ich hab noch mal eine Frage. Ja? Nehmen wir mal jetzt mal an, es ist eine Situation, mehrere Streifenwagen, mehrere TVs und es gibt einen Schusswechsel von wirklich mehreren Personen. Wir haben jetzt von den Officern drei am Boden. Die liegen auch wirklich quasi ungünstig, vielleicht liegt aber auch einer hinter dem Wagen. Der Schusswechsel ist dann aktiv. Ich soll ja mein Leben natürlich schützen, aber auch das der Kollegen. Und ich sehe jetzt, ein Kollege ist da am Verbluten. Wie genau gehe ich da vor? Ich müsste trotzdem in Sicherheit bleiben. Wenn aktiv geschossen wird, genau, wenn aktiv geschossen wird, musst du leider den Kollegen dort liegen lassen. Ach, scheiße, ja. Weil vor so einer Situation habe ich immer Angst tatsächlich, dass das mal passiert. Ja, es ist sehr schwer, aber es ist leider so. Die einzige Möglichkeit wäre, eine Wagenburg aufzubauen. Also, wenn mehrere Officer noch danach kommen, dass sie die Officer auf dem Boden mit den Fahrzeugen schützen. Ah, ja, ja, okay. Das kann man machen. Genau, aber das ist halt Hochrisiko, weil auch wieder hier der Eigenschutz da. Richtig, der Eigenschutz. Eigenschutz steht vor Kollegenschutz. Dann habe ich noch eine... Entschuldigung. Ja. Nee, Entschuldigung. Es hört sich wirklich sehr, sehr dumm an, aber es ist wirklich so. Wenn auf euch beiden geschossen wird und ich bin schon in einer Schusssequenz, dass ich nicht mehr raus kann, dann kann ich euch nicht helfen. Ja, ja. Und andersrum auch nicht. Ich weiß, es macht auch natürlich sehr viel Sinn. Wenn man sich in Gefahr begibt, dann ist am Ende gar keiner mehr, da jemandem helfen kann. Aber trotzdem graut es mir vor der Situation einfach. Ja, ich verstehe, das ist die Menschlichkeit halt einfach. Ja. Ich habe trotzdem, ich habe nur noch eine Frage. Gibt es eine Situation, in dem ein Schusswechsel, der erste Schusswechsel vom Police Officer, also die erste Kugel allgemein, wo das gerechtfertigt ist? Ja, wenn er mit einer Waffe auf dich läuft. Genau, ja, das natürlich. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Geisennahme habe und derjenige hält dem Opfer eine Waffe an den Kopf und wirkt wirklich am Ende so aggressiv, dass er kurz vorm Abdrücken ist? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich den ersten Schutz ab... Also was natürlich sowieso schwierig ist. Man kann ja auch die Geise treffen. Aber wie ist das dann gesetzlich geregelt? Also im Endeffekt würdest du das niemals machen müssen. Das ist... Also bei einer Geisennahme definitiv würdest du das niemals machen müssen, weil es dort SWAT-Mitglieder gibt, die eine schnellere Schusswaffe in der Hand haben. Also ein MP5. Also okay. Ja, ich glaube, unsere haben keine Scharschützen, wenn ja, weiß ich davon nichts. Sondern die MP5. Die MP5 ist ja ein bisschen schneller mit der Geschwindigkeit. Also das merkst du zwar nicht, wenn du geschossen hast, aber es ist einfach so. Im Endeffekt wird sowas von ganz oben bestätigt werden müssen, dass man das überhaupt machen darf. Das heißt, sobald die Anweisung vom Commissioner oder von einem Chief nicht kommt, kannst du es nicht machen. Ja, okay, gut. An alle Kollegen mit sofortiger Wirkung wird Herr Cooper 151 auf den Rang des Office 2 befördert. Glückwunsch. Oh, sehr gut. Einen Unterschied gibt es trotzdem noch, was natürlich passieren kann. Man kann natürlich sagen, okay, wenn er wirklich kurz bereit ist vom Schießen, dass sie Abstand nehmen. Weil der Einsatzerfolg ganz hinten ist. Oh, okay. Ja, ich hatte damals gehört, mit, ähm, da war ich mal in so einer blöden Situation, aber ich hatte nur die Geisner. Ich war aber tatsächlich doch vor Ort, das ist noch eine Geisner beim Linkost. Und dann habe ich hinter mir halt immer gehört, wir verhandeln nicht. Ich sollte aber trotzdem die Verhandlungen führen. und das fand ich extrem schwierig. Natürlich verhandeln will ich, natürlich schickt man, wenn die jetzt da rausfahren mit irgendeinem Fluchtwagen, schickt man Streifen hinterher. Aber trotzdem finde ich das Ganze immer noch schwierig, weil in dem Moment spielt man ja dann doch mit dem Leben der Geisen. Ja, ähm, hier sage ich, wenn die Führungsetage das sagt, hast du es zu befolgen. Natürlich, natürlich. Weil, ähm, jetzt kommt das ganz, ganz dumme, die ganz, ganz dumme Argumentation, die ist wirklich sehr, sehr dumm, lieber stirbt eine Person als mehrere Zivilisten. Oh Gott. Das ist ziemlich beschissen, aber es ist leider so. Jetzt kommt die Abschluss. Ein Cholaratalschaden ist heftiger als einen Eingriffen. Ich bin da gerade, um mich jetzt gar nicht drüber nachdenken, ich hoffe wirklich, ich komme niemals in so eine Situation. Ja, das ist, äh, also ich bin jetzt schon seit, fast einem Jahr hier. Morgen, in einem Monat, bin ich ein Jahr hier im Polisdepartment. Und, ähm, ich hatte so eine Situation noch nie gehabt. Gut. Ja, zum Glück, also, also wirklich. Ja. Ähm, jetzt noch eine Sache, die vielleicht auch, ähm, für den Kollegen hinten interessant wäre. Weil das ist eine schwierige Sache, die wird einem im Alltag immer wieder begegnen. Äh, Ausweiskontrolle, Personenkontrolle. Und Personen, die den Ausweis nicht zeigen wollen. Und das ist immer ein Riesenproblem, womit ich tatsächlich, ich hab das jetzt immer Glück, ich bin irgendwie immer drum rumgekommen, hab die irgendwie dazu bekommen. Aber, äh, oft weigern die sich vehement, den Ausweis zu zeigen. Und dann haben wir ja oft auch keine rechtliche Grundlage dafür. Was? Doch, haben wir. Ja, das sagt aber auch jeder was Schöneres. Ne, deswegen will ich das gerne von dir nochmal hören. Genau, also, eine Person ist nicht mehr ausweispflichtig in Los Santos und in San Andreas. Das heißt, du musst den Ausweis nicht mehr neben dir haben. Du bist allerdings verpflichtet, dich zu identifizieren. So, du kannst das mit dem Ausweis machen. Du kannst diese Person allerdings auch Fragen fragen. Das heißt, du kannst sagen, hey, okay, wann hast du Geburtstag? Wo bist du geboren? Wann bist du nach Los Santos gezogen? Hast du eine Akte offen? Hast du allgemein irgendeine Straftat getätigt? Und wenn er dir die Fragen beantworten kann und du danach seine Personakte checkst und das stimmt, hat diese Person sich identifiziert. Aber wenn es nicht stimmt, werde ich die Person wahrscheinlich, ja, nicht mehr... Festnehmen. Achso, da achst du vor Ort? Festnehmen mit ins... Okay. Du musst die, du kannst, rein theoretisch, such mal die Christopher Diggs-Akte. Ich zeige dir jetzt, was ich meine. Wenn ich dir sage, ich heiße Christopher Diggs, ich bin geboren in San Diego, California am 08.07.97 und bin Mitte Juli nach Los Santos gezogen. Moment, Moment. Da gibt es doch ein bisschen mehr. Da muss ich den Vornamen doch nehmen. Christopher Diggs-Akte. Ja, da haben wir. Okay, ja. Genau, Geburtsdatum. 8.08.97 Ich bin Christopher Diggs, das sind meine einzigen zwei Vor- und Nachnamen. San Diego, California geboren. Am 08.07.97 wie gesagt, bin Mitte Juli 2022 hierhin gezogen. Okay, das wüsste ich zum Beispiel nicht, wann ich hingezogen bin. Wüsste ich nicht. ich wüsste es rein theoretisch zum Beispiel, steht bei mir drin. Ich habe nichts in meiner Akte, weil ich nicht straffällig geworden bin. Ja, ist das so? Ist so. Ich gehe denn hier brutal am Mord? Das Einzige, was da vielleicht stehen könnte, ist eine Verwarnung. Nee, nee. Zweck Storbschild. Aber das ist auch nicht mit drin. Oder in der Warnskasten. Aber man darf hier nicht schauen. Ja, okay. Genau, so könnte ich mich identifizieren. Zum Beispiel. Der Apodonis wird gerade aktiv überfahren. Zwei Fahrzeuge vor Ort. Bitte einhalten. Anfahren, die gerade frei sind. Komm. Ja, die Einzelne fährt der Apodonis. Das wäre dann halbe Meile. Genau, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Überfall. Zwei Fahrzeuge stehen vor der Tür. Ach du Scheiße, oh Gott. Das wird vielleicht eine Geisenname gleich. Ich hoffe nicht, das ist so. Oh Gott. Das wäre eine Möglichkeit. Die haben sich gebildet und fahren dem mit dem Verstand den Namen. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit, eine Person zu identifizieren, wenn er sich die ganze Zeit weigert. Handschellen. Homeland. Ja, vier und drei. Hört sich dumm an. Ist so. Was? Also. Ja, Handschellen anliegen. ins Departement mitnehmen. Mit Homeland kontaktieren, oder was? Erkenntnis, genau, Erkenntnis, sich behandeln, Staatsanwaltschaft dazu rufen und die Akte nach Homeland schicken, ob diese Person registriert ist. Gut, das haben, das, ist das für Officer 1 oder ist das eher für Officer 2 oder 3? Alle, alle Officer, alle Officer. Wann wird man darin geschult? Also, ich habe das noch nie gehört. Dann weißt du es jetzt. Dann weißt du es jetzt. Gut, da würde ich mir aber Hilfe dazu geben, wenn ich das erst mal machen müsste. Genau, genau, kannst du ja machen. Vielleicht können wir es hier drüben zusammen. Jetzt kommt. Was weiß ich, wir machen, wo du nicht? Können Sie erstmal den Rest zu verduren und zurückzugen, ob wir uns bei der Nacht gebrauchen, die nach Laden sind, da ihr halt nicht gekämmt, hier ist, kommen? Nee, 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 nee. Check, wir sind die noch vor Ort, oder wie? Die Täter. Ja, so, ja. Schön, so, ja. Sieht immer verrückt, Daniel. Wie viele Streifen haben wir denn? Es kann sein, dass wir vielleicht einen Overwatch besetzen können. Ich schaue kurz. Eine Wasp besitzen, wenn ich fragen darf. Ein Handikopter. Achso. Korrigiere, Afrodone. Also insgesamt neun. 410, 11, 20, Afrodone. Schon ein paar. Check. Wir haben eins, zwei, drei, drei beim Afrodone. Frage von der 431, sollen wir den Overwatch besetzen und den Einsatz auch anfliegen? Komm. Ja, hat er gesagt? Ja, die besitzen der 432. Ich bin der 432. Ich bin der 432. Ich bin der 432. fült den Funkspruch wieder auf. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ey, das war wirklich undeutlich. Ich habe auch ein Ja so verstanden, ne? Das ist ja versuch, jetzt die zweite Person zu kontaktieren, die anrufen hat. Das ist gleich hier dahinter. Ne, 10, 3, der Funkspruch auf die Antwort des Overwatches hier im Overwatch sehr schlecht verstanden. Oh, okay. Check. Okay, dann brauchen die uns nicht. Aber eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist. Also oft wird wirklich über State Police, also vorhin natürlich LSPD, ganz schlecht, wenn du deinen Job nicht richtig machst, wirst du auch gehasst von den Leuten. Oder wenn du einfach scheiße zu denen bist, wirst du auch definitiv gehasst. Man wird grundsätzlich aber auch mit der Uniform nicht gemacht bei vielen Leuten, muss ich dazu sagen. Aber wenn man den Leuten auch sehr, sehr nett und vorsichtig begegnet, gerät man auch oft an Leute, die einen nicht ernst nehmen oder die einen dann erst recht die Situation dann ausnutzen. Für mich habe ich wirklich entdeckt, dass ein Mittelding das Beste ist, was man machen kann. Also nicht von oben herab, definitiv, das sollte man grundsätzlich nicht. Aber halt auch einfach nicht zu streng, nicht zu schroff, aber halt auch nicht zu... Genau, das ist so richtig. Ich kann immer empfehlen, niemals ohne nach, das ist immer auf allen Höhen. Das bedeutet, wenn wir mit einer Person mit Anzug kriegen, reden wir auf der Sie-Ebene, reden wir mit einem Jugendlichen, auch der Straße, dann bin ich auf der Du-Ebene mit ihm. Man muss auch klipp und klar stellen, sagen, dass man nur gerade seinen Job ausführt. Zum Beispiel, die Vagus-Mitglieder. Alle Vagus-Mitglieder kennen mich, die wissen, wer ich bin, die erkennen mich auch, wenn ich unterwegs bin. Allerdings bin ich mit denen auf Augenhöhe, dass die mich im Dienst natürlich beleidigen, weil die sie immer beleidigen. Aber ich wohne in der Nähe und mir ist bis heute noch nie was passiert. Weil ich die einfach nicht schlecht behandle, sondern einfach auf der gleichen Ebene bin. Check. Hier ist die Egelmutter, ist gern. Gern 8, die da ist sie. Und gerne nochmal Mountain Hands. Gern 8, die gleiche Willkommen. Ja, mach ich. Gern 8, hör. Aktive Überfall in den Kanälen, in die Dispettung, anfangs ankommen. Gern 8, die da ist ordentlich was los. Oh, da hätten sie mal vor ein paar Tagen da sein sollen. Da bin ich außer Dienst gegangen, aber ich konnte nicht mehr. Das war wild. Das ist nicht schlimm, oder wie? Das klingt ja verwirrt. Da war sehr viel los. Genau, hier Tätow-Laden. Haus auf Arz. Haus auf Pfadz, habe ich mal auszusehen gesagt. Oh Mann. Der privaten Rahmen, ja. War weil ich irgendwie, keine Ahnung. Oh, heute gar nicht los. Hast du nicht mal hier gearbeitet gehabt? In der Kursie. Ich wollte mich jetzt wieder bewerben. Ich hab mich jetzt nochmal bei ihnen gemeldet und so. Und hab in der SMS dann auch geschrieben, mal so Anrufe. Klappt auch nicht. In der SMS geschrieben, dass ich gerne wieder eingestellt werden würde. Und ja, kam keine Antwort. Und da ist halt das Ding, dass hundertprozentig war ich beim PD arbeite. Und das heißt für mich aber, wenn er jetzt, wenn er zum Beispiel heißt, irgendwie, ich kann dich nicht einstellen. Dann hast du fadenscheinigen Gründen, dann bist du dich hier im Dreck am Stecken. Aber ja, ähm, genau. Also, Verhältnismäßigkeit, kommen wir wieder zurück. Bisschen abgeschweiften Thema. Ist ganz, ganz wichtig bei uns im Polizeidienst. Wenn wir im Einsatz sind, haben wir Einsatzleiter. Du befolgst die Anweisungen des Einsatzleiters. Ähm, außer diese sind gegen das Gesetz. Also, wenn ich dir sage, geh in den Laden rein und schieß jeden um, machst du es natürlich nicht. Ist ja klar. Ja, natürlich, ja, Gott, das will. Genau, ich muss ein Beispiel bringen, weil das ist das beste Beispiel, was man bringen kann, um zu checken, was man meint. Ähm, wenn ich dir allerdings sage, du gehst jetzt in den Laden und du holst die Zeugenaussagen und du tust das nicht, hast du ein Problem. Also, irgendeines Problem. Genau, ähm, bei fünf oder mehr verletzten Personen gibt es den Code Blue beim MD. Ich weiß nicht, ob ihr das beim Marshal Service auch kennt. Äh, Code Blue, äh, ja, mit Sicherheit, ich hab's aber vergessen, tatsächlich. Genau, also, Code Blue bedeutet fünf oder mehrere Verletzte, damit beim LS... ...hört. ...wann wir den Overwatch besetzen im Norden und, äh, Kollegen, warte Luft unterstützen, komm. Check, besetzen, Overwatch. Entschuldigung. Check, Trennung, fünf, drei, muss ich gleich schon bekommen. Fünf, zwei, nur her? Ja, also, was wird jetzt passieren, also, damit ich jetzt hinterherkomme, wird ja hektisch jetzt hier. Wird Ihnen schnell und schnell? Übersetzlich sind es nicht gekommen. Ja, super, also, da bin ich mal gespannt, wie ich drauf reagieren kann. Im Overwatch ganz entspannt bleiben, einfach, ähm, zuschauen, bitte nicht telefonieren oder Handy-SMSen schreiben. Ja, okay. Darf ich das nicht machen? Richtig. Kein Handy. Okay, dann stell ich auf den Flugmodus. Kein Handy. Okay, Flugmodus eingestellt auf meine Handy. Ja, aber das ist ja in der Fall, was sagen. Muss ich den Flugmodus einstellen oder einfach nur nicht ans Ende liegen? Nein, das nicht, aber einfach nur nicht telefonieren, bitte. Okay, alles klar. Ja, 279 meldet den, ähm, nach den Einsatz bei Fordonis, Code 4 und beendet, Leitschiffe, die Einheiten gründen, wie da, der Leitschiffe. Äh, wo soll ich einsteigen? Ich hab keine Arme, bitte. Ne, ne, ich kann grad nicht. Ja, in Fordonis 2, 2 Personen, 10 Personen, 10 Personen, 10 Personen. Oh. Ja, du kannst den Helm da vorne nehmen. Ich lass kurz alles hier mal rein. Helm, ähm. Ja. Vorne im Handschuhfach ist ein Helm. Ne, da ist kein Helm. Ja, und da ist aktiv. Okay. Check. Ad, Police, Merrick, State Police, Play-to-Pay Office, Play-to-Pay Office. Wie komm ich in die, in die Kamera nochmal? Äh, mit der Eingabe-Tasse. Elektro-, elektronische Taste und dann nach die Ovalet-Tasse. Geht das? Elektronische Taste? Ja, genau so gut. Gut. Danke. Ja, Gott, ist das hoch, heißt du. Oh, sind sie noch nicht geflogen? Ich bin nur, in meine Liebe, mit einem Flugzeug-Passagier-Flugzeug geflogen. Oh Gott, bitte nicht brechen. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz bitte nicht brechen. Ja, okay. Bitte nicht brechen, genau. Sie von nicht. R2 aktiv, äh, Luftraum, was haben wir? Frage nochmal von der R2, wo sollen wir genau helfen? Bei der Position von der 418. Check. R2 in der. Wo ist denn die 418? Genau, such mal bitte, wo die ist. Ja, ich guck. Ist die zu dem Norden sein? Oh, das ist ewig lahm. T418 ist nach Frage, werden noch Täter gesucht? Ah, der ist unten in der Kanäle, okay. Ah, okay. Es waren wohl, äh, drei Täter, zwei Flüchtlinge, einer gestellt, wenn sie es mitgekommen haben. Korrigiert sind nicht, wenn sie falsch hiergekommen. Ah, check. Also Kamera funktioniert, ja? Kamera funktioniert, ja. Ändert sind für Warns, komm. Äh, passt diese Täterbeschreibung, schwarze Sneaker, schwarze Hose, weißes Oberteil, Maske, schwarze Dreadlock, Bini, komm. Ähm, alright, wir sind, äh, jetzt in der Luft. Äh, weißes Sneaker, schwarze Hose, weißes Oberteil, äh, weißes Sneaker, schwarze Hose, weißes Oberteil, Maske, schwarze Dreadlock, Bini, komm. Ja, check. 5, 3, 0, 10, 20, bei der 4, 18. Ich bin mir nicht aus, dass man Helme hat, aber die sind ja keine Helme. Ist so eine Aussicht, habe ich ja noch nie gehabt, also wirklich. Also, so ein bisschen? Ah, egal. Ja, nicht wundern, warum ich jetzt so einen Umflug mache, wir dürfen über dieses Gelände nicht fliegen. Ja, okay, verstehe. Außer wenn wir einen Einsatz haben, das ist was anderes. Also, eine Verfolgungsjagd. Ja, äh, 4, 20, die Leitstelle, komm. Äh, sie haben dann für diesen Einsatz, äh, die Einsatzleitung, komm. Ja, so mit, äh, sie sind gerade dabei, RTV abzuhandeln, beziehungsweise in einem P-D zu, was wir entkommen. Ja, gleich, schön, so mit, Leitstelle. Genau, jetzt ist unsere Streifenkennung die R2 geworden, dass ihr bescheid wisst, ja? Äh, okay, alles klar. Ähm, Ariane, 10,60 Funken, kriegst du das langsam hin? Innen, also hier tatsächlich nicht. Also hier hab ich's noch nicht gemacht. Ja, hier, hier tatsächlich nicht, nix. Also hier überhaupt gar nicht. Okay, dann tun wir, wenn wir eine Verfolgungsjagd haben, blendest du dieses Fahrzeug die ganze Pizze an? Ja, ja. Mit dem Schein und ich funke. Gut, weil das hab ich schon mal gemacht. Kamera bedienen kann ich auch. Okay, dann schauen wir mal, wo die Kollegen von uns sind mit der Kamera. Äh, da noch ausgebündet, in so eine Helikopter, als bei, äh, bei. Ja, ja, nicht wirklich, nee. Äh. Okay, kannst du das Licht einmal ausmachen? Ja. Ich seh sie, mhm. Check. Ja, die 418 ist nicht mehr vor Ort, sie wird jetzt einen TV, dann, äh, bitte einer von den anderen Streifen, einmal, äh, für die Äthu, antworten können. Weiß hier tatsächlich keine. Guck mal bitte nach den Streifen, in Live-Tracking. Da, da kommt eine, da kommt eine. Check. Äh, die 441. Fertigfahrt. Ja, tu, 4404, komm. Kommt gerade aus. Herzlichen. Ja, checken Sie mal die Webseite des Invention Curves, ob dort jemand mit der Beschreibung noch läuft. Er hat vor fünf Minuten einen Passant, den jemanden so gepleidet wohl gesehen. Komm. Äh, den Standort nochmal wiederholen und die Beschreibung von der Person ebenfalls kommt. Südwestlicher Teil der West-Gucci-Kanäle. Ansonsten war es ein dunkler Hoodie, dunkle Jeans, dunkle, ähm, Schuhe. Check, check, komm. Komm. Dunkler Hoodie, dunkle Jeans. Ja, einfach hier mal absuchen. Ja. Auch unter uns zum Beispiel mit dem Licht und alles. Also ich denke, ich bin jetzt eine schlechte Hilfe, ne, hier hinten. Ja, wenn du etwas siehst, was ungefähr in diese Richtung seht, kannst du mal Bescheid geben. Ja, klar, ich versuche es mit den Adler hochgehen, aber wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ach, wir sind gar nicht so hoch, glaub mir. D431 für die PD99 kommen. Herz. Fahren Sie für einen Auftrag einmal das Sie PD an und warten Sie vor dem Gebäude. Check, Sie in dem Ohr, schliegen an, komm. Ja, dann landen Sie den Overwatch und begeben Sie sich bitte in einen Streifenwagen, PD99. Okay. 431 für die PD99 kommen. Herz, Sie kommen. Herz. Fahren Sie ebenfalls, fahren Sie ebenfalls das BPD an und warten Sie vor dem Gebäude mit Ihrer Besatzung, komm. Check, wird erledigt, komm. Ja, check, PD99 skandest. Wenn wir vom Kommissioner weggezogen werden, der über dem Leitstanddienst ist, dann natürlich weg. Auf was muss man jetzt achten, beim Aussteigen? Warten bis die Brotraum der Versicherung. Ja, 231 für die PD50, eine Person zum MAPD. Kann man raus, oder? Ja, jetzt kannst du raus. Okay, mir klingelt gerade alles im Kopf, wirklich. Ja, ja. Check. Gut, dann haben wir einen Einsatz. Vielen. Hey, fight it, hoffentlich da wegen dem Helm. Wofür haben wir das immer noch nicht checkt? Ach, die Treppenstufe, nichts. Check. Wird jemand das ausspielen, oder nicht? Ich bin gerade super verwirrt wegen dem Helm. Genau, müssen wir jetzt warten. Hey, vor dem Gebäude habe ich verstanden. Vor dem Gebäude. Ah, ja, genau, okay. 418 10 20 MAPD. Hey, warum? Ah. Check. Alles gut, alles gut. Ich habe nur ein Holzer gesichert. 416 10 20 Morningwood Tankstelle. Check. Äh, ja. Das war im Gebäude. Ich bin ja so ernst angehört. Was passiert jetzt? Also, ich bin genauso planlos, also ich kann es nicht einschätzen, keine Ahnung. Langsam lässt meine Konzentration auch ein bisschen nach. Ja, komplett alles aufregend, also für mich jetzt auch, muss ich sagen. Ich kriege das schon. Alles direkt. Aktiv. Check. Wenn der Commissioner uns für den Einsatz braucht, müssen wir halt einsprengen. Ich wollte eigentlich auch raus, nach dem Einsatz hier. Seid wann raus denn, du? Ach so, in Stresssituationen gerade fühle ich mich ein bisschen gestresst. Ja, gerade. Soll ich die Chicken Wings anbieten. Alles gut. 530 10 50. Eine Person immer wieder. Ach so, ich kriege es ja nicht mehr an. Huch. Oh, Entschuldigung, ich habe da auch nicht drauf geachtet. Check. Ich gehe noch schnell. 10 30. Ja, machen Sie, machen Sie. Es kann sein, dass wir sie vielleicht sogar gar nicht mitnehmen können, aber wir gucken einfach gleich mal. Ey, okay, du rufst uns einfach an, also. Ja, genau. Check. Ja, komm, ich gehe nach vorne. 441 10 20, Yin-Yang-Tankstelle. Check. Cooler. Da vorne ist kein Unfall passiert. 936. 2, 6. Ey, schmecken lassen. Cigarette. Leitstelle für den Kusszimmerkommen. Die völlig unbekannte Frau davon. Die völlig unbekannte Frau da vorne ist, ich glaube, da gab es einen Unfall, die hat gerade gegen das Auto getreten. Der hat gegen welches... Ja, aber ich muss jetzt rein, dann kümmern Sie sich um den Scheiß. Wir können nicht, wir sind auch einsatzgebunden. Einsatzgebunden, welchen Einsatz? Check. Kommissioner. Es ist kein Einsatz, kommt hier. 442 10 20, Lange. Wir müssen... Aber wo der Kommissioner ist jetzt. Check. Schicken Sie eine Streife hin, ne? Der Leitstelle soll eine Streife hinschicken. Verkehrsunfall. Der Typ ist doch hier, wie heißt der? Ich bin weggefahren, ja. Harald und... Ja, der hat uns auch gerade zugeschrieben. Der hat keinen Führerschein, der darf nicht fahren. Ja, dann sag mal der Leitstelle Bescheid. Die sollen das... Ja, die sind schon weggefahren. Ach stimmt, dann ist er jetzt weg. Dann bringt es nichts. Habt ihr recht. 441 10 Leitstelle, komm. Dann macht da... Wo müssen wir sie treffen jetzt? Hier, neues Streifengebiet ist die Stadt, komm. Ach, 241 10. Okay. Check. Wir können den Marschall mitnehmen, oder sollen wir den lieber weglassen, erst mal für den Einsatz? Leitstelle für die 419 kommen. Der Kommissioner hieß es doch, wie soll den hier hinkommen? 619. Am VPD hat sich gerade ein kleiner Verkehrsunfall ereignet. Beide sind weggefahren. Ein Fahrer auf einem Roller ist Fahrrad-Ecker, der hat keinen Führerschein. Auf die 3 und dann rüber. Hast recht, die Check. Da eventuell mal jemanden hinschicken, komm. Check. Trennung. 441 für Leitstelle, komm. 441, hörst du. Boah, Junge, Mann. Einmal das Riebidi-Anfahren, Ausschau halten nach dem Roller und dem Herrn Harald-Ecker, komm. Ah, Check. Halten nach einem Roller, Ausschau. Check. Leitstelle Benetit-Fuchssprüche. Leitstelle für 325, komm. Wer wird sie, komm. Haben Sie noch eine Einheit, die sich um die beiden Zeugen vom Apodones-Vorfall im Delferro für die Kümmerung, komm? Ursprünglich war das die 413, die Fans 3 wurde abordert, komm. Leitstelle, kümmern sich. Somit, 325 Ende. Nein, nein, das hieß, äh, Mischung. Bipi, äh, Bipi, die. Ja, nee, aber für die Zeugen, Aussage, das hieß immer. Scheiße, McKinney, ganze McKinney. Ja. Warte mal, das Ganze kurz was halten. Ja, klar. Dann gibt's hier keine Etage 5-Knopf. Nein. 416, vielleicht, wir können noch nicht. Halt mal kurz, bis... Etage 5 ist 0 über 3. Zeig ruhig, McKinney. Das ist Etage 4, oder? 416, zumindest 416. 416, okay, alles gut. Ah, schön, sieht ähnlich aus. Wo ist er? Rechts. Aber hier hin. Also, dann bieb wie die ja da gesagt. Genau, dann bieb ich hier. Hat er auch irgendeine Etage gesagt? Ja, Herr Wein? Warum wird der Herr Ecker gesucht? Was hat er gemacht? Äh, ich hab grad beobachtet, wie der, äh, mit der Frau Barm hier entlang gefahren ist, auf den Roller und gegen ihr Auto getreten hat. Und, äh... Gegen kein Auto, Auto. Nein, 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 gegen ihr Auto. Aber er hat immer noch keinen Führerschein und der wurde erst gestern tatsächlich, war er in der Verfolgungsjagd, weil er auch beim Fahren erwischt wurde. Hey, wo du das, äh, wo sind sie, sind sie grad schon am BPD? Ja, wir sind hier oben vor ihrem neuen Büro, glaub ich. Ja, ja, nee, nee, kommen Sie mal runter, äh, vor das Gebäude. Ja, ja, so, da wollten die, so, ich, ja, okay, ja, gut, dann mach, dann kommen wir noch mal ein. Ja, bis dahin. Immer noch vor dem Gebäude. Vorm Gebäude sind wir. Wir sind immer noch vor das Gebäude. Dann beeilen wir uns jetzt mal. Bitte, legen Sie mal. Hey, jawohl. Ja. 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 Hier ist der Ecker, der kam mit dem Roller grad angefahren, hat keinen Führerschein, bitteschön. Hallo, schönen Tag. Ja, dann alles einmal abrechnen. Zehn Einen zu schnell. Dauert ab. Dauert ab. Dauert ab. Dauert ab. Dauert ab. Ich hol den ersten Hilfekasten. Schnell, Schnell. Er ist die Hilfekasten. Er ist hier im Roller. Ach, ja. Ich stelle den Roller nur hin, damit der den Kallert kaputt macht, Mann. Warten Sie kurz. Oh. Ja, sperren Sie mal die Straße, damit das jemand überfährt. Achtung, mach das Scheiß-Ding dazu. Ich bin gerade schon an uns vorbeigefahren mit 60 Meilen. Wurde sind die schon gerufen? Ja. Beruhigen Sie sich auch, bewegen Sie sich nicht, sonst kann alles, das kann, können Sie sich sonst gar nicht mehr bewegen. Vielleicht nie wieder. Nie wieder. Toll, ist das BD-Klasse. Ja, Ecker, Sie können doch nicht die ganze Zeit ohne Führerschein rumfahren. Ja, knallen Sie mich doch gleich ab. Ja, Glück hatte der ja auch nur einen Taser in der Hand. Wir sind in Amerika, verdammte Scheiße. Ja, toll, in Amerika hau ich in der Fresse, wenn Sie Glück haben. Ja, machen Sie, probieren Sie auch, dass er in die Fresse zu hauen. Ja, mach ich gleich, dann kommst du auch ins MD. Marat, das machst du nicht. Ariane, du hast halt gerade gesehen. Ja, ich hab gesehen, wie du aufgestiegen bist und ich hab auch gesehen tatsächlich, dass du gegen Barbaras Auto getreten hast da vorne. Oh, Sachbeschädigung. Ja, ich hab's nicht angezeigt. Okay, damit haben wir das Geständnis. Die muss mich doch anzeigen, die alte Botox-Falte. Frau Barbaras, rufen Sie mal Frau Farm an und fragen Sie, ob Sie die anzeigen möchten. Ja, wenn die mich dann, dann kommen wir alle in Teufelsküche, wenn der das jetzt macht. Ja, beruhigen Sie sich. Ist MD unterwegs. Ist der Anwalt, doch nicht. Kriegen wir Hilfes. Er ist unterwegs. Scheiße, was kommt denn da für ein Stock im Arsch? Das ist so unmittelbar. Er ist der Anwalt des Staates. Chef-Anwalt des Staates. Ich bin zu viel. Scheiße, die ganze Jacke, die neue Kauf, die alles aufgeschließen. Das sieht ganz, ganz schlecht aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, das wird wieder. Hallo, Tanaka, wie geht's? Sorry. Aber tut's dir irgendwo besonders weh gerade? Ja, hier ist auch Rücken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Rücken ist immer ganz schlecht. Dann bleib aber so liegen, beweg dich jetzt erstmal nicht. Ja, wieso danke? Ihr habt das ja nicht verantwortet. Wer hat denn geschossen? Ja, mal selbst auch die Verantwortung, ne? Sie. Super. Hätten das alles gar nicht so bekommen. Aber die hat mich zu ihm auch vorgefahren. Ich bin schon. Haben Sie den Krankenmann gerufen? Ja, auf dem Weg. Ich sterbe hier an auf der Straße. Das kann wirklich passieren, ich gebe mein Bestes. Wer hat denn getasert von Ihnen? Ich hab mitgetasert. Ich hab getasert, aber ich meine, ich hab mich nicht getroffen. Alle Kündigung. Ich hab mich getroffen. Wer weiß. Aber der ist, oh Gott. Der war doch locker schon 10 MPH stehen. Dann können Sie ihn noch nicht vom Roller-Tail sondern. Also der hat dann auch keine Ordnung, er hat kein Mitleid mit ihm. Ja gut, das... Ja. Aber der Mann, der war schon, der liegt schon am Stock. Also der Mann ist hier gesundheitlich beeinträchtigt. Sie können ja nicht... Das hab ich nicht gesehen, Sir. Der ist weggerannt vor uns, auf dem Moped eingestiegen, wollte die Sicherheit gefährden. Ich wollte die Sicherheit gefährden. Haben Sie da rein interpretiert, Edi? Sie haben die Sicherheit gefährdet. Sie sind uns vorbeigefahren wie im Irrer mit 60 und haben noch gesagt, ich fahr 6. Aber waren Sie sich da nicht angehauten? Strafvereinigung oder was? Drei Officer haben das gehört. Sie sind irre, wenn Sie auf das Ding steigen. Sie machen eine Wesensveränderung. Sie haben in der Nacht eine Sonnenbrille auf. Wärst du blöd? Ja, das Style ist das. Wir sind auch in San Andreas, verdammte Scheiße. Ja, du. Ja, wo ist er eben, die? Kommt klar. Hoffentlich kommen die noch rechtzeitig. Neue Jacke, was? Herr Eckert auch, glaube ich, kein gültigen Führerschein, Herr Eckert, oder? Nee. Also ich jetzt gerade nicht. So, wer macht die Ovi denn hier? Wer macht die Ovi? Sachbeschädigung machen wir hier einmal. Ich weiß, dass der Eckert kein Gültig ist. Wir sind so ein Arschloch, Herr Schweiß. Ich habe ihn getasert. Darf ich die Ovi machen? Ja, natürlich dürfen Sie. Sonst fangen Sie jetzt nur noch an zu tasern, damit Sie keine Ovis machen. Nein, nein, ich dachte, ich bin immer mehr deswegen. Ja, sind Sie auch. Und? Sie machen hier Sachbeschädigung. Er mal fahren ohne Führerschein. Gucken Sie mal bitte, wann er das letzte Mal eine Ovi bekommen hat. Ja, ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell. Ich bin gerade am Verarzt. Schau, schau, schau. Ist noch kein Auto. Wenn Sie mal am Fahrzeug gucken, wann die letzte Sachbesch, die Ovi her ist, bitte. Scheiße, ja. Herr Eckert. Was ist, Herr Schweiß, was ist? Ich habe den Scheck für Sie, ne? Ja, bitte. Aber so kann ich Ihnen die nicht geben, wenn Sie hier Straftaten an den Tag legen. Sie haben mich von hier runtergeballert. Ich habe Sie nicht runtergeschossen, ich weiß nicht. Ja, und? Sie sind da hier an den Chef. Ja, Sie können aber gegen den Policebeamten natürlich eine Anzeige erstatten, Sir. Kann ich machen. Dann kommt doch an, wie hoch die Strafe geht es ist. Sie haben die festlegen, ob es Körperverletzung war. Ja. Ja. Na ja. Bestseite Crucial Fix. Wenn ich das letzte Mal gesehen habe, war das ein legitimer Taser-Einsatz. Ja, auf dem Moped, ne? Na gut, spielt ja keine Rolle. Korrektur auf der Seite. Ja, Sie sind gefährlich. Fix. Das letzte Mal fahren ohne Fahrerlaubnis am 18.10. Zum Glück über einen Monat haben Sie recht. Das ist nicht glücklich, aber das muss ich Ihnen sagen. Aber Sie wurden ja vorhin noch schon gesehen. Also im Grunde, wenn wir gemein sind, können wir Ihnen zwei Obis reindrücken. Eine von vorhin und eine jetzt. Also bestätigen Sie gerade, dass Sie gefahren sind ohne Führerschein? Check. Dieser Remis ist Herr McKinney und Herr Schreiber und ich sind Zeuge, dass Sie vorhin vom Südseite Stockpark in diese Richtung hier gefahren sind. Und Sie haben gesagt, wir fahren in 60er, 50er Zone. Ja. Ja, aber haben Sie gesagt und gelacht haben Sie dabei noch? Ja. Ne, in dem Fall haben wir es echt nicht verstanden. Warum haben Sie den Herrn Ecker dann nicht angehalten, wenn ich fragen darf? Barbara Barm wurde von Herrn Garcia gerade mitgenommen. Hallo. Hallo, Barbara. Wir haben Ihnen aber gesagt, er soll sich bedienen. Das haben wir Ihnen noch. Entschuldigung, hallo. Was sind wir denn jetzt? Ihr Telefons sind da hier. Frau Barbara Barm wurde. Spüren Sie noch alles in Ihrem Körper. Was wurde Frau Barbara Barm? So, hört mich jetzt ane. So, endlich. Barbara Barm wurde gerade von Limon und Herrn Garcia eingepackt und ich habe gerade eine Bedrohungslage wegen ihm und er hat gesagt, er weiß nicht, wem ich rumhängt. Vielleicht ist jetzt die Kurzversion. So, jetzt, woher wissen Sie denn, dass Herr Garcia die Vor... Max Queen habe ich gerade angerufen und war wohl dabei. Aber Max Queen ist aber auch eine Labertasche. Sind Sie sicher? Ja, ich bin mir 100% sicher. Es gab gestern eine Situation tatsächlich und seitdem habe ich eine Bedrohungsdase von Herrn Garcia. Hä? Und er hat nicht meinen Namen gewusst. Also er hat mich gestern nicht angesprochen und gesagt, ich weiß, mit wem du abhängst. Ja, hier spricht die PD99 mit einer wichtigen Information. Eine gewisse Barbara Barm wurde soeben wohl von Mr. Garcia, Mitglied der Vargos, entführt. Bitte mobilisieren Sie alle Einheiten. Ich bin mir sicher, dass sie aber in wenigen Minuten da frei ist, weil das kann er tragen. PD99 Ende. Ist aber nicht nett. Ja, ja, Frau Barnes, in allem Respekt. Warum haben Sie jetzt eine... Kommen Sie mal hier rüber, Frau Barnes. Ja, 5441 zur Leitstelle, komm. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Dass Sie eine Gefahrensituation haben. Ich habe gar keine Schuld. Ja, wer ist im Funk? Spruchst du mit? Und zwar hatte ich gestern was am Startpark beobachtet. Dann kam das... Dann hatte ich später einen Anruf gekriegt vom... Warten Sie kurz. Break Foley, sind Sie das im Funk? Ja, so korrekt, komm. Ja, Pauli, kratzen Sie immer alles zusammen, was Sie haben und fangen Sie an mit der Rasterfahndung. Suchen Sie zum Beispiel an den Ölfeldern beim alten Motel, die üblichen Spots an der Entführung. Können Sie das übernehmen, komm. Ja, check. Kann ich machen, komm. Ja, check. Dann haben Sie geklaut von Alice Taxi und haben Eddie, okay. Genau, unter Drogen gesetzt. Vorgeschichte, ich habe mich erkundigt bei Lamy, der direkt dabei war, wer das war. Der meinte Vargos und ich habe den Herr Garcia erkannt. So, ich habe mich vor das Taxi gehockt und ihn direkt ins Gesicht geguckt. Später sollte ich beim MRPD eine Gegenüberstellung machen. Wurde ich angerufen, habe ich gesagt, ich komme vorbei. Ich habe dann angerufen, dass ich da bin, dann hieß es, wissen Sie, wo die... Frau Banz, ich bin soweit mitgekommen. Warten Sie, geben Sie mir noch eine Sekunde. An die Kollegen, die gerade hier an der Maßnahme mit Harald Ecker involviert sind, handeln Sie die OVI später ab, schicken Sie ihn erst mal ins MD, eine Streife begleitet, ja, und sorgen Sie dafür, dass er fahrende Führerschein ist, eine OVI, sowie die Sachbestätigung an dem Fazit von Frau Bahr für die 99-Ende. Äh, Trennung, Kukum oder Bikini, ficken Sie heraus, wer das für Sie da übernehmen kann. Und klären Sie das. So, bitte. Der Officer hat mich angerufen, äh, ne, gefahren, ich bin dann hin. Und dann hat er gesagt... Brauchen Sie Dix? Sorry. Dix, Sie können mit einmal zum MD fahren, ja? Ja, ich würde danach halt außer Dienste gehen, deswegen, okay, alles klar. Super. Ähm, also, ähm, der Officer hat gesagt, ich habe angerufen... Also, ich fasse zusammen, äh, Eddie wurde entführt in einem Taxi von LS Taxi, dann haben Sie Mr. Garcia identifiziert und sind zum Mission Road Department gefahren. Genau. Wahrscheinlich für eine Gegenüberstellung, richtig? Genau. Der Kollege hat gefahren wegen einer Gegenüberstellung. So, dann bin ich da hingefahren und er hat gesagt, heute Abend, wenn ich da bin, habe ich gemacht. Meinte er, ähm, wissen Sie, wo die, äh, wo hier dieser Raum ist mit der Gegenüberstellung? Habe ich gesagt, nein, ich war schon länger nicht mehr hier. Welcher Kollege war das denn? Herr Taylor. Und dann meinte er, kommen Sie runter zu den Zellen, ich, äh, kommen Sie runter zu den Zellen, ich zeige Ihnen, wo der ist. Ich bin runter zu den Zellen, bin rein. Wer saß da in den Zellen und nicht in diesen Raum? Herr Garcia und noch eine andere Dame. Dann bin ich rein, war sichtig verwirrt und hab dann gesagt, ähm, Ja, gut, dann ist das Kind ja jetzt im Brunnen gefallen, dann weiß er ja jetzt, dass ich das bin. Ähm, der Herr Garcia war aber auf Toilette. Aber so? Sekunde, ich lasse dich einmal kurz, weil sonst komme ich wieder raus. Ich bin schon tausendmal erzählt. Ähm, Herr Garcia saß zu dem Zeitpunkt aber auf Toilette und war so ein bisschen in sich gekehrt. Äh, ich wurde dann die andere Seite rumgeführt, dann war bei ihm ein, äh, wie ich jetzt weiß, Verhörraum. Und, äh, die Dame wurde reingeführt, die konnte ich aber nicht erkennen im Taxi. Und dann später Herr Garcia ohne Handschellen und hat gesagt, ist das die Chica mit dem roten Franzosenhut? Und, äh, hat gedroht hinter der Scheibe und hat dann tatsächlich, äh, sich vor die Scheibe gestellt und dann, äh, diesen hier gemacht. Den hier. Ähm, also ich erzähle Ihnen ganz kurz, was zu Mr. Garcia vor einigen Tagen. Moment, das ist noch nicht das, äh, was das Problem ist, Entschuldigung. Ähm, so, dann war die Gelegenheit wahrscheinlich vorbei, ich hab gesagt, ja, das ist er. Und dann ist er einfach in den Raum zu mir reingegangen, hinter den Spiegel. Ohne Handschellen. Wie bitte? Also er konnte einfach da reingehen. Er konnte einfach da reingehen. Nee, ich brauch sie leider noch gekommen, ich hab sie in den Sonnzeug geholt. Okay, so. Dann ist er auf mich zu, hat mir gedroht und ich war sehr perplex in dem Moment. Ich bin dann halt in die hinterste Ecke gegangen, damit mir nichts passiert. Aber warum haben Sie die Türen nicht von außen abgeschlossen, als Sie in diesem Raum drin waren? Ich war nicht, ich war nicht in, äh, ich war im Ziel, 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 im Ziel. Ja, aber Sie können trotzdem die Tür abschließen. Das waren die Vorhörräume. Ja, trotzdem können Sie die Tür abschließen. Ich kann gar nichts, er weiß, ich war im Ziel da. Ja, das spielt keine Rolle, trotzdem können Sie das. Sie können im Ziel mit Ihrer ID-Karte, die Sie haben, die Türen öffnen und schließen, korrekt. Auch wenn Sie nicht im Dienst sind. Ich weiß nicht, ob man die Tür abschließen kann. Aber ich, 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 ich hab das das erste Mal überhaupt gemacht. Ich war noch nie in diesen Räumlichkeiten. Ich wusste, weiß nicht, wie sowas abläuft. Komm. Okay. Ähm. Jack, so mitkommst du. Okay. Also Mr. Garcia fackelt nicht lange. Er hat kürzlich versucht, ihm einen Revolver den Kopf wegzublasen. Ja. Äh, das war, also, die Person ist leider auch verstorben, aber nicht durch Herr Garcia. Äh, es gab bei uns, äh, am Missionary Department eine Festnahme. Und als wir die Person da hinten, äh, freilassen wollten, durch den, äh, hinteren Ausgang, stand dort ein schwarzes Fahrzeug, bewaffnet mit drei Personen. Die haben den Officer bedroht, haben den, äh, Shopper, so hieß er, in das Fahrzeug gezwungen, sind mit dem wir Richtung Wagenhausgasse gefahren. Wir haben uns als Streifen drangehangen, sind in die Wagenhausgasse gefahren. Äh, dort gab es eine heftige Schießerei. Ja, ich hab einen von denen, ähm, umbringen müssen. Und Mr. Garcia hatte wohl vor, diesen Chopper hinzurichten oder umz, also, ja, halt umzubringen. Und er hatte einen Revolver bei sich, da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie da eine Kugel abkriegen, dann bleibt die, bleibt von Ihrem Schädel nicht mehr viel übrig. Ähm, also der Mann eine Fackel nicht mehr. Der hat nichts zu verlieren und, ähm, sehr schwierige Person. Haben Sie, warum sollte jetzt Rob Bar, also, warum? Er hat zu mir, äh, war hinter dem, er konnte mich nicht sehen vorher in dem Raum. Und er hat gesagt, ich weiß, mit wem du abhängst. Das hab ich heute auch nicht so weitergegeben. Und ich hatte, genau, und, äh, aber ich hab keine, keine Schuld, Herr Weiß. Ich, auch mit dem Zellen, ich dachte in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, ich sollte zu dem Zeitpunkt, wusste ich nicht, dass er da eine Zellen ist, logischerweise. Ich dachte, der ist in diesem Gegenüberständnisraum und ich werde da sehen. Ja, aber Moment, aber Moment kurz. Also, das ist halt, was ich nicht verstehe. Auch wenn Sie den in den Zellen gesehen haben, heißt ja nicht, dass Sie involviert sind. Sie können ja auch einfach dran vorbeilaufen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Das ist ja ein Policedepartement, wo super viele Leute unterwegs sind. Ja, ich war sehr auffällig, ich möchte das zu sagen. Also, sehr, sehr. Das ist ja einfach, als war er tatverdächtig. Also, er war in den Zellen ohne Handschellen und konnte sich im Bereich da unten einfach herumbewegen. In dem Verhörraum. Nein, er wurde, genau, in dem Verhörraum konnte er sich einfach so frei herumbewegen. Aber er war dort, weil er tatverdächtiger war. 4, 1, 8. Er wurde von den Zellen in den Verhörraum gebracht. Okay, und wissen Sie, welcher Officer, dass sie in dem Verhörraum war? Ähm, das müsste Frau Mark, ich bin mir nicht sicher, ob so er ist, aber Martin, Entschuldigung. Braune Haare zu den Zopf hochgebunden. Herr Taylor war mit mir auf der anderen Seite. Und ich kann aus Erinnerung, kann ich das nicht mehr sagen. Ja, check, Trennung. Okay, ja gut, weiß ich Bescheid. Alles klar, gut, dann begeben wir uns mal auf die Suche. Eigentlich hatten wir nämlich was anderes vor, aber... Ja, aber ich kann da doch nichts für, jetzt. Nee, nee, es sägert mich nur, dass jetzt... Wir haben gestern oben beim Yellowjack-In eine der schlimmsten Verletzungen gerade her gehabt, was die Anzahl der Opfer betrifft. Ich glaube, er lagen da 10, 15 Personen. Und ich wollte heute mit einigen Officern nochmal da hinfahren und das einmal nachstellen, was da passiert ist. Davor gestern war das... Nee, gestern, genau. Ich kann da wirklich nichts für, ich will auch keine Bedrohungslage haben. Ja, und jetzt ist die Frau Barm da, ach, das ist... Ja, okay, müssen wir sie suchen. Ich habe keine Ahnung, wo. Ja, aber da kann ich auch nichts für, dass ich jetzt die Frau Barm einsehe. Nee, aber es ist halt wieder... Wenn ich schon Alice Taxi höre und Sarah und Eddie, dann weiß ich schon, ist alles wieder zum Kindergarten. Ja, aber was würde ich denn machen? Ich muss doch trotzdem... Ich gehe nicht um sie jetzt, Frau Barms. Also McKinney, erstens jetzt mal hier West anziehen, ne? So. Zweitens, wie konnte es gestern sein? Weiß das einer von Ihnen, dass Herr Garcia sich einfach im Zellentrakt frei rumbewegen konnte, dass er im Verhörraum einfach hinter die Scheibe konnte? Weiß das jemand von Ihnen? Nee, der Einzige, der hier West sagen könnte, ist McKinney, aber der kam auch erst später zu der ganzen Sache dazu. Ja, das ist natürlich jetzt fatal, ne? Ja, ja, klar. Kann denn sowas passieren? Wie es aussieht, ist, Herr Taylor, es sind irgendwelche Sachen passiert, da ist Herr Gutier gerade dran, das zu klären, was genau da schiefgelaufen ist. Herr Herr... Oder? So viel weiß ich dazu. Ich hätte auch durchaus eingreifen können, das ist richtig. Da haben wir auch jetzt auch später dazu. 418 für Inford Langkomm. Gut, na gut, wir brauchen jetzt passen Sie auf. Wir sind 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 Personen. Okay, wir machen zwei Streifen daraus, ja. McKinney, Sie fahren mit Schreiber, richtig? Das ist richtig. Gut, Schreiber, McKinney, Sie fahrenden nach Frau Bahn, ja, fahren Sie zu den Ölfeldern. Welche Orte schlagen Sie vor, wo wir es checken sollen? Ich würde vorschlagen, dass ich vielleicht eher wollen, dass ich mit Schreiber da, die von der LL gefordert worden ist. Ja, aber ich glaube, keiner kackt den anderen an. Ich will nämlich auch die Leute nicht ane kacken, aber man muss... Haben Sie die Ovi abgehandelt? Ja. Haben Sie die Ovi schon eingetragen? Das mache ich jetzt, Frau Bahns muss noch die Sachbestätigung machen, weil das habe ich nicht gesehen. 5, 3, 0, über 4. Ja, machen wir später, machen Sie erstmal... Schreiber Sie den Overwatch an, McKinney, ja? Check. Äh... Er hat doch gesagt, er ist jetzt wieder verfliegt. Ich dachte, Herr McKinney soll jetzt dahin gehen. Na, aber wenn er nicht fliegt, dann müssen wir Feuern, ne? Nein, ich bin wirklich nur da, wenn man mich noch braucht. Ansonsten würde ich echt außer Dienst gehen. Hier in der Luft. Wir haben aktuell tatsächlich... Nicht Arfi Angeskack. ...und die Offizier, die da mit dabei waren. Aber es ist scheinbar nicht, wenn man mich noch braucht. Und die Frau, die da mit dabei war, die Offiziererin ist wohl die Freundin von ihm. Nehmen Sie Ihren Kollegen hier mit, ja? Ja, Herr Dix, Sie sind nochmal zu... Ah, ich glaube, der trennt das schon, aber es tut mir voll leid. Die 125, äh, Brinkowski. Brinkowski, Sie fahren mit den Herrn Dix, ja, wenn er die Zeit noch hat. Und wir machen eine Dreierstreife und suchen dann auch mal Orte ab, okay? Ja, natürlich. Dann... Dann versuchen Sie, die Leitstelle zu kontaktieren, vielleicht kriegen Sie das hin, ja? Wir müssen jetzt auch los. Ja, fliegen Sie einmal die markanten Neues ab. Entschuldigung, Herr Tanaka, wir müssen aber jemanden suchen, ja? Wir waren jetzt in der Situation gestern. ...stätigt mit Gassier, weil dann holen Sie mir ein Haftbefehl. Bitte? Haftbefehl? Ob das bestätigt ist mit Herrn Gassier? Herr Weiß, ist das bestätigt mit der, mit der Person, die dahinter steckt? Ich weiß nicht, woher diese Info kommt. Die Frau Bahns hat diese Info. Ich habe einen Anruf bekommen für mich. Sie war dabei, hat gesagt, Barbara, wurde gerade mitgenommen. Ja gut, wenn sich das konkretisiert, rufen Sie mich nochmal an, dann hol ich nach. Dankeschön, Herr Tanaka. Frau Bahns, ich funke auch lieber. Ja, die PD99 informiert mit einer allgemeinen Information an alle Kollegen. Wir fanden ein, äh, wir fanden Mr. Limon Gassier, der im dringenden Tatverdacht an der Entführung von einer gewissen Barbara Bahm steht. Barbara Bahm ist eine betagtere Lady, weiß, rote Haare und, ähm, hat eine sehr auffällige Stimme. Das Problem ist, hätte Ariane gestern da jetzt nicht ausgesagt, wäre das da super falsch gewesen. Sie kontrollieren das. Natürlich, ich mag es auch nicht, wenn das heißt, er ist ein Problem. Und Eddie, das mag ich auch nicht, weil das natürlich immer so, wie du, so Duli-RP-mäßig wirkt, aber was soll ich machen? Ja, die 4-1-3 ist jetzt auch in aktiv, Kollegin mit Gary ist ebenfalls aktiv. Und somit haben sie aus drei beiden fünf Schreifeln. Sektor D, komm. Wir sind noch zu Sektor D, oder was? Äh, ja, Frau Bahns, wo finde ich Sie hier im Blatt? Äh, bei der Streife von Herrn Dutz, die 4-1-6. Ja, die Streife hat in Sektor D. Äh, die, nee, Entschuldigung, die. Ja, alles klar, absolut. Wir waren zu letzt eher... Hops, 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 hops. Ich rufe die nochmal an. Soll ich gucken, wo Delta ist, oder? Morin sagt man nicht, weil ich mich entspannen soll und wann nicht. Ich bin gerade mittendrin im RP. Ja, schauen Sie, wo Delta ist. Bisschen Verrückleitung im Check. Ich will jetzt einfach ganz ehrlich mal bei denen erstmal in die Gasse gucken. Ich war gar nur, weil er sich nicht zu Ende angehört, was er gesagt hat. Da haben sie ja versucht, diesen Chopper umzubringen. Ja, da haben sie ja versucht, diesen Chopper umzubringen. Warum? Ich war ja nicht der eine, aber ich muss es ja auch nicht sagen. Es war einfach. Es hat viele Sachen nicht so korrekt wiedergegeben, wie ich sie mit Ariane gesagt habe. Aber ich bin bei Weitereis sowieso schon immer gestresst, weil ich weiß, man sollte sich sehr kurz halten. Das kann ich nicht. Wo würden Sie jetzt, wir müssen als Mr. Gassier denken. Wo würde man jemanden hinbringen? Der ist halt nicht dumm. Die fahren zu sich. Ich weiß von dem Zeugenschutz, dass die zu sich in die Gasse fahren und hinten einen Raum haben, wo die gerne was machen. Woher gehen wir da jetzt hin? Also die zweite Gasse, aber wir kommen nicht in den Raum rein. In der Gasse sind sie am sichersten. Ja. Wo ist diese Gasse? Fahren sie mal geradeaus. Also ist das die Gasse, wo am Schluss Ende ist? Nee. Davor die Gasse. Oh nein. Da müssen wir jetzt rein. Haben Sie alle Schusswaffe dabei? Natürlich. Ich möchte nochmal nachladen. Wie? Was machen Sie damit die ganze Zeit? Warum ist Ihre Waffe nie geladen, Frau Barnes? Ich habe Nachladeschwierigkeiten. Einmal vollladen und dann ist es gut? Ja. Wir sind links gekommen, ne? Ja. Ja. Ja, wissen Sie doch, wo wir den einherren haben, der aus dem Auto gerandelt ist. Das Handy-Shores-Department löst sich auf und meldet sich geschlossen ab. Ja, die Trennung in die 413 hat eine Information. Die 413 prüft, äh, Wagenhausgasse den Hinterhof. Wenn eine 1099 ausgerufen wird dann Wagenhausgasse nicht die Gasse an sich, sondern einen Block weiter nördlich bei einem großen Paarplatz. Wir gehen da jetzt einfach rein, oder was? Wir haben keine Kapazitäten, wir müssen in die andere Dinge das aussuchen. Ich möchte nochmal sagen, dass ich eine Bedrohungslage habe. Ja, Frau Barnes, wir haben auch eine Bedrohungslage. Trotzdem müssen wir als Police Officer jetzt unserer Arbeit nachgehen. Wir können die Frau Barm hier einfach verrecken lassen, wenn sie möchten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe da auch keinen Bock reinzugehen. Der äußerste Vorsicht, ja? Äußerste Vorsicht. Es ist hier rein weiter rechts rein. Max soll das PD anrufen und nicht Ariane machen, wenn das Max will. Wir müssen super aufpassen, warten wir. Ja, er hat kurz in Bayern. Ja, eine Information in den Funkkreis. Dr. Larsen hat gerade angerufen. Die werden gerade überfallen in der Nähe einer Wohnung beim MAPD. Seit jeder Ende. Zusatz 3 maskierte Täter. Dr. Larsen musste auflegen, bevor sie was gemerkt haben. Welche Tür? Die RSG herzukommen. Hört sie, kommen sie? Ja, nur für jede Information. Die Kamera der RSG ist so ein wenig defekt. Anscheinend können wir halt nur von oben aus schauen. Haben da keine exakte Sicht kommen. Der ATL somit kommt in der RSG zu Ende. Ja, oder eben nicht, damit wir nicht vermuten, dass sie hier sind. Hört sie, kommen sie? Waren sie gegenüber die Gasse? Die kleine Gasse, die ganz kleine. Direkt gegenüber. Ja. Ja, da auch hingucken. Ja, ja, ja. Sollen wir jetzt trotzdem anfahren oder noch zu suchen? Komm. Ja, tun sie das. Komm. Trennung und Leitstelle. Ich guck mal, ob das Garagentor zu ist. Ja, komm. Haben sie für den Fall der Fälle noch eine 10-10? Für die Kollegen kommen. So negativ sein, sie können jemanden abziehen. Komm. Ja, gerade schwierig. Waren sie gehen einmal rüber zu der anderen Tür, genau gegenüber von uns. Und guck mal, ob die Tür verschossen ist. Seitlich an die Tür stellen, nicht dass sie dann herausgeschossen wird, ja. Seitlich, wo genau die 10-20 von diesem Überfall? Äh, genau. In der Wohnung beim MRPD ist ein Dispatch. Müssten sie sehen, komm. Ja, das ist bei Mr. Glasses. Wo ist denn die Wohnung genau? Ähm, konnte Dr. Larsen nicht sagen, der Herr Tanaka wüsste, wo die Wohnung wäre, als Information. Komm. Check. Hey, was ist hier? 416 meldet. Sektor A. Und? Wir haben eine Leerung. Okay. Dann lass uns raus hier wieder. Nochmal von der L. Die Anweisungen an Alleinheiten. Seien sie ein bisschen kreativ. Warten sie. Warten sie. Warten sie. Gehen sie vor. Gehen sie vor. Gehen sie vor. Gehen sie vor. Gehen sie hinterher. Gehen sie hinterher. Gehen sie hinterher. Ich pass auf. Folgen sie mir. Kommen sie, kommen sie. Gehen sie an der Tür. Gehen sie mal das Schild. Gucken sie mal das Schild, Frau Bahns. Gehen sie mal das Schild gucken. Schnell an der Tür. Ja, fantastisch. Oh, interessant. Interessant. Kommen sie hier rüber? Eine Information. Der Leitstelle. Der Leitstelle hat gerade angerufen. Der Überfall. Die sind wohl geflüchtet. Wäre angeblich keine Streife nötig. Bitte trotzdem einmal anfahren. Dann Andreas. Stellpolis ist jemand hier in dieser Wohnung. Leitstelle Ende. Ich glaube die Tür ist verschlossen. Hier ist keiner. Ich glaube die Tür ist verschlossen. Ja, Dieks fahrt die Situation an. Nimm Personalien auf. Dann weiterfahren. Das hat keine Priorität. Die werden dann morgen vorgeladen. Und dementsprechend abgehandelt. Und die Tür noch checken. Kommen sie, Frau Bahns? Sobald du mit der Air One in der Luft bist. Einmal in den Norden fliegen. Gewisse Bereiche abfliegen. Gehen sie auf Abstand. Gehen sie auf Abstand. Gehen sie auf Abstand. Kommen sie mal her. Kommen sie, kommen sie, kommen sie her. Auf die Knie. Gehen sie auf die Knie. Kommen sie rüber. Auf die Knie. Los, los, los. Runter von der Straße. Ich habe so verstanden, dass du die Air One noch besetzt. So. Mann, was ist denn los? Wer bist du? Ich bin Eduardo, Mann. Ey, wo ist... Ich weiß nicht, Mann. Anson, wie ist der Status und in den Zellen? Wie lange braucht ihr da noch? Ich nehme gerade noch die Aussage auf. Maximal fünf Minuten. Komm. Ja, du hast fünf Minuten. Danach rausfahrend. Suche einleiten. Ey, Mann. Wo bist du, Mann? Generell Innendienstsperre für alle Beteiligten Officer. Fahren sie raus, hier wo deine Person entführt uns maximal in Gefahr. Das hat oberste Priorität. Da hinten vielleicht, da hinten vielleicht. Der will mir nicht sagen, wo er ist, Mann. Waren sie mit den Kollegen hier? Sind das wieder hinten vielleicht, oder was? Kommen sie auf. Der habe ich, Mann. Kauen sie ab. Ja, 3-4-R zu kommen. Hört sie kommen? 3-4-R zu kommen? Ich glaube, da vorne. Ja, soweit. Alles okay? Können sie das Fahrzeug verfolgen, hinter dem wir herrennen? Wesputschi gerade. Wesputschi fährt ein Emperor hellgrau in Richtung Norden. Haben zwei Personen flüchtig? Ja, wir sind gerade ein Emperor, aber habe ich zuerst noch nicht vorgestellt. Hey, Police! Bleiben Sie stehen! Ja, du wirst mir auf den Thornals zu bringen. Yo! Hey, was ist das Demo? Jackpot Arschloch! Was ist das Demo? Dreh dich um. Dreh dich um, Limon. Okay, okay, okay. Handstellen, Handstellen, nachher. погuardo, Leute. Hey, was ist das Demo? Wir brauchen hier dringend alle Einheiten, weil wir haben hier sehr, sehr, sehr viele Leute, die da abgehauen sind. Wir brauchen auf jeden Fall 2 bis 3 Zehnzehens hinterm Lolita. 4-4-1, fährt an. Wir brauchen unser Fahrzeug hier. Limon, wir suchen jemanden. Ich hol das Fahrzeug. Komm mal her. Pass die auch. Die passen auf, wo klingt die. Die passen auf. Die passen auf. Die passen auf. Die passen auf. Hier ist so eine rote Furie. Die weiß schon. Die müssen die irgendwo von da kommen. Die ist da hingerannt irgendwo. Passen sie auf. Schnell, Vorsicht, es kommen welche, es kommen viele, es kommen viele, es kommen viele, es kommen viele. Ey, gut, hier wird euch keiner attacken, Mann. Nee, das sagt ganz anders aus. Tut mir leid. Warte, chill out, Mann, okay? Chill out, Mann. Geht schon mal, Mann. Einmal stehen bleiben dort hinten. Einmal stehen bleiben. Ja, passen vorbei. Ey, passt auf, die wollen euch shooten, Mann. Geht lieber da weg, Mann. For you, for you, Mann. Geh halt die Fresse. Der hat gerade gesagt, er knallt euch ab, Mann. Ja, es ist vor 70, hierher gekommen. Ihr braucht unsere 10-10-Dringlinge hier. Warten, Mann. Ja. Ich helfe euch gerade, Mann. Ihre 10-20 von der 10-10. Ihr seid die Tau. Warten, versuchen Sie nochmal, den anzurufen. Keiner hat Bock vom Kopf geshootet zu werden, Mann. Ich warte nochmal mit dem Fahrzeug kurz, ein bisschen. Nehm. Warten Sie kurz. Bitte, die 990, Ihre 10-20 von der 10-10. Bleiben Sie jetzt hier stehen. Ja, ich dachte, ich komme mit euch mit, Mann. Warum hauen Sie nicht ab, wenn man es Ihnen sagt? Sehen Sie nicht, was ich in der Hand habe? Das ist eine Pistole. Sechs Kugeln sind da drin. Ich sag euch doch, der will, okay, Mann, Mann. Alle sechs Kugeln reichen für vier Leute. Ich treffe jeden von Ihnen in den Kopf, wenn Sie nicht abhauen jetzt. Los, gehen Sie auf Abstand. Nee, werden wir auch hier am... Ja, ja, genau, schön hinter mir. Nee, die shootet keiner, ey. Ach, ja? So. Nee, die shootet jetzt keiner. Was ist hier durchsuchen, ey? Ei, Merda. Der Rest ist dabei. Gehen wir wieder hier in die Ecke. Wir kommen mit, komm mit, komm mit, komm mit, wir gehen hier wieder drüben hin. Ja, 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 wir befinden uns hinter Lolitas unter diesem Vordach. Wir werden ja auch langsam umstellt. Wir brauchen Dinge einhalten. Ja, zufrieden, ich möchte das. Alle verfügbaren Einderten fahren die Position des Kommissionans. Also, Frau Barnes, rufen Sie nochmal die Frau Barm an, bitte. Versuchen Sie, ob es ihr angeht. Hier, Fummonie oder was? Geld. Ich höre keine Check-Send-Funk. Check. Check. Ich weiß nicht. Wir sehen Sie nicht. Okay, cool. Halt es eine kurze Schreie. Frau Barnes, nicht mal wie ein Hund hinterher im Rennen. Bleiben Sie hier einfach, auf Ihre Position. Zettelscheiße. Lolitas ist abgefahren, wir sehen Sie nicht. Sie sollen hinter Lolitas auf den Hof fahren. Ich sagte bereits, dreimal hinter Lolitas. Gehen Sie in die Himmelsrichtung, da wir Sie nicht gesehen haben. Der Alamo 448 kommt genau. Jetzt rechten diese Gasse rein. Endlich jemand, der als Check. Wie ein Hund? Wie hat den ja einfach nur beschützt? Ist das Eingang, wo er hingegangen ist? Der Geistername mit der Information, der Miss Barnes geht soweit gut. Miss Barnes, können Sie nochmal nachschauen? Laut Ihrer, Entschuldigung, Bahn geht es gut. Auf Ihrer Aussage handelte es sich um eine private Schlafzimmerangelegenheit. Ich will darüber nicht reden, hier geht es gut. Bitte? Ach, Entschuldigung. Können Sie noch einmal durchsuchen? Vier-Augen-Prinzip. So, ich werde Ihnen jetzt die Handschellen abnehmen. Ja, haben Sie trotzdem hier. Ja? Nee, warum abnehmen? Ach so, ja. Ich bleibe schön dran, verdammte Scheiße. Sie können mich ja so durchsuchen. Vertrauen ist jetzt gerade nicht so ein Doller. Hey, aber warum können Sie sagen, was los ist, Mann? Erstmal, Mann. Hallo, was? Ja? Haben Sie den Funkspruch mitbekommen? Nein, ich sollte jetzt von Herr Kuckuck aus Eingang durchsuchen. Frau Barbara Barm hat gerade gesagt, es war eine private Schlafzimmeraktion und es gab keine Entführung. Ja, war es natürlich nicht geliebt. Ja, dafür den Aufriss. Rufen Sie die an und zeigen Sie, wo sie ist. Was, ich reiß Sie den Arsch auf. Wir sehen, wenn Sie gebunden sind, dann machen wir schon. Machen wir schon. Es geht um die zweite... Ja, hier haben Sie die an und sagen, komm. Ariane? Wo bist du? Ich bin in MD. 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 Wenn Sie noch irgendwo benötigt, komm. MD, gut. Ja. Wir haben keine Zeit für so einen Scheiß, wirklich. Ich muss das doch ernst nehmen, was soll ich denn machen? Ja, aber... Aber die... Also... Die lügt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen gestresst. So eine freshe Mütze, muss man auch sagen. Hey, thanks, homie, man. Die ist für Rekumen. Ist so. Hast du sowas? Durchsuchen Sie den ja. Okay, ich habe echt einen Fehler gemacht. Ich habe das gerade voll verpeilt. Also Mann, Kowalski, hast du gerade mit... Es geht mich nichts an, aber ich muss das gerade wissen. Hast du dich gerade mit Barbara Barham getroffen und hast du mit der irgendwie einen technischen Mächtel? Weil sie erzählt, hat gerade erzählt, sie wurde gerade sexuell, hatte sie ein tolles Erlebnis. Und... Gern 15, 30, Nord, West, See, Stadtpark. So. Checken. Bitte. Ja, sie hat nämlich gerade... Sie hat erzählt, sie hat vorgegeben, sie würde entführt werden. Am Schluss hat sie gesagt, sie hatte nur Sex mit jemandem und es gab keine Entführung. Ja, wenn das jetzt so gewesen wäre, hätte ich die einen in die Fresse gehauen, weil er mich 20 Kops gerade nach ihr gesucht hat. Ja, richtig. Nein, nein, nein. Frau Weizke, dann halte ich lieber fern von der. Die spielt hier, die fährt ja zweigleisig, ne? Ja doch, anscheinend schon. Ich fahre zum MD, nehme die Aussage auf und lese sie dir gerne danach vor, ja? Ja, die ist im MD, richtig. Ne, 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 ne. Weil dann bitte nicht auspacken. Lass mich das machen und danach kannst du da hinkommen, okay? Fünf Minuten später, ja? Ich rufe dich gleich an. Ja, okay, dann warte unten, bis gleich. Mann, 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 Mann. Gut, hat er was? Ne, ne? 4, 1, 6, 10, 20, 20, 10, 10. Barbara hat Ariane voll in die Scheiße geritten, ne? Also so richtig in die Scheiße geritten jetzt. Jetzt wirkt Ariane wieder als Kondition. Aber das ist ja nicht ihre Schuld. Sie muss doch ernst nehmen. Was soll ich denn machen, so, ne? Und das Max nicht, dass PD anruft, ist aber wirklich ein Problem. Ja, 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 sie können abdehnen. Weil Ariane wegen sowas schon mal was gesagt bekommen hat. Ja, oder? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, doch, gerade habe ich was falsch gemacht. Und der lieben On-Spieler hat mir gesagt, du kannst mich so durch so aus tun. Ist so leid, ich bin so gestresst gerade. Der Kollege hier mit den, wie ist nochmal ihr Name hier? Uzzarella, ne, wie heißen Sie nochmal? 4, 1, 8, hört. Okay, Sie gehen einmal zu den Kollegen rüber, zu Evans, gehen Sie rüber und wir schützen ihn. Mr. Kukum, Sie kommen zu mir. Ja, Evans übernimmt das. Und Sie sichern ihn ab, solange er die Ovi, bis er die Ovi fertig gemacht hat, okay? Haben Sie das verstanden? Check, danke. So, wir holen unser Auto, wir hauen die Abwahl, wir müssen zum MD. Frau Barnes, kommen Sie? Frau Barnes, springen Sie mal vor Freude. Mr. White, man, fragen Sie doch mal jetzt nach, man. Ich war die ganze Zeit hier drin. Aber es hat sich ja schon erledigt, es ist doch okay. Sie können doch jetzt gehen. Ich hänge Ihnen gar nichts an. Werde ich machen. Ich gehe andersrum und frage nach. Sie machen es nicht, Sie machen keine Ermittlungen. Ermitteln Sie doch den Schicht hier. Wir sind doch fertig ermittelt jetzt hier. Was ist denn los? Ich empfehle hier, wirklich. Aufpassen, Mann! Ja, ja. Vorsicht, ja, ja. Oh, nee, das glaube ich nicht. Alle haben durchdrehen heute, oder? Also, Frau Barbara, war und gab es wohl keine Entfügung, sie hat ja wohl einen Technischen Mächten mit jemandem. Kowalski am Boden zerstört jetzt. Ach, ich wollte gerade fragen mit Kowalski, weil der hat sich ja... Nee, der weiß davon gar nichts. Stimmt, Herr Queen hat wahrscheinlich am Telefon dann richtig starke Schauspieler, als er geheult hat und gesagt hat, die haben Barbara eingepasst. Ich habe direkt von Anfang an gesagt, dass die Person überdramatisiert. Das ist ein Rieseneinsatz ausgelöst jetzt, ey. Ja, so ein Scheiß wieder. Wir werden in die fucking Gasse da reingerannt. Ich will da nicht rein. Wir wurden gestern einfach 15 Leute beim Yellowjack innen niedergestochen und abgemorxt. Und ich wollte eigentlich den Tatort besuchen, um das Ganze nochmal nachzustellen, damit wir das ermitteln können. Ja, Entschuldigung, wenn ich eine Drohung von Ihnen kriege, also weiß ich nicht, was die Leute nicht abhängen und heute das ja, dann gebe ich das natürlich ganz normal weiter. Das ist ja auch richtig. Ich kann mir doch nichts dafür. Es geht doch nicht um Sie. Nein, aber man muss das doch ernst nehmen. Ja, aber man kann natürlich ernst nehmen, wenn die jetzt gleich mir in der Zeugenaussage sagt, dass sie einen Techtel-Mächtel hatte und dass es gar keine Entführung gab, dann pfeffere ich da eine. Sag ich Ihnen ehrlich. Ja, ich mach direkt mit. Was? Ja, ich mach direkt mit. Ich bin sauer. Zu Recht auch. Schlampe, ey. Dafür begebe ich mich in Lebensgefahr, ne? Wirklich. Wo ist denn Max Queen? Oder soll auch mal zum MD kommen, bitte? Ja, ruf mich die ganze Zeit an. Wird auch nicht sagen. Ja, sagen Sie mal, soll mal zum MD kommen. Feige Dreckschweine, echt. Weil das ist ja mich tatsächlich dann missbraucht. Ja, wobei, er hat ja keinen Notruf gewählt, hat er Glück gehabt. Ja, das ist das Ding. Warum werde ich angerufen und nicht? Ja, das können wir gleich mal fragen. Ja, ich hoffe. Mit ihm kann man es machen, denken die sich nämlich auch. Ja, aber ich muss das ja weitergeben. Jetzt lege ich da auf und dann weck mich an den Arsch. Frau Banz, Sie müssen mal zuhören. Es geht nicht um Sie. Ich weiß nicht immer. Ja, nicht immer alles auf Sie um Münzen. Es fängt noch mega ab, weil wir eigentlich, wir kommen unsere Arbeit nicht hinterher wegen so einer Scheiße gerade. Oder so einem Kindergarten. Also wenn sie entführt wurde, dann soll sie uns das sagen, weil das ist natürlich auch wichtig, damit wir ihr Glauben schenken können, dass sie dann wirklich eine Bedrohungslage haben. Wenn die jetzt aber damit rumspielen, dann sind das keine guten Freunde. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will? Ich weiß, was Sie meinen, aber ich denke, sie wurde wirklich entführt. Ja, dann soll sie dann gleich auspacken, damit wir damit arbeiten können. Sie kommen so gut mit ihm zu, dass es egal ist, was mit der Freundin ist. Ja, check. Ansonsten, ich bin schon vor Ort. Also die 369 schon vor Ort. 369 führte 413, komm. 413 ist dabei. Das ist sie. Sie haben die 413 angefangen, bei euch? Das sind die Diensten. Ach Gott, ignorieren Sie den Punkt. Ich bin in der 413. Äh, 513. Ignorieren. Lassen Sie das bitte, Mr. Foley machen. Jure mit. Hallo, das ist gerne. Howdy. Verkaufst du jetzt irgendwie Pornoäfte unter deinem Oberteil, oder was? Hallo, ich hab tatsächlich welche. Das ist ja mein Sionlose, Alter. Gut siehst du aus. Nimm mal kurz. Nee. Ach, du Scheiße. Nein, 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 nein. Nee, Herr Kowalski. Die hat sich gerade betrogen und du willst hier mit der Rose reinkommen. Was hast du betrogen? Ich bin doch gar nicht mit dir zusammen. Ja, aber die Bumms da. Die hat wahrscheinlich auch einen Juri, oder wie das heißt, Natschi. Wie heißt das nochmal? Das ist doch egal. Was denn? Ja, es geht, ey, Dori. Sie darf doch machen, was sie möchte. Ich bin doch mit ihr nicht zusammen. Und jetzt kommst du da. Das ist aber nicht der richtige Zeitpunkt dafür gerade, Mann. Kommst du angekrochen wie so ein Idiot und lässt sich super handeln, während die rumvögeln? Natürlich, ganz klar. Hallo? Boah, Walski. Boah, Walski. Boah, Walski. Boah, Walski. Lächerlich, ey. Als dein Freund bin ich zutiefst enttäuscht, dass du dich super handeln lässt, du kleine Bitch. Max? So, können wir jetzt bitte schauen, ob sie drin ist. Witterst du jetzt die Schenke? Meinst du, bist du ein bisschen zu träglich oder was? Boah, Walski, du wartest jetzt hier unten, ne? Du gehst da jetzt nicht hoch. Okay? Ja. Boah, Walski, wenn du uns hinterherläufst, ich nehm die Rose, die hat Dornen dran und ramst sie dir in das Arschloch. Wirklich. Das sind keine Dornen. Mann, ey. So, ich bin nur noch sicher, dass du verlängst über alle Berge bist. Du verbiegst dich, ey. Halt's Maul. Wie, halt's selber am Maul? Halt's Maul. Halt's Maul. Ja, ist so. Wolltest du dir einfach so sagen? Was soll das, ey? Ich bin jetzt privat unterwegs. Kopp ist niemals privat. Lächerlich. Warum lächerlich? Guck mal. Du bezeichnest sie mir als... Kopp ist niemals... Hallo. Hallöchen. Wie können wir helfen? Einmal die 419. Wurde eine Frau Barbara Barm hier eingeliefert? War sie hier gerade zur Behandlung? Oder ist sie vielleicht eventuell noch in Behandlung? Ja, die ist immer noch in Behandlung gerade. Okay, super. Dann warten wir hier mal vorne. Wir müssen sie dringend befragen. Okay, ich hab schon gehört von einer Tür. Sie ist noch in Behandlung. Ja, eine Wand hat sie geschlagen. Ach, sie wurde geschlagen. Also sie ist auf diverse Arten und Weisen gegen eine Wand geworfen oder gegen eine Tür und ist als hätte sie jemand geschlagen, hat sie gesagt. Aber das können ja sie ja komplett nicht gleich selber gründen. Genau. Fantastisch. Können sie uns rufen, wenn wir da hinkönnen? Weil wir stehen hier direkt bei dem Herrn, der da sitzt, ja? Ja, natürlich. Haben sie auch eine Behandlung gegen Liebeskummer? Trauerkloß da vorne. Liebeskummer? Also wir könnten... Oh Mann, wie es voll nicht ernst genommen wird. Wie soll ich so wissen, was man in den RP ernst nimmt und was nicht macht? Okay, danke. Also, Kowalski, kommen wir mal zu. Ja. Okay? Frau Barbara Barm. Ja. Bumst für Geld mit jedem. Die hat vorgeschlagen... Oder ist es das, was dich anmacht? Ist es das? Darf ich ganz kurz... Lassen Sie mich das kurz... Also die ist keine Prostituierte, um Gottes Willen. Aber ich hab ihr angeboten, wenn sie 5.000 Dollar, wenn ich in die gebe, dann würde sie mit Ernest Hill ein Date haben wollen. Was machst du denn da? Hast du Panzertape dabei? Würdest du die entführen? Oh Gott, oh Gott. Entschuldige Mitte. Kommst jetzt... Kowalski, du bist gestanden? Ja, ich hab ja gesagt, sie soll ich mit Ernest Hillen treffen. Gut, wenn sie der glauben wollen, dann mit der Wand und so. Aber das ist dann auch... Wo sind wir hier reingehaut? Einfach so... Beteiligt am Umsatz, oder was passiert jetzt hier? Ich bin nicht beteiligt. Sie ist frei, verstehst du? Die kann machen, was sie möchte. Und du stehst jetzt da mit einer Rose... Dann muss Ariane ihre Drohungsflage halt auch nicht mehr ernst nehmen. Ist halt alles Larifari dann so. Aber sie hat gerade mit jemand anderes gebumpt. Und ich dafür... Jetzt angekündigt, einen von ihren Freunden, dann hat sie eingepackt. Jetzt ist sie vor einer Wand angeblich gelaufen. Ja, sie hat's gesagt, aber das hat sie nicht gemacht. Das glaub ich nicht. Nein, die bricht die Schweigepflicht auf. Das ist die Polizei. Ja, und dann wurdest du versetzt, damit sie mit einer anderen was haben kann. Hallo. 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 Frau Barnes, was sagen Sie denn dazu? Kann ich Sie kurz stören? Nichts Gutes. Wir haben von gestern noch von dem Code Blue und Code Black noch Kugeln übrig. Kann ich hier jemanden mitgeben? Herr Kuckuck, bitte. Der hat eine dicke Jacke an. Den können Sie was geben. Kugeln, nicht Kuchen. Wie viel sind es denn? Also insgesamt zwei Beutel mit jeweils... Also einmal zwei Patronen und einmal eine. Ja, einen Beutel kann ich nicht geben. Das ist kein Problem. Ich glaube, Sie können auch beide Beutel nehmen. Also was ist das einmal mit? Was ist das? Steht auf den... Ach, steht alles drauf. Du, weg. Du, weg. Du, weg. Du, drei, eins. Du bist wieder aktiv. Dann gebe ich mein... Das und... Nein, das hat nichts mit Weiß zu tun. Das ist halt so dieses... Ah ja, alles klar. Ja gut, dann spielen wir das... Dann weiß ich nicht. Man will doch natürlich das alles richtig machen. Und dann heißt es für irgendwann, man hat vielleicht Sachen nicht ernst genommen. Also was soll Ariane ernst nehmen, was nicht? Ich habe, glaube ich, vieles nicht mitgekriegt. Natschi, entschuldige bitte, dass ich so... Die soll ermitteln, die soll das machen, das machen, aber wie soll ich... Nein, aber du verlierst dich hier gerade in etwas und das können wir auch nicht verlassen. Ich verliere mich nicht eigentlich. Frau Walzki eigentlich. Frau Walzki nicht. Kowalski, hör mal zu. Hören wir mal genau zu, okay? Frau Brunz, was sagen Sie? Sie hören zur Leitstelle, komm. Gerade nichts Gutes, ich enthalte mich. Also sehen Sie, dass... Kowalski als dein Freund... Kowalski als dein Freund, okay? Als... Ja, ich bin hier noch zur Absicherung. Freund, Partner und auch Vorgesetzter, ja? Der dich sehr schätzt. Lass diese Frau... Lass die Finger von mir, wirklich. Das ist nicht gut für dich. Du wirst am Schluss, wirst du enttäuscht. Also die letzte Nacht war ich tatsächlich nicht enttäuscht, also... Eine Nacht für ein ganzes Leben oder was? Oder was ist ein Jahr gegen... Was heißt ein Leben? Wir wollen einfach Spaß zusammen haben am Leben. Nicht mehr und nicht weniger. 4, 3, 1, vielleicht, oder komm. Was heißt denn Spaß... Was heißt denn Spaß haben? Bummst du immer noch mit dir, oder was? Ja, was heißt denn... Nein. Das ist korrekt. Was heißt was? Das ist korrekt, komm heute jetzt nicht. Er checkt dann einmal, wie wir die anfahren und zwei Kollegen überführt kommen. Nee, das war vor ein paar Tagen. Check, 4, 3, 1, sagt die... Warum betonst du so, dass die Nacht gestern so... Ich hab die repariert, die Club Couch und... Ja. Musst du da einige Sachen tauschen, weil die ist kaputt gegangen. Ja, weil die auch stark professionell ist, Kowalski. Das könnte sein. Das könnte... Das erklärt natürlich noch einiges. Das ist ein gutes Zeichen, ey. Weiß ich nicht. Das ist auch irgendwie so ein Hang für solche Leute, oder? Walter, ich... Komisch, na, ich... Stimmt irgendwie, ja. Hätte mal was mit Madison Oakley. Nee, das war tatsächlich eine Freundschaft. Ja, ja. Ich glaube, sie wollte mehr, aber... Jetzt stehe ich und warte, dass die alte Schabacke fertig wird. Ich krieg zu viel, wirklich. Ich wollte heute ausnahmsweise mal richtige Polizeiarbeit machen. Und jetzt stehe ich und warte, bis das alte Ersatzlager da... Ach, nee, Mann, ey. Ariane ist leider so... Doch. Wir werden alle irgendwann mal halt. Moment mal, mir fällt da was auf. Was? Ist Frau Barbara... Äh, Frau Bahns, ist die Frau Barbara Baham nicht wohl? Hat sie nicht viel Geld? In New York, ja. Oh, Walski. Du bist ja ein Niederling, ey. Kowalski, geht es etwa darum, dass du wartest, bis sie stirbt und du das Erbe kriegst? Nein. Komm, komm, ich hab jetzt hier ein kleiner Schrank... Ja. Ich muss dich später anrufen, Entschuldigung, das gab... Ich muss eh gute Später an. Das ist ja überhaupt nicht meine Absicht. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Klar. Ja, Kowalski, klar. Merkt man auch. Du stehst hier wie ein Typ mit runtergelassenen Hosen und hast da eine Rose in der Hand. Ja, bitte? Ja, natürlich. Ich bin für ein Treffen natürlich vorbereitet. Logisch. Klar. Ja, ich hab ne Blume dabei. Herr Tanaka? Ja, Frau Bahns. Ja. Haben Sie schon was Neues für mich? Ähm, nee, nein. Ich bin die ganze Zeit hier an Einsätzen gebunden. Ich würde da gerne... Ich muss das in den nächsten Tagen machen. Ich schaff's einfach nicht. Äh, was? Was? Na, äh... Äh? Oder was meinen Sie? Ich red von der Anführungssache. Ach so, ja. Wir sind gerade bei der Frau Bahn. Es ist folgendes. Ähm, wir haben den Herrn Garcia gestellt. Sie ist im MD, weil sie mehrfach ganz schlimm gegen eine Wand gelaufen ist. Und sie meinte, sie hat ein sexuelles Verhältnis mit dem und es wäre nichts. Ist aber gelogen, weil... Weil Frau, äh, Herr Queen hat mich angerufen, weint und hat rumgeschrien, dass sie gerade entführt wurde. Ja, was soll ich machen, ne? Ja, okay. Aber wir haben den Gast hier, oder? Ja, jetzt nicht mitgemacht, weil man konnte ihm ja jetzt nichts nachweisen, ne? Ja, okay. War auch sehr kooperativ halt. Das soll man machen. Ja, natürlich ist der kooperativ. Naja, ich bin gerade ein bisschen schlecht gelaunt wegen der ganzen Sachen. Tut mir leid. Ja, gut. Ja, schade, okay. Ja, okay. Ja, gut, dann fahr ich wieder zurück. Dann sage ich der Richterin, dass das hier nicht mehr von Nöten ist. Okay, ja, danke trotzdem. Alles klar. Okay. Tschüss. Weißt du, wer Tanaka hat, der gefragt hat, wie... Er hat 279 meldet. Klar, also wenn wir dann fest zusammen wären, dann ist es halt... Ihr war doch gerade eben mit einem anderen Typen auch noch unterwegs und du stehst jetzt hier mit einer Rose. Ja, das weiß ich ja nicht. Das wusste ich ja nicht. Die Rose habe ich ja vorher gekauft. Ist ja nicht so, dass ich die jetzt besorgt habe. Um 22.30 Uhr... Sag jetzt, wie doof muss man... Also ich finde, das wäre so doof, wenn Ariane, die sie hat schon so lange kennt, hat die Schenkelschere gespielt. Wisst ihr? So mit dem sexuellen Verhältnis und sowas. Das sagt sie selbst. Mehrfach gegen die Wand gelaufen. Und die hat das so wild getrieben, dass sie im M-D gelandet ist. Nein, sie sagt, sie wäre mehrfach gegen eine Wand ganz schlimm gelaufen. Ja, wahrscheinlich haben die da SM gespielt oder sowas. Die ist doch so eine, die auf sowas steht, bestimmt. Man sich täuscht manchmal in Menschen. Weisge, wir sind auch für dich da. Ich finde es halt nur schade, dass der Termin nicht eingehalten wurde. Sondern, dass das halt so kurzfristig hintereinander jetzt geplant ist. Mit dem einen und dann mit dir? Wenn er einen Tag Pause wäre, egal. Das wäre okay. Weißt du, was der gerade gesagt hat, Natschi? Natschi, weißt du, was der gerade gesagt hat? Wir vertreiben es aber immer nicht ein bisschen. Das ist doch nur eine Frau, von der wir hier reden. Der Kowalski hat gerade gesagt, wenn Kowalski was mit dir hätte und einen Tag später hätte Ernest mit dir was und danach wieder Kowalski, wir hätten ja kein Problem damit. Nee, aber wenn Männer durch die Weltgeschichte ficken, das ist dann halt okay, ne? Nein, das ist dann auch nicht okay. Die kann doch auch machen, was sie will. Aber ich kann doch einen Freund, was sie möchte, klar. Hey, Kowalski, jetzt sag mal ruhig. Ich kann doch trotzdem einem Freund sagen, ich finde das nicht gut. Dir sage ich das. Sie kann doch machen, was sie will. Ja, richtig. Und ich verurteile sie auch nicht oder sonst was. Aber dir kann ich sagen, ey, denk mal drüber nach, ob das cool ist, was sie ist. Du bist ein viel zu lieber Kerl, dass man das mit dir macht. Ja, drinnen sie einmal um. Du brauchst eine Frau, die an deiner Seite ist, die dich respektiert und ehrt. Und sich selber auch respektiert. Ja, und nicht sowas, die nur mit dir spielt, Kowalski. Ich glaube, du überspielst das, weil du verliebt bist. Und Liebe macht blind und tut weh. Liebe tut weh. Ja, ich meine das ehrlich, Kowalski. Also jetzt ganz im Ernst. Als dein Freund, wirklich, der dich jahrelang begleitet, geh nicht auf sowas ein. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Das hast du gar nicht mütig. Du bist ein guter Kerl. Du bist Papa Bär. Du brauchst eine Frau, die dich schätzt und nicht sowas. Das ist nicht gut für dich. Aber das ist deine Entscheidung. Wir können dir das ja nur sagen. Ja, und das sehe ich als Freund, sehe ich mich in deiner Verantwortung. Ich bin mein erster Spiel. Die PD 125 löst sich am liebsten. Barbara Bär, also würde zu einem Harald Ecker passen oder zu einem Herr Hill, weil so verbittert, wie der immer ist. Aber zu dir doch nicht. Also das ist deine Entscheidung, Kowalski, ne? Herr Ecker, weiß ich nicht. Aber als dein Freund, ich mach mir Sorgen um dich. Dass du da in so einem Loch abstürzt oder so. Also, wie kann man... Ja, du da ja. Ja, klar. Du hast dich mit Madison Orgley getroffen. Ja, das war nach deiner Empfehlung. Du hast gesagt, ich kenne eine, die hat super stabilen Nacken. Die musst du kennenlernen. Ja, aber das ist doch nicht die Kriminelle, die mich umbringen wollte. Die hast du mir empfohlen. Ja, aber bevor die mich umbringen wollte... Ach so, das stimmt. Okay, das habe ich ja auch erst später erfahren. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Sie hat danach versucht, mich umzubringen bei mir vor meiner Haustür. Also jemand, der dich nicht umbringen will, da wird natürlich der Kreis sehr, sehr klein. Ja, richtig. Das muss ich sagen. Ja, also... Das ist schon recht. Die fünf Leute, die ich starte, die stehen alle hier. Ja, die muss ich erst mal finden unter dem Stein, die ich möchte. Oh nein. Frau Barnes, was sagen Sie denn? Wo ist denn Max Queen jetzt? Ja, drückt mich weg. Der drückt mich weg. Ich gebe den Zug auf alle. Was war die Nummer von der... Frau Barnes, was ist los? Die sind definitiv alle ausgeladen, wenn ich es genieße. K4 1. Cool, dass nicht eingeladen wurde. Die werden auch eingeladen. Check. Das ist die 555. Ja. 387. 387. 300. 431. Er kauft noch mehr Blume. Ich glaube es. Überführungfahrt BPD Davis PD. Check. PD 125. Nein, ich will nicht hier wieder... ...hier an, ne? Frau Barnes, was ist das wieder für ein Kindergarten? Warum gehen die denn jetzt nicht ans Telefon? Ich kann da nichts für. Also ich finde das auch scheiße. Das macht mich gerade selber wütend. 431. Aber warum geht man denn dann jetzt nicht mehr ans Telefon? Der hat auch letztens bei dem, was da passiert ist, er hat auch das PD verständigt und arbeitet da mit dem Detektiv zusammen. Und jetzt geht die Person nicht mehr ans Telefon. 432, 1020, Lamesa PD. Hallo, hier spricht San Andreas State Police. Sie haben exakt drei Minuten, um beim Medical Department in der Lobby aufzutauchen. Sonst werden wir eine Fahndung nach Sie aufrufen. Ich missbrauche des Notrufs. Also, viel Erfolg. Ging er ran? 416, Überführungsfahrt zum MAPD. Einen Minuten. Check. Also, mix, glaube ich, tatsächlich. Wirklich. Das... Also, meldet sich wirklich immer beim Spiel. Hört. Die Besatzung der 442 joggt zum MAPD zurück. Fahrzeug ist beim Lamesa PD, komm. Das will ein Frau Barnes. Habe ich so mitkommen? 247, für vierteils, komm. Hört. Wie groß ist Ihre Besatzung, komm? Zwo, komm. Ja, Check-In. Föhn heute hier, wirklich. Ein Föhn. Ich auch. Die 418 löst sich von der Streife 431 wieder aktiv. Herr Queen hat mich gerade geschrieben. Ich werde gerade behandelt. Danke. Wenn die... Gut, dann sind beide... 431, 1020, Lamesa-Tankstelle. Check. 427, für den Fortlein, komm. 427, hört. Einmal den Fortlein übernehmen, komm. So negativ würde jetzt aus dem Dienst gehen, komm. Ja, Check. Ein Fortlein, Ende. Oh, ja, das ist... Oh, 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 oh. Wummi ist so warm. Ich sollte... Manchmal denke ich so, ich sollte dazwischen keine OOC-Kommentare machen, weil dann ist diese Immersion halt komplett weg. Wisst ihr, was ich meine? Das sind nur Ari. Ich versuche, mich immer so richtig hart zurückzuhalten. Also, mir geht's super. Das Einzige, was mich wütend macht, ist, dass ich... Äh, manchmal diese Spaß-RP ist, und manchmal... Und ich möchte eigentlich dieses Ernst daran haben. So, auch natürlich mit Lachen, so, und dann, ja. Check. Ich bin noch nicht für das Vipidi verantwortlich. Wie weiß ist da, der Chef? 431, Vipidi. Wurden Sie Herrn Weiß an, bitte. Danke, tschüss. Check. Was will er denn damit? Ich sag ihm Bescheid, er freut sich auch. Bis gleich, tschüss. Nein, was will er denn? Doch, der braucht. Der kommt nicht an die Forensik dran, an die Schränke. Frau Barnes, haben Sie einen Moment? Warum muss der denn an die Schränke? Was ist hier los? Barbara reitet mich gerade in die Scheiße. Das ist los. Und deswegen stehe ich jetzt richtig mies da, und deswegen habe ich meine Gefahrenlage noch schlimmer geworden. Weil man es wahrscheinlich nicht mehr ernst nimmt. Sie hat mir gerade geschrieben, dass sie im Krankenhaus ist. Ja, es gibt eine Gefahrenlage gegen mich. Das habe ich mitbekommen tatsächlich, ja. Ich habe auch mit Joske schon darüber gesprochen. Und Herr Garcia meinte... Wenn Sie wollen, dann kann ich das erledigen. Nein, Herr Garcia meinte in der Zelle, ich weiß, mit wem du abhängst. So, das habe ich aber auch gerade so weitergegeben. Jetzt hat Max mich angerufen, geweint und gesagt, die haben gerade Barbara mitgenommen. Also habe ich das natürlich komplett... Habe ich das direkt weitergeleitet. Und darauf waren schon alle genervt, weil es sich um den Namen Barbara Barm handelte. Weil man sie mittlerweile... Nimmt man die Leute... Also nicht ernst. Auch deswegen geht man auch ehrlich, Taxi-Leute nicht ernst. Dann hieß es direkt, das ist wieder ein Kindergarten. Und ich habe gesagt, nein, das ist ernst. Das ist ernst. Es wurde mir quasi angekündigt. Aber keiner nimmt das ernst. So. Und dann habe ich mich die ganze Zeit aufgelegt. Ich habe gesagt, bitte, bitte nehmen Sie das doch alle ernst. Das ist wichtig. Das ist doch egal, wer es ist. Nehmen Sie es bitte ernst. Und das Ende vom Lied ist, dass Barbara jetzt hier ist und meinte, sie hätte eine... Sie wäre nicht entführt worden. Sie hätte eine... Irgendwie eine sexuelle Bekanntschaft mit ihm. Was ich hier hundertprozentig nicht glaube, weil ich kenne die Frau halt schon zweieinhalb Jahre und meinte, sie sitzt hier im MD. Das hat die Dame von MD gesagt, weil sie mehrfach gegen eine Wand gerannt ist. Ganz schlimm. Und deswegen schlimme Vernetzung hat. Das klingt auch öfters, wenn zum Beispiel... Da gibt es auch viele Fälle, wo Frauen geschlagen werden und die berichten genau sowas. Ja, ich bin die Treppe runtergestürzt. Die 4, 3, 1, 6, 7, 4, 3, 0, 1 und wieder aktiv. Und vielleicht wurde sie ja zusammengeschlagen oder sonst was. Das denke ich ja auch. Aber mir glaubt ja keiner. Weil ich kenne... Also, wenn mir das irgendeine Person erzählen würde, würde ich das ja glauben. Herr Kowalski, verstehen Sie? Aber das ist ja Frau Barm. So, Max Queen hat sie gerade rausgestellt, ist auch hier. Wegen Verletzungen. Ich bin ja... Also, man muss schon sehr doof sein. Um das zu ignorieren, doof bin ich nicht. Aber auf Klo. Ja. Aber auf Klo. Ich gehe mal kurz auf Klo. Bis gleich. Wisst ihr, warum ich keinen Bock habe? Ich glaube, ich liebe sowas. Ich liebe auch, dass Ariane sich da mal Koriame so ausholen kann. Aber das sind mir so kurze Abstände. Und deswegen wirkt Ariane mega so, als wäre das nur so ein Rumheuler. Und das mag ich gerade tatsächlich an der Situation überhaupt gar nicht. So, Moment. Moment. Was aber es gedanstürt. Ich zie um die Stadt, ich habe schon auchских Fahrzeuge 경우 gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, jetzt stellen Sie mal vor, die Frau Bahns fährt ihrem Streifenwagen mit einem Kollegen durch die Gegend, einem Rekruten oder einem Officer, egal was auch immer. Und die Frau Bahns wird angeschossen und der Kollege wird niedergeschossen, ermordet. Nur weil Sie nicht reden wollten, können Sie damit leben, dass ein Mensch umgebracht wird wegen Ihrem Stolz? Meine Aussage würde absolut nichts daran ändern. Doch, würde er es wohl. Doch, weil ich ihn absolut nichts sagen kann, das ist es doch, aber Sie hören ja nicht zu. Ja, was ist denn passiert? Erzählen Sie von Anfang bis Ende, was passiert ist. Und wir bewerten dann, ob es relevant ist. Das ist eine gute Idee. Wir müssen uns vertrauen, erzählen Sie einfach und wir hören zu. Hilft uns wirklich, bitte. Also, was wissen Sie schon? Glacier hat mich mitgenommen. Wo wurden Sie denn empführt? Vor einem Kaffee, keine Ahnung, wie der Wichser ist. Er hat ein Bläuschchen mit mir gehalten. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Dafür habe ich einen auf die Nase bekommen. Und das war es. Wollte er was wissen? Nein, wollte er nicht. Hat er mit der Faust geschlagen? Das wäre vielleicht wichtig. Oder hatte er mit einem Schlagring oder irgendwie sowas? Im Prinzip hat niemand geschlagen. Doch, aber faktisch ist jemand geschlagen worden. Ja, ich. Richtig. Und ist das mit einem Schlagring passiert? Nein, ist es nichts. Okay. Und was hat er denn zu Ihnen gesagt, warum er Sie entführt hat? Naja, offensichtlich wegen der Sache, wegen gestern. Sie sind ja nicht doof. Also wegen Frau Barnes? Ja. Und ich habe gesagt, ich kann meiner Familie nicht in den Rücken fallen. Das würde ich nicht tun. Das war es. Mehr ist nicht passiert. Du Huger! Du Huger! Ja, natürlich weiß er das. Der hat uns schon ständig mit ihr gesehen. Ja, also ist das eigentliche Ziel, Frau Barnes. Ja, was soll er denn gegen mich haben? Ich habe dem nicht irgendwas getan. Aber schon auf jeden Fall mutig, dass Sie da so trotzdem gestanden haben und gesagt haben, ich habe gesagt. Ich habe sogar den gleichen Ort, den ich hatte gesagt. Fantastisch. Tun Sie mir noch mehr rum, ich ums Maul schmieren. Ja, sorry, dass man es erwähnt. Kann man auch weglassen. Nee, lassen Sie es weg, bitte. Nee, mache ich aber nicht. Aber, und Sie denken, die Information war jetzt nicht relevant? Nein, ist nämlich nicht relevant. Doch, es geht darum, dass man gerade Jagd nach Frau Barnes macht. Ja, aber das wusste ich so vorher schon. Ja, das wusste ich nicht vorher komplett. Und so ein Fall, der hier gerade passiert ist, das ist auch wichtig für unsere Aktenlage. Das kann man nicht einfach weglassen dann. Das hat große Relevanz. Auch wenn für Sie das nicht egal ist. Ich erzähle mal eine Kleinigkeit, bevor Sie jetzt weiter Ihres Liges gehen können. Vor ungefähr drei Jahren, wissen Sie, was passiert ist? Bei Police Officer wurden, wenn Sie hinter dem Missionary Department, über die Brücke fahren, Richtung LS Taxi. Links geht es eine Straße runter. Da wurden zwei Police Officer, Dawson und Sanchez hießen die. Brutal ermordet. Die lagen 20 bis 30 Minuten in ihrem Blut, haben Blut gespuckt und sind miteinander verreckt. Ganz brutal mit Schussverletzungen, verstehen Sie. Und bis heute ist der Fall für uns Polizisten ein sehr sensibles Thema. Weil keiner wusste, wo die sind und hätte es irgendjemand gewusst, hätten wir den Menschen helfen können. Wenn jetzt die Frau Barnes entführt wird von einem nachweislich geisteskranken Menschen und Sie melden die kleinsten Sachen nicht, dann sind Sie dafür mitverantwortlich. Und das sollten Sie nicht. Also legen Sie dann Ihre Informationen lieber in Händen von Menschen, die das besser bewerten können. Weil das sorgt dafür, dass Sie sich niemals Vorwürfe machen müssen. Wir machen uns die Vorwürfe immer noch für diese beiden Kollegen, wissen Sie, weil wir sie nicht gefunden haben. Ja, also in Zukunft reden Sie direkt mit der Polizei. So, wir machen jetzt keine Gegenüberstellung, gar nichts. Sie werden da auch keine Anzeige erstatten wegen der Körperverletzungen. Weil ich sage Ihnen, damit begeben Sie sich in eine richtige Gefahr. Ja, danke schön. Endlich sagt es mal jemand. So, aber Fakt ist, Sie müssen trotzdem mit Leuten reden über das, was... Sie werden es kaum glauben, das hätte ich getan. Aber mir hört ja niemand zu. Ähm, aber schauen Sie, Sie sagen, Sie wollten mit Frau Barnes reden. Und das bringt nichts, wenn Sie mit Frau Barnes selber reden. Frau Barnes hätte das Ihnen gesagt. Ja, aber das ist stille Post. Reden Sie doch direkt einfach mit uns. Ja, aber Ariane ist doch eine kluge Frau, als wenn die das nicht eins zu eins wiedergeben kann. Aber das bringt nichts, das... Doch, das bringt was. Nein, das... Hören Sie doch auf, das dauerhaft zu bewerten. Ich bewerte doch gar nichts. Sie bewerten die ganze Scheiße, die ich angeblich anstelle. Ja doch, Sie benehmen sich wie Sie... Also Sie benehmen sich wie ein Kleinkind. Nein, Sie haben sich in die Gruppe getreten und haben gesagt, Also, wir gehen. Ja, also ich möchte mal kurz noch mal festhalten, dass ich mich nicht kindisch verhalten habe. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Sie sagen gerade, das macht keinen Unterschied, wenn Frau Barnes das uns erzählt. Das macht wohl einen Unterschied, weil sie auch die Geschädigte sozusagen in der Geschichte ist oder geschädigt werden soll. Das ist ein großer Unterschied, ob die Informationen von ihr kommen oder ob Sie die dann uns geben. Das macht, ne? Das ist wichtig. Mag für Sie irrelevant sein? Und bitte, tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie einen Notfall haben, wie das, was gerade eben passiert ist. Rufen Sie nicht die Frau Barnes an, weil die Frau Barnes... Ach, das habe ich nicht getan. Nein, Sie nicht. Ich sage das im Allgemeinen. Mä, hören Sie zu. Ich sage es im Allgemeinen. Sondern rufen Sie die 911 an. Das ist wichtig. Ja, weil das ist eine Leitstellentelefonnummer, wo alle Officer direkt informiert werden können, wenn eine Person in Gefahr ist. Stellen Sie mal vor, die Frau Barnes wäre jetzt gerade gestürzt oder wäre verschwunden gewesen oder sonst was. Dann hätten wir nie gewusst, dass Ihnen eben was passiert gerade. Ja, nicht die Frau Barnes privat anrufen. Oh Gott, oh Gott, hier wird jemand entführt. Sondern rufen Sie die Polizei an. Ja, so. Und zu der anderen Sache, niemand wird irgendwo runtergetreten. Ja. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Sie es nicht getan hätten. Aber wenn man jemanden droht, ist das trotzdem eine ernste Sache, ne? Aber manchmal droht man einem Menschen, damit er anfängt zu... Mit Angst spielen finde ich immer scheiße. Egal, wie wir das jetzt begründen. Aber müssen Sie bei manchen Menschen, wenn eine Situation gerade da ist, wo man weiß, dass da gerade Menschenleben in Gefahr ist. Nochmal, ich habe mit diesem Herrn Garcia bestimmt schon 20, 30 Berührungspunkte gehabt. Und dieser Typ, der ist wahnsinnig. So, da sollten Sie, legen Sie sich da mit jemandem an, der ist Ihnen hundertmal überlegen, was seine Strukturen betrifft. Die Gewaltbereitschaft auch. Ja, der schlitzt Sie auf und der pisst Ihnen noch in den Hals, wenn er will. Einfach nur, weil er Lust drauf hat. Ja? Psychopath. Das ist ein Geisteskranker, den sollten Sie... Und Sie brauchen dort Hilfe. Und Sie werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal von ihm abgeholt worden sein. Ja? Das ganze Lolita stand gerade hinter ihm und hat ihm ein Alibi gegeben. Also da sollten Sie drüber nachdenken, was für einen Einfluss dieser Mann hat. Ich meine es ja auch nur gut. Aber wissen Sie, gestern habe ich ein Blutbad gesehen und wollte heute mit meinen Kollegen dem Einsatz folgen. Stattdessen werden Sie entführt, wofür Sie nichts dafür können, aber dann wird bei Ihrer Wiederauffindung gesagt, dass Sie wohl Techtelmechel hatten und deswegen... Entschuldigung, dass man manchmal in einer angespannten Situation, wo man vielleicht auch viel Adrenalin hat, nicht sofort weiß, was man tun soll, Herr Weiß. Nee, das sollten Sie eigentlich auch wissen. Mit der Polizei reden. Ja, aber manchmal muss man vielleicht sich kurz erst mal sammeln. Aber dann sagen Sie doch nicht, Sie hatten Techtelmechel. Ja, mir ist nicht Besseres eingefallen. Was soll ich sonst sagen? Auflegen? Ich wurde gerade entführt. Nein, ach, haben Sie nicht zugehört? Ich habe doch gerade gesagt, manchmal muss man erst mal sich sammeln. Aber wenn ich entführt wurde, dann gehe ich zur Polizei, die mir helfen. Manchmal steht man unter Schock. Das wissen Sie doch. Sie sind doch nicht erst seit gestern Polizist. Ja, Frau Barnes, also... Keine Sorge, ich muss doch gucken, ob ich ihn dabei habe. Frau Barnes, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, Sie sind jetzt, äh, den Infos, sind Sie, können Sie was anfangen? Ich weiß es nicht. Also wir werden auf jeden Fall Frau Barnes nicht mehr mit einem Rekruten rumfahren lassen, weil das ist ja lebensgefährlich. Ja, da habe ich jetzt an mein Handy gehen. Ganz vorsichtig, damit Sie auch wissen, ist es keine Wache. Bitte. Fantastisch. Eine ganze älte Taxisippe manchmal, ich sage es Ihnen. Ach, da gehe ich nicht mal mehr arbeiten, Herr. Ja, aber Sie waren ja schon sehr lange... Vielen Dank. Sie waren ja schon sehr lange... Es ist ein super aggressiver Unterton auch immer dabei bei ihr, ne? Ein gängiger Mensch. Arme Kowalski, wirklich. Ja, vielleicht, ja. Wer nicht spurt, der wird aber fertig gemacht, sage ich es Ihnen. Ach, vielleicht ist sie da ja auch ganz lieb, ne? Weiß man ja nicht. Umgänglich. Glaube ich bei weitem nicht. Weiß ich nicht. Gehen wir zum, oder gehen wir? Oh, Frau Barnes, was sagen Sie jetzt dazu? Ich gehe aus dem Dienst. Ich muss das auch erst mal verarbeiten. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass ich Leuten egal bin. Ich weiß es nicht. Sie haben eine starke Schulter, ne? Dazu sage ich nichts. Oh, oh. Meine Schulter ist sehr stark, ja? Weil es brodelt, oder was? Hä? Was? Ich glaube, komplett das Gegensatz, das ist richtig schleimig bestimmt. Kommen Sie, wir fahren. Da, ach, da parken wir? Ja, genau, da parken wir. Ne, also alles gut? Privat? Mann, 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 Mann. Alles schick? Ja, guck mal, warum fragen Sie denn dann dauernd? Ne, weil ich das einfach, ich finde das spannend auch. Warum finden Sie das spannend? Private sind super, ja. Habe ich Ihnen ja gesagt, weil ich mir ja Kurayame nicht als privaten... Ariane! ...vorstehen kann. Private ist passiert. Oder er ist privat so. Ari. Wie? Was? So, 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 wie sagt man, so... Wie so ein... Lieber. So ein richtiger... Ne, 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 so ein Schuljunge, der seine erste Freundin hat. Ari. Ich mach das natürlich, wie du das möchtest. So, das Thema lasten wir dann jetzt auch mal direkt. Oder er ist so. Ari! Ich glaube schon, dass er sich öffnet und dann auch einfach anders ist, als wir ihn kennen. Das glaube ich halt einfach. Das ist ein ganz normaler Mensch. Ein offener, so ein, ne, so ein offener halt ist. Haben Sie das Gefühl, Herr Kukum, dass Sie auch in der Nid interessiert sind? Ne, also menschlich schon, aber jetzt nicht so körperlich oder sowas. Die interessieren ja auch Menschen, natürlich. Das ist ja was Gutes. Im Grunde schon, ne. Exschicht heute. Können Sie mich beim Lamesa, äh, Piddy, absetzen? Ja. Und mich im Mission Row? Ne, ist unser Auto. Ich setz sie ab im, äh, wie Piddy. Und dann. Er wird auch gepackt. Mann! Schon die falsche Seite, ne, das wissen Sie. Ja, ich weiß. Okay, cool, cool. Klar ist, Mission Row Auto. Das müssen Sie schätzen, 50-50, ne? Ja, ja. Hoch, ne? Haben Sie noch gesehen? Da ist er. Das ist Barbara? Ne. Du? Ist ja auch gut. Sie haben Föhn. Sagen Sie, wollen Sie mich jetzt verarschen, oder was? Oh mein Gott. Sagen Sie aus. Ich bin zu hochgegangen. Viel zu schnell unterwegs gewesen. Das kann gar nicht sein. Ich hatte den Tempomat an. Auf 100, oder was? Ja, vielleicht. Geben Sie eine Maximalstrafe. Das ist ja, ich habe es, also, zu schnell fahren, dann zu schnell fahren, Beleidigungen in einer Tour. Ne, jetzt reicht's. Jetzt reicht's auch wirklich. Ja, geben Sie mir meine Strafe. Ich liebe es, bestraft zu werden. Besonders schön, Männer. Sollen wir Herrn Kowalski holen? Nein. Er ist auch mit einer Rose gerade zum Ende gekommen, der arme Kerl, ne? Warum der arme Kerl? Hat man Ihnen auch irgendwas getan? Haben Sie denn gerade auch so eine kindliche Standpauke gehalten? Ne, der arme Kerl, der muss mit Ihnen aushalten. Ach, das stimmt gar nicht. Wir sind nicht mal zusammen, junger Mann. Mann. Also, ich muss Ihnen, 300 Dollar muss ich Ihnen jetzt. Ja, kriegen Sie. Haben Sie mal geguckt, ob Sie in letzter Zeit nochmal eine Ovi hatte in den letzten 30 Tagen? Ne, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht geprüft. Ne, hatte ich tatsächlich nicht, kann ich Ihnen auch so sagen, ne. Machen Sie kurz und dann prüfe ich es auch schnell. Wohnen Sie hier in der Nähe? Wollen Sie mal hin dafür? Ne. Gucken Sie. Gut, ach ja super, da geht ja nicht. Wohnen Sie in der Nähe hier? Nein, wohne ich nicht. Warum sind Sie denn hier dann hochgefahren? Haben Sie sich hinter der Säule versteckt? Ich bin angehalten, weil ich dachte, ich kann ihn eh nicht davonfahren, Herr Weiß. Ne, 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 Sie sind hier direkt reingefahren und nach oben. Sie wollten sich verstecken? Ja, aber nicht hinter der Säule. Das würde nicht passen. Ja, aber Sie wollten sich immer verstecken, richtig? Nein, wollte ich tatsächlich nicht. Vielleicht wohne ich hier. Frau Barnes, wohnt die hier? Ähm. Ja. Achso, Frau Barnes, das lügen Sie auch schon. Ja, die wohnt hier. Ich habe dir die Warte gesagt. Zeigen Sie mir doch mal bitte Ihren Ausweis, das steht ja da drauf. Ne, das, ne, ne, muss ich nicht. Muss ich nicht, Herr Weiß. Prüfen Sie mal, ob die Dame hier in der Nähe wohnt, bitte. Ja, Moment. Mit der Melderegister. Na, gucken Sie es da nach. Frau Barnes, gibt es eine Geldstrafe. Sie werden kaum glauben, das ist genau hier, in diesem Haus. West-Putschi-Boulevard. Das ist, als hätte ich nicht gelogen. Das ist nicht noch nicht ungelegen. Das habe ich wohl. Äh, dann bringen Sie uns gleich mal zu Ihrer Eingangstür, bitte. Nein, das muss ich nicht. Doch, Sie machen ja eine falsche Aussage, doch. Das steht sogar auf meinem Ausweis. Bitteschön, schauen Sie genau hin. Ja, aber. Das ist West-Putschi hier schon, ne. Es ist da und schon, du bist an der Grenze zur Roten Brücke. Das müssen Sie auch wissen, das kann doch nicht sein. Ja, Frau Barnes, hören Sie da zu, was Ihre Kollegin sagt, die ihre polizeiliche Kompetenz in Frage stellt. Das heißt, Frau Barm. Ne, ne, ich habe hier in Frage gestellt. Sie haben ja gerade gesagt, ich würde lügen, ne. Das ist tatsächlich hier die Seitenstraße. Ich glaube, die nimmt die Seitenstraße statt hier, die Hauptstraße als Adresse. Ich schreibe gerade kurz die, äh, aber ne, alles okay soweit. Ich schreibe nur die O wie kurz. Sie können gehen, wenn das dicht aus ist. Dabei? Find sich mal um, Hinde hoch. Wir müssen, ob Sie Drogen dabei haben, so wie Sie sich verhalten. Check. Lassen Sie sich mal ab, ja? Fertig. Ja, okay. Reicht Ihnen der Herr Kowalski nicht? Sie sind ein ekelhaftes Schwein. Jetzt machen Sie mich nicht noch an, ne? Das ist sexuelle Belästigung. Gehren Sie sich um jetzt! Ja, ich dachte, Sie sind fertig. Sie haben gesagt, zu gucken, wann war es denn fertig? So, nochmal. Haben Sie was in den Hosentaschen, wo ich mich verletzen könnte? Ne, hab ich nicht. Bin jetzt es heraus. Aber bitte. Ich mach doch nichts. Darf ich nicht Spaß haben? Ähm, ich hab kurz eine Frage. Ja? Oh nein. Warum haben Sie hier gerade eine Holzaxt hingelegt und einen Besen an die Wand hier? Weil ich gerne Holz hacke und gerne danach sauber mache. Echt? Ja. Zeigen Sie mir doch mal die Holzaxt. Geben Sie mir die mal. Ich zeig sie eben, aber bitte nicht zuschlagen. Das fände ich nicht schön, ne? Oh, Herr Kuckuck, nehmen Sie mal die Holzaxt bitte entgegen. Nee. Frau Barnd? Ja? Geben Sie sich auch einfach kurz in der Hand. Ja, nehmen Sie sich mal in der Hand. Ich will keine Holz. Was? Was haben Sie vor? Die ist nicht illegal, ne. Ja, was haben Sie vor damit? Ja, Holzhacken. Manchmal muss man das machen, um Wut abzulassen. Und warum? Okay. Können Sie die wieder wegpacken? Okay. Warum ist das 100% legal? Ja, tatsächlich. Ich kann mal kaufen drüben im YouTube. Haben Sie die Mon damit nicht in den Kopf einfach abgeschlagen? Wem? Die Mon. Ich habe vergessen, dass ich Sie dabei habe. Das ist manchmal so ein Hosenbein. Das fühlt sich an wie das dritte Bein. Und da macht man nichts. Darf ich jetzt gehen? Und Sie ab. Danke. Moment. Also bitte fahren Sie einen Monat nicht zu schnell. Ja, ich wohne hier. Aber ich muss nur eine Etage höher. Mach. Okay. Fahren Sie mal auf die Etage drei. Mach ich. Das raschelt ein bisschen. Das raschelt ein bisschen. Ähm. Haben Sie es? Sie hat in die Wand gefahren. Ich hoffe nicht. Was wetten wir, dass sie wieder unten rauskommt? Nee, die wohnen. Also wenn man hier in die Wohnung möchte vom Parkhaus, muss man wirklich auf die Etage drehen. Ach, und dann kann man hier rüber gehen, oder was? Das ist ja cool. Nee, da fahren so, da ist ein Treppenhaus direkt zu dem anderen Treppenhaushalt, zu dem vorderen Treppenhaus. Kowalski, der auch einzieht dann. Ist ja eine schöne Wohnung wahrscheinlich. Sie wohnt mit Herr Queen zusammen. Wie? Wir wohnen zusammen. Gott, das ist ja komplex. Okay. Klar. Klar, klar. Ach, Evan ist wieder da. Interessant. Ist er da? Mhm. Ach, du Scheiße. Warum? Das ist aber nicht diese Churus. Sie ist jetzt da. Willkommen zurück, Mr. Anderson. Ich hab mich so gefreut auf Sie, ne? Ich hab sie nicht vergessen, und meine Handschellen auch nicht. Ich müsste immer noch einmal an der Mesa. Ja. Der Mesa. Schade, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, Willkommen zurück, Mr. Anderson. Wissen Sie, wie in dem Film Matrix? Warum soll ich das so sagen? Wie in dem Film Matrix? Matrix. 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 Okay. Morgen die Zauberts. Äh, nein. Ich bin am Freitag in Kentucky auf eine, äh, heute Kinder aufpassen und muss mich dafür dendsprechend morgen vorbereiten. Muss ich auch sowas vorbereiten? Ja, ja. Wie, äh, Spiele raussuchen und so. Spontanität einfach. Ja. Okay. Okay, gut. 4,90 mädelt sich ab. Oh, das war jetzt wirklich furchtbar. Boah, diese Schreierei von Barbara, ne? Und Walter Weiß, ich dachte, nein, das wird jetzt eine Situation, die werden für immer, oh mein Gott, das wird so furchtbar sein. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Jetzt bräuchte ich eigentlich hier Hilfe. Weil ich konnte ja keinen Strafmaß jetzt machen. Weil Ariane hat es nur von weitem mit dem Ferngast gesehen. Ich würde das jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht machen. Ich finde das ein bisschen schwierig. 413 für die Leitstelle kommt. Hey. 213 für die Leitstelle kommt. Anzeige erstellt und ich habe es schlecht mit dem Ferngast. Das wäre ganz komisch, wenn ich das jetzt machen müsste. Mit dem Ferngast. Erkennen können. Erkennen können. Ja, wir sind hier beim Ecke, der hat geklaut und waren jetzt zum BP kommen. Checker bis zum Ende. Für sinnvoll, weil ich mir nicht zu 100% sicher sein kann. Hatte das Ferngast zu spät gezückt und es war doch ziemlich weit weg. Ich kann doch keine Ovi dafür stellen. Das geht nicht. Hä? Also ich weiß nicht, ob man die Dinger jetzt macht. Das weiß ich schon. Aber, ne? Ja, Barbara kann sie jetzt nicht anrufen, ne? Ich würde mir überlegen, ob sie einfach Korayame so ein bisschen anlögt. So, nö, schon alles gut und so. Weil ich habe keinen Bock wieder, dass er sie so trösten muss. Ich habe tatsächlich so... Weiß ich nicht. Boah, das mag ich gar nicht, dass sie jetzt schon wieder so ist. 413 mit einer aktiven 1060. Wir benötigen auf jeden Fall ein bis zwei 1010s. Wir fahren jetzt, äh, äh... Halt, stopp. Wir sind jetzt an der Staatsanwaltschaft. Fahren jetzt wieder in Richtung Osten. Sind jetzt gleich am Casa. Sind jetzt auf Höhe des Casas und fahren weiter in Richtung Richtung Richtung. Das ist natürlich geil, das Ariane dann jetzt auch noch. Alle nur, wo es geht. Mit 114 Meilen in der Stadt. Fahren weiter nach Osten. Immer noch weiter. Sind jetzt gleich auf Höhe des Krankenhauses und fahren mit extrem hoher Geschwindigkeit immer noch weiter nach Osten. Nach Osten. Ich sollte eigentlich jetzt nicht alleine nach Hause gehen, ähm, ja. Sind jetzt auf der Horwick Avenue, fahren weiter an Wett. Pino kann sie ja, glaube ich, nicht mehr anrufen. Ich weiß nicht, ich bin immer so verunsichert, ey. Also ich würde sie jetzt nicht alleine nach Hause schicken, vor allem nach dem Tag jetzt nicht. Bing. Oh, ich habe wieder vergessen. Moment. Hä? Ah, ich hatte gerade da schon ein Fragezeichen. Hat das schon gehört? Oh, das war ja wild. Warte mal. Ach, das ist von der Dingens. Ah, von der Eliza. Stimmt. Ha, 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 ha. Kann ich auch mal ganz kurz auf Windscher gucken? Ha, ha, ha. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass Zora irgendwie OOC getriggert ist. Aber sie ist ziemlich schnell in Barbara wieder verfallen. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. e gut hier. Okay. See. So. Ja, so war ich auf jeden Fall Profi, aber jeder hat das ja gemacht, deswegen war ich kurz so, oh nein, oh nein, auch Max, dachte ich auch so, oh oh. Ich hoffe, Sora hat gestreamt, Alter, ich hoffe wirklich, sie hat gestreamt, weil Nico ist halt immer so schwierig, sie streamt nicht, aber ich hoffe, er hat es wenigstens aufgenommen, weil dann könnt ihr euch da nochmal die Sichten anschauen, wie sie über Arealen lästern. Und dann sucht aktiv noch mehr, hat Max und Max eingepackt und erprügelt. Ich bin alleine in La Mesa, wie soll ich dennoch fix zum Autorennen und nach Hause fahren? Ich finde das irgendwie komisch, diese O wieder zu machen, wenn Ariane, weil es standen ja zig Polizisten da, die haben auch irgendwie gefühlt gar nicht reagiert, genauso wie Ariane es mit der Entführung gesagt hat. Habt ihr das gemerkt, dass keiner reagiert hat einfach? Dass sie mit Ariane mehrfach gesagt hat, hallo, hallo, da gibt es eine Entführung, hallo, dass keiner reagiert hat? Was ist das denn immer? Das ist so komisch einfach. Ich versuche wirklich alles so ernst wie möglich trotzdem auszuspielen, auch wenn so lustige Situationen sind und ich verstehe es einfach nicht. Boah, das fand ich wirklich heute doof. Ja, aber das ist halt dieses Ernstnehmen nicht und vielleicht liegt es ja wirklich an ihrer Stimme, ich habe keine Ahnung. I don't know, ey. I don't know. Ich dachte erst, vielleicht steht Ariane doof, kann übrigens auch sein, dass Ariane doof stand, dass man sie vielleicht nicht gehört hat oder so. Das haben wir ja beim BPD, wenn du reingehst, verschwinden kurz die Charaktere, das kann halt auch sein, ne? Wenn ihr mal einfach weitergeht. Haben wir das bei anderen Streams gehört, dass Ariane da lauter wurde? Ich dachte, du redest am Handy. Ja, aber ich habe ja gesagt, es gibt... Äh. Äh? Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Echt? Mhm. Ach so. Hörst dich nicht gut an. Nee, aber darüber will ich nicht reden, wir machen uns jetzt noch einen richtig schönen Abend. Okay, aber wenn du doch überreden willst, sagst du es. Ja, aber ich habe keine Lust mehr dran. Okay. Damit. Hm? Hm? Wie war dein Ding? Deine Equipment und so hast du schon den Schrank gepackt, ne? Alles. Ähm, ja? Ja? Ja. Warum? Ach, nur so. Äh, siehst gut aus. Hä? Hä? Was ist denn los? Schal? Hä? Ich verstehe es nicht. Ist da noch irgendwas? Ne, da ist nichts, oder? Ihr habt alles reingepackt, oder? Ihr habt alles reingepackt, oder? Was ist denn da? Ah, ich habe jetzt erst dein erstes Mal es gesehen. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, ich habe, bist du gerade für dich an mir vorbeigelaufen? Hm? Ich bin hier durch den Haupteingang gerade an dir vorbeigelaufen. Echt? Weil ich gerade hatte das, was der Dienst gegangen bist und nicht mich darüber überführen lassen habe. Ach so, ja, okay. War wohl eine nicht so tolle Situation am MD. Aber ist egal, du willst nicht drüber reden, das ist okay. Ja, nein, nicht nur am MD, viel, viel. Mhm. Ich wurde heute nicht ernst genommen und das fangt mich schon wieder sehr ab und dann wurde ich auch lauter, haben alle einfach weitergeredet. Aber schön, wenn man da in Führung meldet und alle Piddy normalerweise rum einfach weiterreden. Wirklich, da hätte ich, muss ich ja mal sagen, hätte ich wirklich ein bisschen die Fäuste schwingen können. Wer hätte ich dich ernst genommen? Ach, es waren mehrere. Es waren wirklich mehrere. Die waren so alle so um mich rum und ich habe dann Max angerufen und habe gesagt, hier, Barbara Bam wurde entführt, die wurde von Herrn Garcia eingeparkt. Dann haben alle weitergeredet und habe gesagt, hallo, Barbara Bam wurde entführt. Und dann wurde ich richtig laut und dann haben wir einfach trotzdem weitergeredet. Ich habe keine Ahnung, das ist ganz komisch. Ja, das ist natürlich nicht so geil, aber das ist so ein Ding, macht da nichts draus, egal in welcher Position du bist, das passiert leider immer. Na gut. Sollte halt nicht passieren. Ähm. Ja, mein Tag war turbulent. Also so wie immer? Nein, turbulenter. Turbulenter, was ist denn noch? Ähm. Später. Ist, erstmal, machen wir, reden wir später, okay? Aber später heute? Ja. Okay. Können wir gerne heute, du noch, du beschwischen. Okay. Ich würde dich erst mal zum Auto begleiten, wenn du möchtest. Ja. Dann gehst du mein Auto und fahren Pegasus an und dann steigst du bei mir ein und wir fahren irgendwo hin. Ja. Nur wenn du möchtest. Ja. Ja, doch schon, ne? Nur wenn du möchtest. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Besuch uns einen Ort, wo wir nicht gestört werden. Du brauchst dann Gasso, du packst da hinten. Ja. Mir gefällt dein Ort, Wirt. Dankeschön. Wer weiß, hat nebenher in Garcia Frau Barnes gesagt. Hm. Na, super. Hat der dich wiedererkannt? Also, wusste er, dass du die Person von gestern warst? Hm, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Okay. Aber Barbara und Max hat verprügelt und die haben wohl meinen Namen nicht gesagt. Also, wir haben dich nicht verraten, so gesehen. Ja. Und hat verprügelt, kassiert. Wir sind trotzdem nicht mehr befreundet. Das war ein richtig beschissener Tag heute. Äh, was? Fährst du vor, bitte? Ich, äh, ja. Fährst du am Parkplatz zur Hälster kurz? Ja, mach ich. Mach ich. Gut, dann. Bis gleich. So, muss ich doch erzählen. Oh, egal. Oh, egal. Okay. Ich hoffe, Ariane hat gleich den Back nie mehr. Ja, Quadfahrer, ja, das ist immer das Blöde mit dem Datum. Ich habe da meinen Jahrestag tatsächlich. Und es ist ein Tag vor Friendly Fire. Das heißt, ich bin sowieso nicht da. Und es ist im Unicorn. Und Ariane geht nicht ins Unicorn. Also da steht alles unter einem sehr, sehr schlechten Stern. Ich bin sehr, sehr traurig. Aber viel Spaß mit den 200 Dollar. Oh, Entschuldigung. Ach, guck mal, von hier kommt man direkt nach Hause. Ah, ja, das kann man hier auch machen. Ja, das ist ja ein schnellerer Weg. Toll. Ja, aber ich bin gespannt. Und ich werde das bestimmt in anderen Streams sehen, wie das ist. Auch die ganze Zeit überlege, wie man das mit der Tonspur am besten macht. Weißt du, ob ich ein Biodi hochladen kann. Aber ist auch immer ein bisschen schwierig. Ach ja. Egal. Egal. Irgendwann neues Alamonia. Irgendwann. Gibt es so viele Charaktere, die dem nachheulen? Ariane auch, ey. Weil das wirklich, wirklich so geil war einfach. Alamonia war so mein, ähm, ja, oder ist für viele so wie das Hurricane-Event einfach. Alamonia bleibt auf ewigem Gedächtnis. Alamonia bleibt auf ewigem Gedächtnis. Dramatische Musik. Stigten. So, das ist der arialeste M-Ever hinkriegen, irgendwie. So, das macht er. Entschuldigung, hab ich jetzt kurz nicht verstanden, ich bin ein bisschen durch heute. Ja, ist das nachvollziehbar von dem, was ich mitbekommen habe, was du gerade erzählt hast? Alles gut, kann ich mir kurz was zu essen holen? Ja klar, wir können auch kurz in die Wohnung fahren und was zu essen holen. Nee. Steht dir gut am Mantel. Arigato. So wie dir deine Sachen fehlen. Hm. Ich hab nicht umsonst den Mantel dich anziehen lassen. Riecht mal leichter ein Parfüm auf. Oh, wirklich? Ja. Der Kokum ist immer sehr neugierig. Ja. Ich hab das zweite Mal jetzt gefragt, wie du so privat bist und hab gesagt, wie ein normaler Mensch. Ja. Geht Kokum ja auch nichts an, ne? Würde ich sagen. Nee, geht ihm überhaupt nichts an. Die Kokum sind auch nicht befreundet, also von daher. Genau. Vielen Dank. Ich sollte mich vielleicht mal überall abmelden, vorsichtshalber. Was ist das denn immer? Ich glaube, ich bin vollkommen bescheuert. Okay. Dann? 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 Du musst dich schon entscheiden, ob ich ein Dickkopf oder ein Murmelkopf bin. Die Wahl trifft mir sehr leicht, Murmelkopf. Fantastisch. Du hast das provoziert. Ich habe mich jetzt einfach interessiert, was du darauf so antwortest. Ja, so eine Murmel ist halt auch hart. Von daher ist es eigentlich fast das Gleiche nur mit einem anderen Wort. Ja, so kann man sich auch rausreden. Das ist halt die Doppeldeutigkeit einer Murmel. Ja, ich versuche nicht nachzufragen. Ich versuche zu widerstehen. Nein, wir reden gleich erstmal über dich. Und warum du so ein verdammt gutaussehender Mann bist und warum du überhaupt mit mir zusammen bist. Was für ein Mann bin ich? Ein verdammt gutaussehender Mann. Ja. In dir wicke ich nicht so. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Du könntest bestimmt jede hier in Nostand das haben. Ich will aber nicht jede, ich will dich. Nein, du könntest. Also, ich habe dich. Ja, du hast mich. Ja. Dann bist du selber schuld. Warum schuld? Sag man das nicht so. Nein. Sag man nicht so. Ich bin glücklich. Du bist der Hauptgewinn. Ich bin kein Hauptgewinn. Doch, bist du. Du bist bescheinlich. Ich bin mir auch hier im Wanningen. Nein, ich bin kein Hauptgewinn. Ich habe ein Tinnitus. Ruhigbar bist du wirklich. Ist das so? Ruhigbar süß. Noch habe ich nicht geflattert. Du bist bitte was? Noch bin ich geflogen, nicht weggeflogen. Aha, okay. Ein geflatter Flüge. Das war ein schlechter Vampir. Wiss du entschuldige. Aha, okay. Ja, den habe ich jetzt wirklich nie verstanden. Aber ich lache trotzdem. Jetzt, wo ich ihn verstehe, ist ja ganz lustig. Irgendwie hört sich das gerade nach Mitleid an. Nein, überhaupt nicht. So. Wir sind jetzt Verbrecher. Gehen hier über die Mauer. Wir setzen uns hier hin. Und quatschen. War doch schon ziemlich offen hier, oder? Bist du dich hier unsicher? Entschuldige. Ähm. Wenn du willst, können wir... Nein, nein. Komm mit. Nein, komm mit. Nicht hinfallen. Willst du auch noch? Keine Sorge, wenn du bei mir in der Nähe bist, falle ich nicht. Ist das so? Ist wirklich so. Hm. Soll ich denn offen so eine Kore-Arme-Maske geben, damit du auch nicht anders fällst? Nee, bitte nicht. Ich möchte nicht aus Versehen jemand anders küssen und es dann sehr beruhigen. Das würde schon ein bisschen wehtun. Wieso? Ich glaube, ich spüre deine Anwesenheit. Außer jetzt gerade natürlich, weil dann war ich wirklich in Gedanken. Das kann mir gar nicht passieren. Gut. Dann setzen wir uns nicht auf den bequemen Stuhl, sondern hier oben. Okay. Das sehen wir alles. Wenn eine Person reinkommt, blendet das Licht, die Person erstmal. Mhm. In der Zeit können wir nun fast irgendwo nach hier hinten auf den Berg flüchten. So. Dann erzähl mal. Ich kann dir halt nicht alles erzählen tatsächlich. Bei deinem Führungsinterna dabei ist. Achso, ja. Okay. Dann erzähl mir das, was du mir erzählen darfst. Ja, ich sag mal. All die Sachen, die ich mitbekommen habe, was die eine Sache da von gestern betrifft, hat mir eigentlich schon vollkommen gereicht heute. Plus noch andere Sachen, dass irgendein Tatverdächtiger auch verschwunden ist urplötzlich. Obwohl der in Kassadin war oder in Kassadin. Sehr spannend. Einfach sehr anstrengend. Viel hin und her fahren heute. Gutzeitig haben wir gedacht, dass eine MP5 verschwunden ist. Oh. Die wurde aber dann wieder gefunden, weil die Ordnung nicht gut genug war. Okay. Zwei Leute halt kündigen heute wieder. Zwei Leute kündigen? Ja, Abwesenheit halt. Achso, okay. Wobei bei einer Person ist es mir, sorry, das klingt jetzt hart, egal. Bei einem Troublemaker. Aber bei der anderen Person finde ich es sehr schade, weil die von uns sehr gefördert wurde. Oh. Auch eigentlich, dass sie sich wieder meldet. Die Person wird bestimmt ihre Gründe haben. Ich gehe davon aus, dass sie Miss Kanga hatte sich halt krank gemeldet. Und hatte mal versucht, einen von uns zu erreichen. Vielleicht kommt sie ja wieder, wenn es ihr besser geht oder so. Weil sonst like ich sehr viel Bürotag heute, sehr viel Entscheidungen halt treffen. Und versucht, ich versuch's mal zum Schreiben. Versucht jemanden auf meine Art und Weise wieder auf Kurs zu bringen, der momentan sehr an sich selbst zweifelt und sich massiv für etwas die Schuld gibt. Oh, okay. Ja. Auf deine Art und Weise? Meinst du so wie bei Herr Payne oder so wie das bei mir machen würde? Ich denke, so wie bei Payne. Oh, okay. Also, irgendwie. Da kann nicht jeder drauf, das ist dir klar, ne? Ich werde niemals zu Menschen so sein wie zu dir. Ich verstehe auch, warum. Aber ich sag nur, da kommt nicht jeder drauf, ne? Ja, ich hab ihn halt aufgezeigt, dass er halt keine Fehler gemacht hat und nach Protokoll hat gehandelt hat. Und dass es hier keine Gründe dafür gibt, dass er sich die Schuld geben muss für das, was passiert ist. Muss er auch nicht. Erinnert nicht so feindfühlig, das weißt du doch. Ja, aber bei mir schon. Du bist ja auch du. Nee. Ich weiß nicht, ob es ihm geholfen hat. Ich hab auf jeden Fall meinen Auftrag halt erfüllt, den ich bekommen habe. Also, meine, ja, Wertung zu dem Thema gegeben. Mhm. Ja, mehr gibt's eigentlich gar nicht zu erzählen, tatsächlich. Doch, ich hab Armando in der Zelle heute wieder gesehen. Armando? Ja. Was hat der denn schon wieder gemacht? Irgendein Überfall. Auf jeden Fall hat er auch einen Haftbefehl und wird wohl des Mordes verdächtigt. Bitte was? Armando? Mhm. Oh, das kann, bringt er sowas zustande? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine gute Frage. Er ist halt nicht ohne, ne? Trotz alledem. Darf man nicht vergessen. Du kennst ihn wahrscheinlich anders als ich. Ja, einer meiner ersten Berufspunkte war der, dass er gegen die Laterne kommt. Ach so, ja, das weiß ich. Ich glaube, die Laterne. Naja, ich hab kein Problem mit ihm, man kann mit ihm reden. Find ich halt zumindest. Genau, man muss nur die ganzen, ähm, Kraftausdrücke auswildern. Hm. Tatsächlich sagt er bei meiner Müsse halt sehr wenig. Ja, bei mir nicht. Ja, gut. Sache ist, äh, er hat mich sehr ausgefragt, was dich betrifft. Warum? Warum wir im Partner-Look rumlaufen. Ach. Und, gefragt, was das ist bei uns so ein bisschen. Ist aber irgendwie nicht gut, dass er fragt. Ja, ich hab ihm gesagt, das war Zufall. Gut. Wäre ja nicht, dass du irgendwie in Gefahr kommst. Ja, nun, das hab ich schon ganz alleine. Ja. Indem ich aber einfach nur eine Aussage gemacht hab. Hm. Hm. Gut, die Schuld liegt aber nicht bei dir. Ja, nun, das war am Anfang heute mit Herrn Weiß, hat es sich so angehört, als wäre ich komplett schuld. Er meinte auch, äh, dass ich hätte den Raum abschließen sollen. Den Raum hinter der Scheibe. Geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob's nicht geht, ich hab's nicht mal probiert. Hätte ich den abschließen sollen? Wir haben's ausprobiert. Nein, den kann man nicht abschließen. Und was bringt das, wenn da ein Fenster in der Tür ist? Ach, das ist auch... Ja, gut. Das ist ja auch nicht der, ähm, die Überstellungsraum. Das ist der Hörraum. Ja, ich weiß nicht, ich hatte am Anfang ein Gespräch heute, das war sehr negativ mit ihm, weil es kam mir so vor, als würde er mir komplett die Schuld geben für das, was passiert ist da unten in den Zellen. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, nein, ihr weiß es, hey, das war gar nicht so und ich war noch nie in diesen Räumen und ich weiß nicht, ob ich die abschließen kann, keine Ahnung. Und ja, hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich war nicht im Uniform da. Ich hab sogar irgendwie dann trotzdem wieder auf mich bezogen, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt wirklich alles blöd gewesen. Es ist, äh, es ist auch scheiße heute gewesen. Ja, es ist... Aber aber auch mit mir ist ja nicht bei uns, äh, Fängstig gewesen, Feier. Was ist dann los? Ja, es ist viel gewesen heute, äh... Äh, keine Ahnung, Harald lag eben beim VPD, da waren auch diese ganzen Kollegen, da lag er auf dem Boden und, äh, wir hatten da ein Treffen mit Herrn Weiß. Da hab ich einen Anruf von Max gekriegt, weil Max es nicht schafft, die Polizei anzurufen, sondern mich anruft und sehr hektisch am Telefon, äh, gesagt hat, oh mein Gott, sie haben Barbie eingepackt, sie haben sie eingepackt. Und dann hab ich halt in die Runde das gesagt und nochmal gesagt und nochmal gesagt und dann hab ich gesagt, hallo, ho! Und, äh, dann hab ich schon gemerkt, dass es nicht ernst genommen wird und, äh, alle sehr genervt waren deswegen, dass Barbara Barme entführt wurde. Ähm, ich hatte mit Kowalski da gerade ein Gespräch, denn er ist da dahingehend auch sehr, sehr wütend und hat das gerade auch so ein bisschen an den Kuckum und er weiß ausgelassen und meint, warum nimmt man das denn nicht ernst? Ähm, wir sind dann später, äh, ja, haben wir sie dann erreicht. Herr Weiß war sauer, weil er wollte einen anderen Einsatz machen, war sauer, dass, ähm, die Streifen dafür jetzt eingesetzt worden sind. Die Sache ist, wurde halt wirklich entfüllt von, äh, Herr Garcia. So. Wir haben ihn dann später im MD getroffen und, äh, sie hat gelogen und meinte dann, dass sie, äh, eine Technik Mächte mit ihm hatte und, äh, sie wäre auch, äh, gegen eine Wand mehrfach gelaufen und hat deswegen verletzt. Ich wusste zu der Zeit nicht, dass Max auch im MD war und, äh, die beiden haben mich halt die ganze Zeit angelogen und ich war halt von Herrn Weiß und Herrn Kuckum stand ich heute wie die dümmste Lügnerin da und das hat mich so aufgeregt, weil ich hab einfach nur weitergegeben, was mir gesagt wurde, weil ich das nun mal ernst nehme. So. Ähm, und dann hieß es die ganze Zeit, was für den Kindergarten, Frau Bahns, wo bringen Sie uns denn da rein? Ich hab gesagt, ja, okay, dann können wir das ja ignorieren, haben wir auf Ihre Verantwortung. Halt. Weiß nicht. Ich, 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 manchmal denke ich, ich, ähm, manchmal weiß ich nicht, was richtig ist. Ähm, wenn ich das ignoriert hätte und irgendwas wäre passiert, was ja auch passiert ist, hätte ich am Arsch bekommen. Wenn ich etwas, äh, normal ernst nehme, heißt es, was für ein Kindergarten und es ist irosch gut, dass wir den ganzen Einsatz da nicht machen können. Ich weiß manchmal nicht, was richtig und was falsch ist. Dann wurde einfach die ganze Zeit im MD, ähm, Herr Kowalski war dabei, wurde von Herrn Kuckum und Herr Weiß dann, ähm, über Barbaras Verhältnis zu Herrn Kowalski, mit wie vielen Männern sie schläft und sowas alles. Und ich meinte, Moment, die wurde von Ihnen entführt und Sie nehmen das nicht ernst? Und dann hieß es, sie ist mehrfach gegen eine Wand gelaufen und von, da hab ich auch erfahren, dass Max auch im MD ist. Und auch Verletzungen hatte. Und, ja, keine Ahnung, Herr Kowalski war der Einzige, der dann gescheitert hat und gesagt hat, das, das, das ist doch so, wie Frau Bahns sagt, da ist da irgendwas passiert. Ich weiß, ich weiß nicht, was soll ich mittlerweile ernst nehmen und was nicht. Es war halt heute sehr schwierig. Äh, ich wurde mitgenommen auf den Einsatz da beim Herrn Gassier, ich stand auch vor ihm. Da ist ein kleiner, blöder Fehler unterlaufen, aber das ist jetzt auch, da hatte ich mich auch bei Herrn Kuckum schon entschuldigt. Ähm, dann sollte ich Herr Gassier auch untersuchen und ich hab das alles für keine gute Idee gehalten. Und dann hieß es auch, Frau Bahns hier, Frau Bahns da, weiß ich nicht, alles einfach nicht so optimal gelaufen heute. Und der Druck hat... Gut, gut. Im Apfelette. Oh, ich komme nicht auf den Punkt, ey. Ja. Oh. Ja. Ich wollte dir jetzt auch eigentlich erzählen, am Ende hat Herr Weiß, wenn glaubt, du mir auch gesagt, dass es nicht meine Schuld war. War alles wieder gut, aber der Weg dahin war halt, ich hab mir die ganze Zeit die Schuld gegeben. Nüsse leer, alles leer. Das Schlimme ist, ich spiele ja Ariane oft so, dass sie sich selbst die Schuld gibt, aber sie kriegt halt immer Schuld. Das ist so, natürlich wird ja immer wieder das Gefühl gegeben, dass sie dumm ist und dass sie nichts kann, außer natürlich die letzten Tage mit Weiß. Die war natürlich fantastisch, aber, ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt heute doof gewesen. Weil die wird kein PD-Roboter werden, das werde ich auf keinen Fall machen. Die bleibt, die bleibt schön menschlich. Natürlich fand ich das gut, dass Walter Weiß sie da mitgenommen hat, ne. Da haben wir, also, das war schon sehr cool, ne. Da muss man so ein bisschen trennen, ne. Ariane ist halt gerade so, weh, 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 weh. Ein anonymer Geschenkegeber, vielen, vielen Dank für zehn Verschenke-Subs. Oh, wir machen das heute anonymen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen, 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 vielen Dank. Danke, 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 danke. Ich helfe auch die Frau. Es ist wirklich gut, dass das aufhört, cool. Ja, bei ihren Freunden meldet sie sich natürlich erst noch nicht. Ich kann nicht von mir zur Zeit wirklich andere Probleme nicht lösen. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Tanaka, aber ich wurde gar nicht gecheckt, ne. Ich war, also, da war ich ja wirklich ganz so anders mit dem Kopf. Es tut mir so leid. Oh, Mann, vor dem will man sich am allerwenigst blamieren. Was weiß ich, Frau Bahn? Äh, 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 äh. Wie heiß ist mein Name? Was weiß ich, Frau Bahn? Wie heißt das, Frau Bahn? Ich weiß nicht, ob ich stehen geblieben bin. Äh, ja. So wie Massen. Ich glaub, vielleicht hast du halt ein bisschen den Flow grad irgendwie. Boah, das ist Zufall, ich bin grad auch gegangen. Ähm. Ja, Mensch. Ja, ich... Ich hab Kopfschmerzen von meiner eigenen Stimmung durchsatziert. Was? Egal, keine Ahnung, ich hab heute so viel geredet. Ja. Ja, es ist halt nicht cool da, ne? Es war allgemein... Schau mal, es war allgemein eine blöde Situation. Die haben die beiden nicht ernst genommen, okay? Mhm. Und ich hab dafür gekämpft, dass die ernst genommen werden. Dann kamen die beiden aber raus und haben mich quasi als Lügnerin dastehen lassen. Und auch fast nicht geredet. Und dass er so ein bisschen so hihi und da... Und da stand ich halt so richtig dumm da vor Kokum und im Commissioner. Das hat mich richtig, richtig wütend gemacht. Und dann ist... Irgendwann hat der Weiß aufgegeben und hat gesagt, toll, Frau Barnes, dafür haben wir den eins... Also wieder quasi... Er hat dann später gesagt, nein, ich gebe ihm nicht die Schuld. Aber es hat sich einfach so angefühlt, als würde ich ihn im Kindergarten veranstalten. Und das gefällt mir einfach nicht, weil wir das Problem schon immer hatten. Ähm... Und wir sind dann... Aber er ist so wie Massen, dass ich dich unterbreche. Er hat aber zu dir gesagt, du hast nicht Schuld eigentlich. Ja, hat er am Ende gesagt, aber... Ja, hast du ja auch nicht. Erzähl mal. Ja, natürlich hab ich da keine Schuld dran. Das weiß ich selber. Ich nehm doch einfach nur die Sachen ernst. Herr Kowatzke hat genau das gleiche gesagt wie ich. Und er kam später dazu. Er hat es genau so gesehen und gefragt, wieso wird das hier nicht ernst genommen, die Sache? Und wieso wird die nicht ermittelt? Ähm... Gut. Wir sind dann Max hinterher. Irgendwann später. Ich bin mit Herr Weiß hinterher gerannt. Und dann hat er Max so ein bisschen Angst gemacht. Und dann hat Max halt ausgepackt, was da passiert ist. Dann war ich erstmal beruhigt und dachte... Also einerseits fand ich es furchtbar. Andererseits war ich beruhigt, dass ich jetzt nicht als Jüdlerin dastehe. Und dann das ganze Mal. Barbara, das wurde sehr, sehr laut. Sie hat einfach so... Wirklich harte Beleidigungen an den Kopf geworfen. Und ähm... Da haben wir am Ende dann halt auch die Wahrheit rausgekriegt. Und äh... Ja, er sucht halt wohl nach mir. Ich bin begeistert. Und dann frage ich mich. Ich hab doch nur Angst. Ich hab das gar nichts Schlimmes gemacht. Und dann... Das Problem ist... Im Kopf von... Sorry jetzt für die Aussage von kriminellen Menschen ist es halt immer so. Selbst wenn du gar nichts gesagt hast, hast du in deren Augen was gesagt und bist dann auf der Liste. Nee, ich hab tatsächlich was gesagt am Stadtpark. Okay. Aber was soll ich jetzt machen hier? Weil es hat mir so ne Angst gemacht und mir erzählt, was das für eine ist. So, was... Was mach ich denn jetzt? Ich mein, hätte ich keine Aussage... Aussage zurückziehen oder so ist halt... Nein, nein, das mach ich. Weil dann... Das Problem ist... Ich könnte jetzt natürlich ein Schützungsgepräch führen und irgendwelche Hoffnung machen. Aber ich sag dir wie es ist. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten da was zu machen. Ähm... Das einzige was du halt machen kannst ist vorsichtig zu sein. Ja mach ich. Seitdem ich auf dieser Insel bin, seitdem ich mich mit der Mafia angelegt habe, 2021, bin ich immer vorsichtig. Nacht immer auf meine Umgebung. Und das habe ich nicht abgelegt, selbst nachdem ich so, ich sag mal, in der Versenkung verschwunden bin. Weißt du, das ist leider das Problem. Wir haben hier im Starte, San Andreas, nicht wirklich die Möglichkeit Menschen wirklich zu schützen. Was Aussagen antrifft, Zeugen und so, weißt du. Hm. Das einzige was man jetzt natürlich sagen kann, ist die klassischen Sachen. Mach eine Typveränderung, etc. etc. Aber wie viel Sinn macht das, dass du das tust, wenn du eine Officerin bist? Ja, stimmt. Und... Das einzige was du hier versuchen solltest, ist nicht, äh, dich einschüchtern zu lassen, keine Angst vor den Leuten zu haben und vorsichtig zu sein. Die Umgebung zu achten, Situationen einzuschätzen, lernen einzuschätzen. Und ich bin ehrlich zu dir, das kriegst du easy hin. Meine Meinung. Ja, frei rumbewegen kann ich mich trotzdem wieder nicht. Hm, doch. Du musst halt noch vorsichtig sein. Mhm. Das ist halt das Problem hier. Im Prinzip kann man sich frei rumbewegen. Man muss halt nur seine Umgebung im Blick haben. Mhm. Mhm. Und... Du kannst hier jetzt nicht Ewigkeiten verstecken, weißt du? Macht ja auch keinen Sinn. Nee, mach ich auch nicht. Sondern das verstehe ich nicht, ähm... Also für mich ist das schon mal das Problem. Mir wurde gestern gesagt, es ist eine Ovi, wo du eine Aussage getroffen hast. Nur für letztlich ist es eine Staatsanwaltschaftsakte, wo es um eine Entführung geht. Okay. Ich flieg da nicht so ganz durch. Weil für die Ovi finde ich das ziemlich lächerlich, was da abgezogen ist. Von dem Typen. Aber... Wenn es hier um eine Entführungsakte geht... Ja. Ist er da natürlich am Rad dreht. Ich meine, ich halte das nicht gut. Aber es ist aus der Sicht eines Kriminellen natürlich schon schwierig, ne? Okay, das ist, äh, wert. Warum? Wieso ist das jetzt, äh, keine Ovi mehr? Ich, äh... Es hieß... Ich verstehe es halt auch nicht. Der eine sagt zu mir, das ist ein Ovi. Der andere sagt zu mir, das ist eine, äh, Entführungsakte. Aber wo ist denn da die Entführung? Ach so, ähm, Eddie, Eddie Tyler, der im Taxi saß und unterdrungen gesetzt wurde. Ja gut, dann ist das eine Entführung, ja. Und keine Ovi mehr. Ja. Der wird ihm wahrscheinlich meinen Namen sagen. Also... Also... So wie machst du... Ähm... Wann ist das Wort? Sorry. Ähm... Ja, was machen wir mit ihr jetzt? Ich will nicht in Selbstmitleid versinken. Ne, das soll's auch nicht. Aber ich möchte nicht, dass du denkst, dass du mit deinem Problem zusammen bist, nur weil jetzt zwei Sachen so nah beieinander passiert sind, ja? Ich will auch nicht, dass du, äh, denkst... Du bist kein Problemmachi, du bist kein Trauermachi, das gehört zu dir, Ari. Nein, eigentlich gehört das nicht zum... Doch, das gehört zu dir, weißt du? Weil... Wir sind... Zusammen... Wir sind zusammen... Bei guten Tagen, und wir sind auch zusammen bei schlechten Tagen. Und... Ich steh immer hinter dir und bin an deiner Seite, und das solltest du auch wissen. Vielleicht hast du aber irgendwann genug davon. Ja, ich... Ich hör auf. Nein... Es sind... Es sind ja deine Sorgen. Das ist ja okay. Ich habe ja auch mittlerweile ein Verständnis dafür, warum das so ist, aber... Ich werde da nicht zu viel von haben. Weißt du warum? Es werden die Tage kommen, wo das Gleiche bei mir sein wird. Du überleg mal, was für eine Position ich begleite. Hoffen wir mal nicht. Hm? Hoffen wir mal nicht, dass das irgendwann so sein wird. Aber es wird passieren. Hm... Nein, das wird nicht passieren. Wenigstens, wenn Tilo und ich mal wieder auf Reisen gehen, wird das passieren. Weil immer wenn Tilo und ich unterwegs sind, kriege ich seine Bedrohungslagen ab. Nee, du wirst doch jetzt keine mehr kriegen. Weil ich eine Fähigkeit habe. Die wäre... Also eigentlich ist es dann, ich... Ähm... Das ist bei Freunden und äh... Und so. Äh... Ich verbiete dir zu sterben und ich verbiete dir auch, dass dir irgendwas passiert. Und wenn ich das sage, dann passiert das auch nicht. Okay. Dann verbiete ich dir, dass du denkst, dass ich irgendwann genug von dir habe. Wir werten um 100 Dollar, dass du irgendwann genug von mir hast. Nein, ich wette darum nicht. Unsere Beziehung ist ja kein Wetteinsatz. Meine Gütes war nun keine Scherz. Ja. Mir ist aber unsere Beziehung sehr wichtig. Mir... Mir auch. Ich weiß. Aber... Ich will halt nicht, dass irgendwie Geld dann auf einmal da im Raum steht. Das war wirklich hier und hier. Hm? Ein bisschen die Situation auflockern. Ich bin leider manchmal sehr ernst. So mir maßern. Ja, ich auch. Ähm... Und jetzt habe ich heute Dinge ernst genommen. Ach, ist das scheiße. Aber du hast ja vorhin gesagt, ihr seid nicht mehr miteinander befreundet. Als ob ihr jetzt nicht mehr befreundet seid. Nee, das... Das war schon sehr heftig. Als es dann hieß, ähm... Als sie ihr gesagt hat, dass ich Angst habe und dass sie darüber bitte reden soll. Irgendwie... Herr Weiß meinte dann, wollen sie denn ihrer Freundin Frau Barnes nicht helfen? Und sie ist dann einfach gegangen. Ja gut. In der Situation werden die wahrscheinlich sich denken, sie haben halt den Mund gehalten. Haben halt... Sag mal... Gut... Englisch aufs Maul bekommen. Und dann kommt da jemand in die Ecke und meint so, warum halten sie sich nicht zu ihrer Freundin? Also es ist halt... Ja, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht. Das haben sie ja nicht gesagt. Ja klar. Das ist... Ja. Aber das ist die Situationsthematik halt, ne? Ja. Ja, aber ich fühl mich halt als... So ein bisschen als... Ich... Ich würde... Also wenn denen das passieren würde, ich würde reden. Ich würde alles dafür tun, dass meinen Freunden nichts passiert. Hast du denn versucht mal, die beiden zu erreichen? Nee, das... Nee. Ist zu hitzig gewesen. Ich hätte jetzt halt gesagt, versuch sie doch mal zu erreichen, dass er mit deiner redet. Mhm. Nein. Nee, nee. Das wird ziemlich laut. Nein, nein. Wird sicher. Ja, wird's laut, wird's halt laut. Aber wenn du euch dann nach wenigstens in die Arme nehmt und wieder alles okay ist... Nein. Kann ich aber auch raten. Okay. Ich will... Also... Nicht falsch, ich wollte dich jetzt nicht dazu zwingen oder so. Nein, weiß ich nicht. Versuch dir nutzen. Ja. Zu helfen. Weil ich halt weiß, wie wichtig die beiden dir sind. Und deine Erzählungen. Ach... Was? Keine Ahnung. Kann ich mal ändern, dass ich einfach Dinge rauskomme? Mhm. Okay. Ich bin halt ein bisschen sauer. Ja. Das ist nachvollziehbar. Nein, weil Max nicht das PD angerufen hat, sondern mich. Und... Dann fing diese ganze... Das ganze Macht an. Ich hab Max halt immer gesagt, bitte das PD anrufen. Niemals nicht. Weil ich kann da nicht viel machen. Aber... Doch. Ja. Max ist ja auch letztens... Oder ist doch zu den Detektivs gegangen, als der da diese Rückensache hatte alles. Das... Also Max... Mhm. hat man weiß gesagt. Nein, nein. Ich glaub ihnen. Weil... Er ist wirklich jemand, der zum PD geht. Ich kann aber auch verstehen, dass man dich direkt anruft erst. So ein bisschen. Weil man zu dir einen engeren Draht hat. Ich hatte mal einen Schützling. Die Person hat das halt auch immer gemacht. Eher mich angerufen, als die Leitstelle. Weil die Person halt das Gefühl hatte, dass dadurch eher was passiert. Die State Police hat nun mal leider keinen guten Ruf. Ist halt leider ein Fakt. Ich weiß. Verhalte mich bitte nicht für einen schlechten Menschen. Wir haben... Die Freundschaft hat schon viel durchgestanden. Es ist viel passiert. Mhm. Auch Dinge so in etwa in der Art. Deswegen bin ich da so ein bisschen... Wie oft soll ich da noch... Wie oft soll ich da noch die Dumme sein und einfach sagen... Ja, alles wieder okay. Irgendwann hab ich da auch keine Lust mehr drauf. Also im Prinzip... Staut sich bei dir etwas an. Ja, sehr. In Hinsicht. Es ist natürlich nicht gut. Weil das ist nicht... Das sollte nicht einseitig sein. Sondern... Gegenseitig. Hast du es dir bei denen schon mal so gesagt? Ich kann mit dir nicht so reden wie mit dir. Weil mit Barbara... Hm. Weil du dich nicht verletzen möchtest? Oder? Nein, Barbara nimmt viele Sachen nicht ernst. Erhitzt sich. Und mag so ernste Gespräche nicht. Okay. Aber ich gehört ja solche Gespräche dazu, ne? Schwul. Da hinten ist auch ein Kirsch mit dem Baum. Ja. Du kannst gerne da hingehen, während wir über die sieben sprechen. Ich bin fertig jetzt. Ist das so? Das ist so. Wenn du das sagst, respektiere ich das. Und... Arigato. Wofür? Wofür? Hast du dich mir anvertraust? Ja, ich würde es eigentlich auflassen, weil ich so genervt war. Aber es ist ein Fortschritt. So, weißt du? Ja. Schieß jetzt auf mich. Ich will nicht jedes Mal mich bei dir ausholen. Doch. Ich bin... Ich bin... Das Aufwand, Mochi. Nein, bist du nicht. Außerdem bin ich es gewohnt, dass eine Person dann genervt ist, wenn ich meine solche Dinge ankomme. Ja, und... Wirklich genervt? Nein. Du? Doch nicht. Warum bin ich nicht genervt? Weil du du bist. Ja. Und was noch? Sag du es mir. Ne. Sag du es mir. Ne. Guck mal kurz auf ein Handy. Okay. Ja, warte. Ich helfe dir hoch. Okay. Danke. Soll ich dir auch hochhilfen? Ne, wenn ich das nicht schaffe, dann sollte ich nicht im SWAT sein. Ja. Ich biete es einfach trotzdem dran. Ja. Und ich werde es immer wieder dankend ablehnen. Wenn ich mal im Rollstuhl sein sollte, darfst du mir auch helfen. Dann schiebe ich dich die ganze Zeit. Ne. Du sollst mich auch nicht die ganze Zeit schieben. Doch, aus dem MD raus. Wow, ist das romantisch mit dem Abflusskanal. Ja, irgendwie schon. Wir können uns den ja angucken. Wir gehen einfach hier vorne hin. Den Kanal. Hey, der Baum ist cool. Mhm. Da ist wieder ausgeleuchtet, das. Wir können uns hier hinsetzen. Echt cool. Warte. Wenn du dich hier hinsetzt. Moment. So. Dankeschön. Hast du da hingelegt? Gar nicht. Ist das so? Dann. Ich hoffe, mir guckt jetzt keiner hier unter dem Rock, aber ich glaube nicht. Hm. Wenn dir kein perverser irgendwo steht, ja. Ist gar nicht so ein schlechter Ort hier, oder? Schon? Ich wusste. Hm. Was ist dein zweites Lieblingslied? Mein zweites Lieblingslied? Ja. Du hast doch bestimmt noch mehr, oder? Das Problem ist, kennst du das, wenn du mehr so kreuz und quer hörst und letzten Endes gar nicht so das pauschalisieren kannst, was dein Lieblingslied ist? Habe ich schon mal irgendwo gehört, dass es solche ganz komischen Menschen gibt, ja? Aber das Lied ich auch sehr mag. Oh Gott. Das kommt nicht. Erinnerst du dich an die Serie, die du geguckt hast? Ja. Ja. Ich empfohlen habe. Ja. Der Titelsong, den mag ich. Ja, ja. Den höre ich tatsächlich auch ab und zu mal, ja. Ich höre den nicht nur ab und zu. Der heißt auch mein Name. Ja, ja. Ich, äh, ja, ja. Genau. Hab ich, äh, ja. Mach ich mal zu Hause bei uns an. Hm. Ja. Wenn du, wenn du schon unterwegs bist. Ist das so? Das ist so. Gut zu wissen. Ähm. Was hast du den zweiten Lieblingssong? Hast du vielleicht noch ein drittes Lieblingslied? Boah, warte mal, da muss ich mal hier schauen. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier meine Lieblingslieder nenne, dass da immer so Sachen kommen, die du mich nochmal fragst. Kann sein, bis das richtig kommt. Ja gut, ich... Das kann ja etwas dauern. Das ist okay, wir haben Zeit. Warum fragst du denn so nach meinen ganzen Lieblingsliedern? Es geht dich überhaupt gar nichts an. Äh, wow, warum so aggressiv? Okay, ma'am. 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 Was? Es ist sehr viel Rap. Ja auch. Ja. Auf hier bitte. Soll ich denn noch einen Lieblingssong nennen? Ja, bitte. Irgendwas, was ich mal für dich singen kann, aber nie tun werde. Irgendwas, was du mal für mich singen kannst. Genau, genau. In was meine Richtung soll es denn gehen? Dramatisch. Fröhlich. Egal. 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 Ja. Ich swipe mal ein bisschen durch. Du weißt übrigens schon, dass wir jetzt auch zusammen ein Lied haben, oder? Ist das so? Ja, das Lied von der Hochzeit, zu dem wir getanzt haben, ist jetzt unser Lied. Wie war denn der Songname nochmal? Keine Ahnung, das war irgendwas mit E-Jubilee verlaufen. Was? Ist ja auch egal, ich würde es irgendwann jemanden hier singen lassen und abspielen. Also. Irgendwann? Okay. So was miteinander ist denn? Hast du aber nicht genau zugehört? Wie? Bei dem Lied? Mhm. Das ist schon ein bisschen was her. Ah. Okay. Vielleicht bin ich nicht so gut mit Songnamen. Mhm. 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 Ja. 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 Die habe ich ja nie gesehen. Keine Ahnung. Ja. Müssen wir eigentlich mal ändern, ne? Mhm. Ah, du fragst mich gerade Sachen, Ari. Äh. Welcher Song ich auch ganz gut finde? Ja. 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 Wie fällt mir der Serienname gerade nicht ein? Oh mein Gott. Ähm. Da fällt mir gleich ein. Ich glaube, ich weiß, wie geht's immer. Ja. Schon ein bisschen strange, das war jetzt. Ja. Ja, genau. In so eine Richtung geht das. So. Strange Dinge. Passt der Song oder muss ich weiter überlegen? Ja, das könnte eventuell passen. Eventuell. Wofür möchtest du nochmal die Songnamen haben? Achso, ich werde das irgendwann mal für dich singen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wenn du das für mich singst. Ja. Alle, die dich gerade genannt habe, da freue ich mich ja schon drauf. Alle. Sehr schön. Jeden Einzelnen. Nein. Äh. Ich muss vorher zum Gesangstraining 20 Jahre lang. Ich bin gespannt, wenn du ernst was singst. Ich hoffe, du hast schon ein Chor bestellt. So, okay. Das, das, nein, das wollte ich nur fragen. So. Ja. Wir haben am 28. unseren... Jahrestag wollte ich schon sagen. Oh mein Gott, das wird sich ja wie ein Jahr. Ähm, unseren Einwohner ticken. Ja. Und, ähm, wie machen wir das, feiern wir denn? Von, vom, vom 27. auf den 28. dann? Wenn du das möchtest, können wir das so machen. Von mir, ich bin noch recht flexibel. Oh Gott. Wir müssen jetzt auch nicht irgendwas Pompöses machen, mir reicht es schon Zeit mit dir zu verbringen. Nein. Aber ich habe ein kleines Geschenk für dich. Wirklich ein ganz kleines. Ich habe natürlich gar kein Geschenk für dich. Überhaupt noch nicht. Nein, du bist das Geschenk. Außerdem hast du mir einen sehr teuren Regenschirm. Nein, du kriegst was von mir. Nein, ich, nein, ich will, nein, du verstehst es nicht. Ich, ich habe nicht ein Geschenk in der Hinsicht. Ich plane schon seit zwei Wochen das zu holen. Nein. Was ich für dich habe. Oh mein Gott. Lass mich doch auch mal bitte. Ich bin nicht. Ey, das ist doch, man schenkt sich doch gegenseitig. Nein, nein, schenk mal nicht. Du schenkst mir die ganze... Nein, du schenkst mir die ganze... Nein, große. Das ist maximal wichtig. Das ist super wichtig, dass ich dir das gebe. Und da wirst du mich nicht von abbringen. Ich, nein, doch werde ich. Doch, nein. Weil ich bin jetzt... Ich bin jetzt dran, jetzt mein Turn und so. Wirklich. Ich bin... Nein, aber... Das ist wichtig. Bitte. Das ist super, super wichtig, dass ich dir das gebe. Nein, ich habe alles. Ich habe bereits alles. Nein, das hast du definitiv nicht. Doch, das habe ich hundertprozentig. Das hast du hundertprozentig nicht. Das habe ich... Zu einem Millionen Prozent habe ich das schon. Das hast du zu Trillionen Prozent nicht. Ich habe zehn Wohnungen gemietet. Die sind alle voller Stuff. Okay, ich habe geblufft. Habe ich nicht. Aber trotzdem. Davon wirst du mich nicht abbringen. Bitte, ich... Ich will auch mal was besonders Schönes haben. Misslass mich doch mal bitte. Das... Zum Zweimonatigen dann. Nein, das brauchst du jetzt, was ich dir geben möchte. Nein. Eine Waffe? Warum weinst du dabei so? Weil ich... Weil ich mich jetzt mal erfreue, dass ich was habe. Du bringst mich davon ab, dir das zu geben. Ja, mache ich auch. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber bitte. Lass in eine schnelle Puppe. Du brauchst nur einen Parkplatz dafür. Bitte was? Nein, das war ein Scher. Oh Gott. Bitte nicht. Nein. Aber das kriegst du trotzdem. Du hast keine Wahl. Nein. Das hast du nicht. Warum... Warum ist das jetzt so schlimm? Das ist nur was Kleines. Das ist nur was Kleines. Das ist nur was Kleines. Ja, meins ist auch was Kleines. Ja, das ist... Also die Form ist... Also... Also... Klein. Wirklich, ich habe mal richtig... Ich habe was richtig, richtig cool. Und ich wollte... Ich wollte das eigentlich auch nicht sagen, dass ich was für dich habe. Ja, jetzt nix gesagt, kannst du nicht erfahren, dass ich auch was für dich noch holen muss. Ja, siehst du, du hast... Also ich habe es eigentlich schon. Nein, ich habe es eigentlich schon. Das Problem ist, ich verpasse diesen Termin schon seit zwei Wochen. Was für einen Termin denn? Ja, sag ich dir doch jetzt nicht. Ich sag dir auch nicht, was ich dir schenke. Ja, sollst du ihr auch nicht. Meins ist schon ziemlich cool. Meins ist hoffentlich auch cool. Ich schenke dir meins zuerst. Ist das so? Ich schenke dir meins am 27... Ich weiß nicht genau, wo ihr seid. Das ist aber jetzt ja ein Tag zu früh. Ja, aber dann habe ich Vorlauf. Dann habe ich noch deine Freude ein bisschen bis zum 28... Denkst du dann etwa, nachdem ich dir was gebe, was meine Freude vorbei ist? Oder wie? Hä? Nein! Hä? Wieso das denn? Ja, aber du hast gerade gesagt, dann hast du nicht deine Freude... Hä? Ja, weil ich... Wenn ich dir mein Geschenk gebe, dann bist du... Ach, toll. Und danach hast du deinen Moment, weil du... Keine Ahnung. Mir wahrscheinlich ein Privatjet holst. Vielleicht kannst du ja genau in der Stimmlage sagen. Nein. Warum sollte ich dir ein Privatjet holen? Ich habe keine Ahnung. Als ob da ein Flugzeug auf einmal vor unserer Tür steht. Ich habe dir gesagt, ich bin vorrückt. So, jetzt... Jetzt ist immer mehr. Ja, ich trau's mir auf sowas. Ja, so ein Privatjet, wo so hinten auf dem Flügel dein Kopf dann ist. Meine Güte, bitte nicht. Oh mein Gott, ich hab zwei Augen. Ja. Oh mein Gott, das sieht so lächerlich aus. Bitte mach das nicht. Mit so Murmeln noch als Symbol. Ich hab... Nein, ich hab auf dem Bild bestimmt einen offenen Mund. Warum einen offenen Mund? Weiß ich nicht. Versteh ich nicht. Kann bei Fliegen unverteidhaft sein. Kann ich jetzt nicht... Warum einen offenen Mund? Ich lach zu viel mit dir. Ich lach zu viel mit dir. Wirklich. So, jetzt... Weiß ich nicht, was ist... Ich hab was in die Augen bekommen. Soll ich das aus deinen Augen entfernen, was dann an deine Augen ist? Nein! Warum nicht? Ich fass jetzt nicht in meine Augen, bitte. Da hatte ich nicht vor. Ich hab's nur angeboten. So, okay. Ähm, ja. Genau. Möchtest du einen, weil ich brauche, oder etwas zu trinken, oder eine total fettige Pizzaschnecke haben? Nein, ich hab all das, was ich brauche. Ja, hab ich nämlich auch zufälligerweise. Und dich. Hm. Ich möchte einen Gutschein für einen Pfannkuchen haben. Oder einen abgelaufenen Tattoo-Gutschein. Warum möchtest du meinen abgelaufenen Tattoo-Gutschein geben? Hm. Keine Ahnung. Weißt du was? Wenn Lazing-Tattoos wieder aufmacht, ich werde so ready sein. Ich werde diesen Gutschein einlösen, aber ich möchte kein anderes Tattoo haben. Es wäre schön, wenn die wieder aufwachen würden. Hm. Bist du müde, sollen wir hier schlafen? Hm. Warum möchtest du hier schlafen? Vielleicht schaffst du es ja nicht, bis nach Hause. Was hast du mit mir vor? Äh, Moment, das habe ich nicht... Also... Nein, das habe ich nicht mit dir vor. Was meinst du? Ich... Weiß ja nicht. Wie kommst du darauf, dass ich es nicht mehr nach Hause schaffe? Hast du ein Messer dabei, oder wie? Ach so, nein. Nein, habe ich nicht. Was hast du denn gedacht? Aber ich habe was hier unter meinen Rock geklemmt. Ich wusste gar nicht, dass man das so klein machen kann. Also wirklich, das ist ja komplett zusammenklappbar. Da habe ich mich ein bisschen... Also wirklich ein bisschen gewundert. Aber ich wusste, dass es solche Teile gibt. Ähm. Was meinst du? Warte. Hat doch heute geregnet. Ach so. Das sieht doch cool aus. Sehr asiatisch angehauchter Schäden. Ja, dann müsste der doch so rund sein, oder? Mhm. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich... Ich freue mich voll. Ich mag den. Ja, guck mal. Ich passe sogar hier drunter. Mhm. Dankeschön, deswegen. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich habe mich... Ich schläge den auf deinen Mundwinkel wert jetzt. Gestern war ja eher die Reaktion anders. Ich habe in meinem Schrank 800 Dollar gesehen. Das ist das erste, was ich gesehen habe. Ich habe 800 Dollar für einen Schirm gesehen. Und da habe ich sofort ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich dachte... Mann, warum... Gib dir denn denn so viel Geld für mich aus? Für einen schönen Schirm. Weil du sehr von diesem Schirm gesprochen hast. Und... Ich habe dir schon erklärt. Ich finde ihn eigentlich wirklich schön. Siehst du? Mission erfüllt. Schenk mir nicht so viel. Ich will mir auch Sachen selber kaufen. Und dir will ich Sachen kaufen. Ich will dich ja auch nicht bevormunden, aber... Es ist ja eine Freude, die ich dir machen wollte. Ja, hast du auch gemacht. Ja. Aber ich freue mich jeden Tag, wenn ich eine SMS von dir bekomme. Ich habe mich über den Zettel gefreut. Ich freue mich, wenn ich aufwache, neben mir sehe. Ich freue mich, wenn ich deine Stimme höre. Ich freue mich, wenn ich deinen Dumpf sehe beim Rollcall. Wollen wir, dass wir dich niemals zugeben. Du bist süß. Du bist süß. Nein, du bist süßer. Du bist süß und du bist... ...mein. Ja, und du bist meins. Und ich habe einen Spiegel, das süße Mal zurück. Das war wieder zu spät, tatsächlich. Mach mir einfach eine Karte und dann steht der Spiegel drauf. Ach ja, warte es bitte nicht. Warum? Weil ich mir das gar nicht sehr gut vorstellen kann, dass ich jedes Mal in den Zettel auf ... 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 Arigato. Das ist lieb von mir. Ja, gern geschehen. Trotzdem ist es so ein Hübscher. Ja, ja. Willst du dich wieder hinsetzen? Nein. Okay. Gehen wir nach Hause? Möchtest du nach Hause? Ja. Okay. Dann gehen wir nach Hause. In unser Zuhause. Ich muss einfach einen Ginster-Tag, ja? Schon so ein bisschen, ne? Und immer langsam mehr eingezogen. Immer mehr Sachen im Schrank. Nein, nein, nein. Moment. Fashion is my passion. Deswegen muss ich... Da muss ich dann natürlich auch meine Klamotten wechselklamotten. Fashion your passion, das weiß ich schon. Ja, ich muss da ein Image aufrechterhalten. Das ist mir sehr, sehr wichtig und das erfüllt mich. Und deswegen, ja. Eine andere Aussage für, ich bin bei dir halb nicht eingezogen. Ich verstehe. Nein, nein, das war wirklich nicht meine Intention. Ich hätte auch nie gedacht, dass... Ich hätte so viele Sachen einfach nicht gedacht. Zum Beispiel, dass wir in einer Beziehung sind? Ich muss zugeben... Heute, als ich dich da im Piddy gesehen habe... Keine Sorge, ich mache ja nichts. Auch wenn du die ganze Zeit an SMS schreibst und ich immer sehr irritiert bin. Ähm... Habe ich kurz wieder gedacht so... Oh mein Gott, ich bin mit Herr Kuwaiyame zusammen, weil es seltsam ist. Und als du gestern meintest, da auf dem Bett war, und du meintest dann, dass das so real für dich ist, da habe ich mir kurz gedacht, warum du das gesagt hast. Und dann habe ich daran zugedacht, dass du mich wahrscheinlich in Situationen erlebt hast, wo du dir auch dachtest. Was ist das denn für eine... Dominus! Nein, das habe ich nicht gedacht. Du hast mich hundertprozentig nicht in mein Intelligentes in Situationen erlebt. Wie definiert man Intellig... Also... Also wirklich, das ist wieder so... Meine eigentlich so eine wunderbare Person. Aber... Das habe ich schon so gesagt, was ich damit meine. Eine wunderbare, herzvolle, wunderschöne Ecke. Außerdem darfst du nicht so denken. Sonst fange ich mir jetzt daran zu denken, dass ich dich nicht verdiene, und dann sind wir wieder in so einer komischen Ecke. Ich verdiene dich nicht, also es ist umgekehrt. Du willst jetzt mal nicht sehen. Nein, nein, halt, stopp. Es ist wirklich so. Nein. Wer dienst, wenn du sehr viel gut hast. Ja, und ich bin auch da. Dass du so wenig von mir hältst. Also ich bin... Ich hätte nie gedacht, dass du Interesse an mir haben könntest irgendwann. Das kann ich nur so zurückgeben. Das ist halt immer so die Sache, wo die Wege hinführen, oder? Ja, das stimmt. Und hier war, dass ich jemals wieder so glücklich sein könnte. Und jetzt sitzen wir hier nebeneinander. Und jetzt sitzen wir hier nebeneinander. Und jetzt sind wir hier, was macht ihr? Ja. 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 Wie ist das für ein Lied? Ja. 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 Wie ist das aktuell in der App? Wo ist das denn? Ich sehe da. Welches Lied? Ach, da ist es ja. Nein, gar keine Ahnung. Kommt doch auch nicht bei Scheiße. Das ist meinestry? Ähm. Wieso, wer hat dir was von einem Lied gesagt, was? Ein Vogel, ähm, als ich dich beobachtet habe mit dem Stern das. Jöp, jöp. Da ist ein Lied. Jöp, jöp. Ich nehme nur an Sicherheitsabstand. Ich weiß nicht warum. Ich werde Ariane nicht schlagen, keine Sorge. Nein, nein, ich wahrscheinlich war sie das und du musst sie verprügeln. Moment mal! Dich allerdings. Komm her! Nein, komm her! Ariane schlag ich nicht, aber dich... Ich hab dir nicht so schnell... Ich hab dir nicht so schnell... Oh, ich wusste es. Meine Güte, du hättest mich fast getroffen, Kaya. Da ist mir ja gleich der Hut abgefallen. Ja, das war knapp, oder? Entschuldigung. Ich hatte meine Hände. Da ist ein Windhauch gekommen, meine Güte. Da ist ein Windhauch gekommen, genau. Da ist die Brille heruntergefallen. Kann man auf den Aufpassen? Könnt ihr bitte 50 Meter Abstand nehmen? Ich war weiter weg! Oh Mann! Ja, ist okay. Was habt ihr so gemacht? Ähm, wir sind durch die Gegend gelaufen und haben geredet. Ja. Und über was du? Dinge? Oh! Musik? Wir waren grad vom Musikthema weg, Ray! Kann ich da bitte mal kurz sprechen? Soll ich kurz beiseite gehen, oder? Eine Person hat mich kontaktiert, die eventuell Ray kennt und eventuell wurdest du auch von dieser Person kontaktiert. Moment. Ich rede gerade sehr durch die Blume, um zu schauen, ob wir das Gleiche wissen. Okay. Du musst allerdings spezifisch, also eine Person, die Ray und ich kennen. Ja. Und du kennst. Die Ray sehr zugeneigt ist. Amos. Oh, okay. Ja? Ja? Ja, hat er dich auch kontaktiert. Also... Moment. Heißt das? Also wollte er... Also reden wir darüber, dass er shoppen gehen will? Er würde gerne shoppen gehen. Also war er noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Also ich hatte ihn gefragt, ob er schon shoppen war. Also shoppen? Shoppen, genau. Ja. In so einem ganz besonderen Laden. Also er meinte zu mir, dass er eventuell, dass nur wir beide das wissen. Dass er eventuell shoppen gehen möchte. Ah. Ah, ja, ja, ja. Dass nur wir beide. Also gut. Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Weil ich passe sehr damit auf. So, weißt du? Ja. Nee, nein, ich weiß das. Ich war, glaube ich, sogar die Erste, die es wusste. Du musst mal mit dir hin. Guck mal. 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 Ich schreie. Ich schreie. Ich muss mich die ganze Zeit zurückhalten. Aber ich versuche dieses ganze Hochzeitsystem. Ray geht es nämlich total auf den Sack, weil sie im Moment alle auf eine Hochzeit ansprechen. Ich weiß nicht warum. Ja, ja. Ich versuche das tunlichst zu vermeiden. Aber es ist echt, also irgendwie ihr Umfeld redet gerade nur über das Hochzeits. Über das Heiraten. Das ist echt scheiße. Kann er uns hier nicht auf die Nerven bringen? Ja. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, was, also ich habe ihm natürlich, also du hast ihm auch die Hilfe angeboten, ne, bei dem Akt an sich. Ja. Genau, ja, mich auch. Und dann, ja. Also sag da, kannst du ihm ja sagen, wir haben uns immer sehr über die Blume kommuniziert. Ja. Weil ich war mir jetzt nicht sicher. Ich bin halt jetzt so richtig hart vorsichtig, weil er meint, niemand darf es wissen. Ähm, genau. Also wir können uns dann zusammentun und wenn er dann was möchte, dann sind wir ja im Hintergrund die Strippenzieher. Wir halten so eine, wir machen, wir hatten so eine Taschendampe nach oben die ganze Zeit, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Okay, gut. Wir stehen im Hintergrund in irgendeinem Busch und reiben uns die Hände und lachen dabei leise. Ja. Ohne Scheiße, ich bin so aufgeregt, dass ich nicht mehr betroffen bin. Nee. Okay. Ja, ich, also bisher habe ich noch keinen Auftrag bekommen, deswegen, ich warte. Ja, ich auch nicht, auch nicht. Aber ich wollte mal ganz kurz so, ne, also wir können da. Ja, ja, ja. Gut, alles klar. Gut. Sehr gut. Ja. So, Freddy. So. Ja. Ja. Das waren geheime Dinge über, wie Musikvideodreh und so. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Ariane hat, war, war ein guter, wie nennt sich das, äh, Setrunner. Mhm. Beim Dreh letztens. Ja, ich will gern denken, noch ein bisschen länger gegeben, aber. Ja, der, wo mein Auto geklaut wurde. Wo? Oh. Die 438. Die stand bei euch. Da wird gut gedriftet. Oh ja, ich habe gesehen, war wirklich gut. Mhm. Ja, das einzige, was das Ding gut können, also. Apropos Drift, mein, mein Tulip steht immer noch da, wo er steht. Ähm. Ist auch da unter der komischen Entschuldigung. Lustig, meinst du, du, äh, du hast auch wenig Zeit. Oh, Max, kann mich auch nicht fragen. Kann jemand von euch vielleicht meinen Tulip absteppen lassen und tanken und hier auf dem Parkplatz stehen? Wo steht er denn? Bei dem Magilto, da wo das Kaser jetzt drin ist? Äh, kann man den einfach abschleppen lassen, ohne dass man der Besitzer ist? Ja, klar. Reicht, wenn man Schlüssel hat, oder? Ja, eigentlich schon. Also, der müssen nur getankt werden. Ja, ich bin wahrscheinlich diejenige mit. Komm, man war Joske Korayame hier. Hättet ihr noch kurz Zeit, ein Fahrzeug zu einer Tankstelle zu schleppen? Das Fahrzeug ist leer, meiner Lebensgefährtin ist das leider passiert. Äh, äh, die hat einen Schlüssel dafür. Wo ist das, Larry? Magilto. Magilto, Magilto. Das ist ein Lila, ein Tulip mit zwei Streifen, wir fahren da jetzt hier oben hin. Perfekto. Arrigato, matane. Ja, das steigt man in den Tour Bus ein. Okay, wir gehören anscheinend jetzt dazu. Einer von uns, einer von uns oder so ähnlich, würd ich sagen. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Was heute passiert hier? Äh, Dankeschön, ich, äh, Dankeschön. hier ist aber kein dreck im auto wo müssen wir den armen im arsch er hat einen armen im arsch im moment was kannst du mir bitte das markieren wo wir hin müssen sie hat heute einen truthan sehr lieb gehabt der truthan hat sich danach bestimmt auch gehasst aber jetzt mal ohne witz wieso fängt man so eine scheiß fucking tradition an ein truthan was in den pot zu schieben oder wie ja es ist halt ein komischer richtig tief in den arsch schieben muss ich stelle mir vor da drin hätte etwas gekrabbelt oder so und wäre dann auf die kopf gegangen boah junge das ist ja widerlich oben oder unten äh oben wissigerweise bin ich davon weniger angeekelt als von der tatsache dass man den ganzen armen generell da drin stecken was denn ich bin mir ja ach so wie ist er denn geworden gut daran was also also dafür dass sie erster truthan war ja also er ist nicht verbrannt denn ich mal gut der ofen hat kurz funktioniert war soweit gut ich weiß nicht ob das so schmecken soll das ist so das nächste ding ich habe keine art ich habe keine vergleichswerte ja auch nicht also wie gesagt beinahe meiner meinung nach hatte nur ein bisschen salz gefehlt ich weiß nicht ob das so schmecken soll das essen an sich auf jeden fall noch nach ne also von von uns dann ist das ein schönes auto meine güte ist das ein schönes auto was hässlich ist auf unserem parkplatz er hat so ein ähnliches lila ne aber dann noch weiß das auto was hässlich ist auf unserem parkplatz abfackeln finde ich gar nicht mehr so verkehrt da haben wir über platz auf unserem parkplatz ja eben auch den meisten platz weg nein vielleicht doch er muss ein fuhrpark sein kleiner also wir haben drei autos dort stehen ja gut seid ihr zu stehen aber es sind vier aktuell auf der einen seite ich habe keins da stehen ist korrekt ne ich wohne woanders ariana weil es ist nicht das weißt du doch so gut ach du ruckst du mal mit dem ferngas rüber ich weiß nicht ach ich mach das ein bisschen zu oft für mich etwa es tut mir leid wenn ich abends manchmal auf dem balkon sitze und rauche und ja du solltest sie vielleicht auch dann mal ein bisschen mehr anziehen du könntest uns erkranken eine näheren beckenentzündung möchtest du nicht haben kaya wirklich meine oma hat mal einen ja entschuldigung mein balkon hat nun mal keine möbel und ich muss noch welche besorgen so und das ging ja jetzt sehr schön nimm halt ne decke mit nach zu außen ich brauche ein fernglas damit ich zurückstarren kann dann hol dir doch eins dann starren wir uns an oh ok alles klar dann starren wir uns an gar kein problem also wirklich ich melde mich bei dir und ruf dich an dann machen wir das einfach ein fernglas dahintens hast du die blumen jetzt weiter hinten stehen auf dem balkon warte hast du moment hallo was hallo 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 wie sieht denn das ganze ihr auto das ist mein auto ok haben sie eine kundenkarte eine kundenkarte also ich stehe bei ihnen definitiv in der ne das ist ja ne tatsächlich nicht keine kundenkarte gut dann ist abschleppen machen wir natürlich trotzdem aber das war äh ja genau wie viel macht das denn das müsste ich eben schnell nachschlagen ich glaube aber nein glauben ist nicht gut ich guck das lieber erst nach ok möchtest du das bezahlen oder darf ich das ich bezahle ok 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 ah hier 50 dollar also es ja ist nicht teuer wir sind unter der route 68 dann sind es 50 dollar ja gut wohin möchten sie den lenken geschleppt haben was ist denn morgen mit dem auto überhaupt also zu der nächstgelegenen tankstelle ah ok kein sprint machen wir ja genau wir nehmen wahrscheinlich gegen die gang oder wenn möglich am besten eine weinboot tankstelle geht das bei maryweather sicher nicht perfekt super ok cool auf gar kein fall gegen die gang tankstelle wenn ariana eine bedrohungslage hat oder sowas schönes auto ja vielleicht hat das widerspricht ja und kannst es bald wieder fahren ja ja in der teorie also aktuell würde ich begrüßen wenn du eher den dominante fährst aus konnten ja ja hier standen nur wenn du das natürlich möchtest aber ja ja doch heißt auch für klüger weil tatsächlich äh stammt das auto auch am stadtpark hier doch und als ich hier war sind die auch in mir vorbeigefahren und äh während die vorbeigefahren sind habe ich da auch was im äh aus dem auto gehört also dass man mir zuordnen könnte und da stand ich hier vor meinem wagen ja super soll ich mich einfach mal als dich ausgeben der box sie zurück möchtest du nicht kannst du gar nicht nein nur optisch darf ich fragen ob ich auf irgendwas achten muss wenn ich mit ariana irgendwie also du hast gerade ein paar probleme das muss wenn ariana dir sagen okay und ich kann da nichts zu sagen ja ja genau aber äh ariana dürfte mir sagen wenn sie wollte ja ich bin mir gar nicht sicher deswegen frage ich dann mhm okay ich sag's ja ist hier nicht gut gerade gar nicht gut es ist hier zivil passiert aber die gründe und so darf es halt nicht ist der wagen denn offen ist der wagen denn offen äh ne müsste ich guck sicherheitshalber nochmal wenden sie den öffnen ja natürlich kann ich das ich würde mich da kurz reinsetzen und mal eben einmal die lenkung freimachen und dann äh geht's los das aufpassen nein okay nein nein ich wollte das aufpassen dass das ist selbstverständlich nein aber hier gibt es irgendwie irgendwas besonderes auf das ich achten muss irgendwie ich habe ja gerade probleme mit dem mails das heißt ich achte gerade vor allem auf leute mit kunden klingt ähnlich wie die okay ist da ich passe einfach auf okay ja ich bin umsichtig weiterhin muss ich ja sowieso auch sein okay dann perfekt wir wollen zur tankstelle weinbott war gesagt richtig korrekt jetzt kenne ich mich leider noch nicht so richtig gut aus einfach richtung weinbott schild richtung weinbott schild vor den helz irgendwo direkt davor richtig genau genau wir fahren ein ganzes stück nach oben ich glaube teilweise bis sie nicht mehr können londermarket wissen sie wo der ist ich habe kompetente begleitung also okay sollten sie ihn kriegen gut ich glaube an sie gut sie kommen dahin das genau wir fahren euch hinterher gut dann nehmen wir den ganzen rest da auf mit papier kram und dann geht das da los okay okay bann ist gleich bis gleich also da hast du noch ja alles gut nur ist gar kein problem ich darf vorne sitzen ich hätte mich jetzt nicht nach vorne gedrängt selbstverständlich dass du vorne sitzt der wagen klingt irgendwie voll böse also abgesehen davon dass er schwarz ist meistens nun der jugular ist ja auch mein zweitwichtigster schatz ich meine ja was dann auch einfach frau sello jacken von euch herauswerfen guten spaziergang nach hause ach so für euch beide wir haben jetzt überlegt um 19 uhr wo wir gerade ist darüber hatten wir gerade geredet aufgetaucht seit am sonntag die wanderung würden wir dann ab 19 uhr machen und da quasi auch eine nachtwanderung raus machen den parkranger bescheid sagen alle den taschenlampen wird und so wie sieht das bei dir aus harry kann ich noch nicht so hundertprozentig sagen bei mir also wenn wir dann zeit haben solltet also ich versuche uns ein lassen aber nicht wie samstag das wie sehr ich diese video call am samstag überstehe ach ja muss ich mir sagen sie sind wunderschön angezogen dankeschön das kann ich nur zurückgeben dankeschön sie sehen sehr sehr elegant aus tatsächlich auch das höre ich gerne komplimente muss man einfach machen das ist lieb danke ich bin einer jeden der diesen mantel besitzt ja cool explodiert perfekt ariane ja du wirkst ein wenig angespannt ja ich mach mich mal ein bisschen genau rücken gerade machen und so wenn sie tanken wollen sollten das eben gucken dass das auch gerade passt dann mache ich das jetzt aber auch mal eben moment noch kurz ein bisschen warten halt einfach schlauch rein passt schon wir sind nicht unter uns ich werde jetzt nichts dementsprechendes sagen ich bin ganz ruhig total ist doch nur was willst du denn jetzt brauchst du mir jetzt brauchst du gar nicht so zu tun als ob du jetzt nicht immer zweideutiges gedacht hast ich bin völlig unschuldig ich hatte heute nur mein arm in einem trug in einem trug in einem trug in dem trug in dem arsch von einem trug an um genau zu sein aber ja okay dann kommen wir mal zur seite genau besser noch einmal checken ob der startet ja das ist leider eine tradition von den weißen die hier eingewandert sind also ich kenne dafür nix super duper ich muss noch eben schnell für die dokumente raussuchen ich komme zu euch ist angenehmer wieso ist denn da los die reden über dinge mit ruten ach so ok bitte was soll ich mir nicht versauen bitte das hat sie schon was hat sie denn geschehen mit moin was hat er gesagt dinge ich frage ihn selbst erzähl mir mal also eher unschuldig oder eher wissend dich also sind freunde ich hab da gerade was dran bitte was was ich ey ich ey was ist das glaub mir das willst du nicht wissen doch will ich wissen will ich wissen ich wills wissen 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 ist zu mir leid aber nicht vor den meeren hier achso ja nicht vor den meeren soll ich mich kurz zurückziehen ne alles gut die schreibst du ja auch ja bitte ... ... ... ... Meine Güte seht der Mann gut aus kann man nicht meine ich meine sie nicht ich bin in die dokumente vertieft das kennzeichen hatte ich schon hat er dieses wort benutzten deswegen ich wollte es nicht wiederholen dann bräuchte ich noch einmal einen namen als ich ein auto bei bennys gekauft haben wir so abstimmen lassen wahrscheinlich wusste ja nicht was das wort heißt ja ganz bestimmt das wäre ich nämlich sehr verwunderte ist wahrscheinlich weißt du jetzt warum ich zu dir gekommen bin war irgendwie unangenehm klang klang diese gespräche sehr wir machen das jetzt ja wir sind unterhalb der route 608 wie gesagt 50 dollar abstand kosten oder habe ich mich da jetzt vertraut kate leider nicht das geht dann waren mich ich bin dabei dann ist es okay ich habe aber ich habe es dann ist auch okay hier bitte schön danke sehr danke sehr mit das poppaneer ein bisschen leere gut dann wäre es das von uns auch ich trage dokumente später ein und dann wünsche ich einen schönen abend danke gleichfalls und ebenso ich bin mir ziemlich sicher dass er weiß was er gesagt hat ja ist so ein von den beiden mit oder beide oder so ich kann Kaya mitnehmen danke okay Katerik was stimmt mit dir nicht ich hatte mir zuerst jetzt tut den Arsch um meinen Arm okay cool siehst du sie reden immer noch drüber irgendwas ich bin ich bin gerade ich weiß nicht was macht dein tulip auf dem highway so war das ein highway nein aber was macht er so maximalgeschwindigkeit ach so äh 80 85 so wie mein Impala der kann hinten Feuer machen der ist sehr cool der kann ganz ganz viele coole Sachen machen der kann auch drüften und ich kann damit Nebel machen okay das können wahrscheinlich viele Autos aber ja also ich äh ja wenn du den geliehen haben sag Bescheid also gerade wieder nicht gefahren also ich kann sowas machen okay alles klar oh Gott der Tag war so scheiße jetzt ist er so positiv wieder dein Tag war scheiße ich war nicht so aus dem Bus nice ich konnte ihn nicht sehen ich glaube Juske will Ray ärgern wieso waren die denn jetzt schneller da ach so ähm oh Gott warte mal das wird jetzt aber weil er vorgefahren ist glaube ich und er so die gestreiften Autos parken hier habe ich alles zusammen ja und auch so dass ich ihn direkt lackieren kann mhm ach bald guckt da seht ihr den Temper den lilanen mhm 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 ja aber er ist ein dunkleres lilanen ja das läuft oder nee weiß nicht er sieht dunkler aus das sieht glaube ich nur an dem Muster welches Muster welches Muster er hat so eine Polierung oder ich hab gleich mal ne Frage ok alles gut ja ich bin nur ein bisschen ach das meinst du ja warum nur so habe ich was falsch gemacht ähm er sieht einfach genau was nein ich hab mir gleich aus nur halt in lilan ich hab nur eine Frage gleicher Spoiler gleiche unschuldige gleich ist alles ja nur eine Frage stimmt ja das Verdeck kann man glaube ich nicht abmachen ja soll man nach oben gehen also wir müssen nicht einfach so können wir machen ja sein können das Ding wie noch entwickelt mit deinem Freund nehmen willst nach den zwei braucht nicht gute na wer ist so jetzt auch noch werden auch noch kurz was mit dem machen können das ja okay ach so möchtest du was mit dem machen nee aber das kann sein ich will vielleicht freust die beiden zu sehen kann ich doch noch ich will was mit dir zusammen machen ja dann machen wir was zusammen du möchtest was mit denen zusammen machen ich bin ja nicht ich möchte mit dir jetzt zusammen sein dann sind wir jetzt zusammen also wir sind sowieso schon zusammen aber also ja aber du möchtest vielleicht auch mit den beiden was unternehmen du hast dich ja auch gefreut ja war doch ganz nett aber wir sind ja nicht aus der Welt also bist du auch die Tage weg hm 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 du weißt es nämlich muss ich auf der Couch heute schlafen wieso nein ach so im Moment also ich ähm sagen so dramatisch nein ja 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 erklärst du mir mal was Fist denn ist und wieso du solche Wörter in den Mund nimmst weißt du was das heißt ich hab mal gelesen dass man da irgendwie seine Faust äh also Trutern reinschiebt ja gut Trutern reinschiebt gut ja aber dass man da halt reinfisten ich war ein bisschen irritiert ich dachte du spielst mir eventuell was vor okay ja du wirkst mir doch immer du wirkst mir immer sehr unschuldig bei solchen Themen manchmal fängt man halt was ab so mhm was hast du denn noch so abgefallen nicht wirklich viel aber man lernt viel wenn man auf der komischen Ostreife unterwegs ist ach ja okay das klingt tatsächlich wie ein Wort was er sagen würde ja nun äh ist das schlimm also also schon mal davon ab ich mach das nicht und äh nein also das ist nicht schlimm dass du das weißt das ist nicht schlimm es ging um einen Trutern ja es ging um einen Trutern genau und ich bin kein Trutern äh wie kommst du denn jetzt von einem Trutern auf dich ist ach los geht jetzt tu mal nicht wieder so unschuldig also ich's wirklich bitte äh gar nix äh äh du weißt doch bestimmt ganz genau was das heißt so ich zieh mich jetzt um ja mhm siehst du dir denn an weiß ich nicht was soll ich mir denn anziehen schlafsachen oder was ich weiß ja nicht du wolltest ja noch was machen hast du gesagt ja das kann ich doch auch in bequem machen mit Klamotten machen oder nicht ja was soll ich denn anziehen ne ich war nur ne Frage warum bist du denn schon wieder so unglaublich nicht weiß ich nicht langsam bin ich mir nicht sicher ob du wirklich süß sagen möchtest doch tatsächlich okay okay oh my god irgendwie auch nicht ich möchte wenn ich nicht mehr Was denn? Nix. Ich hab's da. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Oh meine Güte, das sieht richtig gut aus. Weißt du den denn hier? Ich wollte nur wissen, wie du reagierst. Runde? Ja. Das steht dir richtig gut. Ich wäre auch nah. Ich hatte mal einen zweiten, aber der wurde geklaut. Oh. Von jemandem. Ja. Ich hab eigentlich nur einen Witz. Also, damit mich mit hinzuflaren. Du kannst den ruhig anziehen. Nee. Das ist merkwürdig. Ich kann auch die Heizung aufdrehen und dann kannst du einfach nur mit den Shorts rumlaufen. Will die Heizung aufdrehen? Nee, das mach ich nicht. Ach, ja. Okay. Ja, kein Partner-Look. Ich hab keine weisse Flögenhose. Generell keine. Machst du? Dein Ernst? Ja? Weißt du den? Wow. Ich hab immer, immer alles passende im Schrank. Außer die Jorginhose. Du hast das doch gerade anlassen können. Nö. Wie? Nö. Sag doch gut aus. Verdammt, okay. Jetzt hast du mich aber. Boah, ich muss ein bisschen ausmisten wieder. Ist das so? Mhm. Warum ausmisten? Ach, das mach ich manchmal, damit ich mir nicht noch mehr Klamotten holen kann, weil das ist natürlich viel zu übertrieben. Also im Prinzip misst du aus, damit du mehr Klamotten kaufen kannst, aber sagen kannst, dass du nicht mehr gekauft hast. Du hast das Prinzip, äh, durchschaut, äh, Prinzip durch, ach, du weißt, was ich meine. Echt? So bin ich. Mhm. Ein freches kleines Mochi. Ich bin so heute auf Mochi angeblieben. Mochi, Murmel, also du gibst mir wirklich viele große Namen. Ja. Habe ich in diesen Ratgeber gelesen? Finde ich. Du brauchst doch gar keinen Ratgeber. Ja, natürlich. Nein. Doch. Ich finde dich perfekt, so wie du bist. Ja, ich bin ausbaufiert, würde ich sagen. Nein, bist du überhaupt dann? Du bist perfekt. Nein, oh, niemand ist perfekt und ich bin ans Recht nicht perfekt. Doch, bist du. Nein, ich bin ein sehr fehlerhafter Mensch. Du bist perfekt und süß. Nein, aber wenn ich perfekt für dich bin, dann reicht mir das. Ja. Also hast du es akzeptiert, dass du super bist? Nein, habe ich nicht und du offensichtlich auch nicht. Wie? Wie? Du bist süß. Du bist süß. Oh mein Gott, ich wollte mir gerade auch einen Zettel machen. Ausgespielt. Ja. Ja. Erzähl mir was. Was soll ich dir denn erzählen? Richtig, irgendwas. Wenn du Glück hast, kann ich das nicht holen, was ich dir geben würde machen. Oh mein Gott. Da habt nur ich mein ganz tolles Geschenk. Wieso wenn ich Glück habe? Ja, weil da wo ich das abholen muss, sehr merkwürdige Zeiten hat. Und wenn ich Pech habe, ist es gar nicht das da, was ich da holen möchte. Du hast das Kontaktszimmer vor Dona Star Wollinger? Nein. Nein. Oh, okay. Nein. Ich habe überall Kontakte. Überall. Ich werde doch nicht sagen, wo ich mir da was holen will. Also für dich. Darf ich dich aufessen? Warum? Aufessen? Du bist ganz wie ein großes Kuchenstück. Also hast du dort einen Kuchenfetisch? Nein. Ich werde dich auch nicht ins Gefrierfach packen. Ich würde sehr komische Züge jetzt nehmen, wenn du sagst, du packst mich in dein Gefrierfach. Ja, das stimmt. Wärst du verwundert? Ich würde nicht verwundert sein, wenn dein Körpergroßes Gefrierfach auf einmal in unserer Wohnung steht. Wenn du daneben keine stumpfe Säge hast oder so. Aber dann hätte ich dich immer bei mir. Ich könnte Körperteile von dir bei mir tragen. Und ich wäre tot. Nein, nicht wirklich. Dein Gehirn würde ich konservieren und hochladen. Digitalisieren. Ich mache natürlich nur Spaß. Das weißt du, oder? Und ich weiß, wie wichtig deine Haare sind. Sonst hätte ich dich schon längst gefragt, ob ich eine kleine Haarsträhne von dir in mein Puppe mal nie stecken kann. Ja. Das habe ich ganz ehrlich wieder vor mir weg. Ich bin verrückt, oh Gott. Kann dir natürlich eine Haarsträhne geben, wenn dir dafür meine Körperteile in Ruhe lässt. Gehst du denn was schon wieder von mir weg? Nein, natürlich nicht. Warum gehst du von mir weg? Weiß ich nicht. Warum habe ich so ein Bild vor meinen Augen, wie du mit einer Axt hinter mir erläufst? Das würde ich niemals machen, außer was zu denken. Ja. Ich habe keine Freunde mehr. Obwohl, da oben waren ganz zwei Freunde. Ich belasse mich irgendwie doch ein bisschen, aber dann lasse ich mal ein bisschen Gras drüber wachsen. Aber die haben meinen Namen nicht gesagt, die wusste. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Das war gerade alles so super ernst. Was mache ich jetzt? Dass deine Freunde dich nicht verraten haben. Also, dass sie dich nicht verraten haben. Ich bin verwirrt jetzt gerade. Ja, ja, dass meine Freunde mich nicht verraten haben. Entschuldigung, mein Hirn ist komisch. Ich bin einfach nur verwirrt. Meinst du das, was du machen sollst mit den beiden, oder wie? Ja, ich traue mich tatsächlich, mich gar nicht bei denen zu melden. Aber eigentlich habe ich gerade auch andere Probleme. Dann magst du einfach anrufen, kurz. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass Max bei dir rangeht. Vielleicht schläft er ja auch. Ja, vielleicht schläft er tatsächlich. Aber ich habe halt keine Schuld jetzt. Du hast ja auch keine Schuld, aber... Ich wusste, dass Herr Weiß, Max nicht die Knie-Scheiben zertrümmern. Das wusste ich ja. Und ja, sowas wurde eventuell gesagt, meine Ahnung. Er meinte danach aber, Herr Queen, ich hätte ihm nie was getan. Hätte er ja auch nicht. Nee. Also so wie ich Max zumindest kennengelernt habe, zumindest meine Einschätzung, ich glaube, wenn du... Das Problem ist, ich weiß natürlich jetzt noch mehr, was du mir gerade gesagt hast. Und dass sich da Dinge angeschlaut haben bei dir. Ja. Und jetzt bin ich natürlich jetzt hier so, wo ich mir denke, einerseits... Wenn wir jetzt hier wieder diese goldene Waage haben, die wir mal hier so metaphermäßig haben. Natürlich hast du hier, Max. Einen sehr, sehr, sehr guten Freund von dir. Der dich nicht verraten hat. Dein bester Freund. Der dir sehr wichtig ist, von dem du auch schon viel erzählt hast. Deutlich mehr als über Barbara. Und dann haben wir natürlich jetzt die Sache, wo du meintest, dass du irgendwann nicht mehr über Sachen hinwegsehen kannst. Wenn ich das nochmal richtig formuliere. Also in T noch. Es ist die Frage, du hast die Waage hier vor dir. Wo ist das Gewicht gerade mehr? Ist dem Max wichtiger? Und versuchst nochmal mit ihm über das Thema zu sprechen, dass es halt so Sachen gibt, die sich belasten. Weil die Freundschaft dir auch sehr wichtig ist. Und du nicht möchtest, dass das im Raum steht, dass sich so Dinge belasten. Oder manche so drauf scheißen. Was ich irgendwie bezweifle. Die Sache ist, ich war so in meiner Wut irgendwie. Ich war da so drin. Natürlich wurde es mit von... Ich weiß noch ein bisschen... Ja, was heißt bekräftigt aber dieses... Sehen Sie, Frau Barnes, das sind Ihre Freunde. Und die lassen Sie einfach im Stich. Und mit einer Weide... Aber haben Sie ja nicht. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Zu dem Zeitpunkt haben Sie mich einfach nur ignoriert und als Lügnerin dargestellt. Verstehst du das? Das war... So fing das alles an. Und Sie ist von der anderen Seite. Die beiden wurden entführt. Wurden verprügelt von dem Vargas. Und haben meinen Namen nicht gesagt. Und haben deinen Namen nicht gesagt. Und wer weiß, was denn gedroht wurde. Vielleicht haben die ja gesagt, wenn jetzt irgendwie was verratet, dass wir das waren, flitzen wir euch auf oder so. Natürlich haben die Angst. Die beiden sind keine Cops. Ich weiß. Die beiden haben keine Ausbildung. Aber dass sie... Halt... Ich glaube nicht, dass sie beabsichtigt haben, sich als Lügnerin darzustellen. Sondern dass sie einfach mit der ganzen Gesamtsituation überfordert waren. Und Mr. Weiß ist halt manchmal wie ein kleiner Vorschlag, Hammer. Bin ich auch manchmal. Du hast recht, das weiß ich. Und dass ich mir sorgen und die beiden machen, das überwiegt definitiv. Ich weiß halt nur nicht, jetzt wie ich den beiden da begegne soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du nicht. Weil ich kann, wenn Herr Weiß das alles macht, ich kann halt nichts sagen. Weißt du. Ich stehe da einfach nur daneben und bin ruhig. Was soll ich denn tun? Soll ich ihn vor Zivilisten oder vor meinen Freunden da irgendwie zurechtweisen? Kann ich nicht machen. Ist so schwierig immer. Ich hatte oft solche Situationen. Dann appellier an deine Freunde, dass sie verstehen müssen, dass es eine komplizierte Situation ist. Und dass in deiner Polizeibehörde Hierarchien existieren. Ohne interne herauszugeben natürlich hier. Und wie du das Ganze angehen kannst. Ich weiß nicht, wie die ticken. Aber so von dem, was du mir erzählt hast. Habt ihr einen Ort, wo ihr euch gerne seht. Oder zumindest du und Max. Nimm diesen Ort. Ruf an. Schreib eine Nachricht. Hey. Lass mal bitte reden. Dass dann ihr an den Arm ein bisschen wie komplett ausgerufen hat. Und die Gefühle sind hochgekocht. Können wir irgendwie reden. Und dass dir das halt sehr wichtig ist. Und ich bezweifle, dass die dich da hängen lassen würden. Und ich glaube schon, dass die eher für dich da sind. Zumindest bei Max. Weil Barbara kann ich es nicht so sagen. Aber eigentlich, sie wirkt aufbausend. Aber ich glaube, in ihr steckt das auch schon. Du bist ihr wichtig. So von der Drohung, die sie mir gegenüber geäußert hat. Du bist ihr wichtig. Gut, ich kann es nur. Also, ich werde wahrscheinlich am Sonntag unterwegs sein. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich möchte das Wandern nicht ohne dich machen. Vielleicht verschieben wir das einfach. Aber ich werde versuchen. Also, mein Plan ist es wirklich, da zu sein. Aber ich bin ehrlich. Eigentlich will ich auch, dass du beim Wandern dabei bist. Ja, das... Ich würde auch gerne haben, dass du dabei bist. Also, wir machen uns jetzt erstmal keinen Druck, okay? Und, ähm... Also, auf meiner Agenda steht, Sonntag nicht in den Dienst gehen und wandern. Mit dir und den anderen. Ja. Ich kann jetzt aber auch nicht zu dem Ort von mir und Max irgendwie am Sonntag zum Beispiel vorher hingehen. Dann bin ich allein unterwegs. Passt ja schon ein bisschen auf gerade. Mhm. Ja, mal schauen. Ich melde mich einfach dann. Die Tage. Okay, vielleicht züge ich morgen mal mein Handy und schreibe an. Oder du schreibst jetzt. Dann sehen die die Uhrzeit, dass du dir da Gedanken zugemacht hast. Was du ja gerade tust und mit mir drüber sprichst. Und nimmst dir eben die Zeit. Du setzt dich hier hin. Ich hole dir ein Wein oder ein Whisky. Machst das oben ganz entspannt und ich gehe in der Zeit auf die Toilette. Okay, mach das. Ja, hoch. Hoch, okay. Oder willst du hier? Da, wo du hin möchtest, ist nicht, wo ich dir sage, wo du hin sollst. Nein, ich bin in Ordnung. Aber ich möchte nicht deine Pinke-Range. Pinke-Range. Mich wundert, dass es noch kein... Kurayame. Kurayame. Du musst einen neuen Whisky kaufen. Okay, merk ich mir, mach ich. Ich wundere, dass es noch kein Kurayame-Fan-Bus gibt. Wie weißt du, Kina? Ja. Ich bin hier. Achso, du willst das auf dem Bett? Achso. Ich passe auf, ich knicker nicht. Okay. Okay. Du hast die Wahl zwischen einem Whisky oder einem ruhebringenden Sarke. Eine Juste. Nämlich kannst du nicht trinken. Ich habe jetzt gerade kein Messer in der Nähe, wo ich blut irgendwo. Was? Ja, okay. Ja, dann nehme ich den Sarke. Okay. Dann nehme ich den Whisky. Aber ich gehe erst mal auf dem Bett. Okay, mach das. Mach das in Ruhe und nicht... Ich mache den Fernseher an, dann hört man nichts. Mach das in Ruhe und du bestürzt es dich. Nimm dir ruhig die Zeit, die du brauchst. Mach ich. Mach ich. Okay. Ich habe im ersten Moment gedacht, meine Sicherheit und ich sind euch egal, weil ihr ihr nichts gesagt habt. Ich habe im Moment furchtbare Angst und das vor etwas, was ihr heute erlebt habt. Bei mir kann es einfach ständig enden. Ich mache mir ein Fragen von euch und habe wirklich alles fest, damit uns aber rechtzeitig gefunden wird. Ich will nicht, dass unsere Freundschaft an einem dummen Minzbonbon zerbricht. Ich würde gerne mit euch da überreden und euch meine Sicht sehr gut kriegen, aber letztendlich. Ich danke, dass ihr meinen Namen nicht genannt habt. Ich wusste, dass wir erst am Ende sind. Und ich finde das sehr fach. Ich kann euch im Moment nicht einfach so treffen. Ich finde es gerade leider falsch. Schwierig. Aber die sind hoch und so. Ja, da riecht zwei. Und auch. Wobei, die waren halt, also die haben es halt, aus unserer Sicht so, aber natürlich im Nachhinein. So, gleich, aber ich muss was essen. Nein, hui. Und die On-Route, der 5.000? Hä? Ach, ein Acht, das ist die Flitze. Oh, krass. Hat der Unterbundbeleuchtung? Ich dachte jetzt schon so, hä? Krass. Einfach nur dafür kaufen. Sag mal, was ist denn hier los gerade in Nostantos? Fällt mir das wirklich jetzt erst auf? Ja, genau. Bei Korayame wundert mich, dass noch kein Fanbus da ist. Oder dass er auf einmal von zahlreichen Freunden in Nostantos abgemacht wird. Boah, ey, diese Zeit. Ich habe wirklich so ein hartes PTSD davon, ne? Das war so heftig, ey. Wir wollen zum Koroboy in die Städte. Die Verjährung haben schon sehr viel davon gehört. Never forgetty diese Zeit einfach, wo Ariane verfolgt wurde. Und sowas alles von irgendwelchen Fremden. Dann mussten sie auch vom Support geholt werden. Oder eine, die überall nach Ariane gefragt hat, wo uns ja andere Personen angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Oh, ist ein bisschen schwindig geworden. Ob ihr euch daran erinnert, wo sie meinte, ja, da ist ein Mädchen, der verfolgt sich die ganze Zeit. Verstehst du? So, oh, okay, ja, alles klar. Boah, boah, das war echt eine gute Zeit. Immer noch cool, dass das Mapping wirklich immer noch da ist. Fertig. Okay. Ja, da wären wir nun. Ja. Und wir werden gleich hier schlafen? Ja. Angekuschelt? Ja. Ariane Barnes und Yusuke Kurayame? Ja. Beide fast in weiß? Ja, so wie Maffen. Wieso, weil du keine weiße Hose hast? Moment. Moment. Ja. Ja. Die ist ja schick. Ich muss gar nicht gleich die noch ab, um ehrlich zu sein. Ist das irgendwie vom Alamonia-Festival dann auch? Ähm, ne, die habe ich irgendwann, wo ich hier angekommen bin, mal gekauft. Weißt du eigentlich, dass ich... Weißt du, du magst das nicht, aber ich mag deine Tattoos. Ich gucke mir die so gerne an. Hm. Kommt auf den Tag an. Also heute ist an der Tage, wo... Wo du es nicht magst. Okay ist. Wo okay ist. Hm, wie kommst du darauf, dass ich sie heute nicht mag? Das hat sich jetzt, ähm, angehört, als würde es in eine negative Richtung gehen. Ach so. Ich dachte, dir wäre... Das mit den Pullovern aufgefallen. Meinst du, warst du sie gerade bedeckt in den Armen? Ja, manchmal ist das so ein Ding, dass ich dann... Ja. Ich bin... Merkwürdigkeit in der Insel. Alles gut. Ich... Tattoos sind ja auch eigentlich... Eigentlich mag ich sie halt auch, aber manchmal... Weißt du schon. Manchmal. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Soll ich dir vielleicht trotzdem mal den Rücken einkriegen, oder möchtest du nicht? Wenn du das möchtest... Moment. Oh mein Gott, kann ich reingehen? Was? Hast du nur Pinkeln? Ich war nur Pinkeln, ja. Weißt du, dass wir dann eine Lüftung haben, die gut ist, oder? Du hast den Knopf schon mal gedrückt dafür, oder? Alles gut, du machst sowas nicht und ich mache sowas auch nicht. Wir sind perfekte Menschen. Ja, genau. Aufgelärtig in Tobin. Nein, das machen wir nicht. Ist das so. Gehen wir nicht drüber. So. Okay. Soll ich mich irgendwo hinlegen, oder hinsetzen? Also möchtest du sitzen oder leben? Keine Ahnung. Ich... Ich hab noch nie jemand so... Weiß ich nicht. So wie du dich am Dordstück fischst. So wie du das am besten findest. Also du kannst, ähm... Ich bin sofort wieder da, ja? Ja. Was hat das für eine Animation vom Kuhn? War das... Endy? Endy? Ja, das war's nicht. Ja, leg dich mal hin. Auf den Bauch. Ja. Du musst den Pullover ausziehen, oder? Du musst den Pullover ausziehen, genau. Ja. Keine Sorge, ich tu dir nicht weh. Mhm. Wirklich keine Sorge. Oh, außerdem hast du das doch auch schon bei mir gemacht. Aber ich geh ein bisschen. Äh. Gut. Okay. Mhm. So warte, ich hab das ein bisschen in meinen Hinten verrieben, dann ist es auch nicht kalt. So in Ordnung? Ja, ich mein, dass es kalt wäre, wäre es mehr eigentlich, ist es nicht schlimm. Okay. So, ich mach das jetzt mal ein bisschen großzügig und dann ein bisschen genauer. Mhm. Mhm. So. Was, dick ich? Okay. So, und du sagst, wenn dir irgendwas weh tut, ich kann's mir zwar nicht vorstellen, aber ich weiß auch nicht, was du heute sonst noch erlebt hast, was du mir nicht erzählst. Wie ist nichts passiert, würde mir was passieren, würde ich es dir sagen. Ich hab's doch versprochen. Halte, meine Versprechen. Würdest du mir das wirklich sagen? Ja. Mhm. Das mit den... Falschümern hab ich dir ja auch gesagt. Ja, das stimmt. Ein bisschen zu spät, aber du hattest ja auch zu tun. Ja, ich wollte dich halt nicht... Mhm. Ja. Entspann dich einfach. Ich... Ich versuch's. Ist dir das so unangenehm? Nein, aber... Geht halt um meinen Rücken. Und auch wenn du dort Narben hast, hast du einen von der Schönen Rücken. Ja. Wo ich jederzeit gerne meinen Kopf drauflegen würde. Ich weiß aber nicht, für einen Rücken, das wissen wir beide. Nein, nicht unbedingt. Hm, doch. Und ich kann dir auch 100 Küsse auf den Rücken geben. Wäre dir das unangenehm? Ich weiß nicht, ob du das wirklich machen möchtest. Das ist halt schon... Kein Problem damit. Ich weiß nicht, was du denkst, was ich hier gar nicht denken würde. Das ist nur mal Rieses. Ist so die große Narbe auf meinen Rücken, die quer rüber geht. Hm. An den beiden Katana. Krieger hat schon leichte Mordgedanken. Warum? Willst du mich töten? Ist das so her? Nein! Oh mein Gott! Denk doch nicht immer, dass ich was machen würde. Nein! Derjenige, der dir das umgetan hat. Nee, alles gut. Ich wollte es dir zumindest sagen. Und zu der... Zumindest mal etwas dazu zu sagen. Keine Ahnung. Ich kann das jetzt gerne jeden Abend machen. Mir ist das egal. Nein, ich will nicht, dass du so viel Aufwand machst wegen mir. Du hast keinen Aufwand. Ja doch. Du musst mich... Nee, ich will das lieber bei dir machen. Nichts, was ich für dich... Bedien das nicht so. Schau, nichts, was ich für dich mache, ist... Fühlt sich irgendwie nach Aufwand an. Bin froh, wenn ich das machen kann. Geht es dich da wirklich gerade nicht vor? Nein! Du bist doch... Ich bin doch realistisch. Nein, du bist tatsächlich ganz schön doof. Die Leute in der High School, als sie damals das gesehen haben, sich sehr erschrocken und wussten einfach nicht, was sie sagen sollen und... fand komisch dann zu mir. Ja, aber weil das dumme Bastarde sind. Man hat darüber nachgedacht. Irgendwann, wenn es irgendwo ein kleines Tätow gibt, so in der Art, so wie deine, dann werde ich mir irgendwann mal tätowieren lassen. Und am besten... unter die Brust aufs Herd. Welches dieser vielen Tattoos? Keine Ahnung. Es... Gibt ne... Folie, wo es so einen kleinen Drachen gibt, den man sich an der Seite tätowieren lassen kann. Auf welcher Seite? Was meinst du? Auf der rechten Hüftseite. Hm. Sollst du mal erwähnt haben. Okay. Wird ich mir mehr... Für mich sehr... Also, jetzt nicht auf die tätowieren müssen, aber... Das bedeutet mir irgendwie schon sehr viel. Hm. Aber... Mach das bitte nicht, weil du denkst, du musst das machen oder so, okay? Ich hab immer... Also... Wenn ich mich nochmal tätowieren lassen würde, dann nur mit einer starken Bedeutung. Nicht einfach so. Okay. Dann kannst du dir bei mir sicher sein. Denn es kostet sehr viel, die sich die Tattoos entfernen zu lassen. Kleiner Weg. Wenn es ein Kiesbült-Motiv gibt, würde ich das mir auch tätowieren lassen. Oh, das wäre schön, oder? Würde ich auch an dich denken. Und dann würde ich mir eine Bede tätowieren lassen. Muss ich jetzt so liegen bleiben? Ja, ein bisschen mehr. Okay. Nein, das geht es? Nein, das geht es. Mal 5.000. Warum hast du diesen Zettel in dieser Hausfülle? Vorbereitet. Ja. Fantastisch. Ja, fantastisch, oder? Verdammt, das ist ja jetzt wirklich ganz schön blöd. Egal, was ich jetzt sagen, du holst diesen Zettel einfach aus. Aber denk nicht, dass ich dagegen nichts tun könnte. Ist das so? Das ist so, ja. Willst du dagegen tun? Ich sag dir das doch nicht, dann machst du nämlich einen zweiten Zettel und dann hab ich keine Chance mehr. Nun. Also wegen Sonntag, dann schauen wir einfach mal hier. Mhm. 19 Uhr haben die gesagt, ne? Mhm. Okay. Sonst überleg ich, ob Sonntag irgendwas war, aber ich glaub tatsächlich nicht. Wird eventuell ein bisschen müde sein. Ja, ich glaube, da werden wir uns ähneln. Ja, dann wär ich dafür, dass wir zu Paradise gehen, diese Überroll-Käfig-Gefährte holen und wir uns einfach von den anderen fahren lassen. Was hältst du von der Idee? Was hältst du von der Idee? Wolltest du bei dir drüber fahren oder so? Äh, ne, natürlich. Natürlich. Hm. Dann, äh, oyasuminasai. 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 Ich hätt jetzt gerne noch weiter gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab so Bock auf Juri-RP gerade, aber es ist halt wirklich, wirklich spät. Ich, also…